Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafon Sie hören eine Produktion von Hoffmann & Kampe Hörbücher Regie Wolfgang Stockmann mit Andreas Pietschmann Ich erinnere mich noch genau an den Sommermorgen des Jahres 1945, an dem ich mein Vater zum ersten Mal zum Friedhof der vergessenen Bücher mitnahm. Daniel, was du heute sehen wirst, darfst du niemandem erzählen, sagte mein Vater, nicht einmal deinem Freund Thomas, niemandem. Auch nicht Mama? fragte ich mit gedämpfter Stimme. Mein Vater seufzte hinter seinem traurigen Lächeln, das ihn wie ein Schatten durchs Leben verfolgte. Aber natürlich, antwortete er gedrückt, vor ihr haben wir keine Geheimnisse. Ihr darfst du alles erzählen. Kurz nach dem Bürgerkrieg hatte eine aufkeimende Cholera meine Mutter dahin gerafft. An meinem vierten Geburtstag beerdigten wir sie auf dem Friedhof des Montjuic. Sechs Jahre später war die Abwesenheit meiner Mutter für mich noch immer eine Sinnestäuschung, eine schreiende Stille, die ich noch nicht mit Worten zum Verstummen zu bringen gelernt hatte. Mein Vater und ich lebten in einer kleinen Wohnung in der Calle Santa Anna, beim Kirchplatz. Die Wohnung lag direkt über der auf Liebhaberausgaben und antiquarische Bücher spezialisierten Buchhandlung, einem verwunschenen Bazar, der, wie mein Vater hoffte, eines Tages in meine Hände übergehen sollte. Ich wuchs inmitten von Büchern auf und gewann auf zerbröselnden Seiten, deren Geruch mir noch immer an den Händen haftet, unsichtbare Freunde. Als Kind lernte ich damit einzuschlafen, dass ich meiner Mutter im dämmerigen Zimmer die Ereignisse zwischen Morgen und Abend meiner Abenteuer in der Schule erklärte. Ich konnte ihre Stimme nicht hören und ihre Berührung nicht fühlen, aber ihr Licht und ihre Wärme glühten in jedem Winkel der Wohnung. Ich erinnere mich, dass ich in jener Junimorgendämmerung schreiend erwachte. Erschrocken stürzte mein Vater ins Zimmer. Ich kann mich nicht mehr an ihr Gesicht erinnern, ich kann mich nicht mehr an Mamas Gesicht erinnern, keuchte ich. Mein Vater umarmte mich fest. Los, Daniel, zieh dich an. Ich möchte dir etwas zeigen. Jetzt? Um fünf Uhr früh? Es gibt Dinge, die man nur im Dunkeln sehen kann, gab mein Vater mit einem rätselhaften Lächeln zu verstehen, das er vermutlich einem Roman von Alexandre Dumas entliehen hatte. Noch dämmerten die Straßen matt im Dunst und Nachttau dahin, als wir aus dem Haus traten. Bei der Calle Arco del Teatro angekommen, wagten wir uns ins Ravalviertel hinein. Endlich blieb mein Vater vor einem von Zeit und Feuchtigkeit schwarz gewordenen Portal stehen. Vor uns ragte etwas auf, was mir wie die verlassenen Überreste eines Palastes oder eines Museums aus Echos und Schatten vorkam. Ein Männchen mit dem Gesicht eines Raubvogels und silbernem Haar öffnete uns die Tür. Guten Morgen, Isaak. Das ist mein Junge, Daniel, verkündete mein Vater. Mit einem leichten Nicken bat uns Isaak herein. Wir folgten dem Aufseher durch einen prächtigen Gang und gelangten in einen riesigen, kreisförmigen Saal, wo sich eine regelrechte Kathedrale aus Dunkelheit zu einer von Lichtgaben erfüllten Kuppel öffnete. Ein Gewirr aus Gängen und von Büchern überquellenden Regalen erstreckte sich von der Basis zur Spitze und formte einen Bienenstock aus Tunneln, Treppen, Plattformen und Brücken, die eine gigantische Bibliothek von undurchschaubarer Geometrie erahnen ließen. Mit offenem Mund schaute ich meinen Vater an. Er lächelte und blinzelte mir zu. Willkommen im Friedhof der vergessenen Bücher, Daniel. Was du hier siehst, ist ein geheimer Ort, ein Mysterium. Jedes einzelne Buch hat eine Seele, die Seele dessen, der es geschrieben hat und die Seele derer, die es gelesen und erlebt und von ihm geträumt haben. Jedes Mal, wenn ein Buch in andere Hände gelangt, jedes Mal, wenn jemand den Blick über die Seiten gleiten lässt, wächst sein Geist und wird stark. Wenn eine Bibliothek verschwindet, wenn eine Buchhandlung ihre Türen schließt, wenn ein Buch dem Vergessen anheimfällt, dann versichern wir uns, die wir diesen Ort kennen, also die Aufseher, dass es hierher gelangt. Hier leben für immer die Bücher, an die sich niemand mehr erinnert, die Bücher, die sich in der Zeit verloren haben und hoffen, eines Tages einem neuen Leser in die Hände zu fallen. Und weißt du das Beste? Ich schüttelte den Kopf. Der Brauch will es, dass jemand, der diesen Ort zum ersten Mal besucht, sich ein Buch aussuchen muss, dasjenige, das ihm am meisten zusagt. Und er muss es adoptieren und darum besorgt sein, dass es nie verschwindet, dass es immer weiterlebt. Das ist ein ganz wichtiges Versprechen auf Lebenszeit. Heute bist du dran. Fast eine halbe Stunde spazierte ich durch dieses Labyrinth, das nach altem Papier, Staub und Magieroch. Sachte fuhr ich mit der Hand über die Rücken der ausgestellten Bücher, während ich meine Wahl prüfte. Ich lief durch gewundene Gänge und Galerien mit Hunderten, Tausenden von Bänden, die mehr über mich zu wissen schienen, als ich über sie. Bald befiel mich der Gedanke, hinter dem Einband jedes einzelnen dieser Bücher tue sich ein unendliches, noch zu erforschendes Universum auf. Vielleicht war es dieser Gedanke, vielleicht der Zufall oder das Schicksal. Jedenfalls war mir genau in diesem Moment klar, dass ich das Buch bereits gewählt hatte, das ich adoptieren würde. Oder vielleicht müsste ich sagen, das Buch, das mich adoptieren würde. In weinrotes Leder gebunden stand es schüchtern am Ende eines Bords und raunte seinen Titel in Goldlettern, die im Licht der Kuppel leuchteten. Ich trat hinzu, strich mit den Fingerspitzen über die Wörter und las lautlos. Julian Carax Der Schatten des Windes Noch nie hatte ich diesen Titel oder den Namen seines Autors gehört. Doch das war mir egal. Ich hatte die Gewissheit, dass das Buch seit Jahren, wahrscheinlich seit der Zeit vor meiner Geburt, hier auf mich gewartet hatte. Wieder zu Hause zog ich mich in mein Zimmer zurück und beschloss, die ersten Zeilen meines neuen Freundes zu lesen. Bevor ich es recht merkte, war ich schon rettungslos hineingestürzt. Der Roman erzählte die Geschichte eines Mannes auf der Suche nach seinem richtigen Vater, den er nie kennengelernt hatte und von dem er nur dank der letzten Worte erfuhr, die seine Mutter auf dem Totenbett sprach. Die Geschichte dieser Suche wurde zu einer rastlosen Odyssee, auf der der Protagonist darum kämpfte, eine verlorene Kindheit und Jugend wiederzufinden und auf der man langsam den Schatten einer verfluchten Liebe entdeckte, deren Erinnerung ihn bis ans Ende seiner Tage verfolgen sollte. Seite um Seite ließ ich mich vom Zauber der Geschichte und ihrer Welt einhüllen, bis der Morgenhauch über meinen Fenster strich und meine erschöpften Augen über die letzte Seite glitten. Aschene Tage 1945 bis 1949 Beim Erwachen war mein erster Impuls, meinen besten Freund an der Existenz des Friedhofs der vergessenen Bücher teilhaben zu lassen. Thomas Aguilar war ein Mitschüler, der seine Freizeit und sein Talent der Erfindung höchst sinnreicher Vorrichtungen widmete, die jedoch von geringem praktischen Nutzen waren, wie der aerostatische Speer oder der Dynamokreisel. Dann aber erinnerte ich mich an mein Versprechen. Am Mittag sprach ich meinen Vater auf dieses Buch und Julian Carax an, die ich mir in meiner Begeisterung beide weltberühmt vorgestellt hatte. Wie groß aber war meine Überraschung, dass mein Vater, ein Buchhändler von Geblüt und guter Kenner der Verlagskataloge, noch nie von Julian Carax und seinem Buch »Der Schatten des Windes« gehört hatte. Neugierig prüfte er die Seite mit den Verlagsangaben. Hier noch gehört dieses Exemplar zu einer Ausgabe von 2500 Exemplaren, die im Dezember 1935 in Barcelona von Capistani Editores gedruckt wurde. »Kennst du den Verlag?« »Er hat schon vor Jahren geschlossen.« »Aber die Originalausgabe ist nicht die da, sondern eine andere vom November des selben Jahres allerdings in Paris gedruckt.« »Der Verlag ist Galliano und Neuval.« »Sagt mir nichts.« »Ein Buch auf Spanisch, das zuerst in Frankreich verlegt wurde?« »Das dürfte damals nicht das erste Mal gewesen sein. Vielleicht kann uns Barfelor weiterhelfen.« Gustavo Barfelor war ein alter Kollege meines Vaters, betucht, und seine Buchhandlung war weit eher eine Leidenschaft als ein Geschäft. Er liebte die Bücher vorbehaltlos, und wenn jemand über merkwürdige Bücher Bescheid wusste, dann er. Nachdem mein Vater an diesem Abend die Buchhandlung geschlossen hatte, schlug er vor, ins Café Els Quatre Gats zu gehen, wo Barfelor und seine Kollegen an den bibliophilen Stammtisch über Poet Modi, tote Sprachen und den Motten zum Opfer gefallene Meisterwerke unterhielten. Els Quatre Gats lag einen Steinwurf von zu Hause entfernt, und diese vier Katzen hatten es mir angetan. Dort hatten sich im Jahr 1932 meine Eltern kennengelernt, und meine Eintrittskarte fürs Leben schrieb ich zum Teil dem Charme dieses alten Cafés zu. »Mensch, Sempere!« rief Barfelor, als er meinen Vater hereinkommen sah. »Der verlorene Sohn! Was verschafft uns die Ehre?« »Die Ehre verschafft Ihnen mein Sohn Daniel, Don Gustavo, der soeben eine Entdeckung gemacht hat.« »Dann setzen Sie sich zu uns, diese Kausalie will gefeiert sein.« Barfelor winkte einen Kellner herbei, der aussah, als würde er demnächst unter Denkmalschutz gestellt. »Einen Cognac für meinen Freund Sempere, und zwar vom Guten und für den Sprössling da eine Merengue-Milch.« Der Kellner nickte und schlurfte seine Seele im Schlepptau davon. »Ich sag's ja immer,« bemerkte Barfelor. »Wie soll es da Arbeit geben? In diesem Land wird man nicht einmal pensioniert, wenn man gestorben ist.« Er nuckelte an seine erloschenen Pfeife, während sein scharfer Blick interessiert nach dem Buch spähte, das sich in den Händen hielt. »Wortlos reicht es, Barfelor.« Er ergriff das Buch mit kundiger Hand. »Karrax. Interessant,« murmelte er in undurchdringlichem Ton. Ich streckte die Hand ein zweites Mal aus, um das Buch wiederzubekommen. Barfelor zog die Brauen hoch, gab es mir zurück, aber mit einem eisigen Lächeln. »Na, sagen wir vierzig Duros und damit basta. Zweihundert Peseten, das ist nicht schlecht für einen ersten Verkauf.« Ich schüttelte nur stumm den Kopf. Barfelor machte ein böses Gesicht. »Also, sechzig Duros und damit legst du ein Sparbuch an. In deinem Alter muss man an die Zukunft denken.« Ich schüttelte erneut den Kopf. Barfelor seufzte und betrachtete mich aufmerksam. »Na, mein Kleiner, was willst du denn nun?« »Ich will wissen, wer Julian Karrax ist und wo ich weitere Bücher finden kann, die er geschrieben hat. Barfelor lachte leise und steckte seine Brieftasche wieder ein. Er sah seinen Gegner nun mit anderen Augen an. »Na nur, ein Intellektueller.« Er neigte sich in vertraulichem Ton zu mir herüber und einen Moment glaubte ich, in seinem Blick einen gewissen Respekt zu erhaschen, der vor Augenblicken noch nicht dagewesen war. »Wir werden einen Handel schließen,« sagte er zu mir. »Morgen ist Sonntag. Da kommst du am Nachmittag in die Athenäumsbibliothek und fragst nach mir. Du bringst das Buch mit, damit ich es genau untersuchen kann, und ich erzähle dir, was ich über Julian Karrax weiß.« Einverstanden. Langsam löste sich das Gespräch im Gebrabbel der anderen Stammtischgäste auf, die über einige im Keller des Escorial gefundene Dokumente zu diskutieren begannen, welche die Möglichkeit andeuteten, dass Don Miguel de Cervantes nur das Pseudonym einer behaarten Matrone aus Toledo gewesen war. Barfelor schien abwesend und beteiligte sich nicht an der spitzfindigen Debatte, sondern betrachtete mich mit verschleiertem Lächeln durch sein Monokel. Oder vielleicht schaute er auch nur das Buch an, das ich in Händen hielt. Das Athenäum war und ist eine der vielen Winkel Barfelonas, wo das 19. Jahrhundert noch nichts von seiner Pensionierung mitbekommen hat. Der Pförtner, oder vielleicht war es bloß eine Statue in Uniform, zuckte bei meinem Kommen kaum mit der Wimper. Don Gustavo Barfelors Silhouette zeichnete sich neben den Glastüren einer Galerie ab, die auf den Innengarten des Hauses führte. Neben ihm erkannte ich eine Gestalt in einem weißen Mohair-Kleid, die mir wie ein in Nebel modellierter Engel erschien. Ich setzte mich auf den Stuhl, den mir Barfelon neben sich und seiner geheimnisvollen Begleiterin anbot. Ich betrachtete sie verstohlen, voller Angst, ihrem Blick zu begegnen, der noch immer im Nirgendwo schwebte. Die Haut ihres Gesichts und der Arme war blass, beinahe durchsichtig. Sie hatte feine Züge, die unter Schwarzen wie ein feuchter Stein glänzendem Haar mit kräftigem Strich gezeichnet waren. Ich schätzte sie auf höchstens zwanzig Jahre, aber etwas in ihrem Verhalten brachte mich auf den Gedanken, sie sei alterslos. Sie war wie in dem Zustand ewiger Jugend gefangen, der sonst den Schaufensterpuppen in piekfeinen Auslagen vorbehalten ist. Ich versuchte, unter ihrem Schwanenhals den Puls abzulesen, als ich bemerkte, dass mich Barfelon aufmerksam beobachtete. Ich gab ihm das Buch und er ergriff es mit unendlicher Behutsamkeit. Ich beneide dich. Ich habe immer gedacht, der richtige Zeitpunkt um Karaks zu lesen, ist, wenn man noch ein junges Herz und einen reinen Geist hat. Hast du gewusst, dass das der letzte Roman ist, den er geschrieben hat? Ich schüttelte den Kopf. Weißt du, wie viele Exemplare davon auf dem Markt sind, Daniel? Vermutlich tausende. Keines. Außer deinem. Die übrigen wurden verbrannt. Langsam wandte sich die Dame in Weiß um. Ihre Lippen deuteten ein schüchternes, zitterndes Lächeln an. Ihre Augen ertasteten das Leere. Marmor-weiße Pupillen. Ich schluckte. Sie war blind. Du kennst meine Nichte Clara nicht, was? Im Grunde ist Clara die Expertin für Julian Karaks. Darum habe ich sie mitgebracht, sagte Barfelon. Ja, wenn ich es mir richtig überlege, ziehe ich mich, glaube ich, mit eurer Erlaubnis in einen anderen Raum zurück, um dieses Buch zu studieren. Ist euch das recht? Ohne sich weiter um mich zu kümmern, klopfte mir der Buchhändler leicht auf die Schulter und zog mit meinem Buch unterm Arm ab. Aufmerksam betrachtete ich Claras wie Flügel auf dem Schoß ausgebreiteten Hände, ihre zarte, sich unter dem flauschigen Stoff abzeichnende Taille, die Linie ihrer Schultern, die außerordentliche Blässe ihres Halses und den Verschluss ihrer Lippen, die ich am liebsten mit den Fingerspitzen liebkost hätte. Nie zuvor hatte ich Gelegenheit gehabt, eine Frau von so nahe und so genau zu studieren, ohne befürchten zu müssen, ihrem Blick zu begegnen. Ihr Onkel sagt, sie sind Expertin für Julian Kadax, sagte ich mit trockenem Mund. Du fragst dich gewiss, wie eine blinde Expertin für Bücher sein kann, ohne lesen zu können. Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht in den Sinn gekommen. Dafür, dass du erst elf bist, lügst du nicht schlecht. Na los, komm her, sagte sie. Wie bitte? Komm her und hab keine Angst. Ich stand vom Stuhl auf und trat zu Klara. Sie hob die rechte Hand und tastete nach mir. Ohne recht zu wissen, wie ich mich verhalten sollte, reichte ich ihr die Hand. Sie nahm sie in die eine und bot mir die andere Hand. Instinktiv begriff ich, worum sie mich bat und führte sie zu meinem Gesicht. Ihre Berührung war kräftig und zart zugleich. Ihre Finger wanderten über meine Wangen und die Backenknochen. Ich rührte mich nicht und wagte kaum zu atmen, während Klara mit der Hand meine Züge las. Dabei lächelte sie vor sich hin und ich konnte sehen, dass sich ihre Lippen wie in stummem Murmeln halb schlossen. Ich spürte die leichte Berührung ihrer Hände auf der Stirn, im Haar und auf den Lidern. Bei meinen Lippen hielt sie inne und zeichnete sie mit Zeige und Ringfinger schweigend nach. Sie rochen nach Zimt. Ich musste schlucken, als ich feststellte, dass mein Puls gewaltsam emporschnellte und war heilfroh, dass es keine Augenzeugen für mein glühendes Erröten gab. An diesem Dunst- und Nieselabend raubte mir Klara bar verlor das Herz, den Atem und den Schlaf. Im Licht des Athenäums schrieben ihre Finger meiner Haut einen Fluch ein, der mich jahrelang verfolgen sollte. Während ich sie mit offenem Mund betrachtete, erzählte mir die Nichte des Buchhändlers ihre Geschichte und wie sie auf Julian Kadax gestoßen war. Das war in einem Dorf der Provence geschehen. Ihr Vater, ein renommierter Anwalt, hatte den Weitblick gehabt, Tochter und Gattin bei Ausbruch des Bürgerkriegs auf die andere Seite der Grenze zu seiner Schwester zu schicken. Monatelang schrieb er ihnen jede Woche. Anfänglich aus seiner Kanzlei, dann ohne Absender und schließlich heimlich aus einer Zelle im Kastell des Montjuic, wo ihn, wie so viele andere, niemand hineingehen sah und wo er nie wieder herauskam. Klaras Mutter las die Briefe vor und übersprang die Absätze, die ihre Tochter erahnte, ohne sie hören zu müssen. Später, um Mitternacht, brachte Klara ihre Cousine Claudette dazu, ihr die väterlichen Briefe noch einmal vorzulesen, diesmal vollständig. Das war ihre Art zu lesen, mit geliehenen Augen. Sie erzählte mir, wie sie und ihre Cousine Claudette in den Jahren des französischen Exils sich einen Vormund und Privatlehrer geteilt hatten, einen versoffenen Fünfziger, der wähnte, literar zu sein und dem sie den Spitznamen Monsieur Roquefort gegeben hatten, da er einen sehr besonderen Geruch verströmte. Von jung auf reiste er einmal monatlich nach Paris, um seinen Kulturfundus mit den letzten literarischen Neuheiten anzureichern, Museen zu besichtigen und, wie gemunkelt wurde, einen freien Abend in den Armen eines Nymphchens zu verbringen. Auf seinen Kulturexkursionen pflegte Monsieur Roquefort, einen Bukinisten am linken Seineufer aufzusuchen und dort stieß er an einem Nachmittag des Jahres 1929 zufällig auf einen Roman eines unbekannten Autors namens Julian Carax. Unbekanntem gegenüber stets offen kaufte er das Buch und zwar vor allem, weil ihm der Titel attraktiv erschien und er auf der Rückfahrt im Zug gern etwas Leichtes las. Der Roman hieß »Das Rote Haus« und auf der Umschlagrückseite war ein verschwommenes Bild des Autors abgedruckt, vielleicht ein Foto oder eine Kohlezeichnung. In der Angabe zur Person hieß es nur, dass Julian Carax ein junger Mann von 27 Jahren war, der mit dem Jahrhundert in Barcelona geboren wurde und jetzt in Paris lebte, auf Französisch schrieb und sich hauptberuflich als Nachtpianist in einem Animierlokal betätigte. Das Rote Haus schilderte das gepeinigte Leben eines geheimnisvollen Mannes, der Spielwarenläden und Museen überfiel, um Puppen und Marionetten zu stehlen. Denen riss er danach die Augen aus und brachte sie in seine Bleibe, ein gespenstisches, verlassenes Gewächshaus am Seineufer. Als er eines Nachts in eine Luxusvilla in der Avenue Fort einbrach, um die private Puppensammlung eines während der industriellen Revolution mit dunklen Machenschaften zu Geld gekommenen Magnaten zu plündern, verliebte sich seine Tochter, eine sehr belesene, feine junge Dame der guten Pariser Gesellschaft, in den Eindringling. Je weiter der verworrene Plot gedieh, in dem sich heikle Zwischenfälle und zwielichtige Episoden häuften, desto tiefer drang die Heldin in das Rätsel ein, das den undurchsichtigen Protagonisten, der seinen Namen nie preisgab, dazu brachte, die Puppen zu blenden. Sie entdeckte ein schreckliches Geheimnis über ihren eigenen Vater und seine Porzellanfigurensammlung und musste am Ende in einer schaurigen Szene untergehen. Monsieur Roquefort identifizierte den Verlag, der den Roman veröffentlicht hatte, als unbedeutendes Haus, bekannt allenfalls für seine Koch- und Häkelbücher. Der Bouquinist erzählte ihm, der Roman sei wenig verkauft worden und habe einzig in zwei Provinzblättern Rezensionen erhalten. Monsieur Roquefort beschloss, einen halben Fonds zu investieren und nahm den Roman dieses Carax mit. Im Zug nach Lyon zog Monsieur Roquefort den Roman aus der Aktentasche und verschanzte sich hinter seinen Seiten. Zu seiner großen Überraschung entdeckte er, hunderte Kilometer später, dass er das Rütteln des Zuges und die wie ein schlechter Traum der Gebrüder Lumière an den Fenstern vorüberziehende Landschaft vergessen hatte. Er las die ganze Nacht. Als er im Morgengrauen die letzte Seite umblätterte, stellte er fest, dass er Tränen in den Augen und das Herz von Neid und Schrecken vergiftet hatte. Noch am selben Montag rief er den Verlag in Paris an, um Informationen über Julian Carax zu erbitten. Nach langem Drängen sagte ihm eine Telefonistin, Senior Carax verfüge über keine bekannte Adresse, er stehe jedenfalls nicht mehr mit dem fraglichen Verlag in Verbindung und vom Roman Das Rote Haus seien seit dem Tag seiner Veröffentlichung genau 77 Exemplare verkauft worden. Die restlichen seien zurückgekommen und eingestampft worden. Das elende Schicksal des geheimnisvollen Autors hatte Monsieur Roqueforts Sympathien gewonnen. In den folgenden zehn Jahren ging er bei jedem seiner Pariser Besuche von Antiquariat zu Antiquariat und suchte weitere Werke von Julian Carax. Nie fand er eines. Kaum jemand hatte je von diesem Autor gehört und die, denen der Name etwas sagte, wussten nur wenig über ihn. Jemand meinte, er habe einige weitere Bücher veröffentlicht, immer in unbedeutenden Verlagen und in lächerlich wenig Exemplaren. Wenn sie überhaupt existierten, waren diese Bücher jedenfalls unmöglich zu finden. Ein Buchhändler gab an, einmal ein Exemplar eines Carax-Romans mit dem Titel Der Kathedralen Dieb in den Händen gehabt zu haben, aber das sei schon lange her und er sei sich nicht ganz sicher. Ende 1935 erhielt Erkenntnis, dass ein kleiner Pariser Verlag einen neuen Roman von Julian Carax herausgebracht habe. Der Schatten des Windes. Er schrieb dem Verlag, um mehrere Exemplare zu kaufen. Er erhielt nie eine Antwort. Im folgenden Jahr, im Frühling 1936, fragte ihn sein alter Freund, der Bukinist am linken Seenufer, ob er sich noch immer für Carax interessiere. Monsieur Roquefort sagte, er gebe sich nie geschlagen. Wenn die Welt es darauf angelegt habe, Carax der Vergessenheit anheimfallen zu lassen, habe er noch lange keine Lust, sich dem zu fügen. Sein Freund erklärte ihm, Wochen zuvor habe ein Gerücht über Carax die Runde gemacht. Endlich scheine sich sein Schicksal geändert zu haben. Er habe eine gutgestellte Dame ehelichen wollen und nach mehreren Jahren des Schweigens einen neuen Roman publiziert, der erstmals in Le Monde eine vorteilhafte Rezension bekommen habe. Doch genau in dem Moment, als sich das Blatt zu wenden schien, erklärte der Bukinist, sei Carax in einem Duell auf dem Friedhof Père Lachaise verwickelt worden. Die Umstände dieses Vorfalls seien unklar. Alles, was man wisse, sei, dass das Duell am frühen Morgen des Tages, an dem Carax hätte heiraten sollen, stattgefunden habe und dass der Bräutigam nie in der Kirche erschienen sei. Es gab Meinungen für jeden Geschmack. Die einen dachten, er sei bei diesem Duell umgekommen und sein Leichnam liege in einem anonymen Grab. Andere, optimistischere, glaubten, Carax sei in eine undurchsichtige Affäre verstrickt gewesen und habe seine Braut beim Altar verlassen und von Paris zurück nach Barcelona fliehen müssen. Das namenlose Grab wurde nie gefunden und kurz darauf kam eine weitere Version in Umlauf. Vom Unglück verfolgt sei Julian Carax in seiner Geburtsstadt gänzlich verelendet gestorben. Beerdigt in einem Massengrab, neben den Leichen von Bettlern und im Hafen wassertreibenden oder auf der Treppe zur Untergrundbahn erfrorenen Menschen. Und sei es aus bloßem Widerspruchsgeist, Monsieur Roquefort vergaß Carax nicht. Elf Jahre, nachdem er das Rote Haus entdeckt hatte, beschloss er, den Roman seinen beiden Schülerinnen auszuleihen, in der Hoffnung, dieses merkwürdige Buch werde sie vielleicht dazu ermuntern, sich die Gewohnheit des Lesens anzueignen. Noch nie hatte ich mich von einer Geschichte so gefangen genommen, betört und hineingezogen gefühlt wie von der, die dieses Buch erzählte, erklärte Clara. Ich kannte die Freude am Lesen nicht, die Freude daran, Räume auszukundschaften, die sich einem in der Seele auftun, sich der Fantasie zu überlassen, der Schönheit und dem Geheimnis von Dichtung und Sprache. Dieser Roman hat mich gelehrt, dass ich durch Lesen mehr und intensiver leben, das Lesen mir das verlorene Sehen wiedergeben konnte. Allein deshalb hat dieses Buch, das keinem etwas bedeutete, mein Leben verändert. Jahrelang habe ich weitere Bücher von Carax gesucht, immer umsonst. Niemand hatte von ihm oder seinen Büchern gehört. Später kam Monsieur Roquefort eine seltsame Geschichte über einen Mann zu Ohren, der auf der Suche nach Werken von Julian Carax, Buchhandlungen und Bibliotheken abklapperte und sie, wenn er welche fand, kaufte, Stahl oder sich sonst wie aneignete und gleich danach verbrannte. Niemand wusste, wer er war und noch warum er das tat. Ein weiteres Geheimnis, das zu dem eigentlichen Carax-Geheimnis hinzukam. Mit der Zeit verspürte meine Mutter den Wunsch, nach Spanien zurückzukehren. Sie war krank und ihr Zuhause und ihre Welt waren immer Barcelona gewesen. Insgeheim nährte ich die Hoffnung, hier etwas über Carax zu erfahren. Schließlich und endlich war Barcelona die Stadt, wo er geboren worden und von wo er zu Beginn des Krieges für immer verschwunden war. Aber ich habe nichts gefunden. Meiner Mutter ist etwas Vergleichbares widerfahren. Das Barcelona, das sie bei ihrer Rückkunft vorfand, war nicht mehr das, das sie verlassen hatte. Sie sah sich einer Stadt der Dunkelheit gegenüber, in der es meinen Vater nicht mehr gab, die aber noch immer verhext war durch sein Andenken und die Erinnerung an ihn in jedem Winkel. Als reichte es ihr mit diesem Elend noch nicht, heuerte sie einen Mann an, der herausfinden sollte, was genau aus meinem Vater geworden war. Nach monatelangen Ermittlungen konnte er als einziges eine kaputte Armbanduhr und den Namen des Mannes beibringen, der meinen Vater in den Gräben des Kastells des Montiui getötet hatte. Er hieß Fumero, Javier Fumero. Man sagte uns, dieser Mann habe als vom anarchistischen Verband Spaniens gedungener Killer angefangen und mit Anarchisten, Kommunisten und Faschisten geflirtet, dabei alle getäuscht und seine Dienste dem meistbietenden verkauft. Und nach dem Fall Barcelonas habe er sich auf die Seite des Siegers geschlagen und sei ins Polizeichorps eingetreten. Heute ist er ein berüchtigter, ordengeschmückter Polizeieinspektor. Wie du dir vorstellen kannst, ist meine Mutter innerhalb weniger Monate erloschen. Nach ihrem Tod bin ich zu meinem Onkel Gustavo gezogen. Er ist eine Seele von Mensch. Selbst wenn er vor Müdigkeit umfällt, liest er mir jeden Abend ohne Ausnahme eine Weile vor. Wenn Sie möchten, könnte auch ich Ihnen vorlesen, stieß ich hervor. Danke, Daniel, antwortete sie. Es würde mich sehr freuen. Es wurde dunkel, als wir wieder auf die Calle Canuda hinaustraten. Eine kühle Brise streifte durch die Stadt und Barcelo zog den Mantel aus, um ihn Clara über die Schultern zu legen. Da ich in absehbarer Zeit keine günstigere Chance sah, warf ich so ganz nebenbei hin, wenn es Ihnen recht sei, könne ich am nächsten Tag zu Ihnen kommen, um Clara einige Kapitel aus der Schatten des Windes vorzulesen. Barcelo schaute mich von der Seite an und brach in jähes Gelächter aus. Junge, du hast ja Feuer gefangen. Sein Ton indessen verriet Zustimmung. Ich erwarte dich also morgen Abend gegen sieben, sagte Clara. Es gab eine Zeit in meiner Kindheit, wo ich beschloss, Romancier zu werden und ein melodramatisches Leben zu führen. Meine literarischen Träume gründeten in einer märchenhaften, kunsthandwerklichen Präzisionsarbeit, die in einem Schreibwarengeschäft in der Kaie Anselmo Clave gleich hinter der Militärregierung ausgestellt waren. Der Gegenstand meiner Anbetung, ein prachtvoller, mit weiß Gott wie vielen Kostbarkeiten und Schnörkeln verbrämter schwarzer Füllfederhalter, nahm im Schaufenster den Ehrenplatz ein, als wäre er eines der Kronjuwelen. Wenn mein Vater mit mir spazieren ging, gab ich keine Ruhe, bis er mit mir den Füllfederhalter anschauen kam. Eines Tages kamen wir auf die Idee, den Laden zu betreten, um uns nach dem Prachtstück zu erkundigen. Es stellte sich heraus, dass es der König der Füllfederhalter war, ein nummerierter Montblanc des Typs Meisterstück, der, so behauptete jedenfalls feierlich der Geschäftsführer, keinem Geringeren als Victor Hugo gehört hatte. Dieser Goldfeder sei das Manuskript der Elenden entsprungen. Und welchen Preis hat denn dieser Born der Wunder, wenn man fragen darf, wollte mein Vater wissen. Allein die Nennung der Summe ließ ihn erblassen, ich aber war endgültig verzaubert. Ein andermal vielleicht, murmelte mein Vater. Draußen auf der Straße sagte er mit sanfter Stimme, diese Summe könnten wir uns nicht leisten. Die Buchhandlung gebe gerade eben das Nötige für unseren Unterhalt her und um mich auf eine gute Schule zu schicken. Der Montblanc Füllfederhalter des Eden Victor Hugo habe zu warten. Ich sagte nichts, aber die Enttäuschung musste mir ins Gesicht geschrieben stehen. Wir werden Folgendes tun, schlug er vor. Wenn du alt genug bist, um mit Schreiben anzufangen, kommen wir zurück und kaufen ihn. Und wenn jemand ihn vorher holt? Den holt keiner, glaub mir. Und sonst bitten wir Don Federico uns einen anzufertigen. Dieser Mann hat goldene Hände. Don Federico war der Urmacher des Viertels und wahrscheinlich der wohlerzogenste, höflichste Mensch der ganzen westlichen Hemisphäre. Und ein weiterer Ruf saß ihm im Nacken. Er galt seiner erotischen Vorliebe für muskulöse Jünglinge aus dem allermännlichsten Lumpenproletariat und einer gewissen Neigung, sich als Estrellita Castro zu verkleiden. Zu meinem Trost und wie mein Vater vorausgesagt hatte, lag der Montblanc Füllfederhalter noch jahrelang in diesem Schaufenster, das wir gewissenhaft jeden Samstagvormittag aufsuchten. Er ist noch da, sagte ich erstaunt. Er wartet auf dich, er weiß, dass er eines Tages dir gehören wird und dass du mit ihm ein Meisterwerk schreiben wirst. Zum Glück für meinen Vater verlagerten sich meine literarischen Aspirationen bald auf das Gebiet der Redekunst. Dazu trug auch die Entdeckung der mechanischen Spielzeuge und jeder Art von Blechcremskrams bei, der auf dem Markt Los Encantes zu preisen, zu finden war, die unserer häuslichen Sparsamkeit eher angemessen waren. Die kindliche Hingabe ist unstet und launenhaft und bald hatte ich nur noch Augen für Metallbaukästen und aufziehbare Schiffe. Ich bat meinen Vater nicht mehr, mit mir Victor Hugo's Füllfederhalter anschauen zu gehen und er erwähnte ihn auch nicht mehr. Diese Welt war für mich offenbar verschwunden, aber noch lange war das Bild, das ich von meinem Vater hatte, das eines hageren Mannes in einem alten, zu großen Anzug und mit einem Hut aus zweiter Hand. Ein Mann, der es sich nicht leisten konnte, seinem Jungen einen verflixten Füllfederhalter zu kaufen, der zwar zu nichts Nütze war, ihm jedoch alles zu bedeuten schien. Als ich an jenem Abend vom Athenäum zurückkehrte, erwartete er mich im Esszimmer mit seinem immer gleichen Ausdruck von Niederlage und Sehnsucht. Du hast bestimmt Hunger. Die Mertheditas hat uns ein wenig Suppe runtergebracht, die sie für ihre Mutter gemacht hat. Dieses Mädchen ist sehr tüchtig. Wir setzen uns an den Tisch, um die milde Gabe der Mertheditas zu kosten, der Tochter der Nachbarin aus dem dritten Stock, die nach aller Meinung wohl bald Nonne oder Heilige wäre, die ich aber mehr als einmal gesehen hatte, wie sie einen Matrosen, der sie manchmal bis vors Haus begleitete und kundig befingerte, unter Küssen erstickt hatte. Heute Abend schaust du aber grüblerisch aus, sagte mein Vater, um ein Gespräch in Gang zu setzen. Ich hab bloß nachgedacht. Worüber denn? Über den Krieg. Mein Vater nickte düster und schlurfte und schlurfte schweigend seine Suppe. Als ich an diesem Sommerabend, der für mich eine Wende bedeuten sollte, durch die dunkle, türkische Bartheloneser Nacht gegangen war, wollte es mir nicht gelingen, Klaras Erzählung über das Verschwinden ihres Vaters aus den Gedanken zu verscheuchen. In meiner Welt war der Tod eine anonyme, unverständliche Hand, ein Hausierer, der Mütter, Bettler oder neunzigjährige Nachbarn mit sich nahm, als wäre es eine Lotterie der Hölle. Die Vorstellung, der Tod könnte neben mir einhergehen, mit einem Menschengesicht und hassvergifteten Herzen, in Uniform oder Mantel. Er könnte vor dem Kino Schlange stehen, in Kneipen lachen oder vormittags mit seinen Kindern im Park spazieren gehen, um nachmittags jemanden in den Verließen des Kastells des Montjuic oder in einem namenlosen Massengrab ohne zeremoniell verschwinden zu lassen, das wollte mir nicht in den Kopf. Als ich immer weiter darüber nachdachte, kam ich auf den Gedanken, vielleicht sei diese Welt, die ich für selbstverständlich nahm, nichts weiter als eine Kulisse aus Pappmaché. Im Krieg, stimmt es, dass man da Leute ins Kastell des Montjuic gebracht hat, die man da nie mehr sah? In aller Ruhe führte mein Vater den Löffel zum Mund und schaute mich lange an. In Zeiten des Krieges geschieht vieles, was schwer zu erklären ist, Daniel. Oft weiß auch ich nicht, was es wirklich zu bedeuten hat. Manchmal lässt man die Dinge besser, wie sie sind. Kurz danach stand mein Vater auf und zog sich in sein Zimmer zurück. Ich ging zum Balkon und lehnte mich hinaus, bis ich den dunstigen Schein sah, den die Straßenlaternen in der Puerta de Angel aussandten. Die Gestalt hob sich von einem Stück Schatten ab, das reglos auf dem Straßenpflaster lag. Das schwache, rötliche Glimmen einer Zigarettenglut spiegelte sich in ihren Augen. Sie war dunkel gekleidet, eine Hand steckte tief in der Jackentasche, die andere führte die Zigarette, die eine blaue Rauchwebe um ihr Profil spann. Sie beobachtete mich schweigend, das Gesicht verborgen. Nachlässig rauchend blieb sie glickfest auf meinen geheftet. Dann, als es von der Kathedrale Mitternacht schlug, nickte die Gestalt einen leichten Gruß, hinter dem ich ein Lächeln erahnte. Ich hätte den Gruß erwidern wollen, aber ich war wie gelähmt. Die Gestalt wandte sich ab und ich sah sie mit leichtem Hinken davon gehen. An jedem anderen Abend hätte ich kaum auf einen solchen Fremden geachtet, aber so wie ich ihn im Dunst verschwinden sah, spürte ich kalten Schweiß auf der Stirn und hatte Atemnot. In Der Schatten des Windes hatte ich eine Szene gelesen, die der eben Erlebten haargenau glich. Im Roman trat der Protagonist Mitternacht für Mitternacht auf den Balkon hinaus und stellte fest, dass ihn aus dem Schatten heraus ein Fremder beobachtete und dabei nachlässig rauchte. Immer blieb sein Gesicht in der Dunkelheit verborgen und nur seine glühenden Augen deuteten sich in der Nacht an. Die rechte Hand tief in der Tasche eines schwarzen Jacketts vergraben, blieb der Fremde dort stehen, um dann davon zu hinken. In der Szene, die ich eben erlebt hatte, war dieser Fremde vielleicht irgendein Nachtschwärmer, eine gesichtslose und belanglose Gestalt. In Kareks Roman war der Fremde der Teufel. Ein tiefer Vergessensschlaf und die Aussicht, an diesem Abend klarer wiederzusehen, brachten mich zur Überzeugung, dass die Vision nichts weiter zu bedeuten hatte. Punkt 7 Uhr erschien ich in meiner festlichsten Gewandung und umduftet vom Varron Dandy kölnisch meines Vaters in Don Gustavo Barfelos Wohnung. Ein uniformiertes Dienstmädchen mit Haube und leicht legionärshaftem Ausdruck öffnete mir die Tür und machte dabei einen theatralischen Knicks. Sie sind bestimmt der junge Herr Daniel, sagte sie. Ich bin die Banada, um ihnen zu dienen. Die Wohnung, die im ersten Stock lag, nahm die Fläche des ganzen Gebäudes ein und beschrieb einen Kreis von Galerien, Salons und Gängen, der mir, da ich an unsere bescheidene Familienwohnung in der Calle Santa Anna gewöhnt war, wie eine verkleinerte Ausgabe des Escorreals vorkam. Ich folgte der Banada durch eine Galerie, die von Blattwerk und Tropenpflanzen strotzte und einen eigentlichen Wintergarten bildete. Der Hauch eines Klaviers schwebte in der Luft, matt und mit verlassen nachhallenden Tönen. Am anderen Ende dieses Waldes erwartete mich Clara in einem auf dem Platz hinausgehenden Salon. Im Schutz eines Hauchs von Licht, das durch die Rosette einfiel und angetan mit einem luftigen türkisblauen Baumwollkleid spielte der Gegenstand meiner nebulösen Sehnsüchte Klavier. Clara mochte schlecht spielen, nicht im Takt und bei der Hälfte der Noten daneben greifen, für mich aber klang ihre Serenade wundervoll. Clara brach ihr Konzert abrupt ab und ein verschämtes Lächeln zeigte sich in ihrem Gesicht. Ich finde, du spielst wunderbar, sagte ich. Ach was, mein Onkel, ein echter Musikliebhaber, hat mir sogar einen Musiklehrer aufgezwungen, um mich zu korrigieren. Es ist ein junger, vielversprechender Komponist, er heißt Adrian Neri und hat in Paris und Wien studiert. Ich muss ihn dir vorstellen, er arbeitet an einer Sinfonie, er ist ein Genie. Möchtest du eine Kleinigkeit essen? Die Bernada macht köstliche Zimtbiskuits. Bei unserem königlichen Imbiss verschlangen wir alles, was die Bernada in unsere Reichweite stellte. Clara schlug vor, ich könne doch anfangen, aus der Schatten des Windes zu lesen und wenn schon gleich vorn beginnen. Anfänglich klang meine Stimme noch ein wenig steif, doch nach und nach entspannte sie sich und bald hatte ich vergessen, dass ich vorlas und tauchte wieder tief in die Erzählung ein. Ich las eine Stunde und fünf Kapitel, bis ich spürte, dass meine Stimme austrocknete und ein halbes Dutzend Wanduhren in der ganzen Wohnung wiederhalten und mich daran erinnerten, dass es spät für mich geworden war. Ich klappte das Buch zu und betrachtete Clara, die mir zulächelte. Du musst schon gehen, nicht wahr? Ich fürchte ja, nicht dass ich wollte, aber wenn du nichts anderes zu tun hast, kannst du morgen wieder kommen, schlug sie vor. Aber ich möchte nicht, dass du glaubst, ich nutze um sechs, sagte ich schnell. Die Begegnung im Musikzimmer der Wohnung auf der Plaza Real war die erste von vielen im Laufe dieses Sommers 1945 und der folgenden Jahre. Bald suchte ich die Barcelow Wohnung beinahe täglich auf, außer dienstags und donnerstags, wo Clara bei diesem Adrian Neri Musik Unterricht hatte. Ich verweilte stundenlang und kannte mit der Zeit jeden Raum, jeden Gang und jede Pflanze in Don Gustavos Wald auswendig. Der Schatten des Windes hielt zwei Wochen vor, aber wir fanden mühelos Nachfolgewerke, um unsere Lesestunden zu füllen. An einigen Abenden lasen wir kaum, sondern unterhielten uns nur oder machten sogar einen Spaziergang über die Plaza Real oder schlenderten zur Kathedrale. Andere Male teilte mir Clara überspannte Vertraulichkeiten mit, mit denen ich nicht richtig fertig zu werden wusste. Eines ihrer Lieblingsthemen war ein Fremder, der sich ihr manchmal näherte, wenn sie allein auf der Straße war und mit brüchiger Stimme zu ihr sprach. Der geheimnisvolle Mann, der nie seinen Namen nannte, fragte sie über Don Gustavo und sogar über mich aus. Einmal hatte er ihren Hals gestreichelt. Mich quälten diese Geschichten entsetzlich. Ein andermal beteuerte Clara, sie habe den mutmaßlichen Fremden gebeten, sie mit den Er habe geschwiegen, was sie als Zustimmung interpretiert habe. Als sie die Hände zu seinem Gesicht empor gehoben habe, habe er sie brüsk zurück gehalten, aber da hatte sie schon etwas Ledernis berührt. Als hätte er eine Ledermaske getragen, sagte sie. Das saugst du dir aus den Fingern, Clara. Clara schwor bei allen Heiligen es Stimme, und ich ergab mich, gequält vom Bild dieses Unbekannten, dem es Spaß bereitete, diesen Schwanenhals zu streicheln, und weiß Gott was noch, während mir nur die Sehnsucht danach gestattet war. Da mich die Bernada, hinter deren strenger Miene sich der Charakter einer zärtlichen Mutter verbarg, so oft zu sehen bekam, gewann sie mich am Ende lieb und adoptierte mich auf ihre Art und Weise. Barcelon hatte sie zufällig kennengelernt, als sie an einem Gemüsestand im Bornemarkt arbeitete. Einer Eingebung folgend hatte er ihr eine Stelle in seinem Haushalt angeboten. Seine Bemühungen hatten der Bernada schließlich Manieren und die Ausdrucksweise einer Provinzmänner beigebracht. Sie war 28, aber mir kam es immer vor, als wäre sie zehn Jahre älter und sei es nur in den Augen. Sie war eine fleißige Messgängerin und verehrte die Jungfrau von Lourdes abgöttisch. Ab und zu, ganz selten, fand sie einen Freund, der sie schlug, der den kargen Spargroschen abknöpfte und sie über kurz oder lang sitzen ließ. Jedes Mal, wenn sich eine solche Krise ergab, schloss sie sich in ihrem Zimmer im hinteren Teil der Wohnung ein, weinte tagelang und schwor, sich mit Rattengift umzubringen oder eine Flasche Lauge zu trinken. Dann brachte ihr der Buchhändler Rosen, Pralinen und ein neues Kleid mit und führte sie ins Kino aus zu einem Film mit Cary Grant, der ihrer Meinung nach der schönste Mann der Geschichte war. Es war sehr schwer, die Bernada nicht gern zu haben. Ohne dass jemand sie darum gebeten hatte, kochte und nähte sie für mich. Sie brachte meine Kleider und Schuhe in Ordnung, kämpfte mich und schnitt mir die Haare. Manchmal, während sie mein Haar nach Nissen oder anderen Parasiten durchsuchte, sprach sie leise mit mir. Senorita Clara ist das Größte auf der Welt und möge mich Gott tot umfallen lassen, sollte es mir eines Tages einfallen, sie zu kritisieren, aber es ist nicht gut, dass sich der junge Herr so sehr von ihr gefangen nehmen lässt, wenn sie verstehen, was ich Obwohl er sich gern über mich lustig machte, war Don Gustavo meiner Ergebenheit für Clara und der Begeisterung, mit der ich ihr Gesellschafter war, wohlgesonnen. Er hatte mir Zweitschlüssel gegeben, damit ich auch dann ein- und ausgehen konnte, wenn er oder die Bernada nicht da waren, um mir zu öffnen. Ein anderes Thema war mein Vater. Du solltest mit Freunden deines Alters verkehren, ist. Was mich am meisten traf, war die Erwähnung von Thomas, denn das stimmte. Seit Monaten gab ich mich nicht mehr mit ihm ab, dabei waren wir früher unzertrennlich gewesen. Mein Vater betrachtete mich vorwurfsvoll. Unsere diesbezüglichen Gespräche gingen selten über gegenseitige Vorwürfe und schäle Blicke hinaus. Wenn ich nicht in der Schule oder bei Clara war, verwandte ich meine das Lager hinter dem Laden auf, trug Bestellungen aus, machte Besorgungen oder bediente die Stammkunden. Mein Vater beschwerte sich, ich sei weder mit dem Kopf noch mit dem Herzen bei der Arbeit. Eines Tages entdeckte er, dass ich Kadax Buch Clara geschenkt hatte und geriet in Harnisch. Du hast mich enttäuscht, Daniel. Als ich dich an diesem geheimen Ort mitnahm, habe nehmen müssen. Damals war ich zehn, Papa, und das war eine Spielerei für Kinder. Mein Vater schaute mich an, als hätte ich ihm einen Durchstoß versetzt. Und jetzt bist du 14 und nicht nur immer noch ein Kind, sondern ein Kind, das sich für einen Mann hält. Du wirst viele Scherereien im Leben bekommen, Daniel. Und zwar sehr bald. Feuer und Flamme 1950 bis 1952 An meinem 16. Geburtstag hatte ich den unseligsten aller Einfälle, die ich bis dahin gehabt hatte. Ich hatte beschlossen, Barceló, die Bernada und Clara zu einem Geburtstagsabendessen einzuladen. Mein Vater hielt das für einen Fehler. Es ist mein Geburtstag, antwortete ich grob. Alle anderen Tage des Jahres arbeite ich für dich, tu mir wenigstens einmal den Gefallen. Ach, mach, was meiner seltsamen Freundschaft mit Clara gewesen. Ich las ihr fast nie mehr vor. Immer wenn ich sie besuchte, war ihr Onkel da und gab vor, die Zeitung zu lesen, oder dann tauchte Bernada auf und wirtschaftete herum, wobei sie mir schiefe Blicke zuwarf. Der Schlimmste von allen jedoch war Musiklehrer Neri, dessen unselige Sinfonie noch immer unvollendet war. Er war ein geschniegelter Kerl, ein verwöhntes Söhnchen. Ohne Würde und Ehrgefühl scharwenzelte er um Don Gustavo herum und flirtete in der Küche mit der Bernada, die er zum Kichern brachte, wenn er ihr seine lächerlichen Zuckermandeltütchen schenkte oder sie in den Hintern zwickte. Kurzum, ich hasste ihn auf den Tod. Die Antipathie war gegenseitig. Immer erschien er mit seinen Partituren und seiner arroganten Haltung, schaute mich an wie einen unerwünschten Schiffsjungen und erhob allerlei Bedenken gegen mein Hiersein. Musst du nicht nach Hause, um deine Aufgaben zu machen, Kleiner? Und sie, Maestro, wollten sie nicht ihre Sinfonie vollenden? Schließlich hatten sie mich alle gemeinsam so weit gebracht, dass ich mit eingezogenem Schwanz abzog. Hätte ich doch Don Gustavus Zungenfertigkeit gehabt, um diesen Großkotz in seine Schranken zu verweisen. An meinem Geburtstag ging mein Vater in die Konditorei an der Ecke und kaufte die beste Torte, die er fand. Schweigend deckte er mit dem Silber und dem guten Geschirr den Tisch und bereitete ein Essen mit meinen vermeintlichen Lieblingsgerichten zu. Den ganzen Nachmittag wechselten wir kein Wort. Als es dunkel wurde, ging er in sein Zimmer, schlüpfte in seinen besten Anzug und kam mit einem in Zellophan eingeschlagenen Päckchen zurück, das er auf den Esstisch legte. Mein Geschenk. Dann zündete er die Kerzen an. Er setzte sich an den Tisch, goss sich ein Glas Weißwein ein und wartete. In der Einladung hatte es geheißen, dass Essen finde um halb neun statt. Um halb zehn warteten wir noch immer. Mein Vater schaute mich traurig an, wortlos. Mir brannte das Herz vor Wut. Du bist gewiss zufrieden, sagte ich. Ist es das, was du gewollt hast? Nein. Eine halbe Stunde später erschien die Bernada mit einer Leichen Bittermine und einer Nachricht von Senorita Clara. Diese wünschen mir alles Gute, bedauere aber, nicht zu meinem Geburtstagsessen kommen zu können. Senor Barcelo habe in Geschäften für ein paar Tage die Stadt verlassen müssen und Clara habe sich genötigt gesehen, ihre Unterrichtsstunde bei Maestro Neri zu verschieben. Sie selbst sei gekommen, weil es ihr freier Abend sei. Clara kann nicht kommen, weil sie eine Musikstunde hat, presste ich hervor. Die Bernada schaute zu Boden. Sie weinte beinahe, als sie mir ein kleines Paket mit ihrem Geburtstagsgeschenk reichte und mich auf beide Backen küßte. Wenn es ihnen nicht gefällt, kann man es umtauschen. Ich blieb mit meinem Vater allein und starrte auf das gute Geschirr, das Silber und die Kerzen, die still niederbrannten. Es tut mir leid, Daniel, sagte mein Vater. Ich nickte schweigend und zuckte die Schultern. Willst du denn nicht dein Geschenk auspacken? Als einzige Antwort schlug ich beim Gehen die Tür hinter mir zu. Wütend rannte ich die Treppe hinunter. Als ich auf die trostlose, in blauem Licht kalt daliegende Straße hinausstürzte, spürte ich, dass meine Augen vor Zornestränen überliefen. Mein Herz war vergiftet und mein Blick flackerte. Da sah ich den Fremden, der mich reglos von der Puerta del Angel aus beobachtete. Er trug wieder seinen dunklen Anzug und hatte die rechte Hand tief in der Jackentasche vergraben. In der Glut einer Zigarette zeichneten seine Augen kleine Lichtpunkte. Mit leichtem Hinken begann er mir nachzugehen. Rasch versuchte ich, abzuschütteln und irrte über eine Stunde durch die Straßen, bis ich zum Kolumbus-Denkmal gelangte. Ich ging zum Hafen hinüber und setzte mich auf die Stufen, die sich an der Mole Anjel sagte die Stimme aus dem Schatten. Zigarette? Ich sprang auf und spürte eine plötzliche Kälte im Leib. Eine Hand bot mir aus der Finsternis heraus eine Zigarette an. Wer sind sie? Der Fremde trat bis an die Schwelle der Dunkelheit vor, sodass sein Gesicht verborgen blieb. Ein Hauch von blauem Rauch stieg von seiner Zigarette auf. So gleich erkannte ich Hand. Seine Augen glänzten wie Kristallkugeln. Ein Freund, sagte er, oder wenigstens möchte ich das gerne sein. Zigarette? Ich rauche nicht. So ist recht. Leider kann ich dir nichts anderes anbieten, Daniel. Woher wissen sie meinen Namen? Ich weiß vieles über dich. Der Name ist das wenigste. Was wissen sie denn sonst noch? Ich weiß, dass du etwas hast, das mich interessiert. Und ich bin bereit, dir einen guten Preis dafür zu zahlen. Wieviel willst du dafür? Wofür? Für der Schatten des Windes. Wie kommt sie darauf, dass ich das Buch habe? Das steht nicht zur Debatte, Daniel. Es ist nur eine Frage des Preises. Ich weiß schon lange, dass du es hast. Die Leute reden. Ich höre zu. Dann müssen sie sich verhört haben. Ich habe dieses Buch nicht. Und wenn ich es hätte, würde ich es nicht verkaufen. Sag mir, wie viel? Tausend Zulgrus? Geld spielt für mich keine Rolle. Den Preis bestimmst du. Ich habe es ihnen schon gesagt, es ist weder zu verkaufen, noch habe ich es. Sie haben sich geirrt, wie sie sehen. Der Fremde verharrte in Schweigen, regungslos, in den blauen Dunst der Zigarette gehüllt, die nie aufgeraucht zu sein schien. Ich bemerkte, dass sie nicht nach Tabak roch, sondern nach verbranntem Papier, nach Gutem, nach Buchpapier. Vielleicht bist du es, der sich jetzt irrt, sagte er. Sie drohen mir? Wahrscheinlich. Du bist mir sympathisch, Daniel. Du hast schneit und scheinst aufgeweckt. Tausend Duos? Damit kannst du dir einen Haufen Bücher kaufen, gute Bücher. Nicht diesen Schund, den du so eifersichtig hütest. Da kommen schon tausend Duos und wir bleiben gute Freunde. Sie und ich, wir sind keine Freunde. Doch, wir sind es, aber du hast es noch nicht gemerkt. Nimm es dir nicht übel, wo du so viel im Kopf hast, wie deine Freundin Clara. Wie einer solchen Frau verliert jeder den Verstand. Die Erwähnung Claras ließ mir das Blut in den Adern stocken. Was wissen sie von Clara? Ich wage zu behaupten, dass ich mehr von ihr weiß als du und dass es gut für dich wäre, sie zu vergessen. Aber ich weiß natürlich, dass du es nicht tun wirst. Schlagartig traf mich die schreckliche Gewissheit. Dieser Mann war der Fremde, der Clara inkognito auf der Straße ansprach. Er war wirklich. Sie hatte nicht gelogen. Er tat einen Schritt vorwärts, ich wich zurück. Noch nie in meinem Leben hatte ich solche Angst gehabt. Clara hat das Buch nicht. Besser, sie wissen es. Wagen sie es nicht, sie noch einmal anzurühren. Deine Freundin ist mir egal, Daniel, und eines Tages wirst du derselben Ansicht sein. Was ich will, ist das Buch. Ich möchte es lieber im Guten bekommen, sodass niemand Schaden leidet. Habe ich mich deutlich ausgedrückt? Wozu wollen sie denn das Buch? Sagen sie nicht, um es zu lesen. Nein, gar nicht auswendig. Sind sie Sammler? Sowas ähnliches? Haben sie noch mehr Bücher von Carax? Ich hatte sie einmal. Julian Carax ist mein Spezialgebiet, Daniel. Auf der Suche nach seinen Büchern reise ich durch die Welt. Was machen sie denn damit, wenn sie sie nicht lesen? Der Fremde gab einen dumpfen Laut von sich, als renge er mit dem Tod. Erst nach einigen Sekunden ging mir auf, dass er lachte. Das Einzige, was man damit machen kann, Daniel, antwortete er. Nun zog er eine Schachtel Streichhölzer aus der Tasche und zündete eines an. Die Flamme beleuchtete sein Gesicht, sodass ich es zum ersten Mal sah. Das Herz stand mir still. Dieser Mensch hatte weder Nase noch Lippen, noch Augenlider. Sein Gesicht war nichts als eine schwarze, vernarbte, vom Feuer verzehrte Ledermaske. Das war die tote Haut, Clara leicht berührt hatte. Sie verbrennen, zischte er, Stimme und Blick voller Hass. Eine leichte Brise blies das Streichholz aus, das er in den Fingern hielt, und sein Gesicht sank ins Dunkel zurück. Ohne ein weiteres Wort machte er kehrt und ging mit stammelndem Lachen gegen die Mohlen davon. Eine elektrische Ladung versprühende Wolkendecke näherte sich vom Meer her. Meine Hände und Gedanken zitterten. Ich schaute auf und sah, wie sich das Gewitter schwarzen Blutflecken gleich zwischen den Wolken entlud. In der Nähe krachten Blitz und Donner und ich spürte, wie der Boden unter meinen Füßen erzitterte. Einige Sekunden später verglomm die elektrische Beleuchtung, in der sich die Fassaden und Fenster abzeichneten. Die Laternen auf den verpfützten Straßen flackerten und erloschen wie Kerzen im Wind. Ich rannte los, einen einzigen Gedanken im Kopf. Clara Die Barnada hatte gesagt, Barfelot habe die Stadt geschäftehalber verlassen. Heute war ihr freier Tag. Das bedeutete, dass Clara in der höhlenartigen Wohnung auf der Plaza Real allein war und dieses gesichtslose Wesen lief mit seinen Drohungen und weiß Gott welchen Gedanken frei im Gewitter herum. Die Haustür war geschlossen. An meinem Bund suchte ich die Schlüssel, die mir Barfelot gegeben hatte. Ein Bettler bringen lassen wolle. Ehe er seinen Satz zu Ende bringen konnte, schloss ich die Tür. Das Treppenhaus war ein Schacht voller Schatten. Die Hand fest auf dem Geländer stieg ich langsam die Treppe hinauf. Ich suchte das Schlüsselloch und steckte blind den Schlüssel hinein. Klaras Zimmer lag am anderen Ende der Wohnung, neben der Bibliothek und dem Musikzimmer. In diesem Halbdunkel, das ab und zu im Gewitterschein aufflackerte, kam mir Barcelos Wohnung wie eine unheilvolle Höhle vor, ganz anders als die, die ich als mein zweites Zuhause zu betrachten gelernt hatte. Ich kam zum Musikzimmer, ging hindurch und erreichte die Bibliothek. Ich wusste, dass Klara Karaks Buch in einer Vitrine verwahrte. Leise schlich ich dorthin. Mein Plan war es, das Buch an mich zu nehmen, von hier weg Zu hinterst in einem Regal war der Rücken von Julian Karaks Buch zu sehen. Es erwartete mich wie immer. Ich ergriff es und drückte es an die Brust, als umarmte ich einen alten Freund, den ich gleich verraten würde. Ich wollte weg von hier, ohne dass Klara etwas von meiner Anwesenheit bemerkte. Ich würde das Buch mitnehmen und für immer aus ihrem Leben verschwinden. Hastigen Schrittes verließ ich die Bibliothek. Am Ende des Ganges war die Tür zu Klaras Zimmer zu erahnen. Ich stellte mir vor, wie sie schlafend auf ihrem Bett lag. Stellte mir vor, wie meine Finger ihren Hals streichelten und einen Körper erkundeten, den ich mir viele Nächte vorgestellt hatte. Ich wandte mich um, entschlossen, ein sechs Jahre während des Hirngespinst aufzugeben, aber etwas hemmte meine Schritte, bevor ich das Musikzimmer erreichte. Eine pfeifende Stimme hinter mir, hinter der Tür. Eine tiefe Stimme, die gurrte und lachte. In Klaras Zimmer. Langsam ging ich auf die Tür zu. Ich legte die Finger auf den Knauf. Sie zitterten. Ich war zu spät gekommen. Ich schluckte und öffnete die Tür. Klaras nackter Körper lag auf den weißen wie seideglänzenden Laken. Maestro Neris Hände glitten über ihre Lippen, den Hals, die Brust. Ihre leerblickenden Augen waren an die Decke gerichtet. Dieselben Hände, die sechs Jahre zuvor in der Dunkelheit des Athenäums mein Gesicht gelesen hatten, umklammerten nun das schweißglänzende Gesäß des Maestro, bohrten ihm die Nägel in die Haut und führten ihn mit wilder Begierde in sich wie gelähmt dort stehen geblieben seien und sie fast eine halbe Minute beobachtet haben, bis Neris anfänglich ungläubiger, dann wutentbrannter Blick auf mich fiel. Keuchend hielt er inne. Klara umschlang ihn ohne etwas zu begreifen, rieb ihren Körper an seinen und leckte seinen Hals. Was ist denn, warum hörst du auf? Adria Neris Augen glühten vor Zorn. Nichts. Ich bin gleich wieder da. Er stand auf und stürzte sich mit geballten Fäusten auf mich. Ich sah ihn nicht einmal kommen. Ich konnte die Augen nicht von der schweißgebadeten, atemlosen Klara, deren Rippen sich unter der Haut abzeichneten und ihren sehnsüchtig bebenden Brüsten abwenden. Der Musiklehrer packte mich am Hals und schleifte mich aus dem Zimmer. Er schleppte mich zur Wohnungstür und riss sie auf, um mich auf den Treppenabsatz hinauszuschleudern. Karaks Buch war mir aus den Händen gefallen. Er hob es auf und warf es mir zornig an den Kopf. Wenn ich dich hier noch einmal sehe oder erfahre, dass du dich auf der Straße an Klara rangemacht hast, dann schlage ich dich krankenhausreif, das schwöre ich dir, und es ist mir schnurz, wie alt du bist, kapiert? Mühsam richtete ich mich auf und stellte fest, dass Nere mir auch gleich das Jackett und den Stolz zerfetzt hatte. Los, her mit den Schlüsseln, zischte er mit kaum verhaltener Wut. Welche Schlüssel? Seine Ohrfeige warf mich zu Boden. Mit blutendem Mund und einem grellen Sausen im linken Ohr stand ich wieder auf. Ich befühlte mein Gesicht und spürte unter den Fingern den Schnitt brennen, der mir die Lippen gespalten hatte. Am blutbeschmierten Ringfinger des Musiklehrers glänzte ein Siegelring. Die Schlüssel, habe ich gesagt. Fahren Sie zur Hölle, fauchte ich. Ich sah den Hieb nicht kommen, sondern hatte nur das Gefühl, ein Fallhammer habe mir den Magen herausgeschlagen. Ich klappte zusammen, unfähig zu atmen und taumelte gegen die Wand. Neri riss mich an den Haaren hoch und wühlte in meinen Taschen herum, bis er die Schlüssel hatte. Ich sank zu Boden, hielt mir den Magen und wimmerte vor Schmerz oder Wut. Er nach dem Buch und als ich es gefunden hatte, glitt ich die Wände entlang Trepp ab. Blutspuckend und japsend erreichte ich die Straße. Kälte und Wind pappten mir schmerzhaft die nassen Kleider an den Leib. Der Schnitt im Gesicht brannte. Ist alles in Ordnung? fragte eine Stimme im Schatten. Es war der Bettler, dem ich kurz zuvor die Hilfe versagt hatte. Schämt wich ich seinen Blick aus und nickte. Dann wollte ich loslaufen. Warten Sie doch einen Moment. Ich habe etwas Cognac. Er ist nicht schlecht. Trinken Sie ein bisschen. Das wird Ihnen helfen, sich aufzuwärmen und das dazu desinfizieren. Ich trank einen Schluck aus der Flasche, die er mir reichte. Einige Tropfen bespritzten meine Wunde und in der schwärzesten Nacht meines Lebens sah ich Sterne. Gut, was? Der Bettler lächelte. Los, nehmen Sie noch ein Schlückchen, das erweckt Tote zum Leben. Nein, nein, danke, für Sie, flüsterte ich. Er nahm einen großen Schluck. Ich betrachtete ihn aufmerksam. Er sah aus wie ein grauer Ministerialbuchhalter, der fünfzehn Jahre lang seinen Anzug nicht gewechselt hat. Er streckte mir seine Hand hin und ich ergriff sie. Fermin sehr erfreut, sie kennenzulernen. Daniel Sempere, Riesentrottel, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Verkaufen Sie sie nicht unter ihrem Wert. In solchen Nächten sieht alles viel schlimmer aus, als es ist. Auch wenn Sie es nicht glauben werden, ich bin ein geborener Optimist. Ich zweifle nicht im geringsten daran, dass die Tage des Regimes gezählt sind. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass die Amerikaner demnächst bei uns einfallen und für Franco einen Erdnussstand aufstellen werden. Und ich werde meine Stelle, den Ruf und die verlorene Ehre wieder erlangen. Was haben Sie denn beruflich gemacht? Geheimdienst? Hochspionage? Ich kann nur so viel sagen, dass ich der Mann Francesc Macias in Havanna war, der unsere katalanische Republik gegründet hat. Ich nickte. Noch ein verrückter. Barcelonas Nacht sammelte sie scharenweise und Idioten wie mich ebenfalls. Hören Sie, dieser Schnitt da, der sieht übel aus. Man hat Ihnen ordentlich das Fell gegabt, was? Ich führte die Finger zum Mund. Er blutete noch. Eine Weibergeschichte. Hätten Sie sich ersparen können. In diesem Land sind die Frauen und da sage ich ihnen, der ich mir die Welt angesehen habe, Frömmlerinnen und Frigide, genauso wie ich es ihnen sage. Ich erinnere mich an eine kleine Mulattin, die ich in Kuba zurückgelassen habe. Eine andere Welt. Verstehen Sie? Eine andere Welt. Aber was soll ich Ihnen erzählen? Ich hatte den Eindruck, Fermin Romero de Torres, oder wie sein richtiger Name lauten mochte, sehnte sich nach dem Geplauder fast genauso wie nach einem heißen Bad, frischer Wäsche und einem Linsengericht mit Paprikawurst. Eben wollte er mir die Details eines geheimen Plans zur Entführung von Doña Carmen Polo de Franco erzählen, als ich sah, dass es nicht mehr so stark regnete und das Gewitter sich allmählich nordwärts zu verziehen schien. Es ist spät geworden für mich, murmelte ich und richtete mich auf. Fermin Romero de Torres nickte etwas traurig und half mir Hören Sie das mit der Entführung das bleibt aber unter uns. Machen Sie sich keine Sorgen ich bin verschwiegen wie ein Grab und danke für den Kognak. Ich ging davon und schwor mir Clara nicht wiederzusehen nie wieder ihren Namen zu erwähnen oder an die Zeit zurück zu denken die ich bei ihr vertan hatte. Es dauerte noch einige Stunden bis zum Morgengrauen und ehe ich Holztor und die barocke Fassade wo mich mein Vater an einem Morgen vor sechs Jahren hingeführt hatte. Mehr denn je roch der Friedhof der vergessenen Bücher nach Tod. Ich hatte nicht mehr gewusst dass der Türklopfer aus dem Gesicht eines kleinen Teufels bestand. Ich packte ihn bei den Hörnern und klopfte dreimal an. Es vergingen Minuten und ich dachte schon bestimmt sei niemand mehr da. Ich hockte mich vor der Tür nieder zog Karaks Buch aus dem Jackett hervor schlug es auf und las erneut diesen ersten Satz der mich Jahre zuvor gefangen genommen hatte. In jenem Sommer regnete es Tag für Tag und obwohl viele Leute sagten es sei eine Strafe Gottes da im Dorf neben der Kirche ein Casino eröffnet worden war wusste ich dass es meine und Totenbett ich habe den Mann nie geliebt den ich geheiratet habe sondern einen anderen von dem man mir gesagt hat er sei im Krieg gefallen such ihn und sag ihm dass ich im Tod mit den Gedanken bei ihm war denn er ist ein richtiger Vater ich lächelte als ich mich an die erste Nacht fieberhafte Lektüre vor sechs Jahren erinnerte dann klappte ich das Buch zu und ließ das Profil des Aufsehers erahnen der eine Öllampe trug guten Abend sagte ich Isaac nicht wahr der Aufseher schaute mich an ohne mit der Wimper zu zucken sie sind Semperi Junior murmelte er matt und schon hatte sein scharfer Blick das Buch unter meinem Jackett entdeckt er machte eine forschende Kopf Bewegung ich zog das Buch hervor und zeigte es ihm Karax sagte er in dieser Stadt dürfte es höchstens zehn Personen geben die wissen wer er ist oder dieses Buch gelesen haben eine von ihnen ist der Picht darauf es zu verbrennen mir ist kein besseres Versteck eingefallen als das hier Isaac stieß die Tür etwas weiter auf und bedeutete mir einzutreten er übergab mir Schlüssel und steckte ihn in ein Schloss an der Tür das durch ein Glas Gehäuse voller Zahnräder und Stangen geschützt war welches einer überdimensionierten Spieldose glich nach einer Drehung seines Handgelenks knackte der Mechanismus und ich sah dass sich die Hebel und Drehpunkte in einem wunderlichen mechanischen Ballett bewegten bis sich das Tor in mehrere Stahlstangen fügte die in der beeindruckt wie eine Erfindung von Jules Verne von Kafka korrigierte mich Isaak und nahm die Lampe wieder an sich um in die Tiefen des Hauses hinein zu gehen wissen sie etwas über Carax fragte ich nicht viel was man mir eben so erzählt hat wer jemand der ihn gut gekannt hat oder es geglaubt hat das Herz schlug mir bis zum Hals wann war das als ich mich noch da ist mein Büro da gibt es eine Heizung und etwas was sie sich überziehen können während wir ihre Kleider trocknen und ein wenig mehr Kurochrom und Wasserstoffperoxid würde auch nicht schaden sie haben ja eine Visage als kämen sie geradewegs vom Polizeirevier in der Villa Laetana folgen sie mir bitte und wenn sie sich anständig benehmen erzähle ich ihnen vielleicht was ich über ihren Freund dampfenden Gesöff das nach heißer Schokolade mit Schnaps roch sie wollten mir von Carax erzählen da gibt es nicht viel zu erzählen der erste den ich Carax habe erwähnen hören war Tony Capistani der Verleger es war vor 20 Jahren als der Verlag noch existierte immer wenn Capistani von seinen Reisen nach London Paris oder Wien zurückkam ist er hier aufgekreuzt und haben seiner Besuche hatte mir erzählt er habe so eben für ein paar Münzen die spanischen Rechte der Romane eines gewissen Julian Carax gekauft eines Barthelonesen der in Paris lebe das muss im Jahr 28 oder 29 gewesen sein anscheinend hat Carax nachts in einem schäbigen Bordell in Pigalle als Pianist gearbeitet und tagsüber in einer elenden Dachwohnung in Saint-Germain geschrieben Paris ist die einzige Stadt der Welt wo Verhunger noch als Kunst gilt Carax hatte in Frankreich zwei Romane veröffentlicht die sich als absolute Ladenhüter erwiesen haben in Paris gab keiner einen Pfifferling für ihn und Capistania hatte schon immer gern billig Rechte erworben hat Carax denn nun auf Spanisch oder Französisch geschrieben ja vermutlich beides seine Mutter war Französin Musiklehrerin glaube ich und er hatte in Paris gelebt seit er 19 oder 20 war Capistali sagte sie bekämen die Manuskripte von Carax auf Spanisch ob es Übersetzungen oder Originale waren das hat ihn nicht gekümmert er hatte sich gedacht vielleicht könne einige tausend Carax Exemplare auf dem spanischen Markt platzieren und ist ist gelungen ich glaube der Roman von dem er am meisten verkauft hat war das rote Haus etwa 90 Exemplare aber er hat weiterhin Carax veröffentlicht obwohl er Geld damit verlor bemerkte ich na so ist es ehrlich gesagt ich weiß auch nicht warum Capistani war nicht eben ein Romantiker aber vielleicht hat jeder Mensch seine Geheimnisse zwischen 1928 und 1936 hat er acht Romane von ihm heraus gebracht womit Capistani wirklich Geld gemacht hat das war mit den Katechismen und einer Reihe von billigen Liebesromanen was ist aus Senior Capistani geworden Isaac seufzte und schaute auf er wurde krank und bekam Geldprobleme 1936 hat der ältere Sohn den Verlag übernommen aber er gehörte zu denen die nicht einmal ihren Namen fehler freischreiben können in weniger als einem Jahr ist die Firma auf den Hund gekommen zum Glück hat Capistani nicht mehr gesehen was seine Erben mit der Frucht eines langen Arbeitslebens angestellt haben am Abend von Allerheiligen raffte ihn eine Embolie dahin mit einer Kruhiba im Mund und einem 25-jährigen Mädchen auf den Knien Der Sohn hatte einen anderen Charakter Seine erste große Idee war der Versuch den ganzen Lagerbestand des Verlags zu verkaufen Kurz nachdem er den Verlag übernommen hatte besuchte ihn ein Mann und machte ihm eine äußerst großzügige Offerte er wollte die ganzen noch vorhandenen Bestände von Julian Carax Romanen kaufen und ihm dafür das Dreifache des Marktpreises bezahlen Sagen Sie nichts weiter um sie zu verbrennen murmelte ich Isaak lächelte überrascht Genau Wer war dieser Mann Ein gewisser Aubert oder Coubert oder ich weiß nicht mehr genau Lein Coubert Sagt Ihnen der Name was So heißt eine Figur in der Schatten des Windes Carax letztem Roman Isaak runzelte die Stirn Eine fiktive Figur Im Roman ist Lein Coubert der Name dessen sich der Teufel bedient Dieser Mann Coubert oder wie er heißt hatte er ein verbranntes entstelltes Gesicht Nicht die geringste Ahnung Die Person die mir das erzählt hat hat ihn nie gesehen und sie erfuhr es nur weil Capistani Junior es am nächsten Tag seiner Sekretärin erzählte Von verbrannten Gesichtern hat er nichts erwähnt Wie ist die Geschichte ausgegangen Hat der Sohn des Verlegers die Bücher an Coubert verkauft fragte ich Dieser verwöhnte Luftsikos wollte besonders schlau sein und hat mehr verlangt als Coubert ihm angeboten hatte und daraufhin hat er seine Offerte zurückgezogen Einige Tage später ist das Lager des Verlages Capistani in Pueblo Nuevo kurz nach Mitternacht bis auf die Grundmauer niedergebrannt und das ganz umsonst Und was geschah mit Caracks Büchern sind sie vernichtet worden? Fast alle Zum Glück hat Capistani Sekretärin als sie von der Offerte hörte eine Eingebung gehabt und von jedem Caracks Titel ein Exemplar mit nach Hause genommen Sie war es auch die die ganze Korrespondenz mit ihm geführt hatte und im Laufe der Jahre hat sich zwischen den beiden eine gewisse Freundschaft ergeben Sie ist Nuria und ich glaube sie war die einzige Person im Verlag und wahrscheinlich in ganz Barthelona die Caracks Romane gelesen hat Sie hat eine Schwäche für aussichtslose Als kleines Mädchen hat sie auf der Straße Tierchen aufgelesen und nach Hause gebracht Mit der Zeit hat sie dann verkrachte Romanautoren adoptiert Vielleicht weil ihr Vater ein Schriftsteller sein wollte und es nie geschafft hat Sie scheinen sie sehr gut zu kennen Besser als sie glaubt Sie ist meine Tochter Das Schweigen und der Zweifel nackten an mir Je mehr ich von dieser Geschichte vernahm desto verwirrter war ich Soviel ich weiß ist Caracks 1936 nach Barthelona zurückgekehrt Es gibt Leute die sagen er ist hier gestorben Hat er noch Angehörige in der Stadt Jemand der etwas von ihm wissen könnte Schwer zu sagen Ich glaube Caracks Eltern hatten sich schon lange vorher getrennt Die Mutter ist nach Südamerika gegangen und hat dort wieder geheiratet Mit seinem Vater hat er meines Wissens nicht mehr gesprochen seit er nach Paris gegangen ist Warum nicht Was weiß ich Die Leute machen sich das Leben schwer Als wäre es nicht auch so schon schwer genug Wissen Sie ob er noch lebt Das hoffe ich doch er war jünger als ich Ich Caracks war der Name der Mutter Der Vater hieß Fortuni und hatte einen Hutladen in der Ronda de San Antonio und so viel ich weiß hat er sie mit seinem Sohn nicht sehr gut vertragen Könnte es sein dass ich Caracks bei seiner Rückkehr nach Barcelona versucht fühlte ihre Tochter Nuria aufzusuchen wo es doch zwischen ihnen eine gewisse Freundschaft gab und er mit seinem Vater nicht sehr gut auskam Isaac lachte bitter Wahrscheinlich bin ich Das hat mir Kapistani erzählt denn sie hat mir gesagt sie sei in einem Hotel abgestiegen Damals war sie noch ledig und ich hatte das Gefühl dass Caracks ein wenig in sie verschossen war Was ist mit den Büchern geschehen die ihre Tochter aus Kapistanis Büro mitgenommen hat Die sind hier Eines Abends Tage nach dem Brand von Kapistanis Lager ist meine Tochter hierher gekommen Sie war Coubert die Bücher an sich bringen wollte um sie zu vernichten Sie war gekommen um die Bücher zu verbergen Sie ging in den großen Saal und hat sie im Labyrinth der Regale versteckt als vergrübe sie einen Schatz Ich habe sie nicht gefragt wo sie sie hingestellt hatte und sie hat es mir auch nicht gesagt Vor dem Gehen sagte sie noch sobald sie Caracks auftreibe Sie sagte sie habe seit Monaten nichts mehr von ihm gehört Ich könnte Ihnen nicht sagen ob sie mich angelogen hat Was ich aber weiß ist dass Nuria nach diesem Tag nie wieder etwas von Caracks gehört hat und diese Bücher sind hier geblieben und haben Staub angesetzt Glauben Sie Ihre Tochter wäre einverstanden sich mit mir über all das zu unterhalten Nun Tatsache ist dass wir uns nicht so gut verstehen wie ich möchte wir sehen uns einmal im Monat Was ich weiß ist dass sie schon vor Jahren einen anständigen Burschen geheiratet hat Journalist und ein wenig unvernünftig ehrlich gesagt einer von denen die sich immer in politische Schwierigkeiten bringen aber mit einem guten Herzen Ihren Mann hat sie mir nie vorgestellt er heißt Mikel oder so Ich werde ihnen ihre Adresse aufschreiben obwohl ich Isaak kritzelte etwas auf die Ecke einer alten Zeitung und gab mir den Ausriss Vielen Dank man weiß nie vielleicht erinnert sie sich an etwas Isaak lächelte ein wenig traurig Was soll ich herzensbrecher und das Herz meiner Tochter hat damit sich ins Grab oder in die Hölle genommen Ich bitte sie um eines falls sie sehen und mit ihr sprechen dass sie mir sagen wie es ihr geht dass sie herauskriegen ob sie glücklich ist und ob sie ihrem Vater vergeben hat Kurz vor dem Morgengrauen drang ich nur mit einer Öllampe bewährt ein weiteres Mal in den Friedhof der vergessenen Bücher ein dabei stellte ich mir vor wie Isaaks Tochter durch dieselben dunklen unendlichen Gänge geschritten war mit dem selben Entschluss wie er jetzt auch mich lenkte das Buch in Sicherheit zu bringen haben sie vor es später einmal wieder zu holen fragte er selbstverständlich in diesem Fall sollten sie vielleicht einen kleinen Kniff anwenden einen Kniff junge sie haben eine ziemlich lange Leitung nicht wahr erinnern sie sich doch an den Minotaurus erst nach einigen Sekunden begriff ich seinen Vorschlag er zog ein altes Federmesser aus der Tasche und streckte es mir hin bringen sie an jeder Ecke um die sie biegen eine kleine Markierung an eine Kerbe die nur sie kennen es ist altes Holz und hat schon so viele Kratzer und ich folgte seinem Rat und drang ins Zentrum des Baus ein immer wenn ich die Richtung änderte blieb ich stehen und markierte mit einem C und einem X die Regale auf derjenigen Seite des Gangs wo ich abbog nach 20 Minuten hatte ich geführt von meinen Kerben fand ich ohne weitere Umstände wieder zurück die ersten lichter der morgendämmerung zeigten sich als ich in die Wohnung in der calle Santa Anna zurückkam vom Vorzimmer aus sah man am Ende des Gangs im Esszimmer den noch festlich gedeckten Tisch die Torte stand unberührt da das Geschirr wartete aufs Abendessen im Sessel zeichnete sich unbeweglich die Silhouette meines Fenster späte guten morgen Klara hat gestern Abend mehrmals angerufen zwei Stunden nachdem du gegangen bist sagte er sie klang sehr besorgt sie hat gesagt du sollst sie anrufen wie spät es auch immer sei ich habe nicht vor Klara wiederzusehen oder mit ihr zu sprechen mein Vater nickte nur schweigend ich sank auf eine der Esstischstühle mein Blick fiel zu Boden du hast mir eine furchtbare Angst angejagt in seiner Stimme lag kein Zorn kaum ein Vorwurf nur Müdigkeit ich weiß es tut mir leid hast du denn mit deinem Gesicht gemacht ich bin im Regen ausgerutscht und hingefallen dieser Regen hat offenbar eine tüchtige Rechte gelandet tu was drauf es ist nicht schlimm ich spür es nicht mal log ich muss jetzt bloß schlafen gehen ich kann noch auf den Beinen halten pack doch wenigstens dein Geschenk aus bevor du zu Bett gehst er deutete auf das in Cellophane eingeschlagene Päckchen das er am Vorabend auf den Esstisch gelegt hatte ich zögerte einen Moment dann löste ich die sorgfältige Verpackung sie enthielt ein Kästchen aus glänzendem mit golden Nieten beschlagenem Holz bevor ich es aufklappte musste lächeln das Geräusch des Verschlusses beim Öffnen war erlesen wie ein Uhrwerk innen war das Etui mit dunkelblauem Samt ausgekleidet in der Mitte lag glänzend Victor Hugos märchenhafter Mont Blanc Meisterstück ich nahm ihn in die Hand und betrachtete ihn im Licht des Balkons auf der goldenen Klammer der Verschlusskappe war eine Inschrift eingraviert Daniel Sempere 1953 Mit offenem Mund schaute ich meinen Vater an Ich glaube ich habe ihn nie so glücklich gesehen wie in diesem Augenblick Wortlos stand er von seinem Sessel auf und umarmte mich fest Ich spürte wie sich mir der Hals zusammenzog und da mir die Worte fehlten presste ich die Lippen zusammen Kopf und Kragen 1953 In diesem Jahr bedeckte der Herbst Barfelonna mit einer Schicht Laub das wie Schlangenhaut durch die Straßen wirbelte Ich dachte kaum noch an Clara Barfelon Julian Carax oder die gesichtslose Silhouette die nach verbranntem Papierroch und auftrat als wäre sie den Seiten eines Buches entsprungen Im November hatte ich bereits einen Monat der Enthaltsamkeit hinter mir und mich kein einziges Mal der Plafareal genährt um einen Blick auf Clara im Fenster zu erhaschen Das war eingestandenermaßen nicht allein mein Verdienst In die Buchhandlung kam zunehmend Leben und mein Vater und ich hatten mehr zu tun als wir bewältigen konnten Wenn es so weitergeht werden wir jemanden einstellen müssen der uns bei der Suche nach angefragten Büchern hilft sagte mein Vater Was wir brauchten wäre jemand ganz besonderes Halb Detektiv Halb Dichter der billig ist und sich nicht von schwierigen Missionen ins Boxkorn jagen lässt Ich glaube ich habe den passenden Kandidaten sagte ich Ich fand Fermin Romero de Torres an seinem gewohnten Ort unter den Arkaden der Calle Fernando Morgen sagte ich sanft Erinnern Sie sie noch an mich? Was für ein Vergnügen ist es mir sie zu sehen Wie geht es Ihnen mein lieber Freund? Sie werden doch ein Schlückchen Kognak nicht verschmähen nicht wahr? Heute lade ich ein Sind Sie hungrig? Auf dem Weg zur Buchhandlung schilderte mir Fermin Romero de Torres all die Abenteuer die er in diesen Wochen durchlebt hatte um den staatlichen Sicherheitskräften aus dem Wege zu gehen und ganz besonders seiner persönlichen Nemesis einem gewissen Inspektor Fumero mit dem ihn anscheinend eine lange Reihe von Konflikten verbannt Fumero fragte ich und vergegenwärtigte mir dass das der Name der Soldaten gewesen war der bei Kriegsausbruch im Kastell des Montiug Clara Barfelos Vater umgebracht hatte Das Männchen nickte bleich Er hatte keinerlei Vorstellung wohin ich ihn brachte und in seinem Blick sah ich eine wachsende Angst beim Laden warf er mir einen besorgten Blick zu kommen sie treten sie ein das ist die Buchhandlung meines Vaters dem ich sie vorstellen möchte nein nein keinesfalls ich bin nicht gesellschaftsfähig und das ist ein Etablissement von Rang sie werden sich wegen mir genieren mein Vater trat in die Tür ließ rasch seinen Blick über ihn gleiten und schaute mich dann aus dem Augenwinkel an Papa das ist Fermin Romero de Torres mein Vater lächelte ihm heiter zu und reichte ihm die Hand beschämt über sein Aussehen und den Schmutz auf seiner Haut getraute sich der Bettler nicht sie zu drücken ich glaube es ist besser ich gehe und lasse sie allein stammelte er mein Vater fasste ihn sanft am Arm kommt nicht in Frage mein Sohn hat mir gesagt sie gehen mit uns essen warum gehen sie nicht in die Wohnung hinauf und nehmen ein schönes heißes Bad sagte mein Vater mit großer Überredungskunst und heimlichen Taktieren gelang es uns ihm seine Lumpen abzunehmen und ihn in die Badewanne zu stecken nackt sah er aus wie auf einem Kriegsfoto und zitterte wie ein gerupftes Huhn an Handgelenken und Knöcheln hatte er tiefe Brandmale und sein Oberkörper und der Rücken waren von schrecklichen Narben bedeckt die den Augen wehtaten mein Vater und ich wechselten einen entsetzten Blick sagten aber nichts wie ein Kind ließ sich der Bettler waschen während ich in der Truhe frische Kleider für ihn suchte hörte ich meinen Vater unablässig mit ihm sprechen als ich ins Bad zurückkam war mein Vater dabei Fermin Romero de Torres in der Wanne zu rasieren er war blass roch nach Seife und war um 20 Jahre jünger geworden offensichtlich hatten sie sie schon angefreundet wissen sie senor semper hätte das leben nicht gewollt dass ich meines in der welt der internationalen intrige abspielte so wären die alten sprachen meine herzensangelegenheit gewesen sie dürfen nicht glauben ich hätte in meinen abenteurer jahren nur den kragen riskiert und dabei den kopf vernachlässigt ich habe sehr viel gelesen und könnte ihnen auswendig das Leben ein belesenheit in zweifel sagte ich um meinem vater zu hilfe zu kommen vermin romero de torres blick schmolz vor dankbarkeit strahlend entstieg er der wanne ich half ihm in die kleider die etliche nummern zu groß waren mein vater zog den gürtel aus und gab ihn mir damit ich ihn dem bettler um schnallte sie sind ja wie aus dem ei gepfällt ist nicht mehr was man einmal war im gefängnis habe ich meine herkulische muskulatur verloren und seither mir jedenfalls kommen sie vor wie charles beauier mit ihrer figur warf mein vater ein und das erinnert mich daran dass ich ihnen etwas vorschlagen wollte was ich ihnen anbieten wollte ist eine arbeit in der buchhandlung es geht darum für unsere kunden seltene bücher zu suchen es ist fast die stelle eines literarischen archäologen der die klassiker ebenso kennen muss wie die grundlegenden techniken des schwarzhandels ich kann ihnen nicht viel zahlen im moment aber sie werden an unserem tisch essen und bis wir eine gute pension finden ihre unterkunft hier bei uns haben wenn es ihnen recht ist stumm schaute uns der bettler an was meinen sie fragte mein vater schließen sie sich dem team an ich hatte das gefühl fermin romero de torres wollte etwas sagen doch genau dann brach er in tränen aus in einer pension in der calle joaquin costa hatte mein vater ein zimmer für ihn gefunden wo sich dank der freundschaft unserer nachbarin merceditas mit der inhaberin die formalität des polizeilichen meldescheins umgehen ließ so dass fermin romero de torres nicht von inspector fumero und seinen trabanten beschnüffelt werden konnte manchmal kam mir das bild der schrecklichen narben in den sinn die seinen oberkörper bedeckten ich fühlte mich versucht ihn danach zu fragen vielleicht weil ich fürchtete inspector fumero könnte etwas damit zu tun haben aber etwas in seinem blick sagte mir dass ich das Thema besser nicht zur sprache brachte er würde es uns eines tages schon selbst erzählen wenn er es für angezeigt hielte stets mit einem lächeln auf den lippen erwartete uns fermin allmorgendlich punkt sieben vor der tür der buchhandlung bereit zwölf oder mehr stunden durchzuarbeiten er kämmte die haare mit briantine nach hinten und ließ sich ein wie mit dem stift gezogenes schnurrbärtchen stehen um mit der mode schritt zu halten 30 tage nachdem er unserer badewanne entstiegen war war der ehemalige bettler nicht wiederzuerkennen aber mehr noch als mit seiner spektakulären verwandlung verblüffte er uns recht eigentlich an der front seine detektivischen instinkte waren von chirurgischer präzision er löste die ausgefallensten bestellungen in tagen wenn nicht in stunden kein titel den er nicht gekannt keine list die ihm nicht eingefallen wäre um sich das buch zu einem guten preis zu verschaffen in immer fiktiven identitäten schlich er sich allein aufgrund seiner redegewandtheit in die privatbibliotheken von herzoginnen und von liebhabern ein und brachte es fertig dass man ihm die bücher schenkte oder für ein paar heller verkaufte wir luden fermin romero de torres fast jeden sonntag zum nachmittags imbiss ins café novedades ein danach spazierten wir zum kino femina an der ecke diputacion paseo de gracia hinauf einer der platzanweiser war mit meinem vater befreundet und ließ uns während der filmwochenschau durch den notausgang ins parterre hinein immer in dem augenblick in dem der generalissimus zur einweihung eines neuen stausees das band durchschnitt was fermin romero de torres auf die nerven ging so eine schande sagte er empört gehen sie nicht gern ins kino fermin im vertrauen gesagt mich lässt diese siebte kunst völlig kalt meiner meinung nach ist es nichts weiter als nahrung zur verdummung der verroten plebs schlimmer als fußball oder stierkämpfe der cinematograph ist entstanden als eine erfindung zur unterhaltung der analphabetischen massen und 50 jahre später hat sich daran nichts geändert mit dem tag an dem fermin romero de torres carol lombard entdeckte schmolzen diese ganzen vorbehalte dahin was für ein busen jesus maria und josef was für ein busen rief er wie besessen mitten in der vorstellung das sind keine brüste das sind zwei karavellen halten sie den mund sie ferkel oder ich rufe auf der stelle den geschäftsführer zischte eine stimme zwei reihen hinter uns unerhört so ein schamloser kerl was für fermín romero de torres hörte mich nicht er war dem sanften wogen dieses mirakulösen ausschnitts verfallen mit verzücktem lächeln und technikolor besprenkelten augen als wir später durch den paseo de grafia zurückspazierten stellte ich fest dass unser bibliografischer detektiv immer noch wie in trance war ich glaube wir werden ihn eine frau suchen müssen sagte ich eine frau wird ihr leben verschönern sie werden schon sehen nach diesem tag ging fermín romero de torres mit vergnügen jeden sonntag mit mir ins kino mein vater blieb lieber zu hause um zu lesen aber fermín ließ keine vorstellung aus er kaufte einen bergschokoladenplätzchen und setzte sich in reihe 17 um sie zu verschlingen und auf den starauftritt der jeweiligen diva zu warten der plot war ihm vollkommen egal und er sprach unablässig bis eine dame mit ansehnlichen attributen die leinwand ausfüllte ich habe darüber nachgedacht was sie neulich gesagt haben von wegen eine frau für mich suchen sagte er vielleicht haben sie recht wie gefallen denn ihnen die frauen daniel ich verstehe nicht viel von frauen ehrlich gesagt wirklich verstehen tut keiner was nicht einmal freut nicht einmal sie selber aber das ist wie bei der elektrizität man braucht nicht zu wissen wie sie funktioniert um eine gewischt zu kriegen na los erzählen sie schon wie gefallen sie ihnen wenn ich aufrichtig sein soll habe ich nicht viel erfahrung mit frauen eigentlich gar keine fermin romero de torres schaute mich aufmerksam an neugierig geworden angesichts dieser offenbarung von askese ich dachte die geschichte in jener nacht sie wissen schon der keulenschlag wenn alles so schmerzte wie eine ohrfeige fermin schien meine gedanken zu lesen und lächelte solidarisch schauen sie ich will sie nicht kränken aber das beste an den frauen ist sie zu entdecken nichts ist wie das erste mal man weiß nicht was das leben ist bis man zum ersten mal eine frau auszieht knopf um knopf als schälten sie in einer winternacht eine siedentheiße kartoffel mhm wenige sekunden später erschien veronica lake auf der bildfläche und fermin geriet in eine andere dimension in einer sequenz wo sie pause hatte kündigte er an er werde dem stand mit näschereien in der eingangshalle einen besuch abstatten um seine bestände aufzufüllen ich blieb allein verfolgte das geschehen auf der leinwand aber kaum mein blick glitt von der leinwand ab und erst jetzt bemerkte ich den zuschauer der eben hereingekommen war ich sah seine silhouette zur mitte des parketts gehen sechs reihen weiter vorn und dort platz nehmen die kino sind voll von einsamen menschen dachte ich wie ich doch dann drehte der mann sich um und starrte mich an das lichtbündel des projektors bohrte sich durch das dunkel im saal ein anflug von flackerndem licht das gerade eben bunte linien und flecken zeichnete sogleich erkannte ich den mann ohne gesicht coubert sein liedloser blick glänzte stählern im dunkeln war sein lippenlos tückisches lächeln zu ahnen ich spürte wie sich mir kalte finger ums herz schlossen auf der leinwand brüllte ein posaunenchor los es wurde geschossen und geschrien dann wurde die szene ausgeblendet für einen augenblick versank das parkett in vollkommene dunkelheit und ich hörte nichts als die pulsschläge die mir in den schläfen hämmerten langsam wurde auf der leinwand eine neue szene hell so dass ich die schwärze des saals in schwaden blauen und purpurroten halbdunkels auflöste der mann ohne gesicht war verschwunden ich wandte mich um und sah wie sich eine silhouette durch den parterregang entfernte und fermin romero de torres kreuzte der von seinem süßigkeitenfeldzug zurückkam er drängte sich in die reihe herein und setzte sich wieder in seinen sessel dann reichte er mir ein schokoladenplätzchen und schaute mich ein wenig irritiert an Daniel sie sind ja weiß wie ein nonnenhintern geht sie nicht gut ein luftzug wischte durchs parkett es riecht merkwürdig bemerkte fermin romero de torres wie nach ranzigem notarsfurz nein es riecht nach verbranntem papier kommen sie nehmen sie ein lutschbonbon das kuriert alles ich mag nicht und dann behalten sie es eben man weiß nie wann einem ein lutschbonbon aus der patsche helfen kann ich steckte es in die jackentasche und ließ mich durch den rest des films treiben als nach der vorstellung das licht anging glaubte ich aus einem schlechten traum zu erwachen und hätte die erscheinung dieses mannes im parkett am liebsten als sinnestäuschung als trick der erinnerung betrachtet doch sein kurzer blick im dunkeln hatte genügt um mir seine botschaft zuzutragen er hatte weder mich noch unser gespräch vergessen die erste auswirkung von fermins erscheinen war bald zu spüren ich hatte viel mehr freizeit unter diesen gegebenheiten beschloss ich meine mußezeit auf zwei in letzter zeit vernachlässigte dinge zu verwenden dem rätsel karaks weiter nachzuspüren und vor allem nach möglichkeiten mehr zeit mit meinem freund thomas aguilar zu verbringen den ich vermisste thomas war ein nachdenklicher zurückhaltender junge der wegen seines ernsten ja bedrohlichen raufboldaussehens gefürchtet war er hatte den körper eines ringers gladiatoren schultern und einen harten durchdringenden blick wir hatten uns viele jahre zuvor während meiner ersten wochen in der jesuitenschule der kalle kaspe bei einer keilerei kennengelernt nach schulschluss hatte ihn sein vater abgeholt begleitet von einem hochnäsigen mädchen das sich als thomas schwester herausstellte ich hatte die unglückliche idee dumm über sie zu witzeln und noch bevor ich mit der wimper zucken konnte stürzte sich thomas aguilar wie ein platzregen aus faustschlägen auf mich die mich noch wochenlang schmerzten er war doppelt so stark und so wild wie ich umringt von einer gruppe blutrünstiger jungen verlor ich bei diesem pausenhofduell einen zahn und gewann einen neuen sinn für größenverhältnisse meinem vater und den geistlichen mochte ich nicht sagen wer mich dermaßen zugerichtet hatte noch ihnen erklären dass der vater meines gegners die keilerei nicht nur verfolgt sondern befriedigt über das schauspiel ihr gemeinsam mit den anderen schülern sogar begeistert applaudiert hatte es war meine schuld sagte ich um das thema zu begraben drei wochen später kam thomas in einer pause auf mich zu er begann zu stammeln und nach kurzer zeit begriff ich dass er nichts anderes im sinn hatte als sich für die prügel zu entschuldigen da er wisse dass es ein ungleicher ungerechter kampf gewesen sei ich bin es der sich zu entschuldigen hat ich habe ja deine schwester gehänselt sagte ich ich hätte es schon damals getan aber du hast mir die hucke voll gehauen bevor ich reden konnte mit gesenkten augen fragte thomas mich ob ich sein freund werden wolle ich bejahte er reichte mir die hand und ich ergriff sie sein druck schmerzte aber ich beherrschte mich noch am selben nachmittag lud er mich zum imbiss bei sich ein und zeigte mir seine sammlung seltsamer geräte aus apparateteilen und alteisen die er in seinem zimmer verwahrte die habe ich gemacht erklärte er stolz ich war unfähig zu begreifen was sie waren oder darstellten aber ich schwieg und nickte staunend ich hatte das gefühl dieser hoch aufgeschossene einzelgänger hatte sich seine eigenen freunde aus blech gebaut und ich war der erste dem er sie zeigte es war sein geheimnis ich erzählte ihm von meiner mutter und wie sehr ich sie vermisste als meine stimme unhörbar wurde umarmte er mich schweigend wir waren zehn jahre alt von diesem tag an wurde er mein bester und ich sein einziger freund er war fasziniert von verrückten erfindungen und mechanischen vorrichtungen wenn er nicht mit mir zusammen war verbrachte er die meiste zeit in seinem zimmer beim basteln jeden nachmittag arbeitete er im büro seines vaters und manchmal kam er nach feierabend in der buchhandlung vorbei mein vater erkundigte sich immer nach seinen erfindungen und schenkte ihm handbücher der mechanik oder biografien von ingenieuren wie eiffel und edison die thomas vergötterte anfänglich hatte ich mich nicht ohne sorge gefragt wie fermin auf meinen freund reagieren würde sie sind bestimmt daniels erfinder freund hoch erfreut sie kennenzulernen fermin romero de torres bibliografischer berater der buchhandlung sempere zu dienen thomas aguilar stotterte mein freund lächelnd und drückte fermins hand ach übrigens was halten sie vom vermatschen prinzip fragte fermin und rieb sich die finger sogleich verwickelten sie sich in eine unverständliche diskussion über höhere mathematik die mir wie chinesisch vorkam das aussehen eines harten kerls hatte thomas von seinem vater geerbt einem erfolgreichen grundstücksverwalter señor aguilar gehörte der privilegierten menschengruppe an die immer recht hat ein mann von tiefen überzeugungen war er sich unter anderem sicher dass sein sohn eine verzagte seele und ein geistesschwacher war seine einzige hoffnung war der militärdienst der aus diesem sohn einen rechtschaffenden menschen machen sollte thomas hatte eine schwester die um ein jahr älter war als wir beatrice ihr hatte ich unsere freundschaft zu verdanken denn hätte ich an jenem weit zurückliegenden nachmittag nicht gesehen wie sie an der hand ihres steckte sie immer in sündhaft teuren seiden oder luftigen wollkleidern sie hatte die figur eines mannequins und schritt kerzengerade einher selbstgefällig und wie die prinzessin ihres eigenen märchens ihre augen waren grün-blau aber sie betonte immer wieder sie seien smaragd und safirfarben obwohl oder vielleicht gerade weil sie jahre bei den teresianerinnen verbracht hatte trank sie hinter dem rücken ihres vaters anis im hohen stilglas trug seidenstrümpfe der marke la perla gris und schmickte sich wie die filmwamps die meinen freund fermin um den schlaf brachten ich konnte sie nicht ausstehen und sie erwiderte meine offene feindseligkeit mit verächtlichen blicken sie hatte einen freund der als leutnant in murcia militärdienst leistete einen herausgeputzten phalangisten namens pablo cascos buendia spross einer uralten familie die an den galizischen rias zahllose werften besaß leutnant cascos buendia welcher dank eines in der militärregierung sitzenden onkels sein halbes leben in urlaub war gab immer sermone über die genetische und die geistige überlegenheit der spanischen rasse und den unmittelbar bevorstehenden verfall des bolschewistischen reichs von sich max ist tot sagte er feierlich genau seit dem jahr 1883 sagte ich halt bloß das maul du elender wicht sonst kriegst du eine geschmiert dass du in der riocha landest mehr als einmal hatte ich bär dabei ertappt wie sie bei sich die einfältigkeiten belächelte die ihr leutnant freund zum besten gab dann blickte sie auf und betrachtete mich undurchdringlich ich lächelte ihr mit der matten herzlichkeit von feinden in unbestimmter waffenruhe zu schaute aber gleich wieder weg eher wäre ich gestorben als es zuzugeben aber im grunde meines wesens hatte ich angst vor ihr an einem oktoberabend bekamen wir im laden besuch von einer alten freundin ich bediente die kundschaft während fermin mit seinen gewohnten seiltänzer kunststückchen die leiter hochgeklettert war und knapp eine handbreit unter der decke das oberste buchregal ordnete kurz vor ladenschluss als die sonne schon unter gegangen war sah ich hinter dem ladentisch hervor die gestalt der bernada vor dem schaufenster bei ihrem bloßen anglick leuchtete mir das herz und ich bedeutete ihr herein zu kommen wie groß sie geworden sind sagte sie auf der schwelle man erkennt sie kaum wieder sie sind ja schon ein mann sie umarmte mich verdrückte einige tränchen und tätschelte mir kopf schultern und gesicht um zu sehen ob ich in ihrer abwesenheit nicht zerbrochen sei sie werden vermisst bei uns junger herr sagte sie und senkte den blick und ich hab dich vermisst bernada komm gib mir kuss sie küsste mich schüchtern und ich drückte ihr zwei schmatzende küsse auf jede wange sie lachte ihren augen sah ich an dass sie eine frage nach klarer erwartete aber ich hatte nicht vor sie zu stellen du bist sehr hübsch heute und sehr elegant was führt dich zu uns was mich her führt nun morgen hat meine nichte geburtstag und ich möchte ihr ein geschenk mitbringen ich hab gedacht ich schenke ihr ein gutes buch mit viel text und wenig bildern aber ich bin ja schwer vom begriff und verstehe nichts von bevor ich antworten konnte erzitterte der laden mit großem getöse erschrocken schauten die bernada und ich hinauf wie ein äffchen glitt fermin die leiter herab ein listiges lächeln im gesicht die augen voll lüsterner wonne bernada das ist fermin romero de torres bibliografischer berater von sempere und sohn mit untertänigster empfehlung senora verkündete er während er bernadas hand ergriff und nach allen regeln der kunst küsste in sekundenschnelle verfärbte sie sich zum tomatenpaprika erweisen sie mir die ehre sie zu unserer abteilung klassiker für jugendliche und kinder zu geleiten wo ich wie von gott gefügt ein kompendium mit dem besten von emilio salgari und die epische erzählung sandokar erblicke ach ich weiß nicht recht heiligen geschichten da habe ich bedenken weil doch der vater des kindes ganz im arbeiterbund aufgegangen ist verstehen sie seien sie unbesorgt hier habe ich nichts weniger als die geheimnisvolle insel von jules verne eine hochabenteuerliche erzählung von großem erzieherischen gehalt von wegen der technologischen fortschritte wenn wenn sie meinen schweigend folgte ich ihnen und stellte fest dass ich fermin vollkommen in sie vergafft hatte und die bernada über die aufmerksamkeiten dieses männchens staunte das aussah wie eine billige zigarre das mundwerk eines schaustellers hatte und sie mit einem feuer anschaute dass er sonst nur für nestle schokoladen pralinen aufbrachte und sie senorito daniel was meinen senor romero de torres ist der fachmann du kannst dich ganz auf ihn verlassen da nehme ich also das von der insel wenn sie es mir einpacken wollen was macht das senor wenn sie es mir gestatten und mich so zum glücklichsten man barcelonas machen wollen geht es auf rechnung von fermin romero de torres die bernada schaute uns an hören sie was ich kaufe zahle ich und das ist ein geschenk das ich meiner nichte machen will dann werden sie mir erlauben sie im sinne eines tausch handels zum vesper brot einzuladen sagte er und strich sich die haare glatt na klar ermunterte ich sie du wirst sehen wie gut ihr euch amüsiert schau ich packe dir das ein während fermin sein jackett holt fermin sauste nach hinten um aus der ladenkasse zu damit er die bernada einladen konnte wo soll wo soll ich denn hin mit ihr flüsterte er mir zu nervös wie ein gymnasiast ich würde sie ins els quadregats führen ich weiß sehr genau dass es in herzens angelegenheiten glück bringt ich sah die ungleichen gestalten davon gehen und sich in der calle santa anna verlieren und dachte vielleicht hält ja jemand im himmel die augen offen und gewährt diesem paar ausnahmsweise ein wenig glück ich hängte die tafel geschlossen ins schaufenster und ging einen moment in den raum hinter dem laden lokal um das buch durch zu sehen in das mein vater die bestellung notierte da hörte ich die glocke der sich öffnenden ladentür hallo keine antwort dann glaubte ich ein ersticktes lachen zu hören und vielleicht hatte ein kunde die tafel geschlossen nicht bemerkt eben wollte ich nach vorn gehen um ihn zu bedienen als ich im laden mehrere bücher vom regal fallen hörte ich schluckte ich packte einen brieföffner und ging langsam auf die tür zum laden zu ich getraute mich nicht noch einmal zu rufen gleich darauf hörte ich wieder schritte die sich diesmal entfernten abermals klingelte die ladentür und ich spürte einen luftzug von der straße ich schaute in den laden hinein niemand ich lief zur ladentür und verriegelte sie ich atmete tief durch fühlte mich lächerlich und feige auf dem weg zurück in den hinteren raum sah ich auf dem ladentisch ein blatt papier beim näher treten stellte ich fest dass es ein foto war eine alte aufnahme wie sie früher gern auf dicken karton gedruckt worden waren die ränder waren verbrannt und das rauchgeschwärzte bild schien spuren von asche beschmutzten fingern aufzuweisen ich studierte es unter einer lampe auf dem foto war ein sehr junges paar zu sehen das in die kamera lächelte er sah nicht älter aus als 17 oder 18 hatte helles haar und feine Züge sie mochte etwas jünger sein höchstens ein oder zwei jahre und hatte ein blasses ziseliertes von schwarzem Kurzhaar eingefasstes gesicht er hatte den arm um ihre taille gelegt und sie schien ihm spöttisch etwas zuzuraunen hinter ihnen war das schaufenster eines ladens zu erkennen voll gestopft mit aus der mode gekommenen hüten ich konzentrierte mich auf das paar nach den kleidern zu schließen mußte das es war ein bild von licht und hoffnung die flammen hatten fast den gesamten rand des fotos verzehrt aber hinter dem uralten ladentisch war noch ein ernstes gesicht zu erahnen ein geisterhafter umriss hinter den lettern auf dem glas antonio fortuni söhne gegründet 1888 in der nacht in der ich wieder zum friedhof der vergessenen bücher gegangen war hatte isaac mir erzählt dass carax den namen seiner mutter gebraucht hatte nicht den des vaters fortuni carax vater hatte einen hutladen in der ronda de san antonio wieder schaute ich das bild des pares an und gelangte zur überzeugung dass dieser junge mann julian carax war der mir aus der vergangenheit zulächelte unfähig die flammen zu sehen die über ihm zusammenschlugen statt der schatten 1954 am nächsten morgen kam fermin auf cupido flügeln zur arbeit lächelnd und einem bolero pfeifend mein vater hatte versprochen professor javier velasquez vormittags um elf in der philosophischen fakultät auf der plaza universidad eine bestellung abzuliefern fermin bekam bei der bloßen erwähnung des akademikers einen ausschlag und unter diesem vorwand erbot ich mich die bücher hinzubringen dieser dieser kerl ist ein pedant ein lustmolch ein faschistischer arschkriecher verkündete er mit erhobener faust übertreiben sie mal nicht fermin velasquez zahlt sehr gut und immer im voraus und er empfiehlt uns überall rief ihm mein vater in erinnerung dieses geld ist mit dem blut unschuldiger jungfrauen befleckt protestierte fermin so war gott lebt ich bin nie mit einer minderjährigen ins bett gegangen und nicht mangels lust oder gelegenheit aber trotzdem man weiß ja nie wenn ich bei einer das gefühl ethik zu verstoßen mein vater verdrehte die augen mit ihnen kann man nicht diskutieren fermin wenn ich recht habe habe ich eben recht also nahm ich das paket und überließ fermin und meinen vater ihrer debatte über sitten und gebräuche professor velasquez hatte sein zimmer im zweiten stock der philosophischen fakultät zu hinterst in einem flur mit schachbrett fliesen der zum südlichen kreuzgang vorgab einer studentin mit spektakulärer figur zuzuhören die ein granatrotes hautenges kostüm trug und hellenische in feinen seidenstrümpfen glänzende waden sehen ließ professor velasquez stand im ruf an ist und es gab stimmen die sagten die éducation sentimentale jeder jungen dame aus gutem hause sei unvollständig ohne eines dieser sprichwörtlichen wochenenden in einem kleinen hotel an der strand promenade von sitges wo im tete tete mit dem distinguierten hochschullehrer französische liebeslyrik rezitiert wurde nanu das ist der daniel rief professor velasquez zum glück kommst du und nicht diese vogelscheuche vom letzten mal der mit dem stierkämpfer nahm der sah ja aus als wäre betrunken oder müsste gleich eingesperrt und der schlüssel weggeworfen werden ich wollte eben etwas vorbringen um fermin zu entschuldigen da drehte sich die studentin die mit professor velasquez geplaudert hatte um ich sah wie sie mir zulächelte und meine ohren begannen zu glühen hallo daniel sagte beatriz aguilar ich grüßte sie mit stummem nicken ach ihr kennt euch schon fragte velasquez neugierig daniel ist ein alter freund der familie erklärte bea und der einzige der den mut gehabt hat mir einmal zu sagen dass ich affektiert und eingebildet bin verdutzt schaute mich velasquez an das ist zehn jahre her präzisierte ich und ich habe es nicht ernst gemeint ich warte aber immer noch darauf dass er mich um verzeihung bittet velasquez lachte herzlich und nahm mir das paket ab ich habe das gefühl ich bin überflüssig hier sagte er während er es aufschnürte wunderbar hör mal daniel sag deinem vater dass ich ein buch mit dem titel jugendbriefe aus teuta von francisco franco barmonde suche schon erledigt in zwei wochen hören sie von uns ich nehme dich beim wort und jetzt verziehe ich mich schleunis 32 leere köpfe warten auf mich professor velasquez zwinkerte mir zu verschwand im vorlesungsraum und ließ mich mit bär allein ich wusste nicht wohin mit den augen hör zu bär das mit dem blöden witz ehrlich ich ich hab dich auf den arm genommen daniel ich weiß doch dass wir damals noch kinder waren ich hab nicht gewusst dass du hier studierst es ist mein erstes jahr literatur mein vater ist der meinung die exakten wissenschaften sind nichts fürs schwache geschlecht viele zahlen es ist mir egal was mir Spaß macht ist die lektüre und zudem lernt man viele interessante leute kennen wie professor velasquez bea lächelte mit geschlossenen lippen ich mag ja im ersten jahr sein aber ich weiß genug um den braten zu riechen daniel besonders bei leuten seines schlages wie geht's mit deinem freund dem leutnant cascos buendia ihr lächeln verschwand pablo kommt in drei wochen auf urlaub da wirst du dich aber freuen sehr er ist ein prachtjunge aber ich kann mir ungefähr ausmalen was du von ihm hältst das bezweifle ich dachte ich sie schaute mich ein wenig angespannt an eigentlich wollte ich das thema wechseln aber meine zunge war schneller thomas sagt ihr werdet heiraten und nach el ferrol ziehen sie nickte sobald er mit dem militär dienst fertig ist du bist bestimmt ungeduldig ich spürte den schweinehund in meiner stimme einer unverschämten stimme von der ich nicht wusste woher sie kam sie ist mir egal ehrlich gesagt seine familie hat besitzt dort zwei werften und pablo wird eine davon übernehmen und zudem kenne ich barcelona nach all den jahren allmählich ihr blick war müde und traurig so viel ich gehört habe ist el farol eine faszinierende stadt quick lebendig und schüttelte den kopf machte kehrt und schritt durch den gang davon der zur bibliothek führte warte bea ich verfluchte mich und rannte ihr nach mitten im gang packte ich sie am arm um sie aufzuhalten sie warf mir einen blick zu der brannte verzeih mir wenn ich dich beleidigt habe dann aus neid auf diesen idioten der dein freund ist und aus wut über den gedanken dass jemand wie du nach el ferrol oder in den kongo geht um ihm nach zu folgen daniel du irrst dich in mir wir können freunde sein wenn du es mich versuchen lässt und du irrst dich auch mit barthelona denn obwohl du meinst du kennst es garantiere ich dir dass es nicht so ist und dass ich es beweisen wenn wenn du mich lässt ich sah wie sie zu lächeln begann du sagst besser die wahrheit sagte sie weil ich es sonst meinem bruder sage und der wird dir den kopf raus ziehen wie einen korken ich streckte ihr die hand entgegen finde ich richtig freunde sie reichte mir die irre wann hast du am freitag aus fragte ich sie zögerte einen augenblick um fünf ich werde nicht mit diesem schwachkopf nach Elferol gehen kannst von dem ich mir nicht vorstellen kann dass du ihn liebst denn wenn du es tust wird dich die Stadt verfolgen und du wirst vor Gram sterben der Hutladen Fortuni oder das was von ihm übrig war moderte im Erdgeschoss eines schmalen rußgeschwärzten elend aussehenden Hauses in der Ronda de San Antonio neben der Plaza de Goya vor sich hin die Tür war mit einem Vorhängeschloss gesichert das wenigstens zehn Jahre da zu hängen schien ich drückte die Stirn ans Glas um das Dunkel des Raums zu durchdringen wenn sie wegen der Vermietung kommen kommen sie zu spät sagte eine Stimme hinter mir der Liegenschaften Verwalter ist schon gegangen die Frau die mich angesprochen hatte musste um die 60 sein und trug die nationale Uniform frommer Witwen ich war mir fast sicher dass sie die Partnerin des Hauses war ist der Laden schon lange geschlossen wenigstens zwölf Jahre seit der alte gestorben ist Senor Fortuny haben sie ihn gekannt ich wohne seit 48 Jahren diesem Haus junger Mann dann haben sie vielleicht auch Senor Fortunys Sohn gekannt Julian und ob ich zog das versenkte Foto aus der Tasche und zeigte es ihr glauben sie sie können mir sagen ob der junge Mann auf dem Foto da Julian Kardax ist die Partnerin schaute mich leicht misstrauisch an sie ergriff das Bild und starrte darauf erkennen sie ihn doch das ist Julian ich habe ihn sehr blond in Erinnerung aber hier auf dem Foto hat er anscheinend dunklere Haare könnten sie mir sagen wer das Mädchen neben ihm ist und wer möchte das wissen verzeihen sie mein Name ist Daniel Semperi ich versuche etwas über Senior Kardax herauszufinden Julian Kardax Julian ist nach Paris gegangen im Jahre 18 oder 19 sein Vater wollte ihn in die Armee stecken wissen sie ich glaube die Mutter hat ihn mitgenommen um ihn davon zu befreien Senior Fortuny ist allein hier zurückgeblieben in der Dachgeschosswohnung wissen sie ob Julian wieder einmal nach Barcelona gekommen ist sie schaute mich einen Moment schweigend an dann sagte sie wissen sie das nicht Julian ist noch im selben Jahr in Paris gestorben wie bitte ich sage dass Julian gestorben ist in Paris kurz nach der Ankunft dort er wäre besser zur Armee gegangen darf ich sie fragen woher sie das wissen woher wohl weil sein Vater es mir gesagt hat ich nickte langsam verstehe hat er ihnen auch gesagt woran er gestorben ist der Alte hat nicht viele Details erzählt ehrlich gesagt eines Tages kurz nachdem Julian gegangen war ist ein Brief für ihn gekommen und als ich seinen Vater fragte hat er gesagt sein Sohn sei gestorben und wenn noch etwas für ihn komme soll ich es wegwerfen warum machen sie ein solches Gesicht Senior Fortuny hat sie belogen Julian ist nicht 1919 gestorben was sagen sie er hat in Paris gelebt mindestens bis zum Jahr 35 und ist dann nach Barcelona zurückgekommen das Gesicht der Pförtnerin hältte sich auf dann ist er also hier in Barcelona ich nickte im Vertrauen darauf das ermuntere sie mir noch mehr zu erzählen meine Güte sie machen mir wirklich eine Freude also wenn er tatsächlich noch lebt er war nämlich ein sehr zutraulicher Junge ein bisschen merkwürdig und sehr fantasievoll das schon aber er hatte so ein gewisses etwas dass man ihn einfach liebhaben musste der wäre kein guter Soldat geworden das hat man von weitem gesehen meiner Isabelita hat er wahnsinnig gefallen stellen Sie sich vor eine Zeit lang habe ich sogar gedacht die werden einmal heiraten und so wie Kinder eben sind darf ich das Foto nochmal sehen ich gab es ihr wieder sie betrachtete es lange wie eine Rückfahrkarte in ihre Jugend unglaublich wissen Sie als sähe ich ihn eben jetzt und dieser gemeine Kerl sagte er ist gestorben natürlich es gibt ja Leute auf der Welt da ist nichts unmöglich und was ist in Paris aus Julien geworden bestimmt hat er viel Geld verdient ich habe immer das Gefühl gehabt der wird noch einmal reich nicht direkt er ist Schriftsteller geworden erfundene Sachen sowas ähnliches er hat Romane verfasst ach wie schön aber das erstaunt mich gar nicht wissen sie schon als Junge hat er den Kindern da im Viertel die ganze Zeit Geschichten erzählt meine Isabelita und ihre Cousinen sagten er hat nie zweimal dieselbe Geschichte erzählt aber in allen ist es um Tote und um Seelen gegangen ich sage er er war ein etwas merkwürdiger Junge aber bei diesem Vater ist erstaunlich dass er nicht vollkommen verkorkst rausgekommen ist es wundert mich nicht dass den am Ende die Frau verlassen hat er war ein gemeiner Kerl schauen sie ich stecke meine Nase ja nirgends rein nicht wahr ich bin mit allem einverstanden aber das das war kein guter Mensch in einem Haus erfährt man letztlich alles er hat sie geschlagen wissen sie immer hörte man schreie im Treppenhaus und mehr als einmal musste die Polizei kommen die einzige Freundin die diese Frau gehabt hat war ein junges Mädchen die Vicenteta die im vierten Stock zweite Tür gewohnt hat manchmal ist die Arme zu ihr geflüchtet damit der Mann sie nicht weiter verprügelt und sie hat ihr Dinge erzählt was denn zum Beispiel die Pörtnerin machte eine vertrauliche Miene während sie eine Brauer hochzog und sich argwöhnisch umsah zum Beispiel dass der Junge nicht vom Hutmacher war Julian Sie meinen Julian war nicht der Sohn von Sonia Fortuny Das hat die Französin zu Vicenteta gesagt Ich weiß nicht ob aus Verzweiflung oder aus sonst einem Grund Mir hat das junge Mädchen es erst Jahre später erzählt als sie nicht mehr hier wohnten Und wer war denn nun Julians richtiger Vater Das wollte mir die Französin nie sagen Womöglich hat sie es nicht einmal selber gewusst Sie wissen ja wie die Ausländer sind Und Sie meinen Ihr Mann hat sie darum geschlagen Weiß Gott warum Dreimal hat man sie ins Krankenhaus einliefern müssen Dreimal Haben Sie gesagt Sie erkennen das Mädchen neben Julian auf dem Foto Sie konzentrierte sich wieder auf das Bild Ich habe sie nie gesehen Sehr hübsch Wenn man sie so sieht schaut es aus als wären sie ein Paar regte ich an um ihrem Gedächtnis einen Stoß zu geben Mit einem Kopf schütteln reichte sie mir das Foto wieder Nur so viel ich weiß hatte Julian keine Freundin Können Sie sich an seine Freunde erinnern oder an eine bestimmte Person die hierher kam Sie zuckte die Schultern Das ist schon so lange her Zudem ist Julian in den letzten Jahren nur noch wenig hier gewesen wissen Sie er hatte sich mit einem Schulkameraden angefreundet einem Jungen aus sehr guter Familie den Altayas mehr brauche ich nicht zu sagen jetzt redet keiner mehr von ihnen damals war es aber als hätte man die königliche Familie gesagt viel Geld ich weiß es weil sie manchmal ein Auto geschickt haben um Julian abzuholen Sie hätten sehen sollen was für noch den Namen dieses Freundes von Julian schauen Sie mit einem Nachnamen wie Altaya da braucht es keine weiteren Namen wenn Sie verstehen was ich meine ich erinnere mich auch an einen anderen Jungen etwas leichtsinnig ein gewisser Mikel ich glaube da war auch ein Klassenkamerad von ihm fragen Sie mich nicht wie er noch geheißen hat oder was für ein Gesicht er hatte wohnt denn jetzt jemand in soviel ich weiß und sie ist nicht einmal zur Beerdigung her gekommen sie hat alles einem Anwalt überlassen einem merkwürdigen Typ ich habe ihn nie gesehen aber meine Tochter Isabelita die im fünften wohnt erste Tür genau darunter die sagt manchmal kommt er abends da er einen Schlüssel hat und spaziert stundenlang in der Wohnung auf und ab und dann geht er wieder einmal hat sie sogar gesucht einmal ist ein ganz unheimlicher Kerl hier vorstellig geworden einer von denen die ständig grinsen aber man durchschaut sie gleich er hat gesagt er ist von der Kripo und wollte die Wohnung sehen hat er gesagt warum sie schüttelte den Kopf wissen sie noch seinen Namen Inspektor Inspektor irgendwas ich habe ihm nicht geglaubt dass er Polizist ist die Sache hat gestunken sie verstehen schon nach irgendwas Persönlichem ich habe ihn an die Luft gesetzt und ihm gesagt ich habe die Wohnungsschlüssel nicht und wenn er was will soll er den Anwalt anrufen er sagte er würde wiederkommen aber ich habe ihn nicht mehr gesehen und auch keine Lust darauf sie hätten nicht zufällig den Namen und die Adresse dieses Anwalts oder danach müssten sie sich beim Liegenschaftenverwalter erkundigen bei zu dienen haben sie vielen dank und sagen sie die wohnung der fortuna ist leer nicht da hat ja niemand was mitgenommen in all den jahren seit der alte gestorben ist manchmal stinkt es sogar ich würde sagen es gibt ratten und so stellen sie sich vor glauben sie es wäre möglich einen blick hinein zu werfen vielleicht finden wir etwas das uns einen Hinweis darauf gibt was mit julian wirklich geschehen ist das kann ich nicht machen darüber müssen sie mit senior molins sprechen der ist dafür zuständig ich lächelte ihr verschmitzt zu aber sie haben doch vermutlich einen hauptschüssel auch wenn sie diesem kerl gesagt haben nein sagen sie nicht sie sterben nicht von neugier zu erfahren was da drin ist donia aurora schaute mich schief an sie sind ein teufel mit einem plötzlichen ächzen gab die tür nach und aus dem innern strömte verbrauchte von muffiger feuchtigkeit verpestete luft auf den gesprungenen bodenfliesen lag eine aschenschicht ich sah dass fußabdrücke in die wohnung hinein führten heilige mutter gottes murmelte die pförtnerin hier gibt's mehr scheiße als auf einer hühnerleiter tauben sagte ich sie müssen durch eine zerbrochene fensterscheibe eingedrungen sein und hier genistet haben also mich ekeln diese mistvögel an was die sich zusammenscheißen ganz ruhig donnie aurora sie greifen nur an wenn sie hungrig sind wir gingen einige schritte weiter bis zum ende des korridors und gelangten in ein esszimmer mit einem balkon vor der balkontür bleichte ein sessel mit abgeschabtem behang vor sich hin daneben stand ein kleines kästchen mit schwarz weiß fotos alte studio aufnahmen ich kniete nieder um sie zu studieren das erste foto zeigte ein junges paar mit einem knaben der nicht älter war als vier jahre ich erkannte ihn an den augen da haben sie sie sind fortuna als junger man und sie hatte julian keine brüder oder schwestern seufzend zuckte die pfartnerin die schultern man hat gemunkelt sie habe ein kind verloren nachdem der man sie wieder einmal geprügelt hatte aber ich weiß nicht einmal hat julian den kindern die im haus wohnten erzählt er hätte eine schwester die könne nur er sehen und die würde wie dampf aus den spiegeln kommen und beim satan persönlich in einem palast unter einem see wohnen also manchmal war dieser junge wirklich krankhaft wissen sie welches julians zimmer war die erste tür ist das haupt schlafzimmer die zweite gehört zu einem kleineren raum vielleicht der denke ich ich ging in den gang hinein und versuchte die zweite tür zu öffnen sie ist abgeschlossen sagte ich verdutzt schaute mich die partnerin an diese türen haben kein schloss murmelte sie die da schon dann hat es bestimmt der alte anbringen lassen in den anderen wohnungen ich schaute auf den boden und sah dass die fußspur im staub zur geschlossenen tür führte jemand ist in das zimmer hineingegangen sagte ich erst kürzlich machen sie mir keine angst ich trat zur anderen tür sie hatte kein schloss bei der leichtesten berührung gab sie nach und glitt mit rostigen knarren auf in der mitte stand ein ungemachtes altes himmelbett ich ging um das bett herum zu einem nachttisch auf dem unter einer glasplatte ahnenfotos totenzettel und lotterielose festgeklemmt waren auf dem tischchen eine hölzerne musikdose und eine für immer um fünf uhr zwanzig eingefrorene taschenuhr ich versuchte die musikdose aufzuziehen aber nach sechs tönen blieb die melodie hängen irgendwo muss es doch einen schlüssel der verwalter wird ihn haben also ich würde sagen wir gehen jetzt besser und wieder schaute ich auf die musikdose ich klappte den deckel auf und fand einen vergoldeten schlüssel der den mechanismus blockierte als ich ihn ergriff glöckelte die dose weiter das muss der schlüssel sein sagte ich lächelnd hören sie wenn das zimmer verschlossen war dann wird es einen grund haben und sei es nur aus respekt gegenüber der erinnerung an wenn es ihnen lieber ist können sie in der loge auf mich warten donja aurora sie sind ein teufel los machen sie schon auf geht dieses zimmer auf die straße hinaus fragte ich sie schüttelte den kopf es hat ein kleines fenster ein luftloch das auf den lichtschacht führt ich stieß die tür auf eine finstere undurchdringliche höhle tat sich vor uns auf das fenster zum schacht war mit vergilbten zeitungsseiten abgedeckt ich riss sie weg und ein strahl milchigen lichts durchbohrte das dunkel jesus maria und joseph murmelte die pförtnerin neben mir das zimmer ertrank in kruzifixen zu dutzenden hingen sie an schnüren vom balkenwerk und bedeckten an nägeln die wände man konnte sie in den ecken erahnen mit dem messer in die möbel geritzt auf die fliesen gekratzt rot auf die spiegel gemalt die fußspuren die zur türschwelle führten zeichneten im staub einen weg um ein bis auf den sprung feder rahmen entblößtes bett herum nur noch ein skelett aus draht und wurmstichigem holz unter dem fenster zum schacht war an der wand eine schreib konsole befestigt und darauf stand ein trio von metall kruzifixen ich öffnete sie vorsichtig kein staub sodass ich annehmen durfte dass ich vor nicht allzu langer zeit geöffnet worden war sie hatte sechs schubladen deren schlösser aufgebrochen worden waren ich untersuchte sie eine nach der anderen leer dann kniete ich vor der konsole nieder ich betastete die kratzer im holz und stellte mir julian kardacks hände vor die diese kritzeleien und hieroglyphen anbrachten deren sinn von der zeit verweht worden war zu hinterst in der konsole ließen sich ein stoß hefte und ein behälter mit bleistiften und federn ausmachen ich ergriff eins der hefte und blätterte es durch zeichnungen und einzelne worte rechenübungen lose sätze zitate aus büchern unvollendete verse alle hefte sahen sich gleich einige zeichnungen wiederholten sich seite um seite mit unterschiedlichen details eine männliche gestalt fiel mehr auf die aus flammen zu bestehen schien eine andere zeigte etwas wie einen engel oder ein um ein kreuz gerolltes reptil man konnte skizzen eines alten wunderlich aussehenden hauses erahnen das mit festungsähnlichen türmen und kathedral bögen gefügt war der junge carax offenbarte den kräftigen strich eines instinktsicheren recht talentierten zeichners obwohl sämtliche bilder skizzen geblieben waren eben wollte ich das letzte heft unbesehen zurücklegen da glitt etwas zwischen seinen seiten heraus und fiel mir zu füßen so ein foto auf dem ich dasselbe junge mädchen erkannte wie auf dem versenkten vor dem wunderlichen haus aufgenommenen bild sie posierte in einem üppig wuchernden garten und durch die baumkronen hindurch erriet man die form des hauses das ich eben auf den skizzen des halbwüchsigen carax gesehen hatte ich erkannte es sogleich die villa el frare blank der weiße mönch in der avenida del tibidabo auf der rückseite des fotos standen die schlichten worte in liebe penelope ich steckte das foto in die tasche schloss den schreibtisch und lächelte der pförtnerin zu gesehen fragte sie begierig hier zu verschwinden fast vorhin haben sie mir erzählt kurz nach julians abreise nach paris sei ein brief für ihn gekommen aber sein vater habe ihnen gesagt sie sollen ihn wegwerfen sie zögerte einen augenblick dann nickte sie den habe ich in die kommodenschublade in der diele gelegt falls die französin eines tages zurück käme dort wird er noch sein wir gingen zur kommode und zogen die oberste schublade auf zwischen einer sammlung von stehen gebliebenen uhren knöpfen und vor 20 jahren außer kurs gesetzten münzen lag ein ockerfarbener umschlag haben wofür halten sie mich seien sie nicht beleidigt unter diesen umständen wäre das das natürlichste wo sie doch dachten der arme julian sei gestorben sie zuckte die achseln senkte die augen und zog sich zur tür zurück diesen moment nutzte ich um den brief in die innentasche des jaketts zu stecken und die schublade wieder zu schieben sie dürfen nicht auf falsche gedanken kommen sagte brief es ist ein liebes brief wie im radio aber trauriger viel trauriger er klang wie echt beim lesen hätte ich am liebsten geweint sie haben ein goldenes herz donja aurora und sie sind ein teufel gleich am selben nachmittag suchte ich den liegenschaftenverwalter auf senor molins hatte bessere zeiten gesehen und schmurrte jetzt in einem schmierigen büro vor sich ich tischte ihm eine mehr oder weniger plausible Geschichte über eine angebliche entfernte verwandtschaft mit den fortunis auf nach fünf minuten geschwätz schleppte sich molins zu seinem archiv und gab mir die adresse des anwalts der sich um die angelegenheiten von sophie carax julians mutter kümmerte also jose maria riquejo caille leon der 13 nummer 59 aber die korrespondenz schicken wir halbjährlich in ein fach des hauptpostamtes in der wehe lajetana kennen sie senor riquejo alle laufenden angelegenheiten mit ihm werden postalisch abgewickelt ein rascher blick ins straßenverzeichnis das auf dem schreibtisch des verwalters lag bestätigte meinen verdacht die hausnummer des mutmaßlichen anwalts riquejo existierte nicht hätten sie vielleicht die nummer dieses postfachs laut karteikarte ist es die 2321 haben sie oft mit senior fortuni zu tun gehabt als er noch lebte fragte ich nur flüchtig ein sehr zurückhaltender man aber sie doch doch sie sie war toll was für eine frau und er war nicht wahr trotz dem ganzen gewunkel und geschwätz was haben die leute denn so gesagt möchten sie ein gläschen rum nein danke aber ich leise ihnen gesellschaft erzählen sie mir unterdessen weiter antoni fortuni den alle den hutmacher nannten hatte sophie carrax 1899 vor den stufen der kathedrale von barfelona kennengelernt sophie war eine junge französin die in einem wohnheim für junge frauen lebte und den sprösslingen der privilegiertesten barfeloneser familien privatunterricht in gesang und klavier erteilte sie hatte weder familie noch vermögen antoni fortuni dagegen war ein mann auf dem weg zum wohlstand kurz zuvor hatte er von seinem vater das geschäft geerbt einen renommierten hutladen in der ronda san antonio sohn beizubringen träumte sophie karax erschien ihm zerbrechlich schön jung gefügig und fruchtbar der heilige eustachius war seinem ruf gerecht geworden nach vier monaten beharrlichen werbens gab sophie seinem heiratsantrag statt senior molins ein freund des verstorbenen großvaters fortuni machte antoni darauf aufmerksam dass er eine unbekannte heirate dass sophie zwar ein gutes mädchen zu sein scheine dass ihr diese verbindung aber vielleicht allzu gelegen käme er solle doch wenigstens noch ein jahr warten sie heirateten in der pinot basilika und verbrachten ihren dreitägigen honigmond im seebad montgat am morgen vor der abreise fragte der hutmacher senior molins im vertrauen wie er in den geheimnissen des schlafzimmers vorzugehen habe sarkastisch sagte molins er solle doch die nachbarn sagten beim betreten des hauses habe sophie geweint jahre später schwor die vicenteta dass sophie ihr gesagt hatte der hutmacher habe sie mit keinem finger angerührt und als sie ihn habe verführen wollen habe er sie eine hure geschimpft und sich von ihr abgewandt sechs monate später verkündete sophie sie trage ein kind unter dem herzen das kind eines anderen mannes antoni fortuni hatte unzählige male gesehen wie sein eigener vater die mutter geschlagen hatte und tat was ihm angemessen schien er hielt erst inne als er annehmen musste eine einzige weitere berührung brächte sie um dennoch weigerte sich sophie die identität des vaters ihrer leibes frucht preiszugeben mit der ihm eigenen logik dachte antoni fortuni es handele sich um den teufel denn das konnte einzig ein kind der sünde sein und die sünde hatte nur einen namen der böse in der überzeugung in seinem heim und zwischen den schenkeln seiner frau habe sich die sünde eingenistet hängte der hutmacher allenthalben kruzifixe auf an den wänden an den türen sämtlicher räume und an der deckel als er auch das zimmer in das er sophie verband hatte mit kreuzen spickte sich um und ohrfeigte sie eine hure wie alle anderen rief er und warf sie nachdem sein lederriemen sie beinahe gehäutet hatte mit fußtritten auf den treppenabsatz hinaus als er am nächsten tag die wohnungstür öffnete um in den hutladen hinunter zu gehen lag sophie immer noch dort blutverkrustet und zittern vor kälte die ärzte konnten die brüche an der rechten hand nie den sie julian nennen würde zur erinnerung an den vater den sie wie alles im leben zu früh verloren hatte zuerst wollte fortuny sie aus dem haus werfen doch dann dachte er der skandal wäre dem geschäft abträglich niemand würde hüte bei einem mann kaufen der im ruch eines gehörnten stand das wäre widersinnig sophie musste ein dunkles kaltes zimmer im hinteren teil der wohnung beziehen dort brachte sie mit der hilfe zweier nachbarinnen ihren sohn zur welt die ersten monate waren für beide schwierig antoni fortuny hatte beschlossen seine frau zum dienst mädchen zu erniedrigen bett und tisch teilten sie nicht mehr und nur selten wechselten sie ein wort das nicht der entscheidung häuslicher angelegenheiten galt antoni fortuny ließe sich zur gewohnheit werden bis tief in die nacht bemühte er sich in seinem herzen liebe für diesen jungen mit dem tiefen blick zu wecken der sich mit vorliebe über alles lustig machte und schatten erfand wo es keine gab trotz seines bemühens empfand er den kleinen julian nicht als kind seines blutes noch erkannte er sich in ihm wieder mit der zeit gab der hutmacher jede hoffnung auf diesen burschen für ein ordentliches leben formen zu können das war kein fortuni und würde nie einer werden mit dem argument er langweile sich in der schule brachte julian all seine hefte vollgekritzelt mit ungeheuerlichen wesen geflügelten schlangen und lebenden häusern zurück die gehen konnten und die unvorsichtigen verschluckten schon damals war offensichtlich dass ihn fantasie und erfindung unendlich viel mehr interessierten als die alltagswirklichkeit um ihn herum von allen Enttäuschungen die antoni fortuni in seinem leben hortete schmerzte ihn keine so sehr wie dieser sohn den ihm der teufel geschickt hatte um ihn zum besten zu halten mit zehn jahren verkündete julian er wolle maler werden wie velasquez mit zwölf jahren gab julian die träume von prado zugunsten einer sehr viel verderblicheren lasters auf er hatte die leihbibliothek in der calle del carmen entdeckt und suchte in jeder rast die ihm der vater im hutladen gewährte das heiligtum der bücher auf um bändeweise romane poesie und geschichte zu verschlingen oft wälzte sich antoni fortuni vor wut und frustration im bett hin und her und fand keinen schlaf im grunde seines herzens liebte er diesen jungen sagte er sich und er liebte auch wenn sie es nicht verdiente ebenfalls die nutte die ihn vom ersten tag an betrogen hatte er liebte beide von ganzer seele aber auf seine weise und die war die richtige während antoni fortuni in gewissens bissen und kümmernis zerfloss erloch sophie langsam auf der anderen seite der wand und sah ihr leben in einem strudel von betrug verlassenheit und schuld schiffbruch erleiden sie liebte den mann nicht dem sie diente aber sie fühlte sich ihm zugehörig und die möglichkeit ihn zu verlassen und mit ihrem sohn anderswo hin zu gehen schien ihr undenkbar so ließ die familie fortuni die jahre verstreichen brachte ihre herzen und seelen zum verstummen bis sie alle vor lauter schweigen die worte vergessen hatten um ihre wirklichen gefühle auszudrücken und einander zu fremden wurden die unter ein und dem selben dach zusammen lebten ich war erst nach halb drei wieder in der Buchhandlung als ich eintrat warf mir Fermin vom oberen Ende einer Leiter einen sarkastischen Blick zu wie freue ich mich sie zu sehen wir dachten schon sie seien nach Amerika gefahren um dort ihr Glück zu machen Daniel war mein Vater böse auf mich Fermin schüttelte den Kopf während er katzenflink die Leiter herunter glitt keine Spur zudem hat er sich sehr gefreut als er sah dass sie sich eine Freundin zugelegt haben was Fermin blinzelte und leckte sich die Lippen oh sie Spitzbube und das haben sie einfach so für sich behalten was für ein Mädchen um den Verkehr zum Erliegen zu bringen und sowas von elegant ich sage ihnen wenn ich mein Herz nicht an die Bananada verloren hätte ich habe ihnen noch nicht einmal erzählt wie das neulich war mit dem Nachmittagscafé da haben die Funken gesprüht sage ich ihnen die Funken als wärs das Feuerwerk zum Sonnenwind fest Fermin unterbrach ich ihnen wovon zum Teufel reden sie nun heute Mittag vor einer Stunde oder anderthalb ist eine klasse Senorita in den Laden gekommen und hat nach ihnen gefragt sie hat so beiläufig gelächelt sie wissen schon und gesagt sie erwartet sie am Freitag Nachmittag bea murmelte ich sie ist nicht meine Freundin sie ist die Schwester von Thomas Aguilar von ihrem Freund dem Erfinder ich nickte sie sieht fantastisch aus ich an ihrer Stelle würde mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen bea hat schon einen Freund einen Leutnant der dient Fermin seufzte irritiert die Armee Gebrechen und Bollwerk der Affenzunft desto besser so können sie ihm ohne Gewissens Bisse Hörner aufsetzen ach sie spinnen Fermin bea wird ihn heiraten sobald er den Militärdienst zu Ende gebracht hat er lächelte mir verschmitzt zu die sah nicht so aus als heirate sie einen Kommiss Kopf ach nein und wie sah sie denn dann aus Fermin trat mit vertraulicher Miene näher wie eine femme fatale er zog geheimnisvoll die braunen in die höhe und damit das klar ist das meine ich als kompliment ich gab mich besiegt und spielte den ballern ihn zurück wenn wir schon bei femme fatale sind erzählen sie mir von der bernada ist geküsst worden oder nicht diese frau ist ein vulkan ein vulkan kurz vor dem ausbruch mit einer libido wie feuriges magma und dem küsschen auf die wange begnügt ich hab's doch nicht eilig wissen sie gut ding will weile haben sie sollen mein zeuge sein dass ich die bernada wenn ich zur ehrbaren das ist sie schon so doch zumindest zur glücklichen frau machen werde diese frau überschütte ich mit glück und sei es das letzte was ich auf dieser welt unternehme ehrenwort mit ritterlichem ernst reichte er mir die hand ich ergriff sie ehrenwort von fermin romero de torres der nachmittag im laden verlief gemächlich es erschienen kaum ein paar neugierige angesichts dessen empfahl ich fermin den rest des tages freizumachen holen sie doch die bernada ab und gehen sie mit ihr ins kino oder arm in arm in der calle puerta ferrisa schaufenster anschauen das macht dir spaß er zögerte nicht mich beim wort zu nehmen und ging sich im hinterraum herausputzen als er wieder nach vorn kam sah er aus wie ein galan aus einem liebesfilm nur mit 30 kilo weniger um die knochen übrigens fermin bevor sie gehen ich wollte sie noch um ein gefallen bitten schon gewährt sie befehlen ich bin da um zu gehorchen ich möchte sie aber darum bitten dass es unter uns bleibt kein Wort zu meinem vater er lachte von ohr zu ohr oh sie spitzbube es hat etwas mit diesem duften mädchen zu tun oder nein nein es geht um eine angelegenheit von ermittlung und intrige ihr gebiet also nun ein klein wenig verstehe ich auch von jungen mädchen ich sage ihm das falls sie eines tages eine technische anfrage haben sie wissen schon in allem vertrauen da bin ich das postfach mit der nummer 2321 im hauptpostamt in der wehe laetana gehört und wenn möglich wer die post dort abholt glauben sie sie können dieses schwierige problem für mich lösen er schrieb sich die nummer mit kugelschreiber unter den strumpf auf den rist das ist kinderleicht mir leistet kein öffentlicher organismus widerstand geben sie mir ein paar tage und ich liefere ihnen einen umfassenden bericht ich verabschiedete ihn mit einem militärischen gruß und sah ihn würdevoll davonschreiten keine fünf minuten später hörte ich die türglocke und schaute von meinen zahlen und korrekturen auf ein mann in grauem mantel und mit filzhut war eingetreten er hatte einen schmalen schnurrbart und blaue glasige augen sein verkäufer lächeln war falsch und gezwungen der besucher bot mir sein schmieriges lächeln während er aufs gerate wohl einen band von einem stoß nahm der neben dem eingang darauf wartete eingeordnet und geschätzt zu werden alles an ihm strahlte verachtung für das aus was er sah eine menge buchstaben was sagte er das ist ein buch die haben immer ziemlich viele buchstaben kann ich ihnen irgendwie behilflich sein mein her mit übellaunigem nicken legte er das buch auf den stapel zurück und ignorierte die frage was ich immer sage lesen ist für leute die viel zeit und nichts zu tun haben wie die frauen wer zu tun hat hat keine zeit für märchen im leben gilt es hart zu schuften finden sie nicht auch das ist eine meinung suchen sie etwas bestimmtes das ist keine meinung das ist eine tatsache genau das ist das problem in diesem land dass die leute nicht arbeiten wollen es gibt viele herumtreiber finden sie nicht auch ich weiß es nicht mein herr vielleicht hier verkaufen wir nur bücher wie sie sehen der man trat dichter an den ladentisch er sah düster und aufbrausend aus wie ein fluch im sonntags anzug wenn sie mir sagen wollen womit ich ihnen dienen kann ich bin es eher der gekommen ist um ihnen einen dienst zu erweisen sie sind der inhaber dieses ladens nein der inhaber ist mein vater der grund meines besuchs eines höflichkeits besuchs ist es ihnen mitzuteilen dass mir zu ohren gekommen ist dass sie beide mit anrüchigen leuten umgang pflegen insbesondere mit invertierten und bösewichten ich schaute ihn verdutzt an wie bitte er bohrte seinen blick in meinen ich rede von schwulen und gaunern sagen sie nicht sie wissen nicht wovon ich spreche ich fürchte ich habe nicht die leiseste ahnung und auch nicht das geringste interesse ihnen weiter zu zu hören er nickte jetzt feindlich und zornig sie werden aber verdammt nochmal müssen ich nehme an sie sind auf dem laufenden über die aktivitäten des bürgers federico flavia don federico ist der uhrmacher des viertels ein vortrefflicher mensch und ich bezweifle sehr dass er ein übeltäter ist ich sprach von schwulen ich weiß genau dass diese schwuchtel in ihrem laden verkehrt vermutlich um liebes romänchen und pornografie zu kaufen und darf ich sie fragen was sie das angeht anstatt zu antworten zog er seine brieftasche hervor und legte sie offen auf den ladentisch ich erkannte einen schmuddeligen polizeilichen dienstausweis mit dem gesicht des mannes als er noch etwas jünger war ich las bis zu den worten chef inspektor franzisco javier fumero al-muniz junger man mir gegenüber haben sie respekt zu zeigen sonst stauche ich sie und ihren vater zusammen dass ihnen die haare ausfallen weil sie bolschewistischen schund verkaufen ist das klar ich wollte eine antwort geben aber die worte waren mir auf den lippen eingefroren aber nun gut es ist nicht dieser warme bruder was mich heute her führt der wird früher oder später auf dem revier landen wie alle seines schlages und dann werde ich ihm schon dampf machen was mir sorge bereitet ist dass mir berichte vorliegen wonach sie einen gemeinen dieb beschäftigen einen schurken der übelsten art ich weiß nicht von dem sie sprechen inspektor fumero lachte sein klebriges lächeln weiß gott welchen namen er sich jetzt zugelegt hat vor jahren hat er sich Wilfredo Camagüe genannt ein astes mambo und hat behauptet voodoo spezialist tanzlehrer von don juan de borbon und geliebter von mata ali zu sein andere male nimmt er namen von botschaftern varieté künstlern oder stierkämpfern an wir haben den überblick schon lange verloren tut mir leid dass ich ihnen nicht helfen kann aber ich kenne niemand namens Wilfredo Camagüe gewiss nicht aber sie wissen wen ich meine nicht wahr nein erzählen sie mir keinen scheiß wenn es mich ankommt gebe ich ihnen einen in die fresse und mache die bude dicht hier kapiert aber heute bin ich gut gestimmt also lasse ich sie mit der warnung allein er wandte sich mit seinem widerlichen lächeln zur tür wir werden uns wieder sehen und sagen sie ihrem freund inspector fumero habe ihn im auge und lasse ihn herzlich grüßen der besuch des unseligen inspektors und der nachhall seiner worte vergifteten mir den nachmittag nachdem ich eine viertelstunde mit verknoteten eingeweiden hinter dem ladentisch hin und her getigert war schloss ich die buchhandlung vorzeitig trat auf die straße hinaus und ging ziellos umher ich brachte die andeutungen und drohungen dieses fragte mich ob ich meinem vater und fermin von diesem besuch erzählen musste aber vermutlich war genau das die absicht fumeros gewesen zweifel angst und unsicherheit unter uns zu säen nachdem ich mir lange den kopf darüber zerbrochen hatte dachte ich am besten versiegle ich die episode in einem winkel meines gedächtnisses und denke nicht mehr an das was sie mit sich bringen mochte auf dem heimweg kam mich an der uhrmacherei des viertels vorbei durchs schaufenster sah ich don federico hinter seinem tisch sitzen und mich hereinwinken er war ein leutseliger stets gut aufgelegter man mich schauerte bei dem gedanken dass er auf inspektor fumeros schwarzer liste stand und ich fragte mich ob ich ihn wohl warnen sollte ratlos trat ich in den laden wie geht's daniel du machst ja ein merkwürdiges gesicht schlechter tag wie läuft's denn so don federico wie geschmiert die uhren werden immer schlechter und ich komme mit der arbeit nicht mehr nach wenn das so weiter geht werde ich ein gehilfen einstellen müssen dein freund der erfinder hätte der kein interesse sicher hätte er eine geschickte hand dafür ich konnte mir unschwer ausmalen was tomas aguilas vater von der aussicht hielte dass sein sohn eine beschäftigung bei don federico annähme der offiziellen tunte des viertels ich werde es ihm sagen übrigens daniel da ist der wecker den mir dein vater vor zwei wochen gebracht hat ich weiß auch nicht was er damit angestellt hat aber er würde besser einen neuen kaufen als den da reparieren zu lassen ich hätte da einen radiant zu einem sehr guten preis für ihn wenn du willst kannst du ihn gleich mitnehmen er soll ihn ausprobieren als er mir den wecker aushändigte sah mich der uhrmacher aufmerksam an und zog die braun in die höhe es ist bestimmt nichts los daniel wirklich nur ein schlechter tag ich lächelte und nickte wieder es ist nichts don federico passen sie auf sich auf du auch auf dich daniel als ich zu mein vater auf dem sofa die zeitung auf der brust ich stellte den wecker mit der notiz von don federico du sollst den alten wegwerfen auf den tisch und glitt still in mein zimmer legte mich im halbdunkel aufs bett und schlief beim gedanken an den inspektor an fermin und den uhrmacher ein als ich erwachte war es schon zwei uhr früh ich versuchte das bild des polizisten aus meinen gedanken zu verdrängen und wieder einzuschlafen aber daran war nicht zu denken ich knipse das licht an um den umschlag des briefes an julian carrax zu studieren den ich doña aurora am morgen unterschlagen hatte und noch in der jacket tasche trug der stempel kaum noch ein schatten war vom 18. oktober 1919 auf der verschlussklappe war der absender zu lesen penelope aldaia avenida del tibidabo 32 barcelona ich öffnete den umschlag und zog den brief heraus ich strich ihn auf dem tisch glatt und las ihn atemlos lieber julian heute morgen habe ich von jorge erfahren dass du barcelona wirklich verlassen und dich aufgemacht hast deine träume zu suchen ich habe immer befürchtet dass du durch diese träume weder mir noch sonst jemandem gehören würdest gern hätte ich dich ein letztes mal gesehen dir in die augen geschaut und dir die dinge gesagt die ich dir in einem brief nicht erzählen kann nichts ist so eingetreten wie wir es geplant hatten ich weiß dass du mich hassen wirst weil ich nicht dort war wie versprochen dass du glauben wirst ich hätte dich versetzt ich hätte keinen mut gehabt so oft habe ich mir dich vorgestellt allein in diesem zug überzeugt ich hätte dich betrogen viele male habe ich versucht dich durch michael zu finden aber er sagte mir du willst nichts mehr von mir wissen was für lügen hat man dir aufgetischt julian was hat man dir von mir erzählt warum hast du ihnen geglaubt jetzt weiß ich endlich dass ich dich verloren habe dass ich alles verloren habe aber trotzdem kann ich nicht zulassen dass du für immer gehst und mich vergisst ohne zu wissen dass ich dich vom ersten tag an geliebt habe und ich noch immer liebe jetzt mehr denn je ob es dir gefällt oder nicht ich schreibe dir heimlich ohne dass es jemand weiß hat geschworen dass er dich umbringt wenn er dich noch einmal sieht man lässt mich nicht mehr aus dem haus nicht einmal mehr ans fenster ich glaube man wird mir nie verzeihen eine vertrauensperson hat mir versprochen dir diesen brief zu schicken ich nenne ihren namen nicht um sie nicht zu kompromittieren ich weiß nicht ob dich meine worte erreichen werden aber wenn es so sein und du dich entschließen solltest mich zu holen wirst du hier den weg finden es zu tun es gibt so vieles was ich dir nicht erzählen kann julian dinge die wir nie gewusst haben und die du besser nie erfährst ich wünsche mir nichts sehnlicher auf der welt als dass du glücklich bist julian dass alles was du erstrebst wirklichkeit wird und dass du auch wenn du mich mit der zeit vergisst eines tages verstehen kannst wie sehr ich dich geliebt habe auf immer penelope nachdem ich versunken in den brief und die stimme die ich darin zu spüren meinte für den rest der nacht kein auge mehr zugetan hatte zog ich mich leise an legte meinem vater eine notiz auf die kommode in der diele ich müsse einige besorgungen erledigen und sei um halb zehn zurück in der buchhandlung und verließ im morgengrauen das haus aus dem treppenschacht der u-bahn strömte lauer kupfern schimmernder dampf an einem schalter kaufte ich eine fahrkarte zur haltestelle tibidabo als ich wieder auf die straße trat glaubte ich ein anderes barcelona zu entdecken es dämmerte und ein purpur streifen teilte die wolken und bestrich die fassaden der kleinen paläste und herrschaftlichen häuser beiderseits der avenida del tibidabo träge kroch die blaue straßenbahn zwischen dünsten bergauf ich rannte hinter ihr her und konnte mich unter dem gestrengen blick des schaffen das gerade noch auf die hintere plattform schwingen im schritttempo fuhr die trambahn die baumallee bergan und man sah über die mauern hinweg schlossähnliche villen in gärten liegen die ich mir voller statuen brunnen stallungen und verschwiegener kapellen vorstellte ich stand auf der einen seite der plattform und erkannte zwischen den bäumen die silhouette des turms von el frare blanc als ich die bahn der ecke roman macaya näherte verlangsamte sie ihre fahrt bis sie beinahe ganz zum stehen kam ich sprang ab der wohnsitz der familie aldaia lag auf der anderen seite der kreuzung ein schmiedeeisernes portal voller efeu und laub bewachte ihn ich versuchte hinein zu sehen aber als einziges erspähte ich büschelweise wilde kräuter und umrisse von etwas was mir wie ein brunnen oder ein teich erschien aus dem eine ausgestreckte hand zum himmel empor zeigte erst nach einigen augenblicken begriff ich dass es eine hand aus stein war und dass es im brunnen verborgen noch mehr gliedmaßen und formen gab die ich nicht sehen konnte noch weiter entfernt erahnte man zwischen den unkrautschleiern hindurch eine zersprungene schutt und laub bedeckte marmortreppe glück und glanz der aldaias hatten sich vor langer zeit gewendet dieser ort war ein grab ich trat ein paar schritte zurück und ging um die ecke um einen blick auf den südflügel des hauses zu werfen von hier aus sah man den einen turm des kleinen palastes deutlicher in diesem moment erblickte ich aus dem augenwinkel die gestalt eines hungrig aussehenden mannes in blauem arbeitskittel der mit einem groben besen das laub auf dem bürgersteig aufscheuchte er beobachtete mich ein wenig argwöhnisch und ich vermutete in ihm den partner eines der angrenzenden anwesen ich lächelte ihm zu wie es nur jemand kann der viele stunden hinter einem ladentisch verbracht hat ein schönen guten morgen sagte ich herzlich wissen sie ob das haus der aldaias schon lange verschlossen ist ich wühlte in den taschen um ihn mir mit irgendetwas geneigt zu machen mindestens 20 oder 25 jahre sagte der pförtner sie haben nicht vielleicht eine ahnung was aus der familie aldaia geworden ist oder nun sie wissen ja wohl dass sie in der zeit der republik viel geld verloren haben ich glaube der ältere sohn koche ist ins ausland gegangen nach nach argentinien offenbar hatten sie dort fabriken leute mit sehr viel geld die fallen immer wieder auf die füße sie haben nicht vielleicht ein zigarettchen dann tut mir leid aber ich kann ihnen ein zitronenbonbon anbieten das erwiesenermaßen genauso viel nikotin hat wie eine monte cristo und dazu eine unmenge vitamine ungläubig runzelte der pförtner die stirn aber er nickte ich reichte ihm das zitronenbonbon das mir fermin vor einer ewigkeit gegeben und das ich im futter meiner tasche entdeckt hatte ich hoffte es wäre noch nicht verdorben schmeckt gut urteilte der pförtner während er nach kräften an dem gummigen bonbon lutschte sie kauen den stolz der nationalen süßwarenindustrie der generalismus schluckt sie wie zuckermandeln und sagen sie haben sie je von der aldaia tochter gehört von penelope er stützte sich auf den besen ich glaube sie irren sich die aldaias hatten keine töchter es waren alles jungen sind sie da sicher ich weiß dass damals im jahr 19 in diesem haus ein junges mädchen namens penelope aldaia gewohnt hat wahrscheinlich die schwester dieses horche nun könnte schon sein aber ich bin erst seit anno 20 da und wem gehört das haus jetzt so viel ich weiß ist es noch zum verkauf ausgeschrieben wieder zu hause sah ich dass fermin oder mein vater die buchhandlung schon geöffnet hatte ich betrat den laden von der eingangshalle des hauses aus durch den hinterraum wo ich den kittel aus meinem schrank nahm mit dem ich die kleider vor dem staub von kisten und regalen zu schützen pflegte hinten im schrank verwahrte ich eine blechdose mit allerlei unnützem kram von dem ich mich nicht trennen konnte unrettbar beschädigte uhren und federhalter alte münzen und verblasste miniaturen mitten darin lag der zeitungsfetzen auf den mir isaac montfort in der nacht in der ich den friedhof der vergessenen bücher aufgesucht hatte um der schatten des windes zu verstecken die adresse seiner tochter nur ja geschrieben hatte ich steckte ihn in meinen geldbeutel und schloss die dose mit einem guten morgen trat ich in den laden fermin war mit dem sortieren mehrerer kisten befasst die von einem sammler aus salamanca gekommen waren und mein vater mühte sich damit ab einen deutschen katalog von lutherschriften zu entziffern ich machte mich an die allmonatliche unannehmlichkeit die buchhaltung ajour zu bringen quittungen und lieferscheine außenstände und zahlungen gegeneinander zu halten die ladentür stand offen und ein süßer duft nach frisch gebackenem brot und kaffee drang herein nach einer weile blieb unsere nachbarin merceditas die vom einkaufen auf dem boccaria mark zurückkam vor unserem schaufenster stehen und schaute zur tür herein morgen senor senpere flötete sie errötend lächelte ihr mein vater zu ich hatte immer den eindruck die merceditas gefiel ihm aber sein kalteuser ethos erlegte ihm ein eisernes schweigen auf fermin betrachtete sie aus dem augenwinkel und verfolgte das sanfte wiegen ihrer hüften als wäre eben ein baiser zur tür herein gekommen die merceditas griff eben in eine papiertüte und beschenkte uns mit drei glänzenden äpfeln als von der straße empürtes gezeter hereindrang gleich darauf erschien donanacleto olmo nachbar und gymnasiallehrer mit kummerpurpurnem gesicht seine hände am elfenbeinstock zitterten ein wenig neugierig starten wir ihn alle vier an was ist denn donanacleto? fragte mein vater donanacleto holte tief atem gestern abend nach mitternacht bereits ist unser geschätzter nachbar don federico flavia ipujades von den staatlichen sicherheitskräften inhaftiert worden ich spürte wie mir das herz in die hose rutschte donanacleto holte abermals luft und fuhr fort anscheinend haben nach einer schilderung aus glaubhafter quelle zwei mitglieder der kriminalpolizei in zivil gestern kurz nach mitternacht don federico dabei ertappt wie er als matrone verkleidet auf der bühne einer kascheme in der calle escudillers vor einem offenbar aus geistesschwachen bestehenden publikum couplets mit pikantem text intonierte diese elenden geschöpfe die am selben abend aus dem armen haus eines religiösen ordens entwischt waren hatten sich im taumel des spektakels die hose heruntergelassen um schamlos und händeklatschend mit aufgerichteten nachtschattengewächs und geiferndem maul zu schwurfen bei dieser schlüpfrigen wendung die die schilderung genommen hatte bekreuzigte sich die merceditas erschrocken die beiden polizisten haben den armen don federico von der bühne heruntergeprügelt und aufs revier in der via laetana mitgenommen unter anderen umständen wäre es mit ein wenig glück bei einem scherz und vielleicht zwei ohrfeigen geblieben aber unglücklicherweise war es so dass gestern abend der berühmte inspektor fumero dienst hatte fumero stöhnte fermin den die bloße erwähnung des inspektors erschauern ließ höchstpersönlich ergab dem diensttunenden sergeanten zu verstehen eine solche schweinerei verdiene die höchste strafe und was dem uhrmacher zustehe sei eine nacht im gemeinschaftsgefängnis im untersten kellergeschoss des polizeireviers federico hat die nacht in einer schmutzigen zelle verbracht wo ein chor von luden und messerstechern sich um ihn riss und ihm danach eine mordstracht prügel verpasste grabesstille legte sich über uns die merceditas schluchzte der epilog der geschichte machte nichts besser gegen zehn uhr vormittags hatte ein grauer lieferwagen des polizeipräsidiums don federico vor seiner haustür liegen lassen er war blutüberströmt das kleid hing ihm in fetzen vom leib seine perücke und die ganzen klunker waren verschwunden man hatte ihn angepisst und sein gesicht war mit quetschungen und schnitten übersät der sohn der bäckerin hatte ihn gefunden ein häufchen elend das zitternd im hauseingang kauerte das gibt's doch nicht mein gott sagte die merceditas in der tür der buchhandlung in weiser entfernung von fermins händen der arme kerl wo er doch ein so herzensguter mensch ist der sich mit keinem anlegt und wenn er sich gern als pharaonin verkleidet und singen geht was ist denn schon dabei die menschen sind einfach böse fermin sie gehen jetzt zu don federico und schauen sie nach ob er was braucht aus der apotheke oder vom markt sagte mein vater jawoll senor sempere auf der stelle dieses land ist in die binsen gegangen sagte don anacleto na los kopf hoch don anacleto versuchte mein vater ihn zu trösten sie werden schon sehen wie don federico wieder auf die füße kommt der ist robuster als wir alle glauben der lehrer schüttelte den kopf das ist wie die gezeiten wissen sie sagte er die barbarei meine ich sie zieht ab und man hält sich für gerettet aber sie kommt immer wieder zurück sie kommt immer wieder zurück er verabschiedete sich und ging bedrückt davon mein vater und ich schauten uns kurz an und wussten nicht was sagen ist was daniel du bist ja ganz weiß ich seufzte und erzählte ihm dann den zwischenfall mit inspektor fumero von neulich abends seine anspielungen beim zuhören schluckte mein vater die wut hinunter das ist meine schuld sagte ich ich hätte etwas sagen sollen er schüttelte den kopf nein du hast es nicht wissen können daniel aber das darfst du nicht einmal denken und kein wort davon zu ferminen weiß gott wie er reagieren würde wenn er erführe dass dieser kerl wieder hinter ihm her ist aber irgendetwas werden wir unternehmen müssen schauen dass er sich möglichst in keine schwierigkeiten bringt ich nickte nicht sehr überzeugt und schickte mich an die von fermin begonnene arbeit weiter zu führen während mein vater zu seinem luther katalog zurückkehrte wie war es denn gestern mit professor velasquez alles gut gegangen fragte er um endlich das thema zu wechseln ja er hat sich über die bücher gefreut er hat gesagt er sucht ein buch mit frankobriefen die jugendbriefe aus deuta was hast du ihm denn gesagt dass wir schon dran sind und ihm in höchstens zwei wochen bescheid geben sehr gut wir werden fermin darauf hetzen und es uns von velasquez vergolden lassen wir arbeiteten weiter als wäre es reine routine mein vater schaute mich noch immer an gleich kommt's dachte ich gestern ist ein sehr sympathisches junges mädchen hier gewesen fermin sagt es ist die schwester von thomas aguilar ja übrigens daniel heute wird hier nicht so viel los sein und ich denke vielleicht möchtest du dir den tag frei nehmen außerdem habe ich in letzter zeit das gefühl du arbeitest zu viel und wenn du etwas geld brauchst papa beha ist nicht meine freundin wer spricht denn da von freundinnen wie gesagt ganz wie du willst wenn du was brauchst nimmst die aus der kasse aber hinterlass eine notiz damit fermin keinen schrecken kriegt wenn er kasse macht danach spielte er den zerstreuten und verlor sich mit einem breiten lächeln im hinterzimmer kurze zeit später kam fermin von der wohnung des uhrmachers zurück und teilte uns mit ein kommando von nachbarinnen habe eine dauerwache aufgestellt und pflege den armen don federico bei dem der arzt drei gebrochene rippen mehrfache prellungen und einen rektalriss wie aus dem lehrbuch diagnostiziert habe und er selbst wie geht es ihm beschissen wozu es leugnen allein wenn ich ihn so sehe wie er im bett zusammengeknäuelt da liegt und wimmert er will sterben überfällt mich die lust zu morden das glauben sie gar nicht am liebsten würde ich mich auf der stelle bis an die zähne bewaffnet bei der kripo aufbauen und ein halbes dutzend dieser arschlöcher mit dem stutzen umlegen angefangen bei dieser eiterpustel von fumero immer mit der ruhe fermin ich verbiete ihnen strikte irgendetwas zu unternehmen zu befehl senor sempere es dauerte noch mehrere stunden bis zu meinem rendezvous mit bea im kreuzgang der universität und so beschloss ich bei nuriamont fort mein glück zu versuchen im vertrauen darauf dass sie noch unter der adresse wohnte die mir ihr vater vor langer zeit gegeben hatte die hinter den alten römischen stadtmauern versteckte plaza de san philippe neri ist nur gerade ein luftloch im labyrinth des sträßchen des gotischen viertels die mauern der kirche sind übersät mit einschusslöchern des maschinengewehr feuers aus den tagen des krieges eine junge frau deren haar von silbernen strähnen durchzogen war saß mit einem halb aufgeschlagenen buch in den händen auf einer bank und ließ den blick ins unbestimmte schweifen gemäß meinen angaben wohnte nuriamont fort in einem haus eingangs des platzes ich betrachtete die wabenartigen blechbriefkästen deren inhaber auf verblichenen karton täfelchen zu lesen waren michael moliner und nuriamont fort drittes og 2a im dritten stock angekommen entschied ich mich aufs gerate wohl für die eine tür und klopfte an eine frau in türkisblau wartiert im karo hausmantel und pantoffeln und unter einem helm von lockenwicklern öffnete mir die tür guten tag ich suche senora montfort die nurietta da haben sie sich in der tür geirrt junger mann das ist gegenüber aber die nurietta ist unten und liest haben sie sie nicht gesehen bevor sie rauf gekommen sind wieder auf der straße stellte ich fest dass die frau mit den silbernen haaren und dem buch in den händen noch immer auf der bank saß ich betrachtete sie aufmerksam nuriamont fort war eine mehr als attraktive frau mit einem gesicht für schaufensterpuppen und studioaufnahmen aber ihre jugendlichkeit schien ihr durch den blick ins unbestimmte zu entschwinden in ihrer fragilen wie hingepinselten figur hatte sie etwas von ihrem vater zwar sah das gesicht im zwielicht zehn jahre jünger aus aber aufgrund der silbersträhnen und der züge die sie älter machten schätzte ich sie auf etwas über 40 senora montfort sie schaute mich an als erwachte sie zögernd aus einer trance mein name ist daniel semperi ihr vater hat mir vor einiger zeit ihre adresse gegeben und mir gesagt sie könnten mir vielleicht etwas über julian karaks erzählen da schwand alle verträumtheit aus ihrem gesicht und ich ahnte dass es keine gute idee gewesen war ihren vater zu erwähnen was wollen sie fragte sie argwöhnisch ich spürte dass ich meine chance vertan hatte wenn ich nicht auf der stelle ihr vertrauen gewann die einzige karte die ich ausspielen konnte war die wahrheit zu sagen lassen sie mich erklären vor acht jahren habe ich mehr oder weniger zufällig im friedhof der vergessenen bücher einen roman von julian karaks gefunden den sie dort versteckt hatten damit ihn ein mann der sich als laien coubert ausgibt nicht vernichten konnte sie starrte mich an reglos als fürchtete sie die welt um sie herum breche zusammen wie geht es meinem vater fragte sie meinen blick ausweichend gut etwas älter mittlerweile er vermisst sie sehr sie kommen besser mit nach oben über diese dinge mag ich nicht auf der straße sprechen nur der montfort lebte in schatten die wohnung lag in ewigem halbdunkel zum lesen gehe ich auf die straße hinunter hier in der wohnung gibt es kaum licht mein mann hat mir eine schreibtischlampe versprochen wenn er wieder nach hause kommt ist der mann auf reisen michael ist im gefängnis entschuldigen sie ich wusste nicht sie haben es ja auch nicht wissen können ich schäme mich nicht das zu sagen mein mann ist kein verbrecher dieses letzte mal haben sie ihn mitgenommen weil er für die metallarbeiter gewerkschaft flugblätter gedruckt hat das ist schon zwei jahre her mein vater weiß es nicht und ich möchte nicht dass er es erfährt seien sie unbesorgt von mir wird es nicht erfahren ein gespanntes schweigen trat ein vermutlich sah sie in mir einen spion von isaac es ist bestimmt hart die wohnung allein zu tragen sagte ich ungeschickt um die leere zu füllen es ist nicht leicht ich versuche es so gut ich kann mit übersetzungen aber wenn man einen mann im gefängnis hat reicht das nicht weit die anwälte haben mich bluten lassen und ich stecke bis zum hals in schulden übersetzen trägt fast so wenig ein wie schreiben sie schaute mich an als erwarte sie eine antwort ich lächelte nur sie gleichen ein wenig julian sagte sie plötzlich wie sie schauen und sich bewegen er hat es genauso gemacht er hat geschwiegen und mich angeschaut ohne dass ich wissen konnte was er dachte und dann habe ich ihm wie ein dummchen dinge erzählt die ich besser für mich behalten hätte darf ich ihnen etwas anbieten ein milchkaffee nein danke machen sie sich bitte keine mühe das ist keine mühe ich wollte sowieso einen für mich machen sie ging in eine ecke des esszimmers wo sich eine elektrische kochplatte befand machen sie sich bequem sagte sie und wandte mir den rücken zu ich schaute mich um und fragte mich wie nur ja monforts arbeitsplatz bestand aus einem schreibtisch der die ecke beim balkon einnahm eine underwood schreibmaschine stand neben einer petrolium lampe und unter einem regal voller wörter bücher und nachschlagewerke es gab keine familienfotos aber die wand vor dem schreibtisch war mit postkarten tapeziert alles bilder einer brücke die ich irgendwo gesehen zu haben glaubte ohne sie identifizieren zu können vielleicht paris oder rom vor diesem wandschmuck strahlte der schreibtisch eine fast zwanghafte sauberkeit und akkuratesse aus die bleistifte waren gespitzt und perfekt aufgereiht die papiere und mappen in drei symmetrischen reihen angeordnet als ich mich umdrehte sah ich dass mich nur der monfort von der schwelle des ganges aus beobachtete schweigend wie man auf der straße oder in der u-bahn unbekannte anschaut sie steckte sich eine zigarette an ohne sich von der stelle zu rühren das gesicht in blaue rauchschwaden gehüllt es gibt nicht viel zu erzählen begann sie ich habe julian vor über 20 jahren in paris kennengelernt damals habe ich für den verlag capistani gearbeitet senor capistani hatte für einen pappenstil die rechte an julians romanen gekauft zu meinen aufgaben gehörte es die korrespondenz mit ausländischen autoren und verlegern zu führen mit denen der verlag in beziehung stand und so bin ich auch mit julian carrax in verbindung getreten ihr vater hat mir erzählt sie beide seien gute freunde gewesen mein vater hat ihnen bestimmt gesagt wir hätten ein abenteuer gehabt oder so nicht wahr hören sie nicht auf ihn mein vater ist auf diese idee gekommen als ich im jahr 33 nach paris reisen musste um für capistani bei galima ein paar dinge zu regeln ich war eine woche in der stadt und wohnte bei julian und zwar aus dem einfachen grund weil capistani die hotelkosten sparen wollte hat julian in etwas über sein leben in paris erzählt nein er hat nicht gerne über seine bücher oder sich selbst gesprochen er hat nicht gerade glücklich gewirkt in paris allerdings hatte ich den eindruck er gehörte zu den menschen die nirgends glücklich werden können im grunde habe ich ihn nie ganz kennengelernt das hat er nicht zugelassen ich hatte das gefühl die welt und die leute interessierten ihn nicht mehr capistani hat ihn für sehr schüchtern und ein wenig verrückt gehalten aber ich hatte das gefühl er hat in der vergangenheit gelebt eingeschlossen in seinen erinnerungen ganz für sich für seine bücher und in ihnen drin wie ein luxus gefangener sie sagen das als beneideten sie ihn es gibt schlimmere gefängnisse als worte daniel ich nickte ohne genau zu wissen was sie meinte hat julian einmal über diese erinnerungen gesprochen über seine jahre in barthelona sehr selten in der woche in der ich in paris bei ihm war hatte mir ein wenig von seiner familie erzählt seine mutter war französin musiklehrerin sein vater hatte einen hutladen oder sowas ich weiß dass sie sich auf den tod nicht ausstehen konnten tatsächlich ging rolyan nach paris damit ihn sein vater nicht in die armee stecken konnte seine mutter hatte ihm versprochen bevor es soweit komme werde sie ihn weit weg von diesem mann bringen einmal hatte mir gestanden seine mutter habe vor der heirat ein abenteuer mit einem unbekannten gehabt dessen namen sie nie habe preis geben wollen dieser mann war julians richtiger vater das klingt wie der beginn von der schatten des windes glauben sie er hat ihnen die wahrheit gesagt sie nickte julian hat mir erzählt er sei damit groß geworden wie der hutmacher so hat er ihn immer genannt seine mutter beschimpft und geschlagen hat dann kam er in julians zimmer um ihm zu sagen er sei ein kind der sünde und er habe den schwachen elenden charakter seiner mutter geerbt und werde sein leben lang ein hunger leider sein und bei allem scheitern was er in die hand nehme so etwas vergisst man nie die worte die das herz eines kindes vergiften sei es aus gemeinheit oder ignoranz bleiben im gedächtnis haften und verbrennen einem über kurz oder lang die seele ich fragte mich ob sie aus eigener erfahrung sprach und wieder kam mir das bild meines freundes thomas aguilar in den sinn der sich stoisch die tiraden seines edlen papas anhörte wie alt war julian damals acht oder zehn jahre denke ich sobald er alt genug war dass er in die armee hätte eintreten können hat ihn seine mutter nach paris mitgenommen ich glaube sie haben nicht einmal auf wiedersehen gesagt der hutmacher hat nie verstanden dass ihn seine familie verlassen hat haben sie einmal gehört dass julian ein junges mädchen namens penelope erwähnte penelope ich glaub nicht daran müsst ihr mich erinnern sie war eine freundin von ihm als er noch in barcelona wohnte ich zog das foto von kardax und penelope aldaia aus der tasche und gab es ihr ich sah wie sie aufleuchtete als sie den halbwüchsigen julian erblickte die nostalgie der verlusten mussten an ihr nagen wie jung er da war ist das diese penelope ich nickte sehr hübsch julian wusste sich immer mit schönen frauen zu umgeben frauen wie sie dachte ich wissen sie ob er viele wieder dieses lächeln auf meine kosten verlobte freundinnen hatte ich weiß es nicht er sagte er habe nicht das recht jemanden zu lieben er habe es verdient allein zu sein hat er gesagt warum julian hat nie gesagt warum trotzdem wollte er am ende heiraten kurz vor seiner rückkehr nach barcelona im jahr 1936 növal kardax letzter verleger hat kapistani erzählt diese verlobte sei 20 jahre älter gewesen als julian eine vermögende kranke witwe laut növal hatte ihn diese frau jahrelang mehr oder weniger ausgehalten die ärzte gaben ihr noch sechs monate höchstens ein jahr wie növal sagte wollte sie julian heiraten damit er sie beerben könnte soviel ich weiß war kardax in ein duell verwickelt am frühen morgen des tages an dem er heiraten sollte wissen sie mit wem oder warum ich habe die geschichte mit dem duell nie geglaubt was denken sie was ist dann geschehen warum ist kardax nach barcelona zurückgekehrt sie lächelte traurig diese frage stelle ich mir seit 17 jahren alles was ich weiß ist dass im sommer 1936 kurz nach kriegsausbruch ein angestellter des städtischen leichenschauhauses im verlag angerufen und gesagt hat vor drei tagen sei julian kardax leiche bei ihm eingeliefert worden man hatte ihn tot in einer gasse des raval gefunden in lumpen gehüllt und mit einer kugel im herzen er hatte ein buch bei sich der schatten des windes und seinen pass der stempel zeigte dass er einen monat zuvor über die französische grenze gekommen war die polizei hat sich mit seinem vater in verbindung gesetzt aber der wollte nichts mit der leiche zu tun haben und sagte er habe keinen sohn als ich nach zwei tagen niemand nach der leiche erkundigte wurde sie in einem gemeinschaftsgrab auf dem friedhof des montjuic beerdigt der angestellte des leichenschauhauses der das in julians jakett gefundene buch behalten hatte ist nach einigen tagen auf die idee gekommen im verlag capistani anzurufen so habe ich erfahren was geschehen war ich konnte es nicht verstehen wenn julian in barcelona überhaupt noch jemanden hatte zu dem er gehen konnte dann war ich es oder allenfalls capistani wir waren seine einzigen freunde haben sie sonst noch etwas herausgefunden nachdem sie von seinem tod erfahren hatten nein es waren die ersten tage des krieges und julian ist nicht als einziger spurlos verschwunden davon spricht niemand mehr aber es gibt viele namenlose gräber wie seines nachfragen hieß mit dem kopf gegen die wand rennen das einzige was ich erreicht habe war der besuch eines jungen inspektors eines bösen arroganten menschen der mir sagte ich solle besser aufhören fragen zu stellen und mich um eine positivere einstellung bemühen das land befinde sich mitten im bürgerkrieg das waren seine worte er hieß fumero das ist alles was ich noch weiß jetzt ist in den zeitungen ja andauernd die rede von ihm vielleicht haben sie von ihm gehört ich schluckte wage ich habe nie wieder jemanden julian erwähnen hören bis sich ein mann mit dem verlag in verbindung setzte der sämtliche exemplare seiner romane kaufen wollte die noch am lager waren line coubert nur ja monfort nickte haben sie eine idee wer dieser mann war ich habe eine vermutung bin mir aber nicht sicher im märz 1936 daran erinnere ich mich weil wir damals gerade kurz vor der veröffentlichung von der schatten des windes waren rief jemand im verlag an und verlangte julians adresse er sagte er sei ein alter freund von ihm und wolle ihn in paris mit seinem besuch überraschen man hat ihn mit mir verbunden und ich sagte ihm ich sei nicht ermächtigt ihm diese auskunft zu geben hat er gesagt wer er war ein gewisser jorge jorge aldaia möglich julian hatte ihn mehr als einmal erwähnt offenbar waren sie zusammen auf die san gabriel schule gegangen und manchmal hat er in einer art von ihm gesprochen als wäre er sein bester freund gewesen haben sie aldaia julians pariser adresse gegeben nein wer kam mir verdächtig vor etwas schienen sie zu zermürben ich begann zu ahnen wohin uns das gespräch führen würde aber irgendjemand hat wieder von ihm gesprochen nicht wahr sie nickte nervös wie gesagt kurz nach julians verschwinden ist dieser mann im verlag capistani aufgekreuzt damals konnte capistani schon nicht mehr arbeiten und sein ältester sohn hatte die firma übernommen der besucher line coubert erbot sich die ganzen restlichen lagerbestände von julians romanen zu kaufen ich dachte das sei ein geschmackloser witz line coubert war eine figur aus der schatten des windes der teufel sie nickte haben sie line coubert denn überhaupt zu gesicht bekommen sie schüttelte den kopf und zündete sich die dritte zigarette an nein aber ich habe einen teil des gesprächs mit dem sohn in capistanis büro mitgekriegt sie ließ den satz in der luft hängen als hätte sie angst ihn zu vervollständigen oder wüsste nicht wie die zigarette zitterte in ihren händen seine stimme sagte sie es war dieselbe stimme wie die des mannes der unter dem namen jorge aldaia angerufen hatte capistanis sohn ein arroganter dummkopf wollte mehr geld von ihm coubert sagte er müsse darüber nachdenken in derselben nacht ist das lager des verlages in pueblo nuevo niedergebrannt und julians sämtliche bücher außer denen die sie gerettet und im friedhof der vergessenen bücher versteckt haben so ist es haben sie eine idee aus welchem grund jemand alle bücher von julian kardax verbrennen wollte warum werden bücher verbrannt aus dummheit aus ignoranz aus hass was weiß ich ja aber was glauben denn sie insistierte ich julian hat in seinen büchern gelebt die leiche die in der totenhalle landete das war nur ein teil von ihm seine seele ist in seinen geschichten einmal habe ich ihn gefragt wo er die inspiration für seine figuren hernehme und er sagte von niemand alle seine personen seien er selbst wenn ihn also jemand vernichten wollte müsste er diese geschichten und diese personen vernichten nicht wahr wieder zeigte sich dieses mutlose lächeln von niederlage und müdigkeit sie erinnern mich an julian sagte sie bevor er den glauben verlor den glauben woran an alles im halb dunkel trat sie auf mich zu und nahm meine flache hand sie strich mir schweigend darüber als wollte sie die linien auf der haut lesen die hand zitterte unter ihrer berührung ich ertappte mich dabei wie ich im geist unter diesen abgetragenen wie geborgten kleidern die umrisse ihres körpers nachzog unsere blicke hatten sich getroffen und ich war mir sicher sie wusste was ich dachte julian ist allein gestorben in der überzeugung dass sich niemand an ihn und seine bücher erinnern würde und dass sein leben nichts bedeutet hatte sagte sie es hätte ihm Freude gemacht zu wissen dass ihn jemand lebendig erhalten wollte an ihn denken würde er hat immer gesagt wir existieren solange sich jemand an uns erinnert es ist spät geworden für sie daniel sie begleitete mich zur tür der gang erschien mir ewig sie machte auf und ich trat auf den treppenabsatz hinaus wenn sie meinen vater sehen sagen sie ihm es geht mir gut belügen sie ihn sie legte mir die hand auf die arme beugte sich zu mir hin und küßte mich auf die backe wir schauten uns schweigend an und diesmal wagte ich ihre lippen zu suchen beinahe zitternd mir schien sie öffneten sich ein wenig und ihre finger tasteten nach meinem gesicht im letzten moment im letzten moment zog sie sich zurück und senkte die augen ich glaube es ist besser sie gehen daniel flüsterte sie ich hatte das gefühl sie würde gleich weinen und noch bevor ich etwas sagen konnte schloss sie die tür die fassade der universität tauchte vor mir auf wie ein in der nacht gestrandetes ockerfarbenes schiff das echo meiner schritte begleitete mich durch die gänge und galerien die zum kreuzgang führten wo das halb dunkel von zwei verschämten gelblichen leuchten kaum beeinträchtigt wurde da war sie ich stellte fest dass bea weder mappe noch bücher bei sich hatte und dachte vielleicht habe sie an diesem nachmittag gar keine vorlesung gehabt sondern sei eigens meinetwegen hergekommen ich trat in den kreuzgang meine schritte auf dem pflasterstein verrieten mich und bea schaute mit überraschtem lächeln auf als wäre ich rein zufällig hier ich dachte du würdest nicht kommen sagte sie das habe ich von dir auch gedacht ich bin gekommen weil ich dir beweisen will dass du dich geirrt hast in dem was du neulich gesagt hast daniel und dass ich pablo heiraten werde und dass es keine rolle spielt was du mir heute abend zeigen wirst ich werde mit ihm nach elferoll gehen sobald er mit dem militärdienst fertig ist ich schaute sie an mir wurde klar dass ich zwei tage lang auf wolken geschwebt hatte und dass mir jetzt die welt entglitt und ich dachte du bist gekommen weil du mich sehen wolltest ich lächelte kraftlos und sah wie sie vor unbehagen errötete das habe ich bloß so gesagt log ich aber ernst gemeint habe ich dass ich dir eine seite der stadt zeigen will die du noch nicht kennst so wirst du dich wenigstens an mich oder an barcelona erinnern wenn du weggegangen bist sie lächelte ein wenig traurig und wich meinen blick aus ich wäre beinahe ins kino gegangen weißt du um dich heute nicht zu sehen sagte sie warum das denn sie schaute mich schweigend an dann zuckte sie die schultern und schaute in die höhe als wollte sie worte im flug erhaschen weil ich angst hatte dass du vielleicht recht hast sagte sie schließlich die zunehmende dunkelheit und das schweigen das fremde miteinander verbindet die allein sind schützten uns und ich fühlte mich stark genug jede verrücktheit zu sagen und sei es zum letzten mal liebst du ihn oder nicht ihr lächeln löste sich auf das geht dich nichts an stimmt das geht nur dich etwas an ihr blick wurde kalt was kann es dich denn interessieren das geht dich nichts an sie lächelte nicht ihre lippen zitterten die leute die mich kennen wissen dass ich pablo schätze meine familie und aber ich bin ja fast ein fremder unterbrach ich sie und ich möchte es von dir hören was hören dass du ihn wirklich liebst dass du ihn nicht einfach heiratest um von zuhause weg zu kommen oder um weit weg von barcelona und einer familie zu sein dass du gehst und nicht fließt in ihren augen glänzten tränen der wut du hast kein recht mir so etwas zu sagen du kennst mich nicht sag mir dass ich mich irre und ich werde gehen liebst du ihn wir schauten uns lange schweigend an ich weiß es nicht flüsterte sie schließlich ich weiß es nicht irgendjemand hat mal gesagt in dem moment wo man sich damit aufhält darüber nachzudenken ob man jemanden liebt hat man schon für immer aufgehört ihn zu lieben wer hat das gesagt ein gewisser Julian Carax ein freund von dir du ähnlich den wirst du mir vorstellen müssen heute abend wenn du willst wir verließen die universität unter einem blau schwarz gefleckten himmel und spazierten ohne bestimmte richtung dahin eher um uns gegenseitig an unseren schritt zu gewöhnen als um irgendwo hin zu gelangen sie lachte nervös ich weiß auch nicht was in mich gefahren ist sei nicht gekränkt aber manchmal fühlt man sich freier mit einem fremden zu sprechen als mit jemandem den man kennt wie kommt das bloß ich zuckte die achseln wahrscheinlich weil uns ein fremder sieht wie wir sind und nicht wie er glauben will dass wir sind ist das auch von deinem freund Carax nein das hab ich grad erfunden um dich zu beeindrucken und wie siehst du mich als ein geheimnis das ist das merkwürdigste kompliment das man denn je gemacht hat das ist kein kompliment das ist eine drohung wieso das denn geheimnisse muss man ergründen herausfinden was sich hinter ihnen verbirgt wir traten in ein altes café beim poliorama theater setzten uns an einen fenstertisch und bestellten milchkaffee um uns aufzuwärmen was willst du mir also heute zeigen was ich noch nicht kenne verschiedenes was ich dir aber wirklich zeigen werde gehört zu einer geschichte hast du mir nicht neulich gesagt dass du gern liest sie nickte und zog erwartungsvoll die braunen in die höhe also das ist eine geschichte die von büchern handelt von büchern von verfluchten büchern von dem mann der sie geschrieben hat von jemandem der aus den seiten eines romans entwischt ist um ihn zu verbrennen von einem verrat und einer verlorenen freundschaft es ist eine geschichte von liebe hass und den träumen die im schatten des windes hausen es ist eine wahre geschichte und wie alle wahren geschichten beginnt und endet sie auf einem friedhof aber nicht einem friedhof wie du ihn dir vorstellst sie lächelte wie ein kind dem man ein rätsel oder einen zaubertrick in aussicht stellt ich bin ganz ober ich begann meine erzählung mit dem weit zurückliegenden morgen an dem ich erwacht war ohne mich ans gesicht meiner mutter erinnern zu können und hielt nicht inne bis ich zu der dämmerwelt gelangte die ich an diesem morgen bei nur ja montfort erahnt hatte bär hörte mir schweigend und mit einer aufmerksamkeit zu die weder urteil noch mutmaßung erkennen ließ ich erzählte ihr von meinem ersten besuch im friedhof der vergessenen bücher und von der nacht die ich mit der lektüre von der schatten des windes verbrachte ich erzählte ihr von meiner begegnung mit dem mann ohne gesicht und von penelope aldayas brief den ich immer bei mir hatte ohne zu wissen warum ich erzählte ihr dass ich es nie geschafft hatte klarer barcelot zu küssen noch sonst eine frau und wie meine hände gezittert hatten als ich vor wenigen stunden nur ja monforts lippen leicht hin auf der haut gespürt hatte ich erzählte ihr dass ich bis dahin nicht begriffen hatte dass das eine geschichte von einsamen menschen von abwesenheiten und verlust war und dass ich mich deshalb in sie hinein geflüchtet hatte bis sie mit meinem eigenen leben verschmolz als entwischte ich aus den seiten eines romans sag nichts flüsterte bär bring mich einfach an diesen ort es war schon dunkle nacht als wir in der calle arco del teatro vor dem portal des friedhofs der vergessenen bücher stehen blieben ich packte den klopfer mit den teufelchen und schlug ihn dreimal an kurz darauf hörte man im innern leichte schritte näher kommen und dann die müde stimme des aufsehers fragen wer ist da ich bin's isaac Daniel Sempere mir schien ich hörte ihn leise fluchen dann folgte das tausendfache knirschen und knarren des schlosses schließlich ging die tür einige zentimeter auf und im schein einer öllampe erschien isaac monforts adlergesicht als er mich erblickte seufzte er und verdrehte die augen ich weiß auch nicht warum ich frage sagte er wer könnte es wohl zu dieser stunde sonst sein hoffentlich habe ich sie nicht aus dem bett geholt sagte ich ivo ich hab eben erst mit dem müde bin ich geh zur ruhe begonnen er warf bär einen blick zu als hätte er gerade eine brennende dynamitpatrone zu ihren füßen entdeckt isaac das ist meine freundin beatriz ich möchte ihr mit ihrer erlaubnis diesen ort zeigen seien sie unbesorgt sie ist absolut vertrauenswürdig kennen sie die regeln bär nickte isaac schüttelte schweigend den kopf spähte wie immer nach schattengestalten auf der straße und ließ uns herein ich habe ihre tochter nur ja besucht warf ich hin es geht ihr gut sie hat viel zu tun aber es geht ihr gut sie schickt ihnen grüße wie langweilig sie sind und sie hat sich über die schmerzen die schmerzen die markierungen die ich bei meinem letzten besuch angebracht hatte waren noch da komm ich möchte dir etwas zeigen sagte ich es gelang mir im gewirr von korridoren und tunneln den richtigen weg wieder zu finden und wir bogen in einen schmalen gang ein der aussah wie ein in die schwärze hineinreichender steg neben dem letzten regal kniete ich nieder und suchte mein buch versteckt hinter der lampe wie raureif glänzenden staubschicht begraben waren ich ergriff es und gab es bea darf ich dir julian karrax vorstellen der schatten des windes las sie und strich über die goldenen buchstaben des umschlags kann ich es mitnehmen fragte sie jedes außer diesen aber das ist ungerecht nach allem was du mir erzählt hast möchte ich gerade dieses ein andermal vielleicht aber heute nicht nimm irgendein anderes schau das hier klingt vielversprechend das hochlandschwein das unbekannte wesen auf der suche nach den wurzeln der iberischen sau von anselmo torquemada davon sind bestimmt mehr exemplare verkauft worden als von jedem roman von julian karrax vom schwein kann man alles brauchen das andere da macht mich mehr an test of the derbervilles es ist die original ausgabe wagst du dich auf englisch an thomas harley ran sie schaute mich missbilligend an es ist dein na also es scheint doch ganz als würde es auf mich warten als wäre es seit vor meiner geburt für mich hier versteckt gewesen verdutzt schaute ich sie an sie verzog den mund zu einem lächeln was habe ich denn gesagt da küsste ich sie ohne nachzudenken leicht auf die lippen es war nahezu mitternacht als wir vor ihrer haustür ankamen wir hatten fast den ganzen weg schweigend zurückgelegt da wir nicht auszusprechen wagten was wir dachten ich empfand nur noch schmerzliches verlangen und namenlose unruhe ein bloßer blick auf bea zeigte mir dass der sturm auch sie durcheinander gebracht hatte wir blieben vor der tür stehen und schauten uns an vielleicht wäre es dir lieber wenn wir uns nicht mehr sehen sagte ich ohne überzeugung ich weiß nicht daniel ich weiß gar nichts möchtest du das wirklich nein natürlich nicht und du sie zuckte die schultern was glaubst du denn vorher habe ich dich belogen im kreuzgang womit dass sie dich heute nicht sehen wollte sie fuhr mir mit den fingern zärtlich übers gesicht besser du gehst jetzt weißt du wo du mich finden kannst sie nickte ich werde warten ich auch ich wartete bis bea im haus verschwunden war und ging dann leichten schrittes davon immer wieder zurückschauend langsam beschlich mich die absurde gewissheit dass alles möglich war und ich hatte das gefühl selbst diese menschenleeren straßen und der feindliche wind rochen nach hoffnung als ich zur plaza de catalunya kam sah ich dass ich in der mitte ein taubenschwarm versammelt hatte sie ließen keine handbreit bodenfrei ein schleierweißer flügel die sich lautlos wiegten zuerst wollte ich um sie herum gehen aber genau in diesem moment sah ich dass sich der schwarm vor mir auftat ohne aufzufliegen ich ging langsam weiter und sah dass die tauben hinter mir wieder zusammenrückten im zentrum des platzes angekommen hörte ich die glocken der kathedrale mitternacht schlagen ich blieb einen augenblick stehen mitten in einem meer silberner vögel das war der merkwürdigste und wunderbarste tag meines lebens gewesen als ich vor dem schaufenster der buchhandlung vorbeiging sah ich dass noch licht brannte ich sah jemanden einen bücherstapel aufbauen und erkannte fermins hagere senige gestalt ich klopfte an die schaufensterscheibe angenehm überrascht schaute er von seiner konzentrierten arbeit auf und bedeutete mir durch den hintereingang einzutreten noch immer bei der arbeit ist doch schon so spät eigentlich habe ich mir nur die zeit vertrieben um nachher zu dem armen don federico zu gehen und bei ihm zu wachen eloi vom optikerladen und ich haben einen schichtdienst eingerichtet ich schlafe ja sowieso nicht sehr viel höchstens zwei drei stunden natürlich sind auch sie nicht untätig gewesen daniel mitternacht ist vorbei und daraus schließe ich dass ihr treffen mit dem jungen mädchen ein grandioser erfolg gewesen ist ich zog dir die schultern ehrlich gesagt ich weiß es nicht haben sie sie betatscht nein ein gutes zeichen trauen sie nie einer frau die sich so ohne weiteres befingern lässt aber noch weniger denen die einen geistlichen brauchen um die zustimmung einzuholen das filet wenn der fleischvergleich erlaubt ist ist am besten halb durchgebraten natürlich wenn es sich ergibt sollen sie auch kein druckmäuser sein sondern die gelegenheit nutzen aber wenn das was sie suchen etwas ernstes ist wie bei mir und der bernada dann denken sie an diese goldene regel ist es denn ernst bei ihnen mehr als ernst spirituell und mit diesem mädchen beatrice dass sie ein bild von einer frau ist springt ja ins auge aber der entscheidende punkt ist gehört sie zu denen die einem minderjährigen bürschchen die eingeweide in aufruhr bringen das ist wie bei einer magenverstimmung spüren sie da etwas im magenmund so als hätten sie einen ziegelstein verschluckt oder ist es nur ein allgemeines fieber ja ein ziegelstein sagte ich obwohl ich auch das fieber nicht ganz ausschließen konnte dann ist die sache ernst gott stehe ihnen bei los nehmen sie platz ich mache ihnen einen lindenblütentee wir setzen uns an den tisch im hinterraum umgeben von büchern und stille fermin reichte mir eine dampfende tasse und lächelte ein wenig verlegen irgendetwas ging ihm durch den kopf darf ich sie etwas fragen daniel etwas was meine person betrifft ja natürlich ich bitte sie ganz ehrlich zu antworten er räusperte sich finden sie ich könnte vater sein ein guter vater sie wissen schon ein guter vater ja so wie ihre ein mann mit kopf herz und seele ein mann der in der lage ist einem kind zuzuhören es zu führen und zu achten und nicht seine eigenen fehler auf es überträgt jemand den ein kind nicht nur liebt weil er sein vater ist sondern den es als menschen bewundert jemand dem es ähnlich sein möchte warum fragen sie mich das fermin ich dachte sie glauben nicht an ehe und familie das joch und so erinnern sie sich er nickte schauen sie ehe und familie sind nicht mehr und nicht weniger als das was wir daraus machen wenn echte liebe da ist eine liebe die man nicht in alle himmelsrichtungen ausposaunt sondern die man spürt und sich gegenseitig zeigt sie klingen ja wie ein ganz neuer mensch fermin ich klinge nicht nur so die bernada hat in mir den wunsch geweckt ein besserer mensch zu werden wozu denn das um ihrer würdig zu sein sie sagt es zwar nicht ausdrücklich aber ich glaube das größte glück das sie in diesem leben haben könnte wäre es mutter zu sein und ich habe diese frau lieber als pfirsich kompott ich weiß dass ich nichts anderes will als die bernada glücklich zu machen und eines tages in ihren armen zu sterben haben sie der bernada gesagt dass sie eine familie gründen möchten sowas braucht man nicht zu sagen daniel das sieht man einem an ich nickte nun in dem fall bin ich sicher dass sie ein wunderbarer vater und ehemann sein werden sein gesicht zerfloss vor freude meinen sie das ernst natürlich sie nehmen mir aber wirklich einen steinbrocken vom herzen na und nun gehen sie schlafen ich will sie nicht länger aufhalten übrigens übrigens erinnern sie sich noch an das postfach von dem sie mir erzählt haben haben sie schon etwas rausgefunden ich habe ihnen ja gesagt sie können das ruhig mir überlassen heute mittag zur essensstunde bin ich zur post gegangen und habe mit einem alten bekannten der dort arbeitet ein paar worte gewechselt das postfach 2321 ist auf den namen eines gewissen jose maria requejo eingetragen anwalt mit büro in der calle leon der dreizehnte ich habe mir erlaubt die adresse der besagten person zu überprüfen und ohne erstaunen festgestellt dass es sie nicht gibt aber ich denke das wissen sie schon die korrespondenz für dieses postfach wird seit jahren von jemandem abgeholt das weiß ich weil einige der sendungen einer immobilienmaklerfirma eingeschrieben kommen und man beim abholen eine kleine quittung unterschreiben und die papiere vorlegen muss ich kann ihnen den namen der person nennen die die korrespondenz abholt nur ja monfort ich fuhr hoch nur ja monfort sind sie da ganz sicher fermin ich habe einige der quittungen mit eigenen augen gesehen auf allen standen der name und die nummer des personalausweises aus dem speiübel gesicht das sie bekommen haben schließe ich dass sie diese enthüllung überrascht ziemlich eben heute war ich bei dieser frau bei ihr zu hause fermin schaute mich perplex an bei nur ja monfort langsam denke ich ich habe mich in ihnen geirrt daniel sie sind ja ein echter verführer nicht was sie denken selber schuld in ihrem alter habe ich es gehalten wie el molino je eine vorstellung am vormittag am nachmittag und am abend ich schaute dieses dürre knochenmännchen an ganz nase und gelblicher teint und merkte dass er dabei war mein bester freund zu werden darf ich ihnen etwas erzählen fermin etwas was mir schon seit langem im kopf rum geht klar doch alles besonders wenn es schlüpfrig ist und dieses mäcklein betrifft zum zweiten mal an diesem abend erzählte ich die geschichte von julian karaks und seinem rätselhaften tod fermin hörte mit größter aufmerksamkeit zu machte sich notizen in ein heft und unterbrach mich gelegentlich um nach irgendeinem detail zu fragen dessen bedeutung mir entgangen war als ich mir so selber zuhörte wurden mir die lücken in dieser geschichte immer deutlicher mehr als einmal wußte ich nicht mehr weiter verirrten sich meine gedanken beim versuch herauszufinden warum mich nur die monfort belogen hatte was bedeutete der umstand dass sie jahrelang die korrespondenz für ein nicht existierendes anwaltsbüro abgeholt hatte das sich angeblich um die familie fortuny karaks in der ronda de san antonio kümmerte ich merkte nicht dass ich meine zweifel laut formuliert hatte wir können noch nicht wissen warum diese frau sie belogen hat sagte fermin aber wir können die vermutung wagen dass sie wenn sie es in dieser hinsicht getan hat es auch in anderer hinsicht tun konnte und wahrscheinlich getan hat ich seufzte verwirrt was schlagen sie vor fermin romero de torres machte eine hochphilosophische gebärde ich werde ihnen sagen was wir tun können wenn sie einverstanden sind schauen wir diesen sonntag mal so ganz zufällig bei der san gabriel schule vorbei und versuchen etwas rauszufinden über die anfänge der freundschaft zwischen diesem karaks und dem anderen jungen dem geldsack aldaia den samstag verbrachte ich wie in trance fest verankert hinter dem ladentisch und in der hoffnung beherr komme unversehens zur tür herein gegen abend nach zwanzig kunden anrufen und ohne nachricht von bär fand ich mich allmählich damit ab dass die welt und mein gerade so hoffnungsvoll begonnenes leben an ihr ende gelangten mein vater war nach san gervasio gefahren um eine sammlung zu schätzen und fermin nutzte die gelegenheit um mir eine weitere seiner erfahrungsgesättigten lektionen über die geheimnisse der liebesverstrickungen zu geben sie sind der mann und als solcher müssen sie die initiative ergreifen das begann ja schon unheilvoll die initiative ich was wollen sie ihm stehen pissen zu können hat eben seinen preis aber bär hat doch durchblicken lassen dass sie sich melden wird wie wenig sie von frauen verstehen daniel ich wette mein weihnachtsgeld drauf dass dieses niedliche mädchen jetzt zu hause sitzt und wie die kameliendame zum fenster hinaus schmachtet dass sie kommen und sie vor dem grobian von herrn vater erretten und in einer unaufhaltsamen spirale von geilheit und sünde mitreißen er wollte eben ins detail gehen als die türglocke klingelte und mein freund thomas aguilar eintrat mir blieb das herz stehen thomas machte ein düsteres gesicht und blickte etwas mutlos drein irgendein problem? fragte ich thomas zuckte die schultern nichts neues mein vater hat heute wieder mal seinen ganz besonderen tag so dass ich lieber ein wenig an die frische luft gegangen bin ich schluckte wieso denn? weiß gott warum gestern nacht ist meine schwester sehr spät nach hause gekommen mein vater hat auf sie gewartet und wenig betrunken wie immer sie hat sich geweigert zu sagen woher sie kam und mit wem sie zusammen gewesen war und mein vater wurde fuchsteufelswild bis um vier uhr früh hat er rumgeschrien und sie als hure und noch schlimmer tituliert und geschworen sie ins kloster zu stecken und falls sie schwanger ist mit fußtritten auf die straße rauszuschmeißen fermin warf mir einen alarmierten blick zu ich spürte dass sich die schweißtropfen die mit den rücken hinunter liefen um mehrere grad abkühlten heute morgen fuhr thomas fort hat sich bea in ihrem zimmer eingeschlossen und sie ist den ganzen tag nicht mehr ausgekommen und sie haben wirklich keine ahnung wo sie war und mit wem fermin er hat doch schon gesagt nein mischte ich mich ein und ihr vater auch nicht fermin amüsierte sich königlich und ließ nicht locker nein aber er hat geschworen es rauszukriegen und dem betreffenden den schädel einzuschlagen und die beine abzuhacken sobald er ihn hat ich wurde blass haben sie das gehört sagte fermin unversehens nein der bauch meiner wenigkeit da habe ich doch plötzlich hunger gekriegt würde es ihnen etwas ausmachen wenn ich sie eine weile allein lasse und zur bäckerei gehe um zu sehen ob ich ein honigtörtchen kriege in zehn sekunden war fermin wie weggeblasen thomas und ich blieben in unserem schweigen allein thomas begann ich mit trockenem mund deine schwester war gestern abend mit mir zusammen er schaute mich unverwandt an ist es dir ernst? fragte er ich habe mich nur ein einziges mal mit ihr getroffen das ist keine antwort würdest du dir was ausmachen? er zuckte die achseln du musst wissen was du tust würdest du sie nicht mehr treffen nur weil ich dich darum bete ja log ich aber bitte mich nicht darum er senkte den kopf du kennst Bea nicht murmelte er ich schwieg wortlos verstrichen einige minuten wir schauten die grauen gestalten an die durchs schaufenster hereinspähten und beteten eine von ihnen möge eintreten und uns aus diesem vergifteten schweigen erlösen nach einer weile wandte thomas sich zur tür ich sag's dir nur einmal daniel tu meiner schwester nicht weh am sonntagmorgen um halb acht war ich mit fermin im café canaletas verabredet wo er mich zu milchkaffee und brioche einlud bei diesem frühstück erklärte er mit einer allgemeinen skizze des rätsels das detektivische tagwerk für eröffnet das ganze beginnt mit der arglosen freundschaft zwischen zwei jungen julian karrax und jorge aldaia klassenkameraden von kindesbeinen an so wie don thomas und sie jahrelang geht alles gut unzertrennliche freunde die das leben vor sich haben aber in irgendeinem augenblick gibt es einen streit der diese freundschaft auseinanderbrechen lässt um die salondramatiker zu paraphrasieren der streit hat den namen einer frau und heißt penelope sehr homerisch können sie mir folgen das einzige was mir in den sinn kam waren thomas aguilars letzte worte am abend zuvor in der buchhandlung tu meiner schwester nicht weh mir war übel 1919 bricht julian karrax wie ein westentaschen odysseus in paris auf fuhr fermin fort der von penelope unterschriebene brief den er nie bekommt beweist dass die junge frau zu diesem zeitpunkt bei sich zu hause eingeschlossen ist aus wenig klaren gründen gefangene ihrer familie und dass die freundschaft zwischen aldaia und karrax zu ende ist ja wie uns penelope erzählt hat ihr bruder jorge geschworen seinen ehemaligen freund julian umzubringen wenn er ihn noch einmal sieht starke worte für das ende einer freundschaft man braucht nicht Sherlock Holmes zu sein um daraus zu schließen dass der streit eine direkte folge der beziehung zwischen penelope und karrax ist trotzdem müssen wir annehmen dass karrax nie erfährt was mit penelope geschehen ist denn der brief gelangt nicht in seine hände sein leben verliert sich in den nebeln von paris wo er ein geisterhaftes dasein entfalten wird zwischen seiner anstellung als pianist in einem animierlokal und einer erbärmlichen karriere als erfolgloser romancier diese pariser jahre sind ein geheimnis alles was von ihnen bleibt ist ein vergessenes womöglich verschwundenes literarisches oeuvre wir wissen dass er irgendwann beschließt eine rätselhafte vermögende dame zu heiraten die doppelt so alt ist wie er diese ehe wenn wir uns an die zeugnisse halten scheint eher ein akt der nächsten liebe oder der freundschaft von seiten einer kranken dame zu sein als ein romantisches abenteuer besorgt um die wirtschaftliche zukunft ihres protegees beschließt die mäzenin offensichtlich ihm ihr vermögen zu vermachen und sich von dieser welt mit einem Coitus Ad Maiorem Gloriam der Künste zu verabschieden na so sind die Pariser weiter im text Karax hatte erklärt er fühle sich keiner Art von liebe würdig und tatsächlich ist uns nichts bekannt von irgendeiner Romanze aus seinen Pariser Jahren kehren wir zu dem Moment zurück wo die Eheschließung zwischen Karax und seiner Beschützerin angekündigt wird jetzt erscheint Jorge Aldaia wieder auf der Bildfläche dieser undurchsichtigen Geschichte wir wissen, dass er mit Karax Verleger in Barcelona Kontakt aufnimmt um den Aufenthaltsort des Romanautors zu erfahren kurz darauf, am Morgen seines Hochzeitstages schlägt sich Julian Karax in einem Duell mit einem Unbekannten auf dem Friedhof Père Lachaise und verschwindet die Hochzeit findet niemals statt von da an wird alles unklar vermutlich geht Karax über die Grenze und kehrt 1936 nach Barcelona zurück genau bei Ausbruch des Bürgerkriegs was er in diesen Wochen in Barcelona unternimmt und wo er sich aufhält ist nicht bekannt wir vermuten, er bleibt einen Monat in der Stadt und setzt sich in dieser Zeit mit keinem seiner Bekannten in Verbindung weder mit seinem Vater noch mit seiner Freundin Nuria Montfort kurze Zeit später findet man ihn erschossen auf der Straße auf und unverzüglich erscheint ein unheilvoller Zeitgenosse der sich als Laiencoubert ausgibt ein Name, den er bei einer Figur aus Karax letztem Roman ausleiht die, um das Maß voll zu machen, niemand anderes ist als der Höllenfürst der mutmaßliche Teufel ist entschlossen, das Wenige, was von Karax bleibt verschwinden zu lassen und seine Bücher für immer zu vernichten um das Melodram abzurunden, erscheint er als Mann ohne Gesicht durchs Feuer entstellt ein Bösewicht, einer Schauermeer entsprungen, bei dem, um alles nur vollends zu komplizieren Nuria Montfort, Jorge Aldayas Stimme zu erkennen glaubt Ich erinnere sie daran, dass mich Nuria Montfort belogen hat, sagte ich Gewiss, aber auch wenn sie sie belogen hat, hat sie es möglicherweise eher durch Auslassen getan und vielleicht, um sich selbst aus den Ereignissen herauszuhalten Es gibt wenig Gründe, die Wahrheit zu sagen, aber unendlich viele, um zu lügen Als wir das Café verließen, beharrte er darauf, mit dem Taxi zur San Gabriel-Schule zu fahren Ein Taxi dorthin kostet ein Vermögen, warf ich ein Das übernimmt die Berufskasse der Idioten, sagte er Der Kellner hat sich im Wechselgeld vertan und wir haben ein gutes Geschäft gemacht Die San Gabriel-Schule erhob sich baumumstanden am oberen Ende einer engen Straße Die mit dolchförmigen Fenstern gespickte Fassade betonte das Profil eines gotischen Palastes aus rotem Backstein und schien zwischen Burgen und Türmen zu schweben, die in kathedralähnlichen Grannen über die Wipfel der Platanen aufragten Auf dem Weg zum Haupteingang setzte mich Fermin mit einer seiner Lektionen zur Sozialgeschichte über die Institution ins Bild Die San Gabriel-Schule war seinerzeit eines der angesehensten und exklusivsten Institute von ganz Barthelonne In ihren guten Zeiten, also mehr oder weniger zwischen 1880 und 1930, nahm sie die Crème de la Crème der verwöhnten Kinder aus altem Adel mit klingender Börse auf Aber Julian Kadax war nicht unbedingt einer von ihnen, bemerkte ich Nun, manchmal bieten diese vortrefflichen Institutionen für die Kinder des Gärtners oder eines Schuhputzers ein oder zwei Stipendien an, um so ihre Geisteserhabenheit und christliche Großherzigkeit zu demonstrieren Die wirkungsvollste Art, die Armen unschädlich zu machen, besteht darin, dass man sie lehrt, die Reichen imitieren zu wollen Psst, Fermin, wenn einer dieser Geistlichen sie hört, wird man uns rausschmeißen Unterbrach ich ihn leise, als ich sah, dass uns oben auf der Treppe, die zum Schulportal emporführte, zwei Priester mit einer Mischung aus Neugier und Reserviertheit beobachteten Einer von ihnen kam mit höflichem Lächeln und bischöflich auf der Brust gefalteten Händen auf uns zu Er musste etwa fünfzig sein, und seine schlanke Gestalt und das schüttere Haar ließen ihn wie einen Raubvogel aussehen Guten Morgen Ich bin Pater Fernando Ramos, verkündete er Womit kann ich Ihnen dienen? Fermin reichte ihm die Hand, die der Priester, in sein eisiges Lächeln gehüllt, kurz studierte, ehe er sie drückte Fermin Romero de Torres, bibliografischer Berater von Sempere und Sohn, höchst erfreut, ihre fromme Exzellenz zu grüßen Hier zu meiner Seite befindet sich mein Mitarbeiter und zugleich Freund Daniel, ein junger Mann mit großer Zukunft und von ausgewiesen christlichem Wesen Ich beschloss einzugreifen, ehe Fermin dem Priester eine weitere Ungeheuerlichkeit auftischte und wir uns eiligst davon machen müssten Pater Fernando, wir versuchen zwei ehemalige Schüler der San Gabriel Schule zu finden, Jorge Aldaia und Julian Carax Pater Fernando presste die Lippen zusammen und zog eine Braue in die Höhe Julian ist vor über 15 Jahren gestorben und Aldaia ist nach Argentinien ausgewandert, sagte er knapp Haben sie sie gekannt? fragte Fermin Der sezierende Blick des Priesters verweilte auf jedem von uns, bevor er antwortete Wir waren Klassenkameraden, darf ich fragen, woher ihr Interesse rührt? Ich dachte eben darüber nach, wie wir diese Frage beantworten sollten, da kam mir Fermin zuvor Es ist so, dass uns eine Anzahl Dinge in die Hände gelangt sind, die den beiden Erwähnten gehören oder gehörten In diesem Punkt ist die Rechtsprechung ja unklar, sagte Fermin in rasendem Tempo Pater Fernando schaute ihn an, beinahe erstarrt Ich beschloss, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen, bevor Fermin zu Atem käme Die von Senor Romero de Torres angesprochenen Dinge sind familiärer Natur Andenken und Gegenstände von ausschließlich gefühlsmäßigem Wert Worum wir Sie bitten möchten, Pater, wenn es Ihnen nicht allzu viel ausmacht, ist, dass Sie uns von Ihren Erinnerungen an Julian und Aldaia aus der Schulzeit erzählen Noch immer betrachtete uns Pater Fernando argwöhnisch Wissen Sie, dass Sie ein wenig Julian gleichen, als er jung war? Fragte mich der Pater unversehens Fermins Blick leuchtete auf Was hat er bloß vor? dachte ich Sie sind ein Fuchshochwürden, rief Fermin mit gespieltem Erstaunen trat nahe an den Priester heran und flüsterte ihm vertraulich zu Pater, wir haben felsenfeste Gründe zur Annahme, dass unser Freund Daniel da nichts anderes ist, als ein heimlicher Sohn des verblechenen Julian Kardacks Daher unser Interesse, seine Vergangenheit zu rekonstruieren und die Erinnerungen an einen abwesenden, bedeutenden Mann wiederzuerlangen den die Parze von der Seite eines armen Jungen zu reißen für gut befunden hat Verdutzt starrte mich der Pater an Trifft das zu? Ich nickte Tief betrübt klopfte mir Fermin auf die Schulter Schauen Sie das arme Bürschchen an, wie es einen im Nebel der Erinnerung verschwundenen Vater sucht Was kann es Traurigeres geben, als das, können wir das Eure heilige Magnifizenz verraten? Haben Sie Beweise, die Ihre Behauptungen untermauern? Fermin packte mich am Kinn und bot mein Gesicht als Zahlungsmittel dar Welchen weiteren Beweis begehren Monsignore noch als dieses Antlitz, stummer, beweiskräftiger Zeuge des fraglichen Vaterschaftsakts? Der Priester schien zu schwanken Werden Sie mir helfen, Pater, flehte ich verschlagen Bitte Pater Fernando seufzte unbehaglich Ich sehe nichts Böses dabei, sagte er schließlich Was wollen Sie wissen? Alles, sagte Fermin Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, ist Julian Carax 1914 in die San Gabriel Schule eingetreten Ich habe mich sogleich zu ihm hingezogen gefühlt Wir gehörten beide zu der kleinen Gruppe Schüler, die nicht aus vermögenden Familien stammten Man hat uns das Hungerleider-Kommando genannt Ich hatte ein Stipendium für einen Platz bekommen, weil mein Vater 25 Jahre lang in der Küche dieses Hauses gearbeitet hatte Julian war dank der Fürsprache von Senor Aldaya aufgenommen worden, der Kunde des Hutladens Fortuni war, welcher Julians Vater gehörte Schon damals hat er sich Carax genannt, obwohl sein erster Name Fortuni war Anfänglich haben ihn einige Jungs deswegen gehänselt und natürlich, weil er einer des Hungerleider-Kommandos war Sie haben sich auch über mich lustig gemacht, weil ich der Sohn des Kochs war Sie wissen ja, wie Kinder sind Was wissen Sie noch von meinem Vater? Der beste Freund ihres Vaters war damals nicht Jorge Aldaya, sondern ein Junge namens Mikel Moliner Mikel kam aus einer fast so reichen Familie wie die Aldayas und Ich würde mich zu der Aussage versteigen, er sei der verrückteste Schüler gewesen, den man hier je gesehen hat Der Rektor glaubte, er sei vom Teufel besessen, weil er während der Messe immer Marx auf Deutsch rezitiert hat Auch nach dem Verlassen der Schule sind Mikel und ich noch eine Zeit lang in Kontakt geblieben Damals war Julian bereits nach Paris gegangen Ich weiß, dass sich Mikel nach ihm gesehnt hat und Oft hat er von ihm gesprochen und sich an Geheimnisse erinnert, die Julian ihm vor Zeiten anvertraut hatte Als ich dann ins Priesterseminar ging, sagte Mikel Ich sei zum Feind übergetreten Das war zwar scherzhaft gemeint, aber Tatsache ist, dass wir uns auseinandergelebt haben Ich erinnere mich allerdings noch an den Tag, an dem Julian uns erklärt hat Wie er die Aldayas kennengelernt Und wie das unmerklich sein Leben verändert hatte An einem Oktobernachmittag des Jahres 1914 Machte vor dem Hutladen Fortuni in der Ronda de San Antonio ein Objekthalt Das viele für eine rollende Familiengruft hielten Ihm entstieg die majestätisch arrogante Gestalt Don Ricardo Aldayas Schon damals einer der reichsten Männer, nicht nur Barcelonas, sondern Spaniens An diesem Nachmittag benötigte das jedermann einschüchternde, entblößte Haupt Mit dem üppigen Schnurr und dem königlichen Backenbart einen Hut Aldaya trat in Antoni Fortunis Laden Und nachdem er einen flüchtigen Blick auf die Einrichtung geworfen hatte Schaute er aus dem Augenwinkel den Hutmacher und seinen Gehilfen, den jungen Julian, an Und sprach folgendes Wie ich höre, kommen von hier entgegen jedem Anschein die besten Hüte Barcelonas Der Oktober sieht übel aus und ich werde sechs Zylinder, ein Dutzend Melonen und mehrere Jagdmützen brauchen Schreiben Sie es sich auf oder muss ich es Ihnen wiederholen? Aldaya hatte versprochen, wenn er an der Ausführung Gefallen finde, werde er den Laden in seinem ganzen Bekanntenkreis weiterempfehlen Das bedeutete, dass der Hutladen Fortuni vom ehrbaren, aber bescheidenen Geschäft den Sprung in die höchsten Kreise machen würde Die Tage dieser Woche vergingen wie im Traum Julian blieb der Schule fern und arbeitete 18 und 20 Stunden täglich im Atelier hinter dem Laden Ganz begeistert umarmte ihn sein Vater ab und zu und küsste ihn sogar, ohne es zu merken Ja, er schenkte seiner Frau Sophie zum ersten Mal in 14 Jahren ein Kleid und ein paar neue Schuhe Der Hutmacher war nicht wiederzuerkennen Am Sonntag vergaß er zur Messe zu gehen und am selben Nachmittag schloss er Julian mit stolz geschwellter Brust in die Arme Und sagte mit Tränen in den Augen zu ihm Großvater wäre stolz auf uns Einer der technisch und politisch schwierigsten Prozesse in der verschwundenen Wissenschaft der Hutmacherei war das Maßnehmen Laut Julian war Don Riccardo Aldayas Schädel von bäurischer Wuchtigkeit Vater, mit allem Respekt, Sie wissen, dass ich beim Maßnehmen eine geschicktere Hand habe als Sie, da Sie nervös werden Lassen Sie mich machen Der Hutmacher willigte gern ein Und als Aldaya am nächsten Tag in seinem Mercedes vorfuhr, empfing ihn Julian und führte ihn ins Atelier So wie Aldaya sah, dass ihm ein 14-jähriger Junge Maß nehmen würde, brauste er auf Was soll denn das? Ein Drei-Käse-Hoch? Das ist ja haarsträubend Julian, der um die öffentliche Bedeutung des Mannes wusste, von ihm aber überhaupt nicht eingeschüchtert wurde, antwortete Signor Aldaya, viele Haare, die sich sträuben könnten, haben Sie nicht Dieser Scheitel sieht aus wie die Plaza de las Arenas Und wenn wir Ihnen nicht schnellstens eine Garniturhüte anfertigen, wird man Ihre Schädeldecke mit dem Stadtplan von Barcelona verwechseln Bei diesen Worten glaubte Fortuny zu sterben Aldaya fasste Julian gelassen ins Auge und begann dann zu aller Erstaunen zu lachen, wie er es seit Jahren nicht mehr getan hatte Dieser ihr Junge wird es weit bringen, Fortunato, sagte Aldaya, der sich den Namen des Hutmachers nicht merken konnte Don Ricardo Aldaya, so stellte sich heraus, hatte es satt, dass ihn alle fürchteten Ihm um den Bart gingen und sich vor ihm auf den Boden legten wie Fußabstreifer Er verachtete Arschkriecher, Angsthasen und alle, die irgendeine körperliche, geistige oder moralische Schwäche zeigten Als er auf diesen einfachen Jungen traf, kaum ein Lehrling, der die Dreistigkeit und Schlagfertigkeit hatte, ihn auf den Arm zu nehmen wurde ihm klar, dass er tatsächlich den idealen Hutladen gefunden hatte und er verdoppelte seine Bestellung Antoni Fortuny war erstaunt, als er sah, wie sich einer der wichtigsten Männer der katalanischen Gesellschaft bei den Scherzen und Geschichten vor Lachen bog, die ihm dieser Sohn erzählte, der ihm unbekannt war mit dem er nie sprach und der seines Wissens noch nie Sinn für Humor an den Tag gelegt hatte Am Ende dieser Woche nahm Aldaya den Hutmacher beim Schlafittchen und zog ihn in eine Ecke zum vertraulichen Gespräch Hören Sie zu, Fortunato, dieser Ihr Sohn ist ein Talent und Sie lassen ihn hier in diesem Saftladen versauern und verstauben Noch heute werde ich mich mit dem Vorstand der San Gabriel Schule treffen und werde sagen, man soll Ihren Sohn in dieselbe Klasse aufnehmen, in der mein Erstgeborener ist, Jorge Weniger wäre erbärmlich Fortuny machte Augen wie Wagenräder Aber, Don Riccardo, ich könnte ja nicht einmal die Kosten Niemand hat gesagt, Sie brauchen auch nur einen Heller zu bezahlen Um die Erziehung des Jungen kümmere ich mich Sie, als Vater, brauchen nur Ja zu sagen Ja, selbstverständlich, aber Also kein weiteres Wort mehr Immer vorausgesetzt, natürlich, Julian ist einverstanden In diesem Augenblick schaute Julian mit einem Modell in der Hand zur Tür des Hinterraums herein Sag mal, Julian, was hast du heute Nachmittag vor? Fragte Aldaya Nun, hier im Laden meinem Vater zu helfen Abgesehen davon? Ich wollte eigentlich in die Bibliothek von... Du magst Bücher, was? Jawohl Zu Hause habe ich eine Bibliothek von 14.000 Bänden, Julian Als junger Mensch habe ich viel gelesen, aber nun habe ich keine Zeit mehr Mein Sohn, Jorge, bringen keine zehn Pferde in die Bibliothek Die einzige Zuhause, die denkt und liest, ist meine Tochter Penelope So dass eigentlich all diese Bücher für die Katz sind Möchtest du sie sehen? Julian brachte kein Wort heraus und nickte Der Hutmacher verfolgte die Szene unruhig Alle Welt wusste, dass Romane für Frauen und für Leute waren, die nichts zu tun hatten Fortunato, ihr Sohn kommt mit mir Ich will Ihnen meinen Jorge vorstellen Keine Bange, später bringen wir ihn wieder nach Hause Sag mal, mein Junge Bist du schon mal in einen Mercedes eingestiegen? Antoni Fortuni sah sie in dieser gewaltigen Luxuskarosse davonfahren Und als er in seinem Herzen suchte, verspürte er nur Trauer Genau dann, als Gott ihm einen Sohn zurückgab, nahm Aldaya ihn ihm wieder weg Als sie an diesem Nachmittag die Avenida del Tibidabo hinaufuhren, glaubte Julian die Pforten des Paradieses zu durchschreiten Villen, die ihm wie Kathedralen erschienen, flankierten den Weg Auf halber Strecke bog der Fahrer ab und sie fuhren durch das Gittertor einer der Villen Auf der Stelle setzte sich eine Herrscher von Bediensteten in Bewegung, um den Herrn zu empfangen Alles, was Julian sehen konnte, war ein majestätisches, dreistöckiges altes Haus Es war ihm noch nie in den Sinn gekommen, dass an einem solchen Ort wirkliche Menschen wohnen könnten Er ließ sich durch die Eingangshalle mitziehen, durchquerte einen gewölbten Saal, von dem aus eine von Samtvorhängen gesäumte Marmortreppe in die Höhe führte Und trat in einen großen Raum, dessen Wände vom Boden bis zur Unendlichkeit mit Büchern verkleidet waren Na? fragte Aldaya Julian hörte ihn kaum Damian, sag Jorge, er soll sogleich in die Bibliothek herunterkommen Du wirst andere Kleider benötigen, Julian Manche Barbaren achten nur auf das Äußere Ich werde Jafinta sagen, sie soll das übernehmen, du brauchst dich um nichts zu kümmern Und vielleicht sagst du deinem Vater besser nichts davon, damit er sich nicht verletzt fühlt Schau, da kommt Jorge Jorge, du sollst einen prima Jungen kennenlernen, der dein neuer Klassenkamerad sein wird Julian Fortuni Julian Carax, präzisierte Julian Julian Carax, wiederholte Aldaya zufrieden Gefällt mir, wie es klingt Das ist mein Sohn Jorge Julian reichte ihm die Hand und Jorge ergriff sie Es war ein schwammiger Händedruck Sein Blick verriet Suffisanz und Anmaßung, Verachtung und zuckersüße Höflichkeit Julian lächelte ihm offen zu, als er unter diesem Panzer von Gepränge und Würde, Unsicherheit, Angst und Leere erkannte Stimmt es, dass du keins dieser Bücher gelesen hast? Bücher sind langweilig Bücher sind Spiegel Man sieht in ihnen nur, was man schon in sich hat, erwiderte Julian Don Ricardo Aldaya lachte wieder Nun, ich lasse euch allein, damit ihr euch kennenlernen könnt Julian, du wirst sehen, dass Jorge unter dieser Maske des verzogenen, eingebildeten Jungen nicht so dumm ist, wie er ausschaut Etwas von seinem Vater hat er schon Aldayas Worte schienen den Jungen wie Dolche zu treffen Aber sein Lächeln ging keinen Millimeter zurück Komm, ich zeige dir den Rest des Hauses Sie verließen die Bibliothek Richtung Haupteingang und Park Als sie durch den Saal gingen, schaute Julian am Fuß der Marmortreppe auf Und erkannte den Hauch einer Gestalt, die mit der Hand auf dem Geländer hinanstieg Er hielt den Atem an Das Mädchen musste 13 oder 14 Jahre alt sein und wurde von einer reifen, kleinen, rosigen Frau eskortiert Allem Anschein nach ihre Kinderfrau Das Mädchen trug ein blaues Satin-Kleid Ihr Haar war Mandelfarben und die Haut der Schultern und des schlanken Halses schien transparent zu sein Oben an der Treppe blieb sie stehen und wandte sich für einen Augenblick um Eine Sekunde lang trafen sich ihre Blicke und sie schenkte ihm den Anflug eines Lächelns Dann legte ihr die Kinderfrau den Arm um die Schultern und führte sie zur Schwelle eines Ganges, in dem die beiden verschwanden Julian senkte die Augen und fand sich wieder mit Jorge Das ist meine Schwester Penelope, du wirst sie schon noch kennenlernen Sie ist ein wenig überspannt Den ganzen Tag liest sie Zum ersten Mal, seit er in Don Ricardo Aldayas Mercedes gestiegen war, begriff er, was da vor sich ging Er hatte unzählige Male von ihr geträumt Von dieser Treppe Diesem blauen Kleid und diesem Blick Ohne zu wissen, wer sie war Noch warum sie ihm zulächelte Als sie in den Park hinaustraten, ließ er sich von Jorge zu den Garagen und Tennisplätzen führen Die sich jenseits erstreckten Erst jetzt schaute er zurück und erblickte sie in ihrem Fenster im zweiten Stock Kaum konnte er ihre Gestalt richtig erkennen, aber er wusste, dass sie ihm zulächelte und dass auch sie ihn irgendwie wiedererkannt hatte Die flüchtige Erscheinung Penelope Aldayas oben auf der Treppe begleitete ihn während seiner ersten Woche in der Schule Die San Gabriel Schüler benahmen sich wie arrogante Fürsten, während ihre Lehrer so etwas wie gebildete Diener waren Der erste Freund, den Julian dort außer Jorge Aldaya gewann, war ein Junge namens Fernando Ramos, Sohn eines der Köche der Schule Fernando besaß eine wache Intelligenz, hatte aber kaum Freunde unter den Mitschülern Sein einziger Kamerad war ein verrückter Junge namens Michel Moliner, der mit der Zeit der beste Freund werden sollte, den Julian an dieser Schule überhaupt hatte Michel Moliner, mit zu viel Hirn und zu wenig Geduld ausgestattet, machte sich ein Vergnügen daraus, seine Lehrer zur Weißglut zu bringen In dem er ihre sämtlichen Ausführungen mit dialektischen Spielchen anzweifelte, die ebenso viel Witz wie Grausamkeit verrieten Trotz seines bohemiaften Äußeren und seines wenig aristokratischen Benehmens war Michel der Sohn eines durch die Fabrikation von Waffen geradezu absurd reich gewordenen Industriellen Michel Moliner war ein trauriger Junge Er war in ungesunder Weise vom Tod und von allen damit zusammenhängenden Themen besessen, auf deren Betrachtung er einen Großteil seiner Zeit und seines Talents verwandte Drei Jahre zuvor war seine Mutter bei einem merkwürdigen häuslichen Unfall ums Leben gekommen, den ein unbesonnener Arzt als Selbstmord zu bezeichnen wagte Überall sah Michel Moliner den Tod, im dürren Laub, in den aus ihren Nestern gefallenen Vögeln, in den alten und im Regen, der alles wegschwemmte Er besaß ein außergewöhnliches Zeichentalent und manchmal verlor er sich stundenlang in Kohleillustrationen, auf denen zwischen Nebelschwaden und menschenleeren Stränden immer eine Dame erschien, in der Julian seine Mutter vermutete Was willst du werden, wenn du älter bist, Michel? Ich werde nie älter werden, sagte er Seine größte Liebe, außer zu zeichnen und jedem lebenden Geschöpf zu widersprechen, galt den Werken eines geheimnisvollen österreichischen Arztes, der mit den Jahren Berühmtheit erlangen sollte Sigmund Freud Michel Moliner, der dank seiner verstorbenen Mutter perfekt Deutsch las und schrieb, besaß mehrere Bände mit Schriften des Wiener Arztes Sein Lieblingsgebiet war die Traumdeutung Michel pflegte die Leute nach ihren Träumen zu fragen, um dann eine Diagnose der unverhofften Patienten vorzunehmen Immer sagte er, er werde jung sterben und es mache ihm nichts aus Da er so viel an den Tod dachte, hatte er in ihm schließlich, wie Julian annahm, mehr Sinn gefunden als im Leben An dem Tag, an dem ich sterbe, wird alles, was mein ist, dein sein, Julian, sagte er Nur nicht die Träume Außer mit Fernando Ramos, Michel Moliner und Jorge Aldaia Machte Julian bald die Bekanntschaft eines schüchternen, etwas widerborstigen Jungens namens Javier Des einzigen Sohns des Hausmeister-Ehepaars von San Gabriel, das in einem bescheidenen Häuschen beim Eingang zu den Gärten der Schule wohnte Javier strich allein in den Gärten und Höfen des Geländes herum, ohne mit jemandem Kontakt zu knüpfen Immer hatte er ein aus den Schubladen seines Vaters entwendetes Taschenmesser bei sich, mit dem er gern Holzfiguren schnitzte, die er im Taubenschlag der Schule verwahrte Sein Vater Ramon war ein guter Mensch, etwas ungehobelt und unseligerweise dazu verdammt, sich schlechte Gesellschaft auszusuchen Die schlimmste war seine Frau Er hatte ein beschränktes Mann-Vibe mit Prinzessinnen-Fantasien und dem Aussehen einer Putze geheiratet, die sich mit Vorliebe leicht bekleidet ihrem Sohn und den Schülern zeigte, welche Schauerposse Anlass zu allwöchentlicher Gaudi gab Mit Vornamen hieß sie Maria Carapontia, aber sie nannte sich Yvonne, das erschien ihr Stilvoller Javier verbrachte so wenig Zeit wie möglich zu Hause und war dankbar für die Aufgaben, die ihm sein Vater übertrug, so hart sie auch sein mochten Jeder Vorwand war recht, um allein zu sein und seine Holzfiguren zu schnitzen Wenn ihn die Mitschüler von Weitem erblickten, lachten einige oder warfen mit Steinen nach ihm Als Julian eines Tages sah, wie ihm ein Stein die Stirn aufschlug und ihn zu Boden warf, verspürte er solches Mitleid mit ihm, dass er ihm zu Hilfe eilte und ihm seine Freundschaft antrug Von diesem Tag an gesellte sich Javier manchmal zu ihnen, wenn er die ihm übertragenen Aufgaben erledigt hatte Immer hörte und schaute er schweigend den anderen zu Aldaya hatte ein wenig Angst vor ihm Fernando, der die Verachtung der Mitschüler wegen seiner einfachen Herkunft am eigenen Leib erfahren hatte, konnte mit dem rätselhaften Jungen nicht liebenswürdig genug sein Miquel Molinert beobachtete ihn mit einem klinischen Auge, er war von allen, der am wenigsten überzeugte Der hat doch einen Knall Jagt Katzen und Tauben und quält sie dann stundenlang mit seinem Messer Danach verscharrt er sie im Pinienwäldchen Was für eine Wonne Wer sagt das? Er selbst hat es mir neulich erzählt Er hat mir auch erzählt, dass seine Mutter nachts manchmal zu ihm ins Bett schlüpft und ihn befummelt Dieser Bursch ist nicht richtig im Kopf, Julian Er ist von dir besessen Er tut alles, um deine Anerkennung zu finden Ich bin bloß ein Freund Javier hat keine Freunde und er wird nie welche haben Er hat die Seele einer Spinne Wir werden ja sehen Ich frage mich, wovon er träumt Miquel Molinert konnte nicht ahnen, dass Javiers Träume, denen seines Freundes Julian ähnlicher waren, als er es für möglich gehalten hätte Als der Sohn des Hausmeisters einmal, Monate vor Julians Eintritt in die Schule, im Brunnenhof das Dürre Laub einsammelte Fuhr Don Ricardo Aldayas Prunkauto vor An diesem Nachmittag war der Industrielle in Begleitung An seiner Seite befand sich eine Erscheinung Ein in Seide gehüllter Engel aus Licht, der über dem Boden zu schweben schien Der Engel Penelope stieg aus dem Mercedes aus und ging mit flatterndem Sonnenschirm zum Brunnen, wo er stehen blieb und mit der Hand das Wasser im Bassin schlug Wie immer folgte ihr beflissen ihre Kinderfrau Jacinta und achtete auf die kleinste Geste von ihr Javier hatte nur Augen für das Mädchen Wie angewurzelt blieb er stehen und starrte atemlos nach der Erscheinung Kurz darauf, als hätte sie seine Gegenwart und seinen verstohlenen Blick erahnt, schaute Penelope zu ihm hin Die Schönheit dieses Gesichts war ihm schmerzhaft Unerträglich Auf ihren Lippen glaubte er den Anflug eines Lächelns zu erkennen Erschrocken lief er davon, um sich oben im Zisternenturm beim Taubenschlag im Dachgeschoss der Schule zu verstecken Seinem Lieblingsschlupfwinkel Noch zitterten seine Hände, als er zu den Schnitzwerkzeugen griff und an einem neuen Stück zu arbeiten begann Das dem Gesicht gleichen sollte, welches er eben erblickt hatte Als er an diesem Abend Stunden später als üblich nach Hause kam, erwartete ihn wütend seine Mutter Wo hast du denn gesteckt, du Lausbengel? Entschuldigen Sie, Mutter, ich habe mich verirrt Du bist irre seit dem Tag deiner Geburt Jahre später Immer wenn er seinen Revolver einem Gefangenen in den Mund steckte und abdrückte sollte sich Chefinspektor Francisco Javier Fumero an den Tag erinnern wo er neben einem Ausflugslokal in Las Planas den Schädel seiner Mutter zerplatzen sah und dabei nur den Widerwillen vor toten Dingen empfand Die Guardia Civil, alarmiert vom Geschäftsführer des Lokals, der den Schuss gehört hatte fand den Jungen auf einem Felsen sitzen, die noch lauwarme Flinte auf dem Schoß Starr betrachtete er den enthaupteten, insektenbedeckten Körper von Maria Craponfia, alias Yvonne Als er die Zivilgardisten auf sich zukommen sah, zuckte er nur die Schultern, das Gesicht voller Blutspritzer Die Guardisten hörten ein Schluchzen und fanden 30 Meter weiter Ramon neben einem Baum im Unkraut kauern Er zitterte und war nicht in der Lage, sich verständlich zu machen Nach langem Zögern gab der Leutnant der Guardia Civil das Gutachten ab das Vorkommnis sei ein tragischer Unfall gewesen und bekundete es desgleichen im Protokoll wenn auch nicht in seinem Gewissen Francisco Javier Fumero fragte, ob er diese alte Flinte behalten dürfe Wenn er groß sei, wolle er Soldat werden Geht es Ihnen nicht gut, Senor Romero de Torres? Das plötzliche Auftauchen Fumeros in Pater Fernandos Erzählung hatte mich erstarren lassen Die Wirkung auf Fermin aber war niederschmetternd gewesen Er war ganz gelb und seine Hände zitterten Dieser Junge, der Sohn des Hausmeisters, sind Sie sicher, dass der Fumero hieß? Francisco Javier Fumero? Ja, vollkommen Kennen Sie ihn etwa? Nein, sagten wir unisono Pater Fernando runzelte die Stirn Wäre ja nicht verwunderlich Mit der Zeit ist Francisco Javier schließlich eine jämmerlich berühmte Persönlichkeit geworden Belieben? Sie verstehen mich ganz genau Francisco Javier Fumero ist Chefinspektor der Kriminalpolizei von Barcelona und sein Ruf ist selbst zu denen spielend vorgedrungen, die wir dieses Gelände nicht verlassen Und als Sie seinen Namen gehört haben, sind Sie um mehrere Zentimeter geschrumpft, würde ich sagen Jetzt, da Ihre Exzellenz es erwähnen, klingelt mir der Name irgendwie vertraut Pater Fernando schaute uns misstrauisch an Dieser Junge da ist kein Sohn von Julian Kadax Irre ich mich? Jetzt war ich mir sicher, dass der Augenblick nahte, wo uns der Priester hochkant hinauswerfen würde und beschloss, auf die Karte Ehrlichkeit zu setzen Sie haben recht, Pater Julian Kadax ist nicht mein Vater Aber es schickt uns niemand her Vor Jahren bin ich zufällig auf ein Buch von Kadax gestoßen Ein Buch, das als verschwunden galt Und seither habe ich versucht, mehr über ihn herauszufinden und Licht in die Umstände seines Todes zu bringen Senor Romero de Torres hat mir dabei geholfen Welches Buch? Der Schatten des Windes Haben Sie es gelesen? Ich habe Julians sämtliche Romane gelesen Haben Sie sie noch? Der Priester schüttelte den Kopf Darf ich Sie fragen, was Sie mit ihnen gemacht haben? Vor Jahren ist jemand in mein Zimmer eingedrungen und hat sie verbrannt Haben Sie einen bestimmten Verdacht? Natürlich Fumero Sind Sie etwa nicht deswegen hier? Fermin und ich wechselten einen verwirrten Blick Inspektor Fumero? Warum sollte er diese Bücher verbrennen wollen? Wer denn sonst? Im letzten Jahr, das wir zusammen auf der Schule verbrachten hat Francisco Javier versucht, Julian mit der Flinte seines Vaters zu erschießen Wäre ihm Mikel nicht in den Arm gefallen Warum hat er ihn denn umzubringen versucht? Julian war doch sein einziger Freund Francisco Javier war verrückt nach Penelope Aldaia Niemand wusste das Anscheinend folgte er Julian, ohne dass der es wusste Ich glaube, eines Tages hat er gesehen, wie er sie küsste Ich weiß es nicht Hingegen weiß ich, dass er ihn am helllichsten Tag umzubringen versucht hat Mikel Moliner, der Fumero nie über den Weg getraut hatte Hat sich auf ihn gestürzt und ihn im letzten Moment daran gehindert Was ist mit Fumero geschehen? Er und seine Familie erhielten Hausverbot Ich glaube, Francisco Javier hat man eine Zeit lang in ein Internat gesteckt Wir haben erst zwei Jahre später wieder von ihm gehört Als seine Mutter bei einem Jagdunfall ums Leben kam Einen solchen Unfall hat es aber nicht gegeben Mikel hatte von Anfang an recht gehabt Francisco Javier Fumero ist ein Mörder Was immer klarer zu werden scheint, ist, dass Penelope Aldaia der Mittelpunkt dieser ganzen Geschichte ist Und gerade von ihr wissen wir am allerwenigsten Bemerkte Fermin Ich glaube nicht, dass ich ihnen da behilflich sein kann Ich habe sie kaum gesehen, zwei, dreimal aus der Ferne Alles, was ich von ihr weiß, hat mir Julian erzählt Und das war nicht viel Die einzige Person, die ich den Namen Penelope Seite habe erwähnen hören war Jacinta Coronado Jacinta Coronado? Penelope ist Kinderfrau Sie hatte Penelope und Jorge großgezogen Sie hat sie wahnsinnig geliebt, besonders Penelope Manchmal hat sich Jorge von der Schule abgeholt Sie war die beste Frau, die ich je kennengelernt habe Sie hatte keine Kinder Und auch von einem Freund war nichts bekannt Sie war ganz allein auf der Welt Und hatte ihr Leben geopfert, um Aldaias Kinder aufzuziehen Sie hat Penelope von ganzer Seele angebetet Und spricht noch immer von ihr Sie haben noch Kontakt zu Jacinta? Ich besuche sie manchmal im Santa Lucia Altenheim Sie hat niemanden Fermin und ich wechselten einen Blick Und Penelope? Haben Sie sie nie besucht? Pater Fernandos Blick war ein schwarzer Abgrund Niemand weiß, was aus Penelope geworden ist Dieses Mädchen war ja Finters Leben Als sie Aldaias nach Amerika auswanderten, hat sie mit ihr alles verloren Warum haben sie sie denn nicht mitgenommen? Ist Penelope ebenfalls nach Amerika gegangen, mit den übrigen Aldaias? Ich weiß es nicht Nach 1919 hat niemand Penelope wieder gesehen oder von Ihnen gehört Kommen Sie, ich bringe Sie zum Ausgang Pater Fernando führte uns durch den Garten zum Tor Es hat mir sehr leid getan, als ich erfuhr, dass Julian gestorben war Sagte er leise Trotz allem Was nachher geschehen ist Und obwohl wir uns mit der Zeit voneinander distanziert haben Waren wir gute Freunde Mikel, Aldaias, Julian und ich Sogar Fumero Ich habe immer gedacht, wir wären unzertrennlich Aber das Leben scheint etwas zu wissen, was wir nicht wissen Ich habe nie wieder Freunde gehabt wie diese Und glaube auch nicht, dass ich noch einmal welche haben werde Hoffentlich finden sie, was sie suchen, Daniel Was meinen Sie, wenn wir in das Lokal auf der Plaza de Saria gehen Und zwei Tortilla-Sandwiches mit ganz viel Zwiebeln futtern? Schlug Fermin vor Der bloße Gedanke an Fumero hat mich schrecklich hungrig gemacht Wir setzen uns an einen Tisch neben der Kneipentür Und Fermin verschlang die beiden Sandwiches, seines und meines Trank ein Bier vom Fass, einen Espresso mit Milch und Rum Und dazu die zwei Schokoladenplätzchen Als Nachspeise lutschte er eins seiner Bonbons Am Nachbartisch beobachtete ein Mann Fermin über den Rand der Zeitung hinweg Und dachte wahrscheinlich dasselbe wie ich Ich weiß nicht, wo Sie das alles hintun, Fermin Ich hatte schon immer einen enormen Stoffwechsel Meine Mutter hat mich oft gefragt, ob vielleicht ein Zwilling in mir mit ist Sie musste immer doppelt auftischen Vermissen Sie sie? Mit einem Lächeln zuckte er die Schultern Was weiß ich? Und Sie? Vermissen Sie Ihre Mutter? Sehr Woran erinnern Sie sich am meisten bei Ihrer Mutter? Ich zögerte einen Augenblick und glaubte die Worte zusammen An nichts Ich kann mich seit Jahren nicht mehr an meine Mutter erinnern Weder an ihr Gesicht, noch an ihre Stimme oder ihren Geruch Das ist mit dem Tag verschwunden, an dem ich Julian Carax entdeckt habe Und es ist nicht wiedergekommen Fermin schaute mich etwas ungläubig an Und wog seine Antwort ab Haben Sie denn kein Bild von ihr? Ich habe die Bilder nie anschauen mögen Warum nicht? Noch nie hatte ich das jemandem erzählt Nicht einmal meinem Vater oder Thomas Weil es mir Angst macht Es macht mir Angst, ein Bild meiner Mutter zu suchen Und eine Fremde in ihr zu entdecken Sie finden das bestimmt dumm Er schüttelte den Kopf Und darum denken Sie, wenn Sie das Geheimnis von Julian Carax ergründen können Und ihn der Vergessenheit entreißen Wird das Gesicht Ihrer Mutter zurückkehren? Ich schaute ihn schweigend an In seinem Blick lag weder Ironie noch Urteil Einen Moment lang erschien mir Fermin Romero de Torres Als der scharfsinnigste und weiseste Mensch der Welt Vielleicht Sagte ich schließlich Punkt 12 Uhr nahmen wir einen Bus zurück ins Stadtzentrum Wir setzten uns vorne hin, direkt hinter den Fahrer Was Fermin nutzte, um mit ihm ein Gespräch Über die vielen technischen und hygienischen Fortschritte zu beginnen Die er beim oberirdischen öffentlichen Verkehr feststellte Seit er ihn 1940 letztmals benutzt hatte Insbesondere bezüglich der Beschilderung Wie eine Tafel mit den Worten Spucken und zotiges Reden verboten bezeugte Fermin studierte sie Und er wies ihr seine Referenz Indem er geräuschvoll einen kräftigen Auswurf von sich gab Ein weiter hinten sitzender Mann lachte Ich erkannte in ihm den Beobachter vom Nebentisch in der Kneipe Ich wechselte einen kurzen Blick mit ihm Er lächelte mir freundlich zu Und schaute dann wieder in seine Zeitung Als wir in die Calle Ganduxa kamen Sah ich, dass ich Fermin in seinem Mantel eingekuschelt hatte Und mit offenem Mund und glückseligem Gesicht Ein Dickerchen machte Der Bus rollte durch die geschniegelte Herrschaftlichkeit Des Paseo de San Gervasio Als Fermin plötzlich hochfuhr Dieser Geistliche hat uns möglicherweise einen Bären aufgebunden Mir kam er ehrlich vor Was haben Sie für eine gesegnete Unschuld, Daniel Also, nur ein kleines Beispiel Dieser Schwindel von Michel Moliner Den Ihnen Nuria Montfort da verzapft hat Jetzt soll sie also mit einem Jugendfreund von Aldaya und Carax verheiratet sein Sieh mal einer an Und dazu haben wir noch die Geschichte von Jacinta, der guten Kinderfrau Die ja wahr sein mag, aber mir riecht sie allzu sehr nach Rührstück Ganz zu schweigen von Fumeros Starauftritt in der Rolle des Killers Sie glauben also, Pater Fernando hat uns angeschwindelt? Ich glaube, wenn er uns angekohlt hat, dann aus Unterlassung oder Anstand Nicht um uns eins auszuwischen oder aus Bosheit Früher oder später werden wir die Mumie des Engelsgroßmütterchens ausgraben Und an den Knöcheln schütteln müssen, um zu sehen, was dabei rauskommt Einstweilen werde ich an einigen Fäden ziehen Vielleicht kriege ich über diesen Michel Moliner etwas heraus Und es wäre auch nicht überflüssig, ein Auge auf Nuria Montfort zu werfen Überlassen Sie sie mir, Daniel Mich macht der Wohlgeruch des Ewigweiblichen nicht mehr so verrückt wie Sie In meinen Jahren wird die Durchblutung des Kopfes wichtiger als die der Weichteile Heute allerdings führe ich meine Bernade aus Was haben denn Sie vor für den Rest des Tages? Nichts Besonderes Und dieses Mädchen, Aguilar's Schwester? Ich weiß nicht Wissen tun Sie schon, aber was Sie machen, das ist auf gut Deutsch Den Schwanz zwischen die Beine kneifen, statt den Stier bei den Hörnern zu packen Hören Sie auf mich Gehen Sie, holen Sie Ihr Mädchen, das Leben vergeht im Flug Vor allem der lebenswerte Teil Das ist doch gar nicht mein Mädchen Dann erobern Sie sie eben, bevor ein anderer sie Ihnen wegschnappt Besonders so ein kleiner Zinnsoldat Passen Sie auf, Daniel Das Schicksal lauert immer gleich um die Ecke Wie ein Dieb, eine Nutte oder ein Losverkäufer Seine drei trivialsten Verkörperungen Hausbesuche macht es hingegen keine Man muss sich schon zu ihm bemühen An der Ecke Gran Via, Paseo de Gracia Stiegen wir unter einem aschfarbenen, das Licht verschluckenden Himmel aus Fermin knöpfte seinen Mantel bis an die Gurgel hinauf zu Und ich sah diese Andeutung von einem Männchen davoneilen In seinem grauen Mantel eingemummelt Der flatterte wie eine verschossene Fahne im Wind Ich machte mich auf den Heimweg Als ich von der Puerta del Angel in die Calle Santa Anna einbog Blieb mir das Herz stehen Wie immer hatte Fermin recht gehabt In grauem Kostüm, neuen Schuhen und Seidenstrümpfen Wartete vor der Buchhandlung das Schicksal auf mich Und betrachtete sein Spiegelbild in der Schaufensterscheibe Mein Vater glaubt, ich bin in der Zwölf-Uhr-Messe Sagte Bea, ohne ihr Bild aus den Augen zu lassen Wir unterhielten uns wie zwei Unbekannte, die zufällig vor einem Schaufenster stehen geblieben waren Und suchten in der Scheibe unseren Blick Ich freue mich, dich zu sehen Ein Lächeln auf Halbmast Nervös Flüchtig Ich mich auch Das sagst du, das wäre so eine Krankheit Es ist schlimmer als das Ich dachte, wenn ich dich im Tageslicht wiedersehen würde, käme ich vielleicht zur Vernunft Man darf uns nicht zusammen sehen, Daniel Nicht so auf offener Straße Wenn du willst, können wir in die Buchhandlung hineingehen Im Hinterraum steht eine Kaffeemaschine und... Nein, ich will nicht, dass mich jemand hier hineingehen oder herauskommen sieht Wenn mich jetzt jemand mit dir plaudern sieht, kann ich immer noch sagen, ich habe zufällig den besten Freund meines Bruders getroffen Warum bist du denn hergekommen? Du hast mir neulich abends etwas gezeigt, was ich noch nie gesehen hatte, murmelte sie Jetzt bin ich dran Ich runzelte gespannt die Stirn Bea öffnete ihre Tasche, zog ein zusammengefaltetes Kärtchen heraus und gab es mir Du bist nicht der Einzige, der die Geheimnisse von Barcelona kennt, Daniel Ich habe eine Überraschung für dich Ich erwarte dich heute Nachmittag um vier an dieser Adresse Niemand darf wissen, dass wir dort verabredet sind Wenn du nicht kommst, werde ich es verstehen Ich werde verstehen, dass du mich nicht mehr sehen willst Ohne mir auch nur eine Sekunde Zeit für eine Antwort zu geben, machte sie kehrt und ging davon Ich klappte das Kärtchen auf Darauf stand in blauer Schrift eine mir wohlvertraute Adresse Avenida del Tibidabo, 32 Das Gewitter wartete nicht auf den Einbruch der Dunkelheit, um loszudonnern Die ersten Blitze zuckten, kurz nachdem ich in einen Bus der Linie 22 gestiegen war Es war bereits zehn nach vier, als mich der Bus im Unwetter stehen ließ Der Eishauch des Gewitters verschleierte grau die gespenstischen Konturen von Palästen und Villen Unter ihnen erhob sich inmitten der gezausten Bäume einsam der dunkle Turm des Aldaia-Hauses Ich strich mir die klatschnassen Haare aus den Augen und lief los Das Türchen im Gittertor wiegte sich im Wind Auf der anderen Seite schlängelte sich ein schmaler Weg zur Villa hinauf Zwischen dem Unkraut erahnte man die Sockel roh entthronter Statuen Als ich mich dem Haus näherte, sah ich, dass eine von ihnen, ein Engel der Läuterung, zuoberst im Park, verloren in einem Bassin lag Unter der jetzt überfließenden Wasseroberfläche glitzerte die schwärzliche Gestalt geisterhaft Die Hand des Feuerengels ragte aus dem Wasser Ein anklagender Zeigefinger, spitz wie ein Bajonett, wies auf den Haupteingang Die gearbeitete Eichentür war angelehnt Ich stieß sie auf und wagte mich ein paar Schritte in eine höhlenartige Vorhalle hinein Die Wände schienen unter der Berührung einer Kerze zu schwanken Ich dachte schon, du würdest nicht kommen, sagte Bea Ihre Silhouette hob sich vom Halbdunkel in einem Flur ab, an dessen Ende sich, fahl erleuchtet, eine Galerie auftat Sie saß auf einem Stuhl an der Wand, eine Kerze zu den Füßen Schließ die Tür, bedeutete sie mir, ohne aufzustehen Der Schlüssel steckt im Schloss Ich gehorchte Das Schloss knarrte mit Grabesecho Ich hörte Beas Schritte hinter mir näher kommen Und spürte ihre Berührung an meinen nassen Kleidern Du zitterst ja Vor Angst oder vor Kälte Ich wandte mich zu ihr um und sagte Das habe ich noch nicht entschieden Komm Wir machen ein Feuer, damit dir wieder warm wird Sie führte mich durch den Korridor an den Fuß der Galerie, die den Saal des Hauses beherrschte Am einen Ende des Saals lagen in einem Kamin einige Scheite bereit Bea kniete vor ihm nieder und stopfte mehrere Zeitungsseiten zwischen die Scheite Mit einem Streichholz steckte sie sie in Brand und rasch bildete das Feuer einen Kranz Bea zog eine Wolldecke aus einer Segeltuchtasche und breitete sie aus Komm, setz dich hierher ans Feuer Nicht, dass du meinetwegen noch eine Lungenentzündung kriegst Sie setzte sich auf einen der Stühle Ich blieb dicht am Feuer sitzen und schaute zu, wie der Dampf aus meinen Kleidern aufstieg Was du das Aldaia-Haus nennst, hat eigentlich einen richtigen Namen, nämlich Nebelburg Aber das weiß fast niemand Seit 15 Jahren versucht das Büro meines Vaters diesen Besitz zu verkaufen Erfolglos Als du mir neulich die Geschichte von Julian Kadax und Penelope Aldaia erzählt hast Habe ich nicht weiter darauf geachtet Später, am Abend zu Hause, habe ich mich daran erinnert Dass ich meinen Vater einmal von der Familie Aldaia habe sprechen hören Und zwar von diesem Haus Ich wollte dir diesen Ort zeigen, weißt du Ich wollte dir eine Überraschung bereiten Ich dachte, ich müsse dich hierher bringen Es ist schließlich Teil deiner Geschichte Die Geschichte von Kadax und Penelope Den Schlüssel habe ich mir im Büro meines Vaters ausgeliehen Keiner weiß, dass wir hier sind Es ist unser Geheimnis und ich wollte es mit dir teilen Ich habe mich gefragt, ob du kommen würdest Während sie sprach, hatte meine Hand ungeschickt nach ihrem Fußknöchel getastet Und arbeitete sich nun zu ihrem Knie empor Thomas sagt, du hast nie eine Freundin gehabt? Sagte sie, als erklärte das alles Ich zog die Hand zurück und schaute besiegt zu Boden Ich hatte das Gefühl, sie lächle, aber ich wagte nicht hinzuschauen Für einen so verschwiegenen Menschen ist dein Bruder eine ziemliche Plaudertasche Was sagt die Wochenschau denn sonst noch von mir? Sie sagt, du seist jahrelang in eine Frau verliebt gewesen, die älter war als du Und dieses Erlebnis habe dir das Herz gebrochen Ihr Name ist Clara, sagte ich Ich weiß, Clara Barthelot Du kennst sie? Alle kennen irgendeine Clara Barthelot Auf den Namen kommt es nicht an Wir schwiegen eine Weile und schauten zu, wie das Feuer Funken sprühte Nachdem ich dich gestern Abend verlassen hatte, habe ich Pablo einen Brief geschrieben Sagte Bea Ich schluckte Deinem Verlobten? Dem Leutnant? Wozu? Sie zog einen Umschlag hervor und zeigte ihn mir Er war verschlossen und versiegelt In dem Brief sage ich ihm, dass ich so bald wie möglich heiraten will In einem Monat, wenn es geht Und dass ich für immer von Barcelona weg will Beinahe zitternd suchte ich ihren undurchdringlichen Blick Warum erzählst du mir das? Damit du mir sagst, ob ich ihn abschicken soll oder nicht Darum habe ich dich heute Abend hierher kommen lassen, Daniel Sieh mich an Ich schaute auf und hielt ihrem Blick stand Ich wusste keine Antwort Bea senkte die Augen und entfernte sich zum anderen Ende des Saals Eine Tür führte zu einer Marmorbalustrade, die sie auf den Hof öffnete Ich sah, wie ihre Gestalt mit dem Regen verschmolz, eilte ihr nach, um sie aufzuhalten und riss ihr den Umschlag aus den Händen Der Regen peitschte ihr ins Gesicht und fegte Tränen und Wut hinweg Ich brachte sie ins Haus zurück und zog sie vor das wärmende Feuer Sie mied meinen Blick Da warf ich den Umschlag in die Flammen Wir schauten zu, wie er verbrannte und sich in blaue Rauchspiralen auflöste Mit Tränen in den Augen kniete Bea neben mir nieder Ich umarmte sie und spürte ihren Atem am Hals Lass mich nicht fallen, Daniel, flüsterte sie Der weiseste Mann, den ich je kennengelernt hatte, Fermin Romero de Torres, hatte mir einmal erklärt, es gebe keine Erfahrung im Leben, die derjenigen vergleichbar sei, zum ersten Mal eine Frau auszuziehen Er hatte mich nicht belogen Er hatte mir aber auch nicht die ganze Wahrheit gesagt Er hatte mir nichts erzählt von dem seltsamen Zittern der Hände, das jeden Knopf, jeden Reißverschluss zu einem Hindernis machte Er hatte mir nichts gesagt von dem Zauber der blassen Haut, von der ersten zitternden Berührung der Lippen Von alledem hatte er mir nichts erzählt, weil er wusste, dass sich das Wunder nur einmal ereignet und dabei eine Sprache der Geheimnisse spricht Die, haben sie sich einmal zu erkennen gegeben, für immer verfliegen Es war dunkel geworden, als wir das Haus verließen Vom Gewitter war nur noch ein schwacher, kalter Sprühregen geblieben Ich wollte Bea den Schlüssel zurückgeben, aber sie bedeutete mir mit einem Blick, ich solle ihn behalten Schweigend, Hand in Hand und ohne uns anzuschauen, gingen wir zum Paseo de San Gervasio hinunter In der Hoffnung, dort ein Taxi oder einen Bus zu finden Ich kann dich erst am Dienstag wiedersehen, sagte Bea mit dünner Stimme Als zweifelte sie plötzlich an meinem Wunsch, sie ebenfalls wiederzusehen Ich werde dich hier erwarten, sagte ich Fermin, der vom Kirchplatz aus Steinchen an meine Scheibe warf, weckte mich Ich zog das Erstbeste an, was ich fand, und ging hinunter, um ihm zu öffnen Er brachte seine unerträgliche Montag-Morgen-Begeisterung mit Wir zogen das Gitter hoch und hängten das Schild offen hinaus Sie haben vielleicht Ringe um die Augen, Daniel Groß wie ein Baugrundstück Man sieht, dass Sie den Stier bei den Hörnern gepackt haben Na los, erzählen Sie Was soll ich denn erzählen? Das überlasse ich Ihnen Die Anzahl der Degenstiche? Oder die Ehrenrunden in der Arena? Mir ist nicht nach Witzen, Fermin Kommen Sie, ärgern Sie sich nicht über mich Ich habe brandaktuelle Nachrichten bezüglich unserer Ermittlungen über Ihren Freund Julian Kadax Ich bin ganz ohr Er warf mir seinen CIA-Blick zu Eine Braue in die Höhe gezogen, die andere wachsam Nun, nachdem ich gestern die Bernada mit intakter Keuschheit, aber zwei saftigen blauen Flecken am Gesäß nach Hause gebracht hatte Habe ich von wegen Abendlatte eine Schlaflosigkeitsattacke erlitten Und diesen Umstand genutzt, um eine der Informationsstellen der Bartheloneser Unterwelt aufzusuchen Nämlich die Schenke von Eliodoro Salfuman Dort angekommen, habe ich mich bei einigen der Stammgäste, alten Leidensgenossen, eingeschmeichelt Und über diesen Mikel Moliner zu ermitteln begonnen Den Mann ihrer Matahari Nuria Montfort Und angeblichen Insassen der Stadtpensionate Angeblich? Ich weiß aus Erfahrung, dass hinsichtlich der Zuchthausinsassenschaft meine Informanten in besagter Kneipe verlässlicher sind als die Blutsauger des Justizpalastes Und ich kann Ihnen versichern, mein lieber Daniel Dass in den letzten zehn Jahren niemand von einem Mikel Moliner als Gefangenen, Besucher oder sonstigem Lebewesen in Barcelonas Gefängnissen gehört hat Daniel, diese Frau hat sie angeschwindelt Und was nun? Mikel Moliner ist eine tote Spur Was empfehlen Sie? Für den Moment, andere Wege zu verfolgen Es wäre keineswegs müßig, dieses alte Weiblein zu besuchen Die gute Kinderfrau aus dem Märchen, das uns der Geistliche gestern Vormittag aufgetischt hat Heute Abend werden wir gleich nach Ladenschluss der Frau im Altenheim Santa Lucia einen Barmherzigkeitsbesuch abstatten Und jetzt erzählen Sie Wie ist es Ihnen gestern mit diesem Backfisch ergangen? Ich seufzte und gestand ihm alles haarklein Als sie zu Ende war und auch meine Ängste geschildert hatte überraschte mich Fermin mit einer plötzlichen, tief empfundenen Umarmung Sie sind verliebt! Murmelte er gerührt, während er mir auf die Schulter klopfte Sie armer! An diesem Abend verließen wir die Buchhandlung pünktlich zur Ladenschlusszeit Unterwegs schilderte mir Fermin den Schauplatz, den wir aufzusuchen, im Begriff waren Das Altenheim Santa Lucia war eine Einrichtung von gespenstischem Ruf und befand sich in einem halbverfallenen Palast in der Calle Montcada Die Legende beschrieb ihn als eine Mischung aus Purgatorium und Leichenhalle mit prekärsten sanitären Bedingungen Die Insassen rekrutierten sich aus den Reihen der Scheintoten, verlassenen Greise, Geistesgestörten, Bedürftigen und dem einen oder anderen komischen Heiligen die alle zusammen die unterste Hefe von Barfelona bildeten Zu ihrem Glück überlebten die meisten ihren Eintritt nicht lange Der Zustand des Ortes und die Gesellschaft luden nicht zur Langlebigkeit ein Ein morsches Holztor führte auf einen Innenhof, bewacht von Gaslampen, die ihr Licht auf Wasserspeier und steinerne Engel mit ausgewaschenen Gesichtszügen warfen Eine breite Treppe führte zum ersten Stock hinauf, wo ein helles Rechteck den Haupteingang des Altenheims markierte Das Gaslicht tönte den herausströmenden Giftnebel-Ockerfarben Eine kantige Raubvogelsilhouette beobachtete uns im Türbogen Im Halbdunkel konnte man ihren scharfen Blick erkennen, von derselben Farbe wie das Ordensgewand Sie hielt einen dampfenden, unbeschreiblich stinkenden Holzeimer in der Hand »Ave Maria purissima sine peccato concepta« sprudelte Fermin begeistert hervor »Und der Sarg?« antwortete tief und argwöhnlich die Stimme von oben »Der Sarg?« erwiderten Fermin und ich einstimmig »Sie kommen doch vom Beerdigungsinstitut, nicht wahr?« Angesichts dieser von der Vorsehung geschenkten Gelegenheit leuchtete Fermins Gesicht auf »Der Sarg ist noch im Lieferwagen. Wir möchten zuerst den Kunden untersuchen. Reine Formalität« Ich spürte, wie mich Ekel packte »Ich dachte, Senior Coibato wollte persönlich kommen«, sagte die Nonne »Senor Coibato lässt sich entschuldigen. Er hat in letzter Sekunde eine höchst verzwickte Einbalsamierung vornehmen müssen« Die Nonne musterte uns flüchtig und nickte gleichgültig »Willkommen in Santa Lucia. Ich bin Schwester Hortensia. Ich habe Sie angerufen. Folgen Sie mir« Ohne einen Mucks von uns zu geben, folgten wir ihr durch einen höhlenartigen Korridor, dessen Geruch mich an einen U-Bahn-Schacht erinnerte Zu beiden Seiten öffneten sich hinter türlosen Rahmen von Kerzen erleuchtete Säle, an deren Wänden Betten aufgereiht waren, über denen sich Moskitonetze wie Leichentücher bewegten Man hörte Wehklagen und erkannte zwischen dem Vorhanggewebe einzelne Gestalten »Hier entlang«, sagte Schwester Hortensia, die ein paar Meter vorausging »Wir betraten ein geräumiges Gewölbe. Auf den ersten Blick hatte ich im Halbdunkel das Gefühl, ich sähe eine Sammlung von Wachsfiguren, die mit glasig-toten, im Kerzenlicht wie Messingmünzen glänzenden Augen in den Ecken saßen oder dort liegen gelassen worden waren.« Dann stellte ich fest, dass sie sich bewegten, wenn auch sehr langsam und behutsam. Sie hatten kein bestimmtes Alter oder Geschlecht und waren in aschfarbenen Lumpen gehüllt. »Senior Colbaton hat gesagt, wir sollen nichts anrühren und reinigen«, sagte Schwester Hortensia in entschuldigendem Ton. »So haben wir den Ärmsten halt in eine der Kisten gelegt, die da rumstehen, weil er schon zu Tropfen angefangen hat. Aber das ist ja jetzt vorbei.« »Das haben Sie gut gemacht. Man kann nicht vorsichtig genug sein«, pflichtete Fermin bei. Schwester Hortensia führte uns zu einer Art Zelle ohne Ventilation, noch Licht, zu hinterst in einem engen Gang, nahm eine der Gaslaternen von der Wand und reichte sie uns. »Werden Sie lange brauchen? Ich habe zu tun.« »Lassen Sie sich durch uns nicht stören. Gehen Sie nur an Ihre Arbeit, wir werden Ihnen schon mitnehmen. Seien Sie unbesorgt.« »Gut. Wenn Sie etwas brauchen, ich bin im Keller, in der Galerie der Bettlägerigen. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, dann bringen Sie ihn bitte hinten hinaus, damit ihn die anderen nicht sehen. Es ist schlecht für die Moral der Insassen.« »Das ist uns klar«, sagte ich mit brüchiger Stimme. Die Nonne ging im Dunkeln mit ihrem Eimer davon. Fermin drängte mich in die Zelle hinein. Es war ein elendes, in die feuchtigkeitsschwitzenden Grottenmauern eingelassenes Räumchen, in welchem Ketten mit einem Haken von der Decke hingen und dessen gesprungener Boden von einem Abflussgitter gevierteilt wurde. In der Mitte lag auf einem gräulichen Marmortisch eine Kiste, wie sie für industrielle Verpackungen verwendet wurden. Fermin hob die Lampe, und wir erkannten in der Holzwollefüllung den Toten und seine ausgezackten Pergamentenentzüge. Die aufgedunsene Haut war purpurfarben, die Eierschalen weißen Augen offen. Mir drehte sich der Magen um, und ich schaute weg. »Kommen Sie, ans Werk«, sagte Fermin. »Sind Sie wahnsinnig? Ich meine, dass wir diese Jahrhinter finden müssen, bevor man unsere List entdeckt.« »Wie denn?« »Ne, wie wohl?« »Indem wir fragen.« Wir spähten in den Korridor hinaus, um uns zu vergewissern, dass Schwester Hortensia verschwunden war. Dann schlichen wir uns vorsichtig zu dem Saal, den wir durchquert hatten. Die armseligen Gestalten beobachteten uns noch immer mit neugierigen, ängstlichen und in einem Fall sogar habgierigen Blicken. »Sehen Sie sich vor, da gibt es einige, die, wenn sie Ihnen das Blut aussaugen könnten, um noch einmal jung zu sein, sich Ihnen an den Hals werfen würden,« sagte Fermin. »Das Alter lässt Sie alle lahmfromm aussehen, aber hier gibt es ebenso viele Schweinehunde wie draußen, wenn nicht noch mehr. Die da gehören nämlich zu denen, die überlebt und die anderen ins Grab gebracht haben. Sie brauchen Sie also nicht zu bemitleiden. Los, Sie fangen bei denen in der Ecke dort an. Die scheinen keine Zähne mehr zu haben.« Mit wenig oder gar keiner Hoffnung auf Erfolg trat ich auf eine Gruppe von Insassen in einer Ecke des Saals zu. »Guten Abend«, sagte ich und merkte sogleich, wie absurd mein Gruß war. Hier war ja immer Abend oder Nacht. »Ich suche Senora Jacinta Coronado.« »Coronado. Kennt Sie jemand von Ihnen oder kann mir sagen, wo ich Sie finde?« Mir gegenüber vier von der Gier belebte Blickpaare. »Da pulst noch etwas«, dachte ich. »Vielleicht ist nicht alles verloren.« »Jacinta Coronado«, wiederholte ich. Die vier wechselten Blicke und nickten sich zu. Einer von ihnen, dickbäuchig und ohne ein einziges sichtbares Haar am Leib, schien der Anführer zu sein. Sein Gesicht und seine körperliche Präsenz ließen mich an einen Nero denken, der Harfe spielte, während Rom zu seinen Füßen verfaulte. Mit majestätischem Ausdruck lächelte mir Kaiser Nero zu. Hoffnungsfroh erwiderte ich die Geste. Er bedeutete mir, näher zu treten, als wollte er mir etwas ins Ohr flüstern. Ich zögerte, doch dann kam ich seiner Aufforderung nach. »Können Sie mir sagen, wo ich Senora Jacinta Coronado finde?«, fragte ich zum letzten Mal. Ich näherte das Ohr seinen Lippen, sodass ich seinen stinkig lauen Atem auf der Haut spüren konnte. Ich fürchtete schon, er werde mich beißen, da ließ er unerwartet einen gewaltigen Wind fahren. Seine Kollegen brachen den Gelächter aus und klatschen in die Hände. Ich wich einige Schritte zurück, doch schon hatte mich der Blähungsduft erreicht. Jetzt bemerkte ich neben mir einen in sich zusammengesunkenen Alten mit dem Barte des Propheten, schütterem Haar und feurigen Augen, der sich auf einen Stock stützte und die anderen verächtlich betrachtete. Sie verlieren ihre Zeit, junger Mann. Juanito kann nichts als furzen, und die anderen erschöpfen sich darin, darüber zu lachen und die Furze einzuatmen. Wie Sie sehen, ist die Gesellschaftsstruktur hier nicht groß, anders als in der Außenwelt. Der greise Philosoph sprach mit tiefer Stimme und perfekter Diktion. Er musterte mich von oben bis unten. Sie suchen die Jacinta, wenn ich richtig gehört habe? Ich nickte, verblüfft über die Erscheinung intelligenten Lebens in diesem Horrorloch. Und warum? Ich bin Ihr Enkel. Eine verlogene Vogelscheuche, das sind sie. Sagen Sie mir, warum Sie sie suchen, oder ich stelle mich verrückt. Das ist einfach hier. Juanito und seine Klack von Inhalierern schütteten sich noch immer aus vor Lachen. Nun gab der Solist eine Zugabe von sich, gedämpfter und länger als die erste Nummer, in Form eines Zischens, das einen angestochenen Reifen imitierte und deutlich machte, dass Juanito seinen Schließmuskel nahezu virtuos beherrschte. Ich beugte mich den Tatsachen. Sie haben recht. Ich bin kein Verwandter von Senora Coronado, aber ich muss mit ihr sprechen. Es ist überaus wichtig. Er hatte ein schelmisches Lächeln wie ein altgewordener Junge und sein Blick glühte vor Schlauheit. Können Sie mir helfen? flehte ich ihn an. Das hängt ganz davon ab, wie weit Sie mir helfen können. Wenn es in meiner Hand liegt, mit Freuden, soll ich Ihrer Familie eine Mitteilung zukommen lassen? Der Alte lachte bitter. Meine Familie ist es, die mich in dieses Loch verbannt hat. Was ich will, ist eine Frau. Verzeihung? Ich sage, ich will eine Frau. Ein weibliches Wesen. Dienstmädchen oder Rasseweib, das ist es. Junger Mann. Jünger als 55. Und gesund. Ohne Wunden und Brüche. Ich bin nicht sicher, ob ich Sie richtig verstehe. Sie verstehen mich großartig. Ich will vor meiner Reise ins Jenseits eine Frau vernaschen, die Zähne hat und sich nicht in die Hosen macht. Es ist mir egal, ob sie sehr hübsch ist oder nicht. Ich habe keine Adleraugen mehr. Und in meinem Alter ist jedes Mädchen eine Venus. Wenn sie etwas hat, woran man sich festhalten kann, ist das deutlich genug. Wie ein offenes Buch. Aber ich weiß nicht, wie ich eine Frau für Sie finden soll. Als ich in Ihrem Alter war, da gab es im Dienstleistungssektor sowas wie leichte Mädchen. Ich weiß zwar, dass sich die Welt verändert, aber nie in wesentlichen Belangen. Besorgen Sie mir eine. Völlig und geil. Und wir kommen ins Geschäft. Jetzt auf der Stelle kann ich Ihnen keine Frau herbringen. Ich mag ja ein alter Bock sein, aber kein Dummkopf. Das weiß ich natürlich auch. Es genügt mir, dass Sie mir es versprechen. Und wie wissen Sie, dass ich Ihnen nicht nur Ja sage, damit Sie mir verraten, wo Jacinta Coronado ist? Der Alte grinste verschlagen. Geben Sie mir Ihr Wort. Und überlassen Sie die Gewissensprobleme mir. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ich werde tun, was ich kann. Der Alte grinste von Ohr zu Ohr. Ich zählte drei Zähne. Blond. Auch wenn es Wasserstoffblond ist. Mit zwei ordentlichen Äpfeln. Und einer Schlampenstimme, wenn's geht. Von all meinen Sinnen ist das Gehören noch der Beste. Ich werde sehen, was sich tun lässt. Jetzt sagen Sie mir, wo ich Jacinta Coronado finde. Sie haben diesen Methusalem was versprochen? Sie haben es gehört. Ich hoffe, das haben Sie im Scherz gesagt. Einen Opa, der in den letzten Zügen liegt, lüge ich nicht an. Mag er noch so schamlos sein. Das adelt Sie, Daniel. Aber wie wollen Sie denn eine Nutte in dieses heilige Haus reinschmuckeln? Tja, vermutlich zum dreifachen Preis. Die Details überlasse ich Ihnen. Resigniert zuckte Fermin die Achseln. Nun ja, ein Abkommen ist ein Abkommen. Wir werden uns was einfallen lassen. Aber wenn Sie das nächste Mal vor einer Verhandlung dieser Art stehen, lassen Sie mich sprechen. Einverstanden. Wir fanden Jacinta Coronado in einem Dachgeschoss, zu dem man nur über eine Treppe vom dritten Stock ausgelangte. Laut dem Alten war das Dachgeschoss das Refugium der wenigen Insassen, denen den Verstand zu nehmen die Parze nicht in Anstand gehabt hatte, was andererseits ein nicht allzu lange andauernder Zustand war. Jacinta Coronado saß in einer Decke gehüllt, erschöpft in einem Korbstuhl. Sie betrachtete uns aufmerksam und reserviert. Ihren Kopf bedeckten nur noch ein paar wenige weißliche Strähnen. Ich bemerkte, dass sie mich verwundert anschaute, als hätte sie mich schon früher gesehen und wüsste nicht mehr wo. Ich fürchtete, Fermin würde mich gleich wieder als Karaks Sohn vorstellen oder einen ähnlichen Kniff nutzen, aber er kniete nur neben der Greisin nieder und ergriff ihre zittrige, runzlige Hand. Ja, Finta, ich bin Fermin und dieses Jüngelchen da ist mein Freund Daniel. Ihr Freund schickt uns, Pater Fernando Ramos, der heute nicht kommen konnte, weil er zwölf Messen lesen muss. Sie wissen ja, wie das mit diesen Heiligen ist, aber er lässt sie tausendmal grüßen. Wie geht es ihm? Sie lächelte ihn sanft an. Mein Freund strich ihr mit der Hand über Gesicht und Stirn. Sie war dankbar wie ein Schmusekätzchen für die Berührung einer anderen Haut. Mir zog sich die Kehle zusammen. Glauben Sie, wir dürften Ihnen ein paar Fragen stellen? Die alte Frau blinzelte nur. Ich würde sagen, das heißt ja. Erinnern Sie sich noch an Penelope, Jathinta? Penelope Aldaia. Zu ihr möchten wir Ihnen ein paar Fragen stellen. Jathinta nickte mit unversehens leuchtendem Blick. Meine Kleine, flüsterte sie, und es sah aus, als wolle sie gleich in Tränen ausbrechen. Genau. Sie erinnern sich, ja? Wir sind Freunde von Julian. Julian Carax. Pater Fernando von der San Gabriel Schule hat uns gesagt, sie hätten Penelope sehr geliebt. Was können Sie uns über Penelope und Julian sagen? Alle gemeinsam haben sie sie mir weggenommen, sagte sie. Meine Kleine. Ich wollte etwas sagen, doch Fermin warf mir einen Blick zu, der mich schweigen hieß. Wer hat Ihnen Penelope weggenommen, Jathinta? Können Sie sich noch erinnern? Der Herr, antwortete sie und schaute voller Angst empor, als fürchtete sie, jemand könnte uns hören. Fermin folgte ihrem Blick in die Höhe. Meinen Sie den Herrn Vater von Senorita Penelope? Don Ricardo? Wie geht's, Fernando? Fragte sie. Dem Geistlichen wie eine Rose. Eines schönen Tages wird er zum Papst gewählt und holt sie zu sich in die Sixtinische Kapelle. Er lässt sie vielmals grüßen. Er kommt mich als einziger besuchen, wissen Sie. Er kommt, weil er weiß, dass ich sonst niemand habe. Fermin warf mir einen verstohlenen Blick zu, als dächte er dasselbe wie ich. Jathinta Coronado war sehr viel vernünftiger, als es den Anschein machte. Der Körper erlosch, aber Geist und Seele verbrannten in diesem Elendsloch nur langsam. Ich fragte mich, wie viele weitere wie Sie und das zügellose Alterchen hier noch gefangen waren. Erinnern Sie sich an Julian Carax, Jathinta? Ich erinnere mich an den Tag, an dem Penelope zu mir gesagt hat, sie werde ihn heiraten. Fermin und ich schauten einander verdutzt an. Heiraten? Wann war das, Jathinta? An dem Tag, als sie ihn zum ersten Mal sah. Sie war 13 und wusste nicht, wer er war, noch wie er hieß. Wie konnte sie da wissen, dass sie ihn heiraten würde? Sie hatte ihn gesehen. Im Traum. Penelope Aldaya wurde im Frühling 1902 geboren. Sie war ein anfälliges, blasses, federleichtes Mädchen. Jathinta sah sie wachsen wie eine Blume mitten im Winter. Jahrelang wachte sie Nacht für Nacht bei ihr, bereitete persönlich jede einzelne Mahlzeit für sie zu, nähte ihre Kleider, war an ihrer Seite, als sie tausend und eine Krankheiten hatte, als sie ihre ersten Worte sagte, als sie zur Frau wurde. Ihre ganze Zeit galt Penelope. Sie las ihr vor, begleitete sie überall hin, badete sie, zog sie an und aus, kämpfte sie, ging mit ihr spazieren, brachte sie zu Bett und weckte sie. Vor allem aber sprach sie mit ihr. Alle hielten sie für eine verrückte Kinderfrau, eine alte Jungfrau ohne weiteres Leben als das ihrer Arbeit im Haus. Aber niemand kannte die Wahrheit. Jathinta war nicht nur Penelopes Mutter, sie war auch ihre beste Freundin. Seit das Mädchen zu sprechen und Gedanken zu artikulieren begonnen hatte, sehr viel eher, als Jathinta es von irgendeinem anderen Kind her in Erinnerung hatte, teilten die beiden ihre Geheimnisse, ihre Träume, ihr Leben. Als der rätselhafte Junge namens Julian ins Haus kam, bemerkte Jathinta vom ersten Augenblick an, dass zwischen ihm und Penelope ein Strom floss. Etwas Ähnliches band sie aneinander, wie sie und Penelope. Und gleichzeitig etwas anderes, intensiveres, gefährliches. Es mussten noch Monate der Blicke und des vergeblichen Sehnens vergehen, ehe Julian Kadax und Penelope miteinander allein sein konnten. Ihre ersten Worte wechselten sie in der Bibliothek des Hauses, in der Avenida del Tibidabo, an einem Gewitterabend, als die Villa sich mit Kerzenglanz füllte, ein paar wenige dem Halbdunkel abgerungene Sekunden, in denen Julian in den Augen des jungen Mädchens die Gewissheit zu lesen glaubte, dass beide dasselbe empfanden, dass dasselbe Geheimnis sie verzehrte. Niemand schien es zu beachten. Niemand außer Jathinta, die mit wachsender Unruhe das Blickspiel gedeihen sah, dass Penelope und Julian im Schatten der Aldaias spielten. Sie fürchtete um sie. Damals hatte Julian schon begonnen, die Nächte wachend zu verbringen und von Mitternacht bis zum frühen Morgen Erzählungen zu schreiben. Danach suchte er unter irgendeinem Vorwand das Haus in der Avenida del Tibidabo auf und wartete auf den geeigneten Moment, um sich heimlich in Jathintas Zimmer zu schleichen und ihr die Blätter zu überreichen, damit sie sie dem Mädchen gebe. Manchmal hatte Jathinta eine Mitteilung von Penelope für ihn und er las sie Tag um Tag immer wieder. Dieses Spiel dauerte Monate. Julian spürte, dass die Unschuld des Zufalls aus der Anfangszeit verflog und er Boden preisgeben musste. So begann er, Don Ricardo Aldaia über seine Pläne zu belügen, einen pappenden Enthusiasmus für eine Zukunft im Bank- und Finanzwesen vorzugaukeln, eine Zuneigung und Anhänglichkeit für Jorge Aldaia zu spielen, die er nicht empfand, nur um seine fast dauernde Anwesenheit im Haus in der Avenida del Tibidabo zu rechtfertigen. Manchmal erwachte er am Morgen und glühte vor Wut, begierig, der Welt seine wahren Gefühle zu offenbaren, vor Don Ricardo Aldaia hinzutreten und ihm zu sagen, er sei nicht im geringsten an seinem Geld, seinen Zukunftsarrangements und seiner Gesellschaft interessiert. Er wünsche sich nur seine Tochter Penelope, um sie so weit wie möglich von dieser leeren, toten Welt, in der sie gefangen halte, wegzubringen. Mit dem Tageslicht schwand sein Mut. Gelegentlich sprach sich Julian bei Jacinta aus, die den Jungen allmählich lieber hatte, als ihr Recht war. Oft trennte sie sich für kurze Zeit von Penelope und suchte unter dem Vorwand, Jorge von der San Gabriel Schule abzuholen, Julian auf, um ihm Botschaften von Penelope zu überbringen. So lernte sie Fernando Ramos kennen, der Jahre später als einziger Freund noch bleiben sollte, als sie in der vom Engel Zacharias prophezeiten Santa Lucia-Hölle auf den Tod wartete. Damals wurde Jacinta auch auf die düstere, verwirrende Erscheinung des schweigsamen Burschen aufmerksam, der Francisco Javier hieß, der Sohn des Pferdners von San Gabriel. Sie ertappte ihn dabei, wie er sie ausspionierte, aus der Ferne ihre Bewegungen las und Penelope mit den Augen verschlang. Mehr als einmal sollte sie frühmorgens erwachen, schweißüberströmt und von Albträumen verfolgt, in denen sich dieser trübäugige Junge wie ein Insekt auf Penelope stürzte. An einigen Nachmittagen, wenn sie Jorge abholen ging und er sich verspätete, unterhielt sie sich mit Julian. Einmal erzählte er ihr, er habe gesehen, wie sich im Hof mit den Brunnen seine Mutter und Don Ricardo Aldaya unterhalten hätten, während sie auf das Kommen der Schüler warteten. Don Ricardo schien sich an Sophies Gesellschaft zu ergötzen und Julian empfand einen gewissen Kummer, denn er wusste, dass der Industrielle im Ruf eines Don Juan stand, dessen Appetit auf die Wonnen der Weiblichkeit unabhängig von Stamm oder Stand unersättlich war. Nur seine Gattin schien dagegen immun zu sein. Ich habe eben zu deiner Mutter gesagt, wie sehr dir deine neue Schule gefällt. Zum Abschied blinzelte Don Ricardo ihnen zu und ging dann laut lachend davon. Seine Mutter sagte auf dem Rückweg kein Wort, ganz offensichtlich beleidigt von den Bemerkungen, die Don Ricardo Aldaya zu ihr gemacht hatte. Nicht nur Sophie sah argwöhnisch, wie er sich immer stärker an die Aldayas band, aber wo seine Mutter traurig schwieg, zeigte sein Vater Groll und Erbitterung. Mit jedem Tag war er übler gelaunt und reizbarer. Eines schönen Tages, als sich Don Ricardo Aldayas erster Besuch im Hutladen Fortuni und Söhne bald zum dritten Mal jährte, wurde der Hutmacher kurzerhand in den Büros des Aldaya-Imperiums auf dem Paseo de Garacia vorstellig und begehrte Don Ricardo zu sprechen. Was kann ich denn für Sie tun, mein lieber Fortunato? Unverzüglich erklärte ihm Antoni Fortuni, Don Ricardo täusche sich sehr in Julian. Mein Sohn, Don Ricardo, ist nicht das, was Sie glauben. Ganz im Gegenteil, er ist ein unwissender, fauler Bursche ohne weiteres Talent als die Flausen, die ihm seine Mutter in den Kopf gesetzt hat. Er wird nie etwas erreichen, glauben Sie mir. Es fehlt ihm an Ehrgeiz und Charakter. Sie kennen ihn nicht. Und er kann sehr geschickt sein, wenn es darum geht, Fremde einzuseifen, ihnen weiszumachen, dass er alles kann. Aber er kann überhaupt nichts. Er ist ein Durchschnittsmensch. Ich jedoch kenne ihn besser als irgendwer und hielt es für nötig, sie ins Bild zu setzen. Don Ricardo Aldaya hatte sich diesen Vortrag schweigend angehört und kaum dazu geblinzelt. Ist das alles, Fortunato? Der Industrielle drückte auf einen Knopf auf seinem Schreibtisch und sogleich erschien in der Tür der Sekretär, der ihn empfangen hatte. Der liebe Fortunato möchte gehen, Balface. Seien Sie so gut und begleiten Sie ihn zum Ausgang. Der eisige Ton des Industriellen sagte dem Hutmacher gar nicht zu. Mit Verlaub, Don Ricardo, Fortuni, nicht Fortunato. Wie auch immer. Sie sind ein erbärmlicher Mensch, Fortuni. Ich würde es Ihnen danken, wenn Sie nicht mehr herkämen. Wieder auf der Straße fühlte sich Fortuni einsamer denn je und war überzeugt, dass alle gegen ihn waren. Kurze Zeit später begann die vornehme Kundschaft, zu der ihm seine Beziehung zu Aldaya verholfen hatte, ihre Bestellungen schriftlich zu widerrufen und ihre Rechnungen zu begleichen. Allmählich versank der Hutladen Fortuni und Söhne in Lethargie. Julian stürzte sich gänzlich in die Welt der Aldayas und Penelopes, die einzige Zukunft, die er sich vorstellen konnte. So verstrichen fast zwei Jahre seines Lebens im Geheimen. Dunkle Schatten sprengelten seine Umgebung und bald verengten sie den Kreis immer mehr. Das erste Zeichen kam an einem Apriltag des Jahres 1918. Jorge Aldaya wurde 18. Das Haus in der Avenida del Tibidabo wurde für das große Ereignis in einen Zirkuspavillon verwandelt. Hunderte von Lampillons, Wimpeln und in den Gärten aufgestellten Buden, um die Gäste zu bedienen. Auf Julians Empfehlung hatte Jorge auch Francisco Javier Fumero mit einbezogen. Miquel Moliner machte sie darauf aufmerksam, dass sich der Pfortners Sohn in dieser aufgeblasenen, pompösen Umgebung feiner Pinkel deplatziert fühlen würde. Francisco Javier bekam seine Einladung, aber da ihm dasselbe ahnte, was Miquel Moliner prophezeit hatte, wollte er das Angebot ausschlagen. Als Dona Yvonne, seine Mutter, erfuhr, dass ihr Sohn vorhatte, eine Einladung in die Prachtvilla der Aldayas abzulehnen, hätte sie ihm beinahe die Haut über die Ohren gezogen. Sie griff zu den Ersparnissen, die sie seit längerem vom Lohn ihres Mannes abgezwackt hatte, und kaufte ihrem Sohn einen Matrosenanzug. Francisco Javier war damals 17 und dieser blaue Anzug mit kurzer Hose sah an ihm grotesk und entwürdigend aus. Als er am Tag des Festes in den lächerlichen Seemannsanzug schlüpfen wollte, entdeckte Francisco Javier, dass er ihm zu klein war. Dona Yvonne beschloss, sogleich die notwendige Flickarbeit auszuführen. So kamen sie zu spät. Dona Yvonne hatte es sich nicht nehmen lassen, ihren Sohn zum Haus Aldaya zu begleiten. Inzwischen hatte Julian das Festgetümmel und die Abwesenheit Don Ricardos genutzt und sich abgesetzt. Penelope und er hatten sich in der Bibliothek verabredet, wo keine Gefahr bestand, einem Angehörigen der oberen Zehntausend zu begegnen. Allzu sehr damit beschäftigt, sich gegenseitig mit den Lippen zu verschlingen, sahen weder Julian noch Penelope das verrückte Paar, das sich dem Haus näherte. Francisco Javier im Aufzug eines Erstkommunionsmatrosen und purpurrot vor Schmach musste beinahe mitgeschleift werden. Zwei Bedienstete standen am Eingang Wache. Sie schienen nicht sehr beeindruckt von den Besuchern. Dona Yvonne verkündete, ihr Sohn Don Francisco Javier Fumero de Soto Ceballos Sie wurden aufgefordert, sich schleunigst davonzumachen. Vom Fenster ihres Zimmers aus sah er hinter, dass Francisco Javier sich entfernte, aber plötzlich stehen blieb. Er wandte sich um und da sah er die beiden, jenseits des Schauspiels seiner aus voller Kehle auf die beiden anmaßenden, bediensteten, einschreienden Mutter. Im großen Fenster der Bibliothek küsste Julian Penilope. Sie küssten sich mit der Hingabe derer, die einander gehören, fern von der Welt. Am nächsten Tag erschien in der Mittagspause unvermutet Francisco Javier. Die Nachricht vom Skandal am Tag zuvor hatte unter den Schülern schon die Runde gemacht, aber die väterliche Jagdflinte in der Hand des Jungen erstickte jedes mögliche Gelächter im Keim. Alle zogen sich zurück, bis auf die Gruppe von Jorge Aldaia, Moliner, Fernando und Julian, die Francisco Javier verständnislos anstarten. Wortlos legte der Junge an. Später sagten Zeugen, sein Gesicht sei nicht wütend gewesen. Er zeigte dieselbe Gleichgültigkeit, mit der er die Reinigungsarbeiten im Garten erledigte. Der erste Schuss pfiff haarscharf an Julians Kopf vorbei. Der zweite hätte ihm die Gurgel durchdrungen, wenn sich Mikel Moliner nicht auf den Schützen gestürzt und ihm die Flinte entrissen hätte. Julian Carax hatte die Szene verdutzt und wie benommen verfolgt. Erst später, nachdem die Guardia Civil den Jungen schon mitgenommen hatte und das Pferdner-Ehepaar fast mit Fußtritten aus seiner Wohnung geworfen worden war, trat Mikel Moliner zu Julian und sagte ihm, er habe ihm das Leben gerettet. Es war für Julian und seine Kameraden das letzte Jahr an der San Gabriel-Schule. Alle unterhielten sich bereits über ihre Pläne oder das, was ihre Familien im kommenden Jahr mit ihnen vorhatten. Was Francisco Javier Fumero betraf, so wusste man nur, dass er auf Fürsprache von Don Ricardo Aldaia in eine abgelegene Besserungsanstalt im Valle de Aran eingewiesen worden war, wo ihn ein langer Winter erwartete. Während Julian sich Fragen zu seiner Zukunft stellte, planten andere sie für ihn. Don Ricardo bereitete in seiner Firma schon eine Stelle vor, um ihn ins Geschäft einzuführen. Der Hutmacher andererseits hatte beschlossen, wenn sein Sohn nicht im Familiengeschäft weitermachen wolle, könne er vergessen, es auf seine Kosten zu etwas zu bringen. Aus diesem Grund hatte er in aller Heimlichkeit Julians Eintritt in die Armee in die Wege geleitet, wo ihm einige Jahre Militärleben den Größenwahn schon austreiben würden. Als Julian endlich mitbekam, was die einen und die anderen für ihn vorbereitet hatten, war es bereits zu spät. In seinen Gedanken hatte ausschließlich Penelope Platz. In diesem letzten Frühling auf der San Gabriel Schule entdeckte er beunruhigt, dass Don Ricardo Aldaia und seine Mutter Sophie sich manchmal heimlich trafen. Anfangs befürchtete er, der Industrielle betrachte Sophie als angenehme Eroberung zur Vervollständigung seiner Sammlung. Aber bald sah er, dass sich die Begegnungen, die immer in Cafés im Zentrum und im Rahmen strengster Schicklichkeit stattfanden, auf die Konversation beschränkten. Als Julian Don Ricardo schließlich darauf ansprach und ihn fragte, was ich zwischen ihm und seiner Mutter abspiele, lachte der Industrielle. Dir entgeht wohl gar nichts, was Julian? Ich wollte tatsächlich mit dir auf das Thema zu sprechen kommen. Deine Mutter und ich diskutieren über deine Zukunft. Vor einigen Wochen hat sie mich in Sorge aufgesucht, weil dein Vater vorhat, dich nächstes Jahr in die Armee zu schicken. Natürlich will sie das Beste für dich und ist zu mir gekommen, um zu sehen, ob wir gemeinsam etwas unternehmen können. Mach dir keine Sorgen. Ich gebe dir, Ricardo, Aldayas Wort, dass du kein Kanonenfutter sein wirst. Deine Mutter und ich haben Großes mit dir vor. Vertrau uns. Julian wollte vertrauen, doch Don Ricardo flößte alles andere als Vertrauen ein. Als er sich mit Mikel Moliner beriet, stimmte dieser ihm zu. Wenn du wirklich mit Penelope fliehen willst, dann steh Gott dir bei. Was du brauchst, ist Geld. Aber das lässt sich regeln. Dafür gibt es reiche Freunde. So begannen Mikel und Julian die Flucht der Liebenden zu planen. Auf Moliners Anregung sollte Paris das Ziel sein. Er war der Meinung, wenn Julian sich schon anschicke, ein Bohemian-Künstler und Hungerleider zu sein, wäre die Kulisse von Paris unübertrefflich. Penelope sprach ein wenig Französisch, das für Julian dank des Unterrichts seiner Mutter eine zweite Sprache war. Zudem ist Paris groß genug, um sich zu verirren, aber klein genug, um Chancen zu haben, meinte Mikel. Sein Freund häufte ein kleines Vermögen an, indem er seine jahrelangen Ersparnisse zu dem schlug, was er unter den seltsamsten Vorwänden aus seinem Vater herausholen konnte. Nur er wusste, wohin die beiden gehen würden. Und ich werde verstürmen, sobald er den Zug besteigt. Noch am selben Nachmittag, nachdem die letzten Einzelheiten mit Mikel geklärt waren, ging Julian in die Avenida del Tibidabo, um Penelope in den Plan einzuweihen. Was ich dir sagen werde, darfst du keinen Menschen erzählen. Niemandem. Nicht einmal Jacinta, begann er. Das junge Mädchen lauschte sprachlos und verzaubert. Moliners Plan konnte nicht schiefgehen. Mikel würde die Fahrkarten unter einem falschen Namen kaufen und einen Dritten damit beauftragen, sie am Bahnschalter abzuholen. Sollte die Polizei ihn finden, so würde er ihnen als einziges die Beschreibung einer Person geben können, die Julian nicht glich. Die Flucht sollte an einem Sonntagnachmittag stattfinden. Julian und Penelope würden sich im Zug treffen. Es gäbe kein Warten auf dem Bahnsteig, damit niemand sie sehen konnte. Julian käme allein zur Estación de Francia, wo ihn Mikel mit den Fahrkarten und dem Geld erwartete. Der heikelste war Penelopes Part. Sie musste Jacinta belügen und sie bitten, mit ihr unter einem Vorwand die Elfuhrmesse zu verlassen und sie nach Hause zu bringen. Unterwegs würde sie sie anflehen, Julian treffen zu dürfen, mit dem Versprechen, zurück zu sein, ehe die Familie nach Hause käme. Dann würde sie zum Bahnhof gehen. Der Zug sollte um ein Uhr mittags fahren. Wenn Penelopes Fehlen bemerkt würde, wären sie schon jenseits der Grenze. In Paris würden sie unter falschem Namen als Mann und Frau in einer Herberge absteigen. Dann würden sie Mikel Moliner einen Brief für ihre Familien schicken, ihre Liebe gestehen und sagen, dass es ihnen gut ging, dass sie sie lieb hätten, würden ihre kirchliche Trauung ankündigen und sie um Verzeihung und Verständnis bitten. Mikel Moliner würde den Brief in einen anderen Umschlag stecken, damit der Stempel aus Paris sie nicht verriete und ihn dann von einer Ortschaft in der Umgebung aus abschicken. Wann? fragte Penelope. In sechs Tagen antwortete Julian am Sonntag. Mikel war der Ansicht, um keinen Verdacht zu erwecken, sollte Julian in den Tagen bis zur Flucht Penelope besser nicht mehr besuchen. Sie sollten sich absprechen und dann nicht mehr treffen bis zum Rendezvous im Zug nach Paris. Sechs Tage, ohne sie zu sehen und zu berühren, das war eine Unendlichkeit für ihn. Sie besiegelten den Pakt, eine geheime Ehe mit einem Kuss auf die Lippen. Danach führte Julian Penelope in Jacintas Zimmer im dritten Stock des Hauses, wo sich nur die Dienstbotenräume befanden. Dort, glaubte Julian, würde sie niemand entdecken. Wie in Trance zogen sie sich aus und erkundeten ihre Körper. Penelope hatte jede Spur von Zerbrechlichkeit und Kindlichkeit verloren. Nachdem sie ihre Sehnsucht gestillt hatten, blieb Julian kaum Zeit, sich aufzurichten, als sich langsam die Tür öffnete und eine Frauengestalt auf der Schwelle erschien. Sogleich wurde ihm klar, dass es Signora Aldaya war, die sie gebannt und ebenso fasziniert wie angewidert beobachtete. Dann wandte sie sich ohne ein weiteres Wort ab und ging davon, während sich Penelope in stummer Verzweiflung auf dem Boden zusammenkauerte und Julian spürte, wie die Welt um ihn herum einstürzte. Geh jetzt, Julian, geh, bevor mein Vater kommt. Aber geh! Er nickte. Was auch geschehen mag, ich erwarte dich am Sonntag im Zug. Penelope brachte ein knappes Lächeln zustande. Ich werde dort sein. Und jetzt geh, bitte! Sie war noch nackt, als er sie verließ und über die Dienstbotentreppe zu den Garagen hinunterglitt und dann in die kälteste Nacht hinaustrat, an die er sich erinnern konnte. Er gestand, Miquel Molinär was geschehen war. Miquel schüttelte den Kopf. Du bist verrückt, Julian. Aber das ist ja nichts Neues. Merkwürdig ist nur, dass es bei den Altayas keinen Aufruhr gegeben hat. Wenn man es richtig bedenkt, ist es allerdings auch wieder nicht erstaunlich. Wenn euch, wie du sagst, Signora Altaya entdeckt hat, dann weiß sie möglicherweise noch nicht einmal selbst was tun. Ich habe mich in meinem Leben dreimal mit ihr unterhalten und daraus zwei Schlüsse gezogen. Erstens, dass sie geistig etwa zwölf Jahre alt ist. Zweitens, dass sie an chronischem Narzissmus leidet, der es ihr unmöglich macht, irgendetwas zu sehen oder zu begreifen, was sie nicht sehen oder begreifen will. Ich meine damit, dass sie wahrscheinlich noch darüber nachdenkt, was und wie, wann und wem sie es sagen soll. Zuerst muss sie ja an die Folgen für sich selbst denken, den möglichen Skandal, die Wut ihres Mannes. Alles andere wage ich anzunehmen, lässt sie kalt. Du meinst also, sie wird nichts sagen? Vielleicht erst in ein oder zwei Tagen, aber ich glaube nicht, dass sie fähig ist, so etwas vor ihrem Mann geheim zu halten. Diese Woche verging in tödlicher Langsamkeit. Am Donnerstagnachmittag nach dem Unterricht glaubte er langsam daran, dass das Glück auf seiner Seite stand. Signora Altaya hatte nichts gesagt. Vielleicht aus Scham, aus Dummheit oder aus irgendeinem der Gründe, die Mikel zu ahnen meinte. Als er am Freitagmorgen zum Unterricht kam, erwartete ihn am Eingangstor Pater Romanones. Ich habe mit dir zu reden, Julian. Wie Sie wünschen, Pater. Ich habe immer gewusst, dass dieser Tag kommen würde. Und ich muss dir gestehen, dass ich mich freue, dass ich es bin, der dir die Nachricht überbringt. Welche Nachricht denn, Pater? Julian Karrax war nicht mehr Schüler der San Gabriel Schule. Seine Anwesenheit auf dem Areal, in den Klassenzimmern und selbst in den Gärten war ihm strikt untersagt. Seine Gerätschaften, Schulbücher und sämtliche anderen Habseligkeiten gingen in den Besitz der Schule über. Der Terminus Technicus lautet blitzartige Relegation, sagte Pater Romanones zusammenfassend. Darf ich den Grund erfahren? Es kommen mir ein Dutzend Gründe in den Sinn, aber ich bin sicher, du wirst den passendsten aussuchen. Guten Tag, Karrax. Viel Glück im Leben. Du wirst es brauchen. In 30 Meter Entfernung im Hof mit den Brunnen beobachtete ihn eine Gruppe Schüler. Einige lachten und winkten auf Wiedersehen. Andere schauten ihn erstaunt und mitleidig an. Nur einer lächelte traurig, sein Freund Miquel Moliner, der bloß nickte und unhörbar einige Worte murmelte, die Julian in der Luft zu lesen meinte. Bis Sonntag. Auf dem Heimweg in die Ronda de San Antonio sah Julian Don Ricardo Aldayas Mercedes vor dem Hutladen parken. Er blieb an der Ecke stehen und wartete. Kurz danach trat Don Ricardo aus dem Laden seines Vaters und stieg in den Wagen. Julian versteckte sich in einem Eingang, bis der Mercedes Richtung Plaza de la Universidad verschwunden war. Erst jetzt stürmte er die Treppe zu seiner Wohnung hinauf. Dort erwartet ihn weinend seine Mutter Sophie. Was hast du getan, Julian? flüsterte sie ohne Zorn. Verzeihen Sie, Mutter. Sophie umarmte ihn fest. Sie hatte abgenommen und war gealtert, als hätten ihr alle gemeinsam das Leben und die Jugend gestohlen. Hör mir gut zu, Julian. Dein Vater und Don Ricardo Aldaya haben alles eingefädelt, um dich in ein paar Tagen in die Armee zu schicken. Aldaya hat Beziehungen. Du musst gehen, Julian. Du musst irgendwo hin, wo dich keiner der beiden finden kann. Julian glaubte im Blick seiner Mutter einen Schatten zu sehen, der sie innerlich aufzehrte. »Ist noch was, ist noch was, Mutter? Etwas, was Sie mir nicht gesagt haben?« Sophie schaute ihn mit zitternden Lippen an. »Du musst gehen. Wir müssen beide für immer von hier weg.« Julian umarmte sie kräftig und flüsterte und flüsterte ihr ins Ohr. Julian setzte sich auf eine Bank unter dem Gewölbe und zog ein Buch hervor. Sie kamen zum letzten Mal die Fahrgäste nach Paris auf. Der Zug begann schon, den Bahnsteig entlang zu gleiten, als sich Julian seinem Freund zuwandte, um sie zu verabschieden. Michael Moliner schaute ihn von draußen an, die Hände in den Taschen vergraben. »Schreib«, sagte er. »Sobald ich dort bin, schreibe ich dir.« »Nein, nicht mir. Schreibe Bücher, nicht Briefe. Schreib sie für mich, für Penelope.« Julian nickte und merkte erst jetzt, wie sehr er seinen Freund vermissen würde. »Und bewahr dir deine Träume. Du kannst nie wissen, wann du sie brauchst.« Penelope erzählte mir, fuhr Jafinta fort, was an dem Abend geschah, an dem Signora Aldaia die beiden in meinem Zimmer ertappt hatte. Am nächsten Tag bestellte mich die Signora zu sich und fragte mich, was ich von Julian wisse. Ich sagte, »Nichts. Er sei ein guter Junge, ein Freund von Jorge.« Ich musste Penelope in ihrem Zimmer einschließen, bis sie ihr erlauben würde, es zu verlassen. Don Ricardo war nach Madrid gefahren und sollte erst am Freitag zurückkommen. Kaum war er da, erzählte ihm die Signora, was vorgefallen war. Ich war dabei. Don Ricardo schoss von seinem Sessel auf und verpasste der Signora eine Ohrfeige, die sie zu Boden warf. Dann schrie er wie ein Wahnsinniger. Buterot vor Zorn ging er in Penelopes Zimmer hinauf und zerrte sie an den Haaren aus dem Bett. Ich wollte ihn zurückhalten, doch er stieß mich mit Fußtritten weg. Noch in derselben Nacht ließ er den Familienarzt kommen, damit er sie untersuchte. Als der Arzt fertig war, sprach er mit dem Senior. Penelope wurde in ihrem Zimmer eingeschlossen und die Signora sagte, ich solle mein Bündel schnüren. Man ließ mich nicht zu Penelope, nicht einmal, um mich von ihr zu verabschieden. Noch in der Nacht wurde ich hinausgeworfen, ohne dass ich wusste, wohin ich gehen sollte. Nach 18 Jahren ununterbrochenen Dienstes im Haus. Zwei Tage später kam ich in einer Pension in der Calle Montaner Mikel Moliner besuchen und sagte, Julian sei nach Paris gefahren. Ich sollte ihm erzählen, was mit Penelope geschehen war und herausfinden, warum sie nicht zum Bahnhof gekommen sei. Wochenlang ging ich immer wieder zu dem Haus und bat, Penelope besuchen zu dürfen, doch man ließ mich nicht einmal zum Tor hinein. Später rief Senior Aldaya die Polizei und mit Hilfe seiner Freunde im Rathaus ließ er mich ins Irrenhaus Horta einweisen, indem er anführte, niemand kenne mich und ich sei eine Verrückte, die seiner Familie nachstelle. Zwei Jahre war ich wie ein Tier dort eingesperrt. Als ich herauskam, ging ich als erstes zum Haus in der Avenida del Tibidabo um Penelope zu sehen. Und? Haben Sie sie gesehen? fragte Fermin. Das Haus war verriegelt und zum Verkauf ausgeschrieben. Es lebte keiner mehr dort. Man sagte mir, die Aldayas seien nach Argentinien ausgewandert. Ich habe an die mir angegebene Adresse geschrieben, aber die Briefe sind ungeöffnet zurückgekommen. Was ist aus Penelope geworden? Wissen Sie das? Jacinta schüttelte den Kopf und sank in den Stuhl zurück. Ich habe sie nie wieder gesehen. Sie wimmerte und heulte Rotz und Wasser. Fermin nahm sie in die Arme und wiegte sie. Los, Daniel, wir brechen auf. Gehen Sie schon mal vor. Während ich mich entfernte, wandte ich mich einen Augenblick um und sah, dass Fermin vor der Greise niederkniete und sie auf die Stirn küßte. Sie lächelte zahnlos. Sagen Sie ja, Winter, hörte ich ihn sagen. Sie mögen doch Lutschbonbons, nicht wahr? Auf unserem Irrweg zum Ausgang begegneten wir dem echten Vertreter des Bestattungsamtes und zwei affenhaft aussehenden Gehilfen, die mit einem Pinienholzsarg, Schnur und mehreren alten Laken zweifelhafter Anwendung daherkamen. Die drei verströmten einen unseligen Geruch nach Formol und billigstem Kölnisch Wasser, hatten eine durchscheinende Hautfarbe und zeigten ein lendenlames Lächeln. Fermin deutete bloß auf die Zelle, wo der Verstorbene harte und segnete das Trio, das mit zustimmendem Nicken antwortete und sich respektvoll bekreuzigte. Gehet hin in Frieden, murmelte Fermin und zog mich zum Ausgang, wo uns eine Nonne mit Ölfunzel und vorwurfsvollem Leichenblick verabschiedete. Als wir draußen waren, erschien mir der triste Hohlweg aus Stein und Schatten, der die Kaie Montcada war, geradezu als Tal des Glanzes und der Hoffnung. Wir hatten noch keine zehn Schritte getan, als sich drei geisterhafte Gestalten aus dem Schatten lösten und auf uns zukamen. Zwei von ihnen postierten sich hinter uns, so nahe, dass ich ihren Atem im Nacken spüren konnte. Der dritte, kleiner, aber unendlich viel unheimlicher, verstellte uns den Weg. Er trug den gleichen Mantel und sein öliges Grinsen schien ihm vor Vergnügen aus dem Mundwinkel zu quellen. Na da, schau her, wen haben wir denn da? Es ist doch mein alter Freund, der Mann mit den tausend Gesichtern, sagte Inspektor Fumero. Angesichts dieser Erscheinung gerann Fermins Geschwätzigkeit zu einem erstickten Ächzen. Inzwischen hatten uns die beiden Kerle schon am Nacken und am rechten Handgelenk gepackt, um uns jederzeit beim geringsten Anzeichen einer Bewegung den Arm umdrehen zu können. Deinem überraschten Gesicht sehe ich an, dass du gedacht hast, ich hätte deine Spur längst verloren, was? Du hast doch wohl nicht angenommen, ein Stück dürre Scheiße wie du, kommt so mir, nichts, dir, nichts aus der Gosse raus und kann als ehrbarer Bürger auftreten, oder? Na komm, sei ein guter Junge und erzähl dem lieben Inspektor Fumero ehrlich, was ihr verdammt noch mal hier treibt, du und dein Freund. Sei ein bisschen hilfsbereit, zum Teufel. So ersparst du es mir diesem verwöhnten Bürschchen da, dass du dir als Mäzen angelacht hast, dein neues Gesicht zu verpassen. Wenn sie ihm auch nur ein Härchen zusammenzukratzen, der ihm noch nicht aus den Poren geströmt war. Etwa in das Matrosenhöschen, das ihnen ihre ehrwürdige Frau Mutter angezogen hat? Wäre zu schade, wo man mir doch erzählt hat, dass ihnen das hübsche Modell so fabelhaft gestanden hat. Der erste Faustschlag genügte, um den schmächtigen Fermin zu Boden zu werfen. Er lag noch zusammengestaucht in der Pfütze, als Fumero ihm Fußtritte in Magen, Nieren und Gesicht zu verpassen begann. Vom fünften an zählte ich nicht mehr weiter. Fermin ging die Luft aus und einen Augenblick später konnte er keinen Finger mehr rühren, um sich vor den Schlägen zu schützen. Die beiden Polizisten hielten mich mit eiserner Hand fest und lachten aus Höflichkeit oder Verpflichtung. Halt du dich da raus, flüsterte mir der eine zu. Ich habe keine Lust, in den Arm zu brechen. Ich versuchte, mich vergeblich aus ihrem Griff zu lösen und bei diesem Gerangel erhaschte ich einen Blick auf sein Gesicht. Ich erkannte ihn sogleich. Es war der Mann mit dem Mantel und der Zeitung aus der Kneipe an der Plaza de Saria vor einigen Tagen, derselbe, der uns im Bus machte. Die ganze Zeit überbrachte ich den Mund nicht auf. Ich erinnere mich an das dumpfe Geräusch, mit dem die Schläge erbarmungslos auf meinen Freund prasselten. Ich konnte nicht anders als mich zitternd und feige Tränen vergießend in den willkommenen Griff des Polizisten zu flüchten. Als Fumero es satt hatte, ein totes Gewicht zu maltretieren, knöpfte er den Mantel auf, öffnete den Hosenschlitz und uriniert auf Fermin. Mein Freund rührte sich nicht. Er war bloß noch ein Bündel alter Kleider in einer Lache. Während Fumero seinen satten dampfenden Strahl auf ihn abgab, brachte ich noch immer kein Wort heraus. Als er fertig war, knöpfte er den Hosenstall wieder zu und trat keuchend und schwitzend zu mir. Einer der Polizisten reichte ihm ein Taschentuch, mit dem er sich Gesicht und Hals trocknete. Er näherte sich mir bis auf wenige Zentimeter und starrte mich an. Nur ruhig, Kleiner, ich mach mir die Hände nicht an Memmen schmutzig. Die beiden Polizisten lachten liebedienerisch und alle gingen im Schatten davon. Als ich Fermin endlich zu Hilfe kommen konnte, kämpfte er vergeblich, um sich aufzurichten und die Zähne zu finden, die er in der Kloake verloren hatte. Er blutete aus Mund, Nase, Ohren und Augen. Als er sah, dass ich wohl auf war, versuchte er zu lächeln und ich dachte, er würde auf der Stelle den Geist aufgeben. Ich kniete neben ihm nieder und nahm ihn in die Arme. Fermin , um Gottes willen, Sie müssen auf der Stelle ins Krankenhaus. Energisch winkte er ab. Bringen Sie mich zu ihr. Zu wem, Fermin? Zur Bernada. Wenn ich schon abkratzen muss, dann wenigstens in ihren Armen. Zwei Gäste einer Kneipe, die die Prügelei vom Eingang aus verfolgt hatten, boten mir ihre Hilfe an, um Fermin zu einem Taxi stand zu bringen, während ein Kellner die von mir angegebene Fernando warteten Gustavo Barcelon und die Bernada schon mit Dr. Solde Vila vor der Haustür. Zu viert trugen wir ihn die Treppe hinauf und ins Zimmer der Bernada, wo eine Krankenschwester, die mit dem Arzt gekommen war, schon alles vorbereitete. Als Fermin auf dem Bett lag, begann sie ihn auszuziehen. Dr. Solde Vila schickte uns alle aus dem Zimmer, damit sie arbeiten könnten. Mit einem kurzen Er wird überleben, schloss er vor unserer Nase die Tür. Auf dem Flur weinte die Bernada untröstlich und wimmerte, wenn sie einmal einen guten Mann treffe, komme Gott und entreiße ihn ihr mit Gewalt. Don Gustavo Barcelon nahm sie in die Arme und brachte sie in die Küche, wo er ihr Brandy einflößte, bis er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Tut mir leid, ich wusste nicht wohin, hob ich an. Keine Sorge, du hast das Richtige getan. Sol de Vila ist der beste Traumatologe von Barcelona. Tu mir den Gefallen, nimm eine Dusche und zieh saubere Kleider an, sagte Barcelo. Wenn du diesem Aufzug nach Hause kommst, wird der Schreck deinen Vater umbringen. Na los, geh, du kannst mein Bad benutzen, es hat einen Boiler. Du kennst ja den Weg. Unterdessen rufe ich deinen Vater an und sage ihm, du, nun, ich weiß auch nicht, was ich ihm sagen werde, irgendetwas wird mir schon einfallen. Zwar fand ich Gustavo Barcelos Bad, nicht aber den Lichtschalter. Genau genommen dachte ich, dusche ich mich lieber im Halbdunkeln. Ich zog die verschmutzten Kleider aus und stieg in Gustavo Barcelos kaiserliche Wanne. Mehrere Minuten blieb ich reglos unter dem dampfenden Strahl der Dusche stehen. Als ich spürte, dass das Wasser kühler wurde, drehte ich den Hahn zu. Durch Dunst und Duschvorhang hindurch erkannte ich eine reglose Gestalt. Ihr leerer Blick leuchtete wie der einer Katze. Du kannst ohne Angst herauskommen, Daniel. Trotz all meiner Bosheiten Clara. Sie reichte mir ein Badetuch. Verschämt hüllte ich mich ein. Sogar im dunstigen Halbdunkel konnte ich Clara lächeln sehen, da sie meine Bewegungen erriet. Ich habe dich nicht hereinkommen hören. Ich habe auch nicht angeklopft. Du bist dich nie verabschieden gekommen. Doch, ich bin gekommen, dachte ich, aber du warst zu beschäftigt. Ich behielt die Worte für mich. Groll waren auf einmal lächerlich. Ich stieg aus der Wanne und trat auf den Plüsch Teppich. Deine Stimme hat sich verändert, sagte sie. Hast du dich auch verändert, Daniel? Ich bin doch genauso dumm wie früher, wenn es das ist, was du wissen möchtest. Sie hatte noch immer dasselbe gebrochene Lächeln, das sogar im Halbdunkeln schmerzte. Sie streckte mir die Hand entgegen und wie vor acht Jahren in der Bibliothek des Athenäums begriff ich sogleich. Ich führte ihre Finger in mein feuchtes Gesicht und spürte, wie sie mich wieder entdeckten, während Klaras Lippen stille Worte zeichneten. Ich wollte dir nie wehtun, Daniel. Verzeih mir. Jeder Ansatz zum Melodrama zersplitterte, als die Bernada sichtlich betrunken zur Tür hereinschaute und mich nackt erblickte, Klaras Hand an den Lippen und ohne Licht. Um Gottes Willen, Senorito Daniel, was für eine Schamlosigkeit, Jesus, Maria, Jesus, manche Leute werden nie durch Schaden klug. Erschrocken trat sie den Rückzug an und ich baute darauf, dass die Erinnerung an das Gesehene wie ein Traum aus ihrem Geist verschwende, sobald die Wirkung des Brandys nachließe. Klara trat ein paar Schritte zurück und reichte mir die Kleider, die sie unter den linken Arm geklemmt hatte. Mein Onkel hat mir diesen Anzug für dich gegeben. Er hat ihn als junger Mann getragen und sagt, du seist mächtig gewachsen, er werde dir jetzt passen. Ich lasse dich allein, damit du dich anziehen kannst. Ich hätte nicht hereinkommen sollen, ohne anzuklopfen. Ich nahm die Kleider entgegen und schlüpfte hinein. Als ich über dessen Zustand zu informieren. Für den Moment ist das Schlimmste vorüber, sagte er. Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Solche Dinge wirken immer ernster, als sie wirklich sind. Ihr Freund hat sich den linken Arm und zwei Rippen gebrochen. Er hat drei Zähne verloren und hat viele Quetschungen, Schnitte und Prellungen, aber zum Glück gibt es keine innere Blutung oder Symptome einer Gehirnverletzung. Vor kurzem hat er für ein paar Minuten das Bewusstsein wieder erlangt und mich gebeten, ihnen zur Bestätigung seiner Kraft und Geistes Gegenwart auszurichten, als die Schwester ihm eine Wunde am Bein genäht habe, habe er eine Erektion wie ein Eiszapfen bekommen. Er ist halt ein sehr männlicher Mann, sagte die Bernada entschuldigend. Wann können wir ihn sehen? fragte ich. Jetzt besser nicht, vielleicht morgen früh, sagte der Arzt und ging ins Zimmer zurück, um mit der Behandlung fortzufahren. So wie er verschwunden war, bedeutete mir Barceló, ihm in sein Arbeitszimmer zu folgen. Ich habe deinen Vater angerufen und ihm gesagt, dass Fermin einen kleinen Unfall hatte und du ihn hierher gebracht hättest. Hat er es ihn abgenommen? Ich glaube nicht. Hm. In eigentlich, wenn ich fragen darf. Ich seufzte. Hat das Ganze vielleicht aus irgendeinem Grund mit diesem Buch von Karaks zu tun, das du mir nicht hast verkaufen wollen, als du es hättest tun sollen? Er sah sogleich, dass er mich überrascht hatte. Ich könnte euch helfen. Ich habe mehr als genug von dem, was euch fehlt. Zeit und gesunden Menschenverstand. Glauben Sie mir, Don Gustavo, ich habe schon zu viele Leute in die Geschichte hineingezogen. Dann kommt es auf einen mehr oder weniger nicht mehr an. Los, ganz unter uns, mach dich mit dem Gedanken vertraut, dass ich dein Beichtvater bin. Das Kinn auf die wie zum Beten gefalteten Hände und die Ellbogen auf den Schreibtisch gestützt, hörte mir Gustavo Barfelot zu. Hin und wieder nickte er, meistens lächelte er sardonisch. Hören Sie, wenn Sie das blöd finden, schweige ich. Im Gegenteil, der Tor spricht, der Feige schweigt, der Weise hört zu. Wer hat das gesagt? Seneca? Nein, Senior Braulio Recolons, der in der Caia Avignon eine Schweinemetzgerei hat. Erzähl bitte weiter. Du hast eben von diesem temperamentvollen Mädchen gesprochen. Bea, das geht nur mich etwas an und hat nichts mit allem anderen zu tun. Barfelot lachte leise. Ich wollte gerade die Schilderung meiner Abenteuer fortsetzen, als Dr. Sol de Vila vor Müdigkeit stöhnend den Kopf zur Tür hereinstreckte. Entschuldigen Sie, ich verziehe mich jetzt. Dem Patienten geht es gut und er sprüht vor Energie. Er weigert sich, sich auszuruhen und will unbedingt mit Senior Daniel über Dinge sprechen, deren Natur er mir nicht enthüllen mag. Wir gehen gleich zu ihm. Als wir das Zimmer betraten, sahen wir, dass sich die Bernada entgegen Barfelos Befehlen nun doch neben Fermin ins Bett gelegt hatte, wo der Schrecken, der Brandy und die Erschöpfung sie endlich hatten einschlafen lassen. Eingepackt in Binden, Verbände und Schlingen hielt Fermin sie sanft in den Armen und streichelte ihr übers Haar. Wie geht es Ihnen, Fermin? fragte ich. Zwanzig Jahre jünger, ich habe schon schlimmere Prügel weggesteckt, dieser Fumero kann ja nicht mal eine Briefmarke aufkleben. Dann hat Ihnen also dieser Inspektor Fumero ein neues Gesicht verpasst? sagte Bracillot. Sie beide bewegen sich ja in gehobenen Kreisen. So weit war ich mit meiner Geschichte noch gar nicht gekommen, sagte ich. Fermin warf mir einen alarmierten Blick zu. Kein Grund zur Beunruhigung, Fermin, Daniel ist dabei, mir diesen Schwank zu schildern, in dem sie beide stecken. Ich muss gestehen, die Sache ist hochinteressant. Los, sagen Sie Daniel schon, er soll mir den Rest erzählen. Drei Köpfe denken besser als zwei, vor allem, wenn der dritte mir gehört. Es sah aus, als zuckte Fermin zwischen Verbänden und Schlingen die Schultern. Ich habe nichts dagegen. Entscheiden Sie, Daniel. Da ich mich damit abgefunden hatte, Don Gustavo an Bord zu haben, setzte ich meine Erzählung fort bis zu dem Punkt, an dem uns Fomero und seine Leute in der Calle Montcada erwischt hatten, ein paar Stunden zuvor. Als ich fertig war, stand Barcelo auf und ging grübelnd im Zimmer auf und ab. Mehreres fällt mir auf, sagte der Buchhändler schließlich. Ganz offensichtlich steckt Inspektor Fomero bis über beide Ohren in der Sache drin, wenn ich auch nicht weiß, wie und warum. Auf der einen Seite gibt es da diese Frau. Nuria Monfort. Richtig. Dann gibt es den Aspekt von Julian Carax Rückkehr nach Barcelona und seiner Ermordung mitten auf der Straße, nach einem Monat, in dem niemand etwas von ihm weiß. Aber es gibt noch etwas, was mir sehr merkwürdig erscheint. Mehr noch als alles andere. Dass Carax Vater sich weigerte, Carax Leiche zu identifizieren mit der Begründung, er habe keinen Sohn. Sehr merkwürdig. Wieder natürlich. Kein Vater auf der Welt tut so etwas. Auch wenn sie sie nicht gut vertrugen, sobald der Tod im Spiel ist, erwacht bei allen die Gefühlsduselei. Es gibt immer Ausnahmen, warf ich ein. Nach dem, was wir wissen, war Signor Fortuny ein wenig eigen. Alles, was wir über ihn wissen, stammt aus dritter Hand, sagte Barcelo. Das Einzige, was bei alledem wirklich klar ist, ist, dass sie meine logistische und wahrscheinlich auch finanzielle Hilfe brauchen, wenn sie dieses Durcheinander lösen wollen, bevor ihnen Inspektor Fomero eine Suite in der San Sebastian Strafanstalt reserviert. Mein Plan ist folgender. Sobald Fermin wieder auf dem Damm ist, stattest du, Daniel, Signora Nuria Montfort wie zufällig einen Besuch ab und legst die Karten auf den Tisch. Du gibst ihr zu verstehen, dass du weißt, dass sie dich angelogen hat und etwas vor dir verbirgt. Viel oder wenig, das werden wir ja dann sehen. Wozu? fragte ich. Um zu sehen, wie sie reagiert. Natürlich wird sie dir nichts sagen oder sie wird dich erneut belügen. Entscheidend ist, die Banderia hineinzustoßen, um sie zu reizen, wenn ich einen Vergleich aus dem Stierkampf brauchen darf. Nun treten sie auf den Plan, Fermin. Sie beziehen Diskretposten, um die Verdächtige zu überwachen und warten, bis sie anbeißt. Und sobald sie das tut, folgen sie ihr. Sie nehmen also an, sie wird irgendwo hingehen, wandte ich ein. Sie wird, früher oder später. Und irgendetwas sagt mir, dass es eher früher als später sein wird. Das ist die Grundlage der weiblichen Psychologie. Und was, was gedenken Sie inzwischen zu tun, Dr. Freud? fragte ich. Das ist allein meine Sache und zu gegebener Zeit wirst du es erfahren und wirst mir dankbar dafür sein. Ich suchte Hilfe in Fermins Blick, doch er war bei Barthelos letzten Sätzen mit der Bernada im Arm eingeschlafen. Sein Kopf war nach links gefallen und aus einem seligen Lächeln ran ihm der Speichel auf die Brust. Die Bernada gab tiefe, hohle Schnarcher von sich. Hoffentlich ist er gut für Sie, murmelte Barthelos. Fermin ist ein großartiger Kerl, beteuerte ich. Muss er wohl. Mit seinem hübschen Gesicht allein wird er sie kaum erobert haben. Kommen Sie, gehen wir. Fast den ganzen Vormittag gab ich mich im Hinterraum der Buchhandlung meinen Wachträumen hin und beschwor Bilder von Bea herauf. Daniel, du bist geistesabwesend. Mach dir etwas Sorgen. Ist es wegen Fermin? fragte mein Vater. Beschämt nickte ich. Erst vor wenigen Stunden hatte mein bester Freund mehrere Rippen eingebüßt, um meine Haut zu retten und meine Gedanken kreisten ausschließlich um ein Mädchen. Wenn man vom Teufel spricht. Ich schaute auf und da war er. Fermin Romero de Torres, wie er leibte und lebte. In seinem besten Anzug, eine frische Nelke im Knopfloch, trat er strahlend zur Tür herein. Was machen Sie denn hier, Sie Unglücklicher? Sollten Sie nicht das Bett hüten? Das hütet sich von allein. Ich bin ein Mann der Tat und wenn ich nicht hier bin, verkaufen Sie beide keinen mythen Katechismus. Fermins Blick zeigte, dass ihm zwar die Knochen bis in die Seele hinein wehtaten, dass ihn aber die Aussicht, allein in seinem Pensionszimmer zu liegen, noch viel mehr schmerzte. Kurzerhand schlüpfte er in seinen blauen Kittel und richtete sich mit einem Lappen und einer Flasche Alkohol hinter dem Ladentisch ein, um Einbanddeckel und Rücken der 15 an diesem Vormittag eingetroffenen antiquarischen Exemplare eines gesuchten Titels auf Hochglanz zu bringen. Ab und zu warf er flüchtige Blicke auf mich und blinzelte mir zu. Ihre Ohren sind ja rot wie Pfefferschoten von der Geilheit, die Sie beherrscht, Daniel. Wann treffen Sie denn die junge Dame? Scheren Sie sich zum Teufel! Es dämmerte bereits, als ich am Fuß der Avenida del Tibidabo aus dem U-Bahnhof trat. Zwischen blassen Nebelschwaden sah ich die blaue Straßenbahn davonfahren. Ich beschloss, nicht zu warten, bis sie zurückkam und marschierte los. Nach kurzer Zeit erkannte ich die Nebelburg. Ich zog den Schlüssel, den mir Bea gegeben hatte, aus der Tasche und schloss das ins Gittertor eingefügte Türchen auf, hinterließ es aber so, dass Bea ohne Schwierigkeiten herein konnte. Ich war absichtlich zu früh. Ich wusste, dass sie erst in einer halben oder einer Dreiviertelstunde einträfe. Ich wollte das Haus allein spüren und auskundschaften, bevor Bea es sich zu eigen machte. So blieb ich einen Augenblick stehen, um den Brunnen und die aus dem Wasser ragende Hand des Engels zu betrachten. Der anklagende Zeigefinger stach dolchartig hervor. Ich stieg die Eingangstreppe hinauf. Die große Tür stand einige Zentimeter offen. Ich fühlte einen beunruhigenden Stich, denn ich glaubte sie neulich abends beim Gehen geschlossen zu haben. Sacht stieß ich die Tür auf und spürte, wie mir der Hauch des Hauses übers Gesicht strich, ein Dunst nach verbranntem Holz, Feuchtigkeit und verweckten Blumen. Ich zog eine Streichholzschachtel aus der Tasche und kniete nieder, um die erste der von Bea zurückgelassenen Kerzen anzuzünden. Dann ging ich zur nächsten Kerze und zündete sie an. Langsam, wie in einem Ritual, folgte Kerze um Kerze, sodass ein bernsteinfarbener Lichtschein in der Dunkelheit schwebte. Mein Weg endete neben dem Kamin der Bibliothek, bei den Decken, die aschenbefleckt noch auf dem Boden lagen. Dort setzte ich mich hin, den großen Raum im Auge. Nach einer knappen halben Stunde merkte ich, dass mich das halbdunkel einzuschläfern drohte. Ich stand auf und begann im Raum auf- und abzugehen, damit mir warm würde. Im Kamin lagen nur noch die Reste eines Scheits und ich machte mich auf die Suche nach etwas Brennbarem. Meine Vorstellungen von viktorianischer Literatur legten mir nahe, die Suche vernünftigerweise im Keller zu beginnen, wo einmal die Küchen und ein großer Kohlenkeller gelegen haben mussten. Mit dieser Idee suchte ich etwa fünf Minuten nach einer in die Tiefe führenden Tür oder Treppe. Ich wählte eine große Holztür am Ende eines Korridors. Sie sah aus wie ein erlesenes Stück Tischlerarbeit mit Engelreliefs und einem großen Kreuz in der Mitte. Das Schloss befand sich genau unter diesem Kreuz. Erfolglos versuchte ich, die Tür zu öffnen. Wahrscheinlich klemmte der Mechanismus oder war schlicht verrostet. Ich untersuchte sie im Kerzenlicht und dachte, sie erinnere eher an einen Sarg als an eine Tür. Ich fragte mich, was ich auf der anderen Seite verbergen mochte. Schon wollte ich meine Suche nach einem Zugang zum Keller aufgeben, als ich am anderen Ende des Gangs mehr oder weniger zufällig auf eine kleine Tür stieß, die ich zunächst für die einer Besenkammer hielt. Ich drehte versuchsweise am Griff und er gab sogleich nach. Auf der anderen Seite konnte man eine Treppe erahnen, die beinahe senkrecht in ein dunkles Loch hinabführte. Ein intensiver Geruch nach modriger Erde schlug mir entgegen. Als ich so in die Schwärze vor mir hinunterblickte, kam mir angesichts dieses seltsam vertrauten Geruchs schlagartig ein Bild in den Sinn, das ich seit meiner Kindheit halb unter der Angst begraben mit mir herumtrug. Ein Regennachmittag am Osthang des Montjuic-Friedhofs. Die Gestalten von etwa 20 Erwachsenen, an die ich mich nur als schwarze, regennasse Anzüge erinnern kann, und die Hand meines Vaters, die meine zu festdrückt, so als wollte er so seine Tränen ersticken, während die leeren Worte eines Priesters in dieses Marmorgrab fallen, in das drei gesichtslose Totengräber einen grauen Sark hinunterstoßen, in welchem ich die Stimme meiner Mutter zu hören meine, die mich ruft, die mich anfleht, sie aus diesem steinernen Gefängnis zu befreien, während ich nur zittern kann und meinem Vater mit schwacher Stimme zuflüstere, er solle meine Hand nicht so drücken, er tue mir weh, und dieser Geruch nach frischer Erde, Aschen- und Regenerde verschluckt alles, Geruch nach Tod und Leere. Ich öffnete die Augen wieder und stieg sozusagen im Dunkeln die Stufen hinunter, denn das Kerzenlicht vermochte der Schwärze nur wenige Zentimeter abzutrotzen. Unten angekommen, hielt ich die Kerzen in die Höhe und schaute mich um. Vor mir tat sich ein schmaler Gang auf, der in einen halbkreisförmigen Raum mündete, in dem eine Gestalt aufragte. Ihr Gesicht war von blutigen Tränen überströmt, die beiden schwarzen Augen waren leere Höhlen, die Arme wie Flügel ausgebreitet und aus den Schläfen wuchs ihr eine Dornenschlange. Eine eisige Welle packte mich im Nacken. Plötzlich fasste ich mich wieder und begriff, dass ich eine holzgeschnitzte Christusfigur an der Wand einer Kapelle betrachtete. Da glaubte ich im oberen Stock Schritte zu hören. Ich dachte, Bea sei gekommen und suche mich im ganzen Haus. Erleichtert verließ ich die Kapelle und ging wieder auf die Treppe zu. Ich wollte eben hinaufsteigen, als ich am anderen Ende des Gangs einen Kessel und eine Heizanlage in einem offensichtlich guten Zustand erkannte, der nicht zum Rest des Kellers passen wollte. Ich trat näher, um die Vorrichtung eingehender zu untersuchen und stellte fest, dass es ein von einem kleinen Kessel gespeistes Radiatorsystem war. Zu meinen Füßen sah ich mehrere Eimer mit Kohle, Pressholz und einige Blechkanister, in denen ich Kerosin vermutete. Diesen Apparat nach so vielen Jahren wieder zum Funktionieren zu bringen, kam mir als hoffnungsloses Unterfangen vor, was mich aber nicht daran hinderte, den Kessel mit Kohlen- und Holzstücken zu füllen und das Ganze ordentlich mit Kerosin zu besprengen. Als ich die Kerze in den Kessel hielt, loderte er mit metallischem Getöse auf. Ich schloss das Türchen und trat einige Schritte zurück. Der Kessel schien nur schwer zu ziehen und ich beschloss, wieder hinaufzugehen, um zu sehen, ob es warm würde. Als ich in den großen Salon zurückkam, erwartete ich Bea zu sehen, fand aber keine Spur von ihr. Ich machte mich auf die Suche nach Heizkörpern, die mir zeigen sollten, ob meine Heizbemühungen erfolgreich waren. Alle Radiatoren, die ich fand, waren kalt wie Eiszapfen. Alle außer einem. In einem kleinen Raum von höchstens vier oder fünf Quadratmetern, einem vermutlich genau über dem Kessel gelegenen Badezimmer, war ein wenig geheizt. Ich kniete nieder und stellte freudig fest, dass die Bodenfliesen lauwarm waren. So fand mich Bea, auf dem Boden hockend, wie ein Dummkopf, die Fliesen eines Badezimmers abtastend. Ich brauchte nur zwei Minuten, um sie zu überzeugen, dass wir die Decken aus dem Salon holen und uns mit nichts als zwei Kerzen und einigen museumsreifen Wandleuchten in diesem winzigen Raum einschließen sollten. Während ich sie im Kerzenlicht mit zitternden Fingern auszog, suchte sie lächelnd meine Augen und zeigte mir, dass ihr alles, was immer mir einfiel, schon vorher eingefallen war. Ich erinnere mich, wie sie da saß, an die geschlossene Tür gelehnt, erinnere mich an ihr herausfordernd erhobenes Gesicht, während ich mit den Fingerspitzen ihren Hals streichelte. Ich erinnere mich, wie sie meine Hände ergriff und sich auf die Brüste legte, wie mich ihre weißen Schenkel empfingen. Hast du so etwas schon einmal erlebt, Daniel? Im Traum. Und richtig? Nein. Ich beugte mich über sie und schaute ihr in die Augen. Ich habe das noch nie mit jemandem gemacht. Bea lächelte. Meine Hand glitt zwischen ihre Schenkel und ich stürzte mich auf ihre Lippen. Daniel, sagte Bea beinahe unhörbar. Was? Plötzlich pfiff ein kalter Luftzug unter der Tür hindurch und in dieser unendlichen Sekunde, bevor der Wind die Kerzen ausblies, trafen sich unsere Blicke und wir spürten, wie sich die Erwartung dieses Moments zerschlug. Wir wussten, dass sich jemand auf der anderen Seite der Tür befand. Ich sah die Angst auf Beas Gesicht und plötzlich hüllte uns Dunkelheit ein. Dann kam der Schlag an die Tür, als hätte eine stählerne Faust mit voller Wucht dagegen gehämmert. Ich spürte, wie Bea in der Dunkelheit aufsprang und nahm sie in die Arme. Wir wichen ans andere Ende des Raums zurück. Gerade noch bevor der zweite Schlag die Tür traf und sie mit unglaublicher Gewalt an die Wand schlug. Bea schrie auf und barg ihren Kopf an mir. Ich spähte in den Korridor hinaus. Da war niemand. Bea kauerte in einem Winkel des Bades und flüsterte zitternd meinen Namen. Da ist niemand, sagte ich. Vielleicht war es nur ein Windstoß. Der Wind hämmert nicht mit der Faust an Türen, Daniel. Lass uns gehen. Sofort. Ich möchte nur noch eines herausfinden. Schnell zogen wir uns im Dunkeln an. Ich nahm eine der Kerzen vom Boden auf und zündete sie wieder an. Ein kalter Luftzug wehte durchs Haus, als hätte jemand Türen und Fenster geöffnet. Die Flamme mit der Hand schirmend gingen wir in den großen Saal zurück. Bea blieb dicht hinter mir, fast ohne zu atmen. Was suchen wir denn, Daniel? Es dauert bloß eine Minute. Nein, lass uns endlich gehen. Also gut. Wir kehrten zum Eingang zurück. Da sah ich es. Die Holztür am Ende eines Ganges, die ich ein oder zwei Stunden zuvor vergeblich zu öffnen versucht hatte, war angelehnt. Was ist? fragte Bea. Warte hier auf mich. Daniel, bitte. Mit der Kerze, die im kalten Windzug flackerte, ging ich in den Korridor hinein. Bea seufzte und folgte mir widerwillig. Vor der Tür blieb ich stehen. Man konnte marmorne Stufen erahnen, die in die Schwärze hinunterführten. Ich trat auf die Treppe. Bea blieb mit der Kerze auf der Schwelle stehen. Bitte, Daniel, lass uns endlich gehen. Stufe um Stufe stieg ich die Treppe hinunter. Der geisterhafte Schein der Kerze in der Höhe ließ den Umriss eines rechteckigen Raums mit ungetünchten Steinwänden voller Kruzifixe erkennen. Vor mir zeichnete sich eine Marmorplatte ab, und darauf sah ich nebeneinander zwei gleiche, aber verschieden große weiße Gegenstände, in denen sich die flackernde Kerzenflamme stärker als sonst im Raum reflektierte. Nach einem weiteren Schritt begriff ich, es handelte sich um zwei weiße Särge. Der eine war kaum drei Spannen breit. Die Nackenhaare strotteten sich mir. Es war ein Kindersarg, und ich befand mich in einer Krypta. Ich trat so nahe an die Marmorplatte heran, dass ich den Arm ausstrecken und sie berühren konnte. Nun sah ich, dass auf beiden Särgen ein Name und ein Kreuz eingraviert waren. Eine dicke Staubschicht lag darüber. Ich legte die Hand auf den Größeren und wischte ganz langsam, fast in Trance, den Staub vom Sargdeckel. Im Kerzenschimmer konnte ich knapp entziffern. Penelope Aldaia, 1902 bis 1919. Ich war wie gelähmt. In der Dunkelheit kam etwas oder jemand näher. Ich spürte die kalte Luft über meine Haut streichen, und erst jetzt wiche ich ein paar Schritte zurück. Raus hier, murmelte die Stimme aus dem Dunkel. Ich erkannte sie sogleich. Lein Coobert, die Stimme des Teufels. Ich stürzte die Treppe hinauf, und so wie ich wieder im Erdgeschoss war, packte ich Bär am Arm und zog sie hastig Richtung Ausgang. Wir hatten die Kerze verloren und rannten blind. Ich dachte, jeden Augenblick könne etwas aus dem Schatten springen, und uns den Weg versperren. Doch am Ende des Gangs erwartete uns die Eingangstür, deren Ritzen ein Rechteck aus Licht zeichneten. Siehst zu, flüsterte Bär. Ich tastete meine Taschen nach dem Schlüssel ab. Für einen Sekundenbruchteil schaute ich zurück und war sicher, dass zwei glänzende Punkte hinten im Gang langsam auf uns zukamen. Augen. Meine Finger fanden den Schlüssel. Verzweifelt steckte ich ihn ins Schlüsselloch, öffnete und stieß Bär heftig hinaus. Da sie merkte, wie erschrocken ich war, eilte sie durch den Garten aufs Gattertor zu und blieb erst stehen, als wir atemlos und mit kaltem Schweiß bedeckt auf dem Gehsteig der Avenida del Tibidabo standen. Was war da unten los, Daniel? War da jemand? Nein. Du bist bleich. Ich bin immer bleich. Komm, wir gehen. Und der Schlüssel? Den hatte ich im Schloss stecken lassen. Mir war nicht danach, ihn jetzt zu holen. Ich glaube, ich habe ihn beim Hinausgehen verloren. Wir werden ihn ein andermal suchen. Wir eilten die Straße hinunter, wechselten die Seite und verlangsamten unsere Schritte erst, als wir gut hundert Meter von dem alten Haus entfernt waren und seine Umrisse in der Nacht aus den Augen verloren. Wir fanden ein einsames Taxi. Wann werde ich dich wiedersehen? Ich rufe dich morgen oder übermorgen an, sagte sie. Versprochen? Sie nickte. Ich bat den Fahrer, an der Ecke Montaner die Butazion einen Augenblick anzuhalten und er bot mich, Bea zu ihrer Haustür zu begleiten, doch sie schlug es aus und ging davon, ohne dass ich sie noch einmal küssen oder auch nur ihre Hand berühren konnte. Sie begann zu laufen und ich schaute ihr aus dem Taxi nach. In der Aguilarwohnung brannte Licht und ich konnte deutlich sehen, wie mich Thomas vom Fenster seines Zimmers aus beobachtete. Mit einem gezwungenen Lächeln, das er wahrscheinlich nicht sehen konnte, winkte ich ihm zu. Er erwiderte den Gruß nicht. Bei Tagesanbruch goss es wie aus Kübeln. Die Straßen waren überschwemmt und der Regen trommelte wütend an die Fenster. Um halb acht klingelte das Telefon. Mit bis zum Hals schlagendem Herzen sprang ich aus dem Sessel, um abzuheben. Bea? flüsterte ich mit dem Rücken zu den anderen in den Hörer. Ich glaubte, einen Seufzer in der Leitung zu vernehmen. Bea, bist du es? Ich bekam keine Antwort und einige Sekunden später wurde eingehängt. Sie wird später noch einmal anrufen, sagte ich mir. Jemand muss sie überrascht haben. Es war wohl nicht leicht, sich über Senior Aguilars Ausgangssperre hinwegzusetzen. Kein Grund zur Panik. Es schüttete den ganzen Vormittag. Ich erzählte Fermin die Ereignisse der letzten Nacht, behielt aber für mich, was ich in der Krypta gesehen hatte. Er hörte mir fasziniert zu, aber trotz seines ungeheuren Drängens weigerte ich mich, ihm Form und Textur von Beas Busen zu beschreiben. Der Tag löste sich im Regen auf. Unter dem Vorwand, mir ein wenig die Beine zu vertreten, überließ ich meinen Vater nach dem Abendessen seiner Lektüre und ging zu Beas Haus. Dort angekommen, blieb ich an der Ecke stehen und schaute zu den Fenstern ihrer Wohnung hinauf. In den Fenstern sah ich die Schatten von Senior Aguilar und seiner Frau vorbeigehen. Von Bea keine Spur. Es war beinahe Mitternacht, als ich heimkehrte, schlotternd und die ganze Welt auf dem Buckel. Sie wird morgen anrufen, wiederholte ich mir tausendmal, während ich einzuschlafen versuchte. Am nächsten Tag rief sie nicht an, am darauffolgenden ebenso wenig, die ganze Woche nicht, die längste und letzte meines Lebens. In sieben Tagen würde ich tot sein. Nur jemand, der noch knapp eine Woche zu leben hat, ist fähig, seine Zeit so zu verschwenden, wie ich es in diesen Tagen tat. Ich lauerte auf einen Anruf und zerquälte mir die Seele. Da muss etwas geschehen sein, Daniel. Eine Großtante, die gestorben ist, ein Papagei mit Mumps, eine Erkältung vor lauter entblößtem Hintern, weiß Gott was. Die Welt kreist nicht um das, wonach es Sie im Hosenzwickel gelüstet. Andere Faktoren beeinflussen das Werden der Menschheit. Meinen Sie, ich weiß das nicht? Sie kennen mich offenbar nicht, Fermin. Ha, mein Lieber, Sie könnten mein Sohn sein, so gut kenne ich Sie. Er wühlte in seinen Taschen und gab mir einige Münzen. Damit gehen Sie zum Telefon an der Ecke und rufen in etwas privaterem Rahmen ihr Liebchen an. Bea hat mir ausdrücklich gesagt, ich soll sie nicht anrufen. Sie hat Ihnen aber auch gesagt, sie werde am Freitag anrufen und jetzt ist Montag. Ich verließ die Buchhandlung, ging zum öffentlichen Fernsprecher an der Ecke und wählte die Nummer der Agilas. Nach dem fünften Klingeln nahm jemand ab und horchte schweigend, ohne etwas zu sagen. Fünf endlose Sekunden verstrichen. Bea? Flüsterte ich. Bist du es? Du Schweinehund, ich schwöre, ich prügele dir die Seele aus dem Körper, schlug es mir entgegen. Die Stimme war kalt und beherrscht. Das machte mir am allermeisten Angst. Stumm hörte ich Beas Vater atmen und fragte mich, ob er mich wohl an der Stimme erkannt hatte. Ich sehe, du hast nicht genug Mumm, um zu sprechen, du Mistkerl. Jedes Stück trockene Scheiße ist imstande zu tun, was du getan hast, aber ein Mann würde wenigstens nicht kneifen. An deiner Stelle würde ich mich in Grund und Boden schämen, wenn ich wüsste, dass ein 19-jähriges Mädchen mehr schneit hat als ich. Sie hat nämlich nicht sagen wollen, wer du bist und sie wird es auch nicht sagen, ich kenne sie. Und weil du nicht den Mut hast, für Bea den Kopf hinzuhalten, wird sie für das büßen, was du getan hast. Als ich einhängte, zitterten meine Hände. Ich war mir meines Tuns nicht bewusst gewesen, bis ich die Telefonzelle verließ und mich wieder zur Buchhandlung zurückschleppte. Das hatte ich nicht bedacht, dass mein Anruf Beas Lage nur noch verschlimmern würde. Meine einzige Sorge war es gewesen, meine Anonymität zu wahren, mich zu verstecken und diejenigen zu verleugnen, die ich zu lieben vorgab, die ich in Wahrheit aber nur benutzte. Das hatte ich schon getan, als Inspektor Fumero Fermin verprügelt hatte. Ich hatte es wieder getan, als ich Bea ihrem Schicksal überließ und ich würde es erneut tun, sobald sich Gelegenheit dazu böte. Ich war schon beinahe wieder im Laden, als ich feststellte, dass mich von einem Hauseingang auf der anderen Straßenseite aus ein Mann beobachtete. Ich blieb stehen, um ihn ebenfalls anzuschauen und zu meiner Überraschung nickte er, als wollte er mich grüßen und mir bedeuten, es störe ihn nicht, im Geringsten, dass ich ihn gesehen hatte. Das Licht einer Straßenlampe fiel seitlich auf sein Gesicht, das mir bekannt vorkam. Er trat einen Schritt vor, knöpfte seinen Mantel bis oben zu, lächelte und ging zwischen den Passanten davon. Da erkannte ich in ihm den Polizisten, der mich festgehalten hatte, während Inspektor Fumero Fermin angriff. Als ich in den Laden trat, schaute Fermin auf und warf mir einen fragenden Blick zu. Was machen Sie denn für ein Gesicht? Fermin, ich glaube, wir haben ein Problem. Am selben Abend setzen wir den Plan in Gang, den wir einige Tage zuvor mit Don Gustavo Barceló ausgeheckt hatten. Zuerst müssen wir uns vergewissern, dass wir tatsächlich Gegenstand polizeilicher Überwachung sind. Also machen wir so ganz beiläufig einen Spaziergang zum Esquadre Gatz, um zu sehen, ob dieser Kerl noch da draußen steht und uns auflauert. Und warum müssen wir ausgerechnet ins Esquadre Gatz? Weil es dort die besten Schlagwurst-Sandwiches im Umkreis von fünf Kilometern gibt. Und irgendwo müssen wir uns hier unterhalten. Zwei Minuten später trat ich auf die Straße hinaus, nachdem ich meinem Vater versichert hatte, ich sei zum Abendessen zurück. Fermin erwartete mich an der Ecke zur Puerta del Angel. So wie ich mich zu ihm gesellte, gab er mir mit einer Bewegung der Augenbrauen zu verstehen, ich solle losmarschieren. Als wir im Esquadre Gatz anlangten, setzte sich ein Mann wenige Meter von uns entfernt an einen Tisch und tat so, als lese er die Ereignisse des Ligaspieltags von der Vorwoche. Alle 20 Sekunden schielte er zu uns herüber. Der scheint wirklich ein Gimpel zu sein, hat eine sechs Tage alte Sportzeitung bei sich. Fomero rekrutiert seine Lehrlinge offenbar an Eliteschulen. Armes Kerlchen, schauen Sie nur, wie er schwitzt, sagte Fermin und schüttelte den Kopf. Sie sehen etwas zerstreut aus, Daniel. Haben Sie mit dem Mädchen gesprochen oder nicht? Ihr Vater hat abgenommen. Er hat mir versichert, dass er mir die Seele aus dem Körper rausprügeln wird. Das wird wohl eine rhetorische Figur gewesen sein. Die Gestalt des Kellners beugte sich über uns. Fermin bestellte Essen für ein ganzes Regiment und rieb sich erwartungsfroh die Hände. Und Sie wollen nichts, Daniel? Ich schüttelte den Kopf. Als der Kellner mit zwei Tabletts voller Tapas, Sandwiches und einer Flasche Wein zurückkam, gab ihm Fermin eine große Münze und sagte, der Rest sei für ihn. Chef, sehen Sie den Typ dort am Tisch neben dem Fenster, der den Kopf in die Zeitung steckt, als wäre es eine Papiertüte? Der Kellner nickte verschwörerisch. Wären Sie so gut und würden Sie ihm sagen, Inspektor Fomero beauftragt ihn, dringend, unverzüglich, auf den Boccaria-Markt zu gehen und für 25 Peseten gekochte Kichererbsen zu kaufen und schleunigst ins Präsidium zu bringen, wenn nötig per Taxi oder er soll sich darauf vorbereiten, den Hotensack auf dem Tablett zu präsentieren. Der Kellner nickte respektvoll und ging zum Tisch unseres Verfolgers, um ihm die Nachricht zu überbringen. Als der Mann die Befehle vernahm, geriet sein Gesicht aus den Fugen. Er blieb 15 Sekunden sitzen, rang mit unergründlichen Kräften und stürzte dann auf die Straße hinaus. Fermin nahm sich nicht einmal die Mühe, mit der Wimper zu zucken. Daniel, wir haben eine Arbeit zu besprechen. Gleich morgen besuchen Sie Nuria Montfort, genauso wie ausgemacht. Und wenn ich dort bin, was soll ich ihr dann sagen? An Gesprächsstoff wird es Ihnen nicht mangeln. Es geht darum, das zu tun, was Senior Barceloso treffend vorgeschlagen hat. Sie sagen ihr, Sie wissen, dass Sie sie in Bezug auf Carax perfid angelogen hat, dass Ihr angeblicher Mann Michel Moliner nicht, wie behauptet, im Gefängnis sitzt, dass Sie herausgefunden haben, dass Sie die Frau im Hintergrund ist, welche die Korrespondenz für die ehemalige Wohnung der Familie Fortuny Carax von einem Postfach abgeholt hat, das auf den Namen einer nicht existierenden Anwaltskanzlei lautet. Sie sagen ihr alles, was dienlich ist, um ihr die Hölle heiß zu machen. Und unterdessen? Unterdessen halte ich mich bereit, ihr zu folgen, was ich mithilfe avancierter Tarnungstechniken zu tun gedenke. Das wird nicht funktionieren, Fermin. Was hat Ihnen der Vater dieses Mädchens bloß gesagt, dass Sie sich so anstellen? Sagen Sie, was hat Ihnen dieser Verrückte gesagt? Ich antwortete, ohne nachzudenken. Die Wahrheit. Daniel, es tut mir leid, Sie in dieser Selbstgeißelungsstimmung zu sehen. Sie haben nichts Unrechtes getan. Im Leben gibt es schon genügend Henker, als dass man noch sich selbst gegenüber den Großinquisitor spielen muss. Sie sprechen aus Erfahrung, oder? Fermin zuckte die Schultern. Sie haben mir nie erzählt, wie Sie Fumero begegnet sind, sagte ich. Wollen Sie eine Geschichte mit Moral hören? Nur, wenn Sie sie mir erzählen mögen. Er schenkte sich ein Glas Wein ein und trank es in einem Zug aus. Das erste Mal habe ich von Fumero gehört, als der künftige Inspektor noch ein Pistolenheld im Dienst des anarchistischen Verbandes Spaniens war. Er hatte sich einen großen Ruf erworben, weil er weder Angst noch Skrupel kannte. Er brauchte bloß einen Namen, um die Person auf offener Straße mittags um zwölf mit einem Schuss in die Stirn zu liquidieren. Von den Anarchisten lief er zu den Kommunisten über und von dort zu den Faschisten war es nur noch ein Schritt. Er spionierte und verkaufte Informationen der einen Seite an die andere und nahm von jedermann Geld. Ich hatte schon seit einiger Zeit ein Auge auf ihn geworfen. Damals habe ich für die Regierung der Generalität gearbeitet. Was haben Sie denn gemacht? Ein bisschen alles. In den Fernsehserien von heute wird das, was ich machte, Spionage genannt. Ein Teil meiner Arbeit bestand darin, über Leute wie Fumero Bescheid zu wissen. Jedenfalls habe ich sein Spiel irgendwann durchschaut. Eher zu spät, würde ich sagen. Barcelona fiel in wenigen Tagen und die Situation hatte sich um 180 Grad gewendet. Ich war auf einmal ein gesuchter Verbrecher und meine Vorgesetzten sahen sich gezwungen, sich wie Ratten zu verstecken. Natürlich hatte Fumero bereits das Kommando über die Operation Säuberung, die mit Schüssen durchgeführt wurde, auf offener Straße oder im Kastell des Montjuic. Mich haben sie im Hafen verhaftet, als ich auf einem griechischen Frachter Schiffskarten zu lösen versuchte. Sie brachten mich auf den Montjuic und schlossen mich zwei Tage in einer stockdunklen Zelle ein, ohne Wasser und Ventilation. Als ich wieder Licht zu sehen bekam, war es die Flamme eines Lötkolbens. Fumero und ein Kerl, der nur Deutsch sprach, hängten mich an den Füßen auf, den Kopf nach unten. Zuerst hat mir der Deutsche die Kleider mit dem Lötkolben weggebrannt. Er schien Übung darin zu haben. Als nur noch Fetzen an mir hingen und sämtliche Haare des Körpers abgesenkt waren, sagte Fumero, wenn ich ihm nicht verrate, wo sich meine Vorgesetzten versteckt hielten, fange der Spaß erst richtig an. Ich bin kein mutiger Mann, Daniel. Ich bin es nie gewesen, aber mit dem bisschen Mumm, das ich habe, verfluchte ich ihn und schickte ihn zum Teufel. Auf ein Zeichen von Fumero hin spritzte mir der Deutsche irgendwas in den Schenkel und wartete ein paar Minuten. Dann, während Fumero rauchte und mich grinsend beobachtete, begann er mich gewissenhaft mit dem Lötkolben zu braten. Sie haben die Male ja gesehen. Ich nickte. Fermin sprach in gelassenem, emotionslosem Ton. Diese Brandmale sind noch das Rahmloseste. Die Schlimmsten bleiben innen zurück. Eine Stunde habe ich es unter dem Lötkolben ausgehalten. Vielleicht war es auch nur eine Minute, ich weiß es nicht. Aber schließlich habe ich die Verstecke genannt, die Namen der Helfer und sogar die von Leuten, die es gar nicht waren. Sie ließen mich nackt und mit verbrannter Haut in einer Gasse des Pueblos Seco liegen. Eine gute Frau hat mich zu sich genommen und zwei Monate lang gepflegt. Als ich wieder aufstehen und hinausgehen konnte, erfuhr ich, dass alle meine Vorgesetzten festgenommen und hingerichtet worden waren, wenige Stunden, nachdem ich sie verraten hatte. Als ich in meine Wohnung zurückging, wurde mir mitgeteilt, als sie sei von der Regierung enteignet worden, ebenso wie meine ganze Habe. Über Nacht war ich zum Bettler geworden. Ich habe versucht, Arbeit zu kriegen, ich bekam keine. Das Einzige, was ich beschaffen konnte, war eine Flasche offenen Weins für ein paar Fentimus. Das ist ein langsames Gift, das die Innereien zerfrisst wie Säure, aber ich vertraute darauf, dass es früher oder später Wirkung zeigen würde. So fing das Leben auf der Straße an, wo sie mich eine Ewigkeit später gefunden haben. Ab und zu haben mich Fumero und seine Leute verhaftet und mich irgendeines absurden Diebstahles angeklagt oder gesagt, ich hätte am Ausgang einer Klosterschule kleine Mädchen verführt. Erneut einen Monat im Gefängnis, Prügel und dann wieder auf die Straße. Ich habe nie begriffen, welchen Sinn diese Phasen hatten. Anscheinend fand die Polizei es zweckmäßig, über eine Gruppe Verdächtiger zu verfügen, auf die man notfalls zurückgreifen konnte. Bei einer meiner Begegnungen mit Fumero, der mittlerweile ein wichtiger Mann war, habe ich ihn gefragt, warum er mich nicht umgebracht habe, wie alle anderen. Er lachte und sagte, es gäbe Schlimmeres als den Tod. Einen Verräter töte er nie. Er lasse ihn bei lebendigem Leibe verfaulen. Sie sind kein Verräter, Fermin. Jeder an ihrer Stelle hätte dasselbe getan. Sie sind mein bester Freund. Ich verdiene Ihre Freundschaft nicht, Daniel. Sie und Ihr Vater haben mir das Leben gerettet und mein Leben gehört Ihnen beiden. Was immer ich für Sie tun kann, das werde ich tun. An dem Tag, an dem Sie mich von der Straße weggeholt haben, ist Fermin Romero de Torres neu geboren worden. Das ist nicht der richtige Name, nicht wahr? Er schüttelte den Kopf. Den habe ich auf einem Plakat auf der Plaza de las Arenas gesehen. Der andere ist begraben. Der Mann, der vorher in diesen Knochen gelebt hat, ist gestorben, Daniel. Sie haben mich gelehrt, ein anderer Mann zu sein und haben mir einen Grund gegeben, noch einmal zu leben. Meine Bernada. Fermin, sagen Sie nichts, Daniel. Verzeihen Sie mir einfach, wenn Sie das können. Ich umarmte ihn schweigend und ließ ihn weinen. Die ganze Nacht lag ich bei brennendem Licht wach auf meinem Bett und betrachtete meinen glänzenden Montblanc-Füllfederhalter, mit dem ich jahrelang nicht mehr geschrieben hatte. Mehr als einmal wäre ich beinahe zu den Aguilas gegangen, um mich gleichsam zu stellen, aber nach langem Nachdenken nahm ich an, am frühen Morgen in Beas Elternhaus einzudringen, würde ihre Lage nicht eben verbessern. Als der Tag anbrach, kehrte mit der Müdigkeit und der Zerstreuung mein Egoismus zurück und ich brauchte nicht lange, bis ich zur Überzeugung kam, die Zeit werde die Wunden schon heilen. Am Mittag gab ich, wie am Vorabend mit Fermin vereinbart vor, einen Spaziergang zu machen und machte mich auf zu Nuriamont fort, deren Berührung und Geruch noch in meinem Gedächtnis hafteten. Während ich im Halbdunkel die Treppe hinaufstieg, wünschte ich mir beinahe, sie nicht zu Hause anzutreffen. Auf dem Treppenabsatz des vierten Stocks blieb ich stehen, um meinen Mut zusammenzunehmen und mir irgendeinen Vorwand zur Rechtfertigung meines Besuchs auszudenken. Ich trat entschlossen vor Nuriamontforts Tür und klingelte mehrere Sekunden lang. Ich hörte, wie sich das Echo im Innern verlor und seufzte erleichtert auf. Schon wollte ich mich wieder davon machen, als ich Schritte vernahm, die näher kamen und das Guckloch in einer Andeutung von Licht aufleuchtete. Ich lächelte, als sich der Schlüssel im Schloss drehte, holte ich tief Atem. Daniel, flüsterte sie. Der blaue Rauch der Zigarette umschleierte ihr Gesicht. Die Lippen leuchteten dunkelrot und feucht und hinterließen auf dem Filter blutige Spuren. Ich folgte ihr in den engen, halbdunklen Raum, wo sich ihr Schreibtisch, ihre Bücher und die Sammlung der streng ausgerichteten Bleistifte befanden. Ich dachte, ich würde dich nicht wiedersehen. Tut mir leid, sie enttäuschen zu müssen. Vor einigen Tagen hat ein guter Freund von mir herausgefunden, dass der Liegenschaftenverwalter, der für die ehemalige Wohnung der Familie Fortuny Carrax zuständig ist, die Korrespondenz an ein Postfach auf den Namen einer Anwaltskanzlei geschickt hat, die offensichtlich nicht existiert. Derselbe Freund hat herausgefunden, dass die Person, die jahrelang die Sendungen für dieses Postfach abgeholt hatte, ihren Namen benutzte, Signora Monfort. Schweig! Wem hast du das erzählt? Wer weiß sonst noch, was du da gesagt hast? Mehr Leute, als man denkt. Die Polizei folgt mir schon seit längerem. Fumero? Ich nickte. Ich hatte den Eindruck, ihre Hände zitterten. Du weißt nicht, was du angerichtet hast, Daniel. Du meinst, bloß weil du über ein Buch gestolpert bist, hast du das Recht, ins Leben von Menschen einzudringen, die du nicht kennst, in Dinge, die du nicht verstehen kannst und die dich nichts angehen. Jetzt gehen sie mich etwas an, ob ich will oder nicht. Du weißt nicht, was du sagst. Ich war im Aldaia-Haus. Ich weiß, dass sich Jorge Aldaia dort versteckt. Ich weiß, dass er es war, der Karax ermordet hat. Sie schaute mich lange an und maß ihre Worte ab. Weißt das, Fumero? Ich weiß es nicht. Es wäre besser, du wüsstest es. Ist dir Fumero hierher gefolgt? Die Wut, die in ihren Augen loderte, verbrannte mich. Ich war in der Rolle des Anklägers und Richters gekommen, aber mit jeder weiteren Minute fühlte ich mich mehr als der Schuldige. Ich glaube nicht. Haben sie es gewusst? Sie haben gewusst, dass Jorge Aldaia es war, der Julian umgebracht hat und sich in diesem Haus versteckt. Warum haben sie es mir nicht gesagt? Sie lächelte bitter. Du verstehst nichts, nicht wahr? Ich verstehe, dass sie gelogen haben, um den Mann zu schützen, der den ermordet hat, den sie als ihren Freund bezeichnen, den Mann, der dieses Verbrechen jahrelang verheimlicht hat, einen Mann, dessen einziges Ziel es ist, jede Spur von Julian Kadaks Existenz zu beseitigen, der seine Bücher verbrennt. Ich verstehe, dass sie mich bezüglich ihres Mannes belogen haben, der nicht im Gefängnis ist und offensichtlich auch nicht hier. Das ist es, was ich verstehe. Nuria Monfort schüttelte langsam den Kopf. Geh, Daniel. Verlass diese Wohnung und komm nicht wieder. Du hast schon genug angerichtet. Ich ließ sie im Esszimmer zurück und ging auf die Tür zu. Auf halbem Weg blieb ich stehen. Nuria Monfort saß auf dem Boden, den Rücken an die Wand gelehnt. Der ganze Zauber um ihre Erscheinung war dahin. Den Blick, starr auf den Boden gerichtet, ging ich über die Plaza de San Felipe Neri. Ich wollte nur noch weg von hier. Als ich an der Kirche vorüberging, bemerkte ich den hageren Priester mit der großen Nase kaum, der mich Messbuch und Rosenkranz in der Hand vor dem Eingang bedächtig segnete. Erst einige Minuten später ging mir ein Licht auf. Ich kam mit beinahe einer Dreiviertelstunde Verspätung in die Buchhandlung zurück. Als mein Vater mich erblickte, runzelte er vorwurfsvoll die Stirn und schaute auf die Uhr. Ziemlich spät. Ihr wisst, dass ich zu einem Kunden nach St. Kugat muss und lasst mich hier allein. Und Vermin? Ist er noch nicht zurück? Mein Vater schüttelte mürrisch den Kopf. Übrigens, du hast einen Brief. Ich hab mir dir neben die Kasse gelegt. Er bewährte sich mit Mantel und Hut und ging gruslos zur Tür hinaus. Was mich erstaunte, war Vermins Ausbleiben. Ich hatte ihn auf der Plaza de San Felipe als Priester gesehen, wo er darauf wartete, dass Nuria Monfort herausgeschossen käme und ihn zum großen Geheimnis des Komplotts führte. Mein Glaube an diese Strategie war zu Asche geworden. Ich ging zur Kasse, um einen Blick auf den von meinem Vater erwähnten Brief zu werfen. Der Umschlag trug einen aufgedruckten Absender, der mir das bisschen Mut zunichte machte, dass mir noch geblieben war, um den Tag zu überstehen. Militärbezirk Barcelona, Musterungsbüro. Halleluja, murmelte ich. Es wurde mir verkündet, ich, Daniel Sempere Martin, hätte in zwei Monaten die Ehre und den Stolz, mich der heiligsten und erbauendsten Aufgabe anzuschließen, welche das Leben dem hispanischen Manne anzubieten habe, der Heimat zu dienen und die Uniform des nationalen Kreuzzuges zur Verteidigung des geistigen Bestandes des Abendlandes anzuziehen. Zwei Monate, acht Wochen, 60 Tage. Ich konnte die Zeit immer weiter unterteilen, bis ich zu den Sekunden und damit auf eine immense Zahl kam. Es blieben mir nur noch 5.184.000 Sekunden Freiheit. Vielleicht konnte mir Don Federico, der nach Ansicht meines Vaters in der Lage war, eigenhändig einen Volkswagen zu bauen, eine Uhr mit Scheibenbremsen machen. Vielleicht erklärte mir jemand, wie ich es anstellen sollte, um Bea nicht für immer zu verlieren. Als ich die Türglocke hörte, dachte ich, Fermin sei endlich zurückgekommen. Ist dein Vater nicht da, Daniel? sagte Gustavo Barceló, einen Elfenbeinstock in der Hand. Tut mir leid, Don Gustavo, er ist zu einem Kunden gegangen und kommt wahrscheinlich erst... Sehr gut. Ich will nämlich nicht zu ihm, und es ist besser, er hört nicht, was ich dir zu sagen habe. Er blinzelte mir zu, während er aus den Handschuhen schlüpfte und verdrießlich den Laden betrachtete. Und unser Kollege Fermin? Ist er auch irgendwo? Im Gefecht verschwunden. Vermutlich bei der Anwendung seiner Talente auf die Lösung des Fahles Carax. Mit Leib und Seele. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, trug er eine Soutane und erteilte den Segen Urbi et Orbi. Was wollen Sie mir erzählen, Don Gustavo? Er lächelte mir sanft zu. Sein üblicher, hochmütiger Ausdruck und seine Salonarroganz waren einem gewissen Ernst, einem Anflug von Vorsicht und nicht geringer Besorgnis gewichen. Heute Morgen habe ich Don Manuel Gutierrez von Seca kennengelernt, seit 1924 Angestellter des städtischen Leichenschauhauses. Don Manuel ist ein Herr alter Schule, höflich, nett und entgegenkommt. Er hat mir gesagt, das Entscheidende an seiner Arbeit sei es, das Reglement zu befolgen. Im Reglement ist alles vorgesehen, insbesondere bei Situationen, in denen man nicht mehr weiter weiß. Also, Don Manuel hatte Dienst an dem Tag, an dem Julian Carrax Leichnam in die Necropsie kam, im September 1936. Natürlich erinnerte sich Don Manuel nicht mehr an den Namen, aber ein Nachsuchen in den Archiven und eine Spende von 20 Duros für seinen Ruhestandsfonds haben sein Gedächtnis bemerkenswert aufgefrischt. Kannst du mir folgen? Ich nickte. Don Manuel erinnert sich an die Einzelheiten jenes Tages, weil das, wie er mir erzählte, eines der wenigen Male war, wo er sich über das Reglement hinweggesetzt hat. Laut Polizei war der Tote in einer Gasse des Sarraval gefunden worden, kurz vor Tagesanbruch. Gegen 10 Uhr Vormittags gelangte er ins Leichenhaus. Er hatte nur ein Buch und einen Pass bei sich, der ihn als Julian Fortuny Carrax auswies, gebürtig aus Barcelona, geboren im Jahr 1900. Der Pass wies einen Stempel des Grenzübergangs La Junquera auf, woraus er vorging, dass Carrax das Land einen Monat zuvor betreten hatte. Offensichtlich war die Todesursache eine Schusswunde. Don Manuel ist zwar nicht Arzt, aber mit der Zeit hat er das Repertoire kennengelernt. Seiner Meinung nach war der Schuss, direkt über dem Herzen, aus nächster Nähe abgegeben worden. Dank des Passes konnte man Senior Fortuny Carrax Vater ausfindig machen, der noch am selben Abend ins Leichenhaus kam, wo er den Toten identifizieren sollte. Bis dahin passt alles zu dem, was Nuria Monfort erzählt hat. Barcelone nickte. So ist es. Was dir Nuria Monfort nicht gesagt hat, ist, dass er, mein Freund Don Manuel, als er arg gewöhnte, die Polizei sei nicht allzu sehr an dem Fall interessiert und nachdem er festgestellt hatte, dass das Buch, das man in den Taschen des Toten gefunden hatte, dessen Namen trug, dass also Don Manuel die Initiative zu ergreifen beschloss und noch am selben Nachmittag, während er auf Senior Fortuny wartete, den Verlag anrief, um über den Vorfall Bericht zu erstatten. Nuria Monfort hat mir gesagt, der Angestellte des Leichenschauhorses habe drei Tage später angerufen, nachdem die Leiche schon in einem Massengrab beigesetzt worden war. Laut Don Manuel hat er am selben Tag angerufen, an dem der Tote eingeliefert wurde. Er hat gesagt, er habe mit einer Senorita gesprochen, die sich für seinen Anruf bedankte. Er erinnert sich, dass ihn ihr Verhalten schockiert hat. Nach seinen Worten war es, als wüsste sie es bereits. Und was ist mit Senior Fortuny? Stimmt es, dass er sich geweigert hat, seinen Sohn zu identifizieren? Darauf war ich am allermeisten gespannt. Don Manuel erklärt, bei Einbruch der Dunkelheit sei in Begleitung von zwei Polizisten ein zittriges Männchen gekommen. Es war Senior Fortuny. Er sagt, als er ins Leichenhaus gekommen sei, habe er sich kaum auf den Beinen halten können. Er habe geweint wie ein Kind und die beiden Polizisten hätten ihn an den Armen führen müssen. Er habe nicht aufgehört zu wimmern, was hat man mit meinem Sohn gemacht, was hat man mit meinem Sohn gemacht. Hat er die Leiche denn überhaupt gesehen? Don Manuel hat mir erzählt, er sei drauf und dran gewesen, den Polizisten nahezulegen, auf die Formalitäten zu verzichten. Das sei das einzige Mal gewesen, dass es ihm in den Sinn gekommen sei, das Reglement in Frage zu stellen. Die Leiche war in üblem Zustand. Wahrscheinlich war der Mann schon seit über 24 Stunden tot, als er ins Leichenhaus kam, nicht erst seit dem frühen Morgen, wie die Polizei angab. Don Manuel fürchtete, wenn dieses alte Männchen ihn sähe, würde er zerbrechen. Senior Fortuny hörte nicht auf zu sagen, es könne nicht sein, sein Julian könne nicht tot sein. Da schlug Don Manuel das Leichentuch zurück und die beiden Polizisten fragten formell, ob das sein Sohn Julian sei. Und? Senior Fortuny blieb stumm und betrachtete die Leiche fast eine Minute lang. Dann machte er kehrt und ging. Er ging? In aller Eilen. Und die Polizei? Hat sie ihn nicht daran gehindert? Waren sie nicht da, um die Leiche zu identifizieren? Barfelot lächelte böse. Theoretisch schon, aber Don Manuel erinnert sich, dass noch jemand anderes im Raum war, ein dritter Polizist, der leise hereingekommen war, als die anderen Senior Fortuny vorbereiteten und der die Szene schweigend verfolgt hatte, an die Wand gelehnt und eine Zigarette im Mund. Don Manuel erinnert sich an ihn, weil ihn, als er sagte, das Reglement verbiete, das Rauchen im Leichenschauhaus ausdrücklich einer der Polizisten zum Schweigen brachte. Kaum war Senior Fortuny gegangen, sei der dritte Polizist hinzugetreten, habe einen Blick auf die Leiche geworfen und ihr ins Gesicht gespuckt. Dann habe er den Pass an sich genommen und angeordnet, die Leiche nach Cantunis zu bringen und dort am frühen Morgen in einem Massengrab zu beerdigen. Das ergibt keinen Sinn. Das dachte Don Manuel auch, vor allem, weil das nicht mit dem Reglement zu vereinbaren war, aber wir wissen doch gar nicht, wer dieser Mann ist, sagte er. Die beiden Polizisten zuckten mit den Schultern. Wütend wies Don Manuel sie zurecht, oder wissen sie es nur allzu gut, niemand kann ja übersehen, dass er schon mindestens einen Tag tot ist. Don Manuel berief sich aufs Reglement, für dumm wollte er sie nicht verkaufen lassen. Als er seinen Protest gehört habe, sei der dritte Polizist zu ihm getreten, habe ihm fest in die Augen geschaut und ihn gefragt, ob er etwa dem Verstorbenen auf seiner letzten Reise Gesellschaft leisten wolle. Don Manuel hat mir erzählt, er sei sehr erschrocken. Dieser Mann habe die Augen eines Verrückten gehabt, und er habe keinen Moment daran gezweifelt, dass er es ernst meine. Er habe geflüstert, er versuche doch nur das Reglement zu erfüllen, niemand wisse, Dieser Mann ist der, von dem ich sage, er ist es, erwiderte der dritte Polizist. Dann nahm er das Registrierblatt, unterschrieb es und erklärte den Fall für abgeschlossen. Don Manuel sagt, diese Unterschrift werde er nie vergessen. In den Kriegsjahren und noch lange Zeit später habe er sie auf Dutzenden von Registrierblättern und Totenscheinen von Leichen wiedergefunden, die weiß Gott, woher kamen und die niemand identifizieren konnte. Inspektor Francisco Javier Fumero Den ganzen Nachmittag starrte ich den unheilbringenden Brief an, der mir meine Einberufung verkündete und wartete auf ein Lebenszeichen von Fermin. Es war bereits eine halbe Stunde nach Ladenschluss und ich hatte keine Ahnung, wo er sich befand. Da rief ich in der Pension in der Calle Joaquin Costa an, wo mir Dona Encarna mit Anisli-Körstimme sagte, sie habe Fermin seit dem Morgen nicht mehr gesehen. Danach rief ich bei Barceló an, in der Hoffnung, vielleicht sei Fermin dort aufgekreuzt. Ich war nicht auf den Gedanken gekommen, Clara könnte antworten. Daniel, das ist aber eine Überraschung. Finde ich auch, dachte ich. Weitschweifig ließ ich den Grund meines Anrufs zur unbedeutenden Beiläufigkeit schrumpfen. Nein, Fermin ist heute nicht vorbeigekommen. Langes Schweigen. Daniel, glaubst du, wir können eines Tages wieder Freunde sein? Wie viele Jahre wird es brauchen, bis du mir verzeihst? Wir sind schon Freunde, Clara, und ich hab dir nichts zu verzeihen, das weißt du. Ich werde heiraten, Daniel. Ich starrte den Hörer an und hatte das Gefühl, mein Skelett laufe ein paar Zentimeter ein. Bist du noch da, Daniel? Ja. Das hat dich überrascht? Ich schluckte hart. Nein, was mich überrascht ist, dass du nicht längst geheiratet hast. An Freiern wird es ja nicht gefehlt haben. Wer ist denn der Glückliche? Du kennst ihn nicht. Er heißt Jakobo und ist ein Freund meines Onkels Gustavo, leitender Angestellter in der Bank von Spanien. Nun denn, herzlichen Glückwunsch. Ich muss jetzt einhängen, Clara, ein Kunde ist gekommen. Mit niedergeschlagenem Ausdruck und nicht sehr gesprächslustig kam mein Vater von seinem Kundenbesuch zurück. Während ich den Tisch deckte, machte er das Abendessen. Was stand denn in dem Brief von der Armee? fragte er schließlich. Ich trete in zwei Monaten meinen Dienst an. Ich hatte das Gefühl, sein Blick altere um zehn Jahre. Barcelo sagt, durch Vitamin B werde er erreichen, dass man mich nach der Grundausbildung in den Militärbezirk Barcelona versetzt. So könnte ich sogar zu Hause übernachten. Mein Vater nickte kraftlos, als ich im Treppenhaus Schritte hörte, zielstrebige, eilige Schritte, die den Stufen zusetzten und eine unheilvolle Botschaft verhießen. Eine Sekunde später wurde mehrmals an die Tür gehämmert und eine donnernde Stimme rief, Polizei, aufmachen. Es war Fumeros Stimme und mir wurde eiskalt. Mein Vater warf einen forschenden Blick auf mich. Ich nickte. Mit einem unterdrückten Seufzer öffnete er. Im gelblichen Licht des Treppenhauses zeichneten sich die Gestalten von Fumero und seinen beiden Trabanten ab. Wo ist er? rief Fumero, während er meinen Vater mit harter Hand wegschob und sich ins Esszimmer drängte. Mein Vater machte Anstalten, ihn zurückzuhalten, aber einer der beiden Polizisten, die dem Inspektor den Rücken deckten, packte ihn am Arm, drückte ihn gegen die Wand und hielt ihn so gefühllos und bestimmt fest, wie eine dafür eingerichtete Maschine. Es war derselbe Mann, der Fermin und mir gefolgt war, derselbe, der mich festgehalten hatte, während Fumero vor dem Altenheim Santa Lucia meinen Freund zusammengeschlagen hatte, derselbe, der mich vor zwei Tagen beschattet hatte. Er warf mir einen leeren, unerforschlichen Blick zu. Ich trat zu Fumero, so ruhig, wie ich mich irgendet geben konnte. Die Augen des Inspektors waren blutunterlaufen. Über seine linke Backe zog sich, gesäumt von trockenem Blut, eine frische Kratzwunde. Wo ist er? Wer? Fumero blickte zu Boden, schüttelte den Kopf und murmelte etwas vor sich hin. Als er wieder aufschaute, waren seine Lippen zu einer Grimasse »Mich verarschst du nicht, du Scheißbengel, oder dein Vater kann dein Hirn auf dem Boden zusammenkratzen, kapiert?« Ich nickte zitternd. Fumero presste den Revolverlauf fest an meinen Backenknochen. Ich spürte, dass er mir in die Haut schnitt, wagte aber nicht, mit der Wimper zu zucken. Ich fragte dich zum letzten Mal, wo ist er? »Nicht hier. Ich habe ihn seit Mittag nicht mehr gesehen, das ist die Wahrheit. Eine halbe Minute lang rührte Sondern bohrte mir nur den Revolver ins Gesicht und leckte sich die Lippen. »Lerma,« befahl er, »schauen Sie sich um.« Eilig machte sich einer der Polizisten daran, die Wohnung zu inspizieren. »Wenn du mich angelogen hast und wir ihn in dieser Wohnung finden, schwöre ich dir, dass ich deinem Vater beide Beine breche,« zischte Fumero. »Mein Vater weiß nichts. Lassen sie ihn in Frieden. Nein, du weißt nicht, worauf du dich da eingelassen hast, aber sobald ich deinen Freund umgeblasen habe, ist das Spiel aus. Diesmal übernehme ich es persönlich, ihn aus dem Verkehr zu ziehen und ich werde es genießen, glaub mir. Ich werde mir viel Zeit nehmen, das kannst du ihm sagen, wenn du ihn siehst und du bist als nächster dran. Der Polizist Lerma erschien wieder im Esszimmer, tauschte einen Blick mit Fumero und schüttelte den Kopf. Fumero ließ den Abzug los und senkte den Revolver, schüttelte unversehens den Kopf, lachte leise und verließ ohne weitere Worte die Wohnung. Lerma folgte ihm. Der dritte Polizist, meine Dauerwache, blieb einen Augenblick auf der Schwelle stehen. Er schaute mich schweigend an, als wollte er mir gleich etwas sagen. Palacios, brüllte Fumero mit vom Echo des Treppenhauses verzerrter Stimme. Palacios senkte die Augen und verschwand. Etwa um Mitternacht hörten wir erneut Schläge an der Tür, diesmal schwächer, fast ängstlich. Wer da? fragte mein Vater. Don Anacleto, Senor Sempere. Mein Vater seufzte. Wir öffneten die Tür und vor uns stand der Lehrer, blasser denn je. Was ist denn, Don Anacleto, geht es Ihnen nicht gut? fragte mein Vater und bat ihn herein. Der Lehrer hatte eine zusammengefaltete Zeitung in der Hand. Mit einem erschrockenen Blick und wortlos reichte er sie uns. Als erstes sah ich die beiden Fotos unter der Schlagzeile. Das eine zeigte einen fülligeren Fermin mit dichterem Haar, der 15 oder 20 Jahre jünger sein mochte. Auf dem zweiten war das Gesicht einer Frau mit geschlossenen Augen und Marmorhaut zu sehen. Ich erkannte sie erst nach einigen Sekunden, da ich sie immer nur im Halbdunkel gesehen hatte. Bettler ermordet Frau am helllichten Tage. Die Polizei sucht den Bettler, der gestern Abend Nuria Monfort Mastateo 37 wohnhaft in Barcelona erstochen hat. Das Verbrechen wurde gegen halb sechs Uhr abends im Viertel San Gervasio verübt, wo das Opfer ohne offensichtlichen Grund von dem Bettler überfallen wurde, welcher ihr anscheinend und laut Angaben der Polizeidirektion aus noch nicht geklärten Gründen gefolgt war. Offenbar ist der Mörder Antonio José Gutierrez Alcajete 51 und das Villa Imunda Provinz Cáceres stammend ein bekannter Vagabund mit einer langen Geschichte geistiger Verwirrung, der vor sechs Jahren aus dem Gefängnis geflohen ist und sich seither dank verschiedener Identitäten den Behörden entziehen konnte. Im Moment des Verbrechens trug er eine Soutane. Dem Opfer wurden mit der blanken Waffe sechs Wunden in Bauch, Hals und Brust beigebracht. Nach den Informationen der Polizei waren die Wunden für das Opfer tödlich. Den ganzen nächsten Tag hörten wir nichts von Fermin. Mein Vater bestand darauf, die Buchhandlung wie jeden Tag zu öffnen und die Fassade zu wahren. Die Polizei hatte einen Beamten vor dem Hausangang postiert und ein zweiter überwachte die Plaza Santa Anna im Schutz des Kirchenportals. Im starken Regen, der am frühen Morgen eingesetzt hatte, sahen wir die beiden vor Kälte zittern. Den ganzen Morgen hatte mein Vater kein Wort zu mir gesagt. Die Zeitungsseite mit der Meldung von Nuria Montforts Ermordung lag auf dem Ladentisch. Alle 20 Minuten nahm er sie und las sie mit undurchdringlichem Ausdruck. Du kannst den Artikel noch so oft lesen, dadurch wird er nicht wahrer, sagte ich. Mein Vater blickte mich ernst an. Hast Sie war eine alte Freundin von Julian Karrax. Ich bin zu ihr gegangen, um sie zu fragen, was sie von Karrax noch in Erinnerung hatte. Das ist alles. Sie war die Tochter von Isaac, dem Aufseher. Er hat mir ihre Adresse gegeben. Hat Fermin sie gekannt? Nein. Wie kannst du da so sicher sein? Wie kannst du an ihm zweifeln und diesen Verleumdungen in der Zeitung Glauben schenken? Das Einzige, was Fermin von dieser Frau wusste, ist das, was ich ihm erzählt habe. Und darum ist er ihr gefolgt? Ja! Weil du ihn darum gebeten hast. Ich schwieg. Mein Vater seufzte. Daniel, wer heißt dich im Leben der Leute herum zu wühlen? Ich bin frei zu sprechen, mit wem ich will. Vermutlich fühlst du dich auch frei von den Konsequenzen. Willst du etwa andeuten, ich sei verantwortlich für den Tod dieser Frau? Diese Frau, wie du dich ausdrückst, hatte einen Vor- und einen Familiennamen und du hast sie gekannt. Du brauchst mich nicht daran zu erinnern, antwortete ich mit Tränen in den Augen. Mein Vater schaute mich traurig an. Mein Gott, ich mag nicht daran denken, wie dem armen Isaac zumute ist, murmelt er zu sich selbst. Ich bin nicht schuld an diesem Tod, sagte ich mit dünner Stimme und dachte, wenn ich es nur oft genug wiederholte, würde er es mir am Ende vielleicht glauben. Kopfschüttelnd zog sich mein Vater in den Hinterraum zurück. Du wirst wissen, wofür du verantwortlich bist und wofür nicht. Daniel, manchmal weiß ich nicht mehr, wer hinaus, wo mich niemand kannte und in meiner Seele lesen konnte. Ziellos überließ ich mich dem eisigen Regen. Ich ging mit gesenkten Augen dahin, das Bild Nuria Monforts im Kopf, die leblos und den Körper voller Dolchstiche auf einer kalten Marmor Fliese lag. Bei jedem Schritt verflüchtigte sich die Stadt um mich herum. An einer Kreuzung in der Kalle Fontanella achtete ich Im letzten Moment riss mich ein Passant hinter mir zurück. Wenige Zentimeter vor meinen Augen sah ich den blitzenden Rumpf des Busses, den sicheren Tod, um eine zehntel Sekunde an mir vorbeirasen. Als mir bewusst wurde, was geschehen war, ging der Passant, der mir das Leben gerettet hatte, schon auf dem Fußgängerstreifen davon. Eine Gestalt in grauem Mantel. Ich blieb atemlos und wie angewurzelt stehen. Im trügerischen Regen konnte ich erkennen, dass mein Retter auf der anderen Straßenseite stehen geblieben war und mich beobachtete. Es war der dritte Polizist, Palacios. Eine Mauer von Verkehr rauschte zwischen uns hindurch und als ich wieder hinschaute, war Palacios nicht mehr da. Ich schlug den Weg zu Bea ein, unfähig noch länger zu warten. Ich musste mich unbedingt stehen. hastete die Treppe hinauf und blieb atemlos vor der Tür der Aguilars stehen. Kräftig ließ ich den Klopfer dreimal gegen die Tür fallen. Beim Warten wappnete ich mich mit Mut und mir wurde bewusst wie ich aussah, nass bis auf die Knochen. Ich strich mir die Haare aus der Stirn und dachte, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wenn Senior Aguilar erscheint, um mir die Beine zu brechen und den Schädel einzuschlagen, dann am besten gleich. Erneut klopfte ich und kurz darauf hörte ich Schritte näher kommen. Das Guckloch ging ein wenig auf, ein dunkler, argwöhnischer Blick beobachtete mich. Wer ist da? Ich erkannte die Stimme Cecilias, eines der Dienstmädchen der Familie Aguilar. Ich bin's, deine Semperre, Cecilia. Langsam ging die schwere Tür auf. Guten Tag, Cecilia. Ist Bea da? Senorita Bea ist nicht da. Sie ist vor etwa zwei Stunden mit den Herrschaften zum Arzt gegangen. Zum Arzt? Ist sie krank? Ich weiß es nicht, Senorito. Und Thomas, ist der zu Hause? Ja, Senorito. Kommen Sie herein, ich melde Sie an. Ich trat in die Diele und wartete. Ich glaubte, in der Ferne Thomas' Stimme zu hören, und dann Schritte, die näher kamen. Die Gestalt, die auf der Schwelle zur Diele erschien, war abermals das Dienstmädchen. Senorito Thomas sagt, er sei sehr beschäftigt und könne sie jetzt nicht empfangen. Hast du ihm gesagt, wer ich bin? Deine Semperre? Ja, Senorito, er hat gesagt, ich soll ihnen sagen, sie sollen gehen. Auf dem Rückweg in die Buchhandlung erkannte ich das stoische Bild der diensttunenden Wache davor. Als ich mich Don Federico Flavias Uhrmacherei näherte, sah ich, dass der Inhaber auf der Schwelle seines Ladens stand, um den Wolkenbruch zu beobachten. Daniel, komm rein, dein Auftrag ist fertig. Ich sah ihn verständnislos an. Er blickte mir fest in die Augen und lächelte. Ich nickte bloß und folgte ihm hinein. Drinnen reichte er mir eine kleine Packpapiertüte. Geh gleich wieder raus, der Hans Wurster, der die Buchhandlung überwacht, hat uns nicht aus den Augen gelassen. Ich guckte in die Tüte hinein. Sie enthielt ein Büchlein mit Ledereinband, ein Messbuch. Das Messbuch, das Fermin in den Händen gehalten hatte, als ich ihn zum letzten Mal sah. Während mich Don Federico auf die Straße zurückschob, verschloss er mir mit einem ernsten Nicken die Krone nicht, wenn du sie aufziehst, sonst springt sie wieder raus, ja? Keine Bange, Don Federico, und vielen Dank. Ich ging mit einem Knoten im Magen davon, der sich mit jedem Schritt, den ich dem Polizisten vor der Buchhandlung näher kam, mehr zusammen zog. Als ich an ihm vorbeiging, grüßte ich ihn mit derselben Hand, in der ich Don Federicos Tüte trug. Er schaute Bewegung gemacht. Bekümmert schaute er mich an. Hör zu, Daniel, wegen vorhin. Mach dir keine Sorgen, du hattest recht. Du zitterst ja. Ich nickte, worauf er die Thermoskanne holen ging. Das nutzte ich, um das kleine WC im Hinterraum aufzusuchen und mir das Messbuch anzuschauen. Fermins Notiz flatterte wie ein Schmetterling durch die Luft und ich fing sie auf. Die Nachricht war in winziger Schrift auf ein beinahe durchsichtiges Stück Zigarettenpapier geschrieben, sodass ich es ins Gegenlicht halten musste, um sie zu entziffern. Lieber Daniel, glauben Sie kein Wort von dem, was die Zeitungen über den Mord an Nuriam und fortschreiben. Es ist wie immer reiner Schwindel. Ich bin gesund und wohlbehalten und an einem sicheren Ort versteckt. Versuchen Sie nicht, mich zu finden oder mir eine Nachricht zukommen zu lassen. Vernichten Sie diese Notiz, sobald Sie sie gelesen haben. Sie brauchen sie nicht zu verschlucken. Es reicht, wenn Sie sie verbrennen oder zerreißen. Ich werde mich mittels meiner Erfindungsgabe und der guten Dienst der Dritter im Bunde mit Ihnen in Verbindung setzen. Bitte geben Sie das Wesentliche dieser Botschaft verschlüsselt und mit aller Diskretion meiner Liebsten weiter. Unternehmen Sie fragte eine unbekannte Stimme. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Da ich nicht wusste, was ich tun sollte, zerknüllte ich das Zigarettenpapier und steckte es in den Mund. Ich spülte und nutzte das Rauschen von Leitungen und Spülkasten, um das Papierkügelchen hinunter zu schlucken. Als ich die Tür öffnete, erblickte ich das kriecherische Lächeln des Polizisten, der noch vor Augenblicken vor der Buchhandlung gestanden hatte. Verzeihen Sie, ich weiß nicht, ob es wegen dem Regen ist, den ich den ganzen Tag höre, aber ich muss mal dringend, um es so zu sagen. Aber selbstverständlich, sagte ich und ließ ihn durch, fühlen Sie sich wie zu Hause. Vielen Dank. Der Polizist, der im Licht der Glühbirne wie ein Wiesel aussah, schaute mich von oben bis unten an. Sein Kloakenblick fiel auf das Messbuch in meinen Händen. Ohne irgendwas zu lesen, geht es bei mir einfach nicht, sagte ich. Genau wie bei mir, und dann heißt es, die Spanier lesen nicht. Borgen Sie es mir. Da oben auf dem Spülkasten ist die letzte Empfehlung des nationalen Kulturrats. Damit liegen Sie goldrichtig. Ich ging in mein Zimmer, legte mich aufs Bett und bald übermannte mich die Müdigkeit. Als ich erwachte, dämmerte durch die beschlagenen Scheiben grau der Morgen herein. Ich zog mich warm an mit halbhohen Stiefeln. Dann ging ich leise auf den Gang hinaus, tastete mich durch die Wohnung und glitt auf die Straße hinaus. In der Ferne leuchteten schon die Lichter der Kioske. Ich kaufte die erste Ausgabe des Tages. Eilig blätterte ich mich durch die Seiten zu den Todesanzeigen. Nur der Monforts Name stand unter einem Kreuz und ich spürte, wie mir die Augen flackerten. Die Beerdigung fand an diesem Nachmittag auf dem Friedhof des Montjuic statt. Auf einem Umweg ging ich wieder nach Hause. In meinem Zimmer setzte ich mich an den Schreibtisch und zog den Füllfederhalter aus seinem Etui. Ich nahm ein weißes Blatt Papier und wünschte mir, er möchte mich lenken. Doch in meinen Händen hatte er nichts zu sagen. Umsonst suchte ich nach den Worten, die ich nur der Montfort anbieten wollte, aber ich war unfähig, irgendetwas zu schreiben oder zu empfinden. Kurz vor drei Uhr Nachmittags stieg ich auf dem Paseo de Colon in den Bus, der mich zum Friedhof des Montjuic bringen sollte. Vor dem Friedhofseingang stieg ich aus. Ich atmete tief durch und ging hinein. Kurz danach konnte ich in der Ferne, die um das Grab herum angezündeten Gaslaternen sehen. Ein halbes Dutzend Menschen standen vor einem aschfarbenen Himmel. Ich beschleunigte meine Schritte und blieb stehen, sobald ich die Worte des Priesters vernehmen konnte. Der Sarg, eine Kiste aus unpoliertem Pinienholz lag auf dem Lehm. Auf ihre Schaufeln gestützt bewachten ihn zwei Totengräber. Ich betrachtete mir die Anwesenden. Der alte Isaak, der Aufseher des Friedhofs der vergessenen Bücher, war nicht zur Beerdigung seiner Tochter gekommen. Ich erkannte Nuria Monforts Etagen-Nachbarin, die unter Kopfschütteln weinte. Neben ihr stand eine etwa vierzig Jahre alte Frau, die einen Blumenstrauß trug. Sie weinte lautlos und mit zusammengepressten Lippen, den Blick vom Grab abgewandt. Ich hatte sie noch nie gesehen. Etwas abseits der Gruppe befand sich in seinem grauen Mantel den Hut auf dem Rücken der Polizist, der mir am Vortag das Leben gerettet hatte, Palacios. Er schaute auf und beobachtete mich einige Sekunden, ohne mit der Wimper zu zucken. Die blinden, sinnentleerten Worte des Priesters waren das Einzige, was uns von der schrecklichen Stille trennte. Ich betrachtete den mit Lehm besprenkelten Sarg und stellte mir vor, wie Nuria Montfort drin lag und merkte nicht, dass ich weinte, bis die Unbekannte in Grau zu mir trat und mir eine Blume aus ihrem Strauß gab. Ich blieb stehen, bis ich die Gruppe zerstreute und die Totengräber auf ein Zeichen des Priesters ihre Arbeit zu verrichten begannen. Ich steckte die Blume in die Manteltasche und Es begann zu dämmern, als ich zum Friedhofseingang kam. Etwa 20 Meter vor mir parkte ein schwarzes Auto mit eingeschaltetem Licht. Im Innern rauchte jemand eine Zigarette. Als ich näher kam, öffnete mir Palacios die Beifahrertür. Komm, ich bring dich nach Hause. Um diese Zeit wirst du hier weder einen Bus noch ein Taxi finden. Ich zögerte einen Augenblick. Ich gehe lieber zu Fuß. Red kein Unsinn, steig ein. Er sprach mit dem schneidenden Ton dessen, der zu Befehlen gewohnt ist und sofortigen Gehorsam erwartet. Bitte, fügte er hinzu. Ich stieg ein und er ließ den Motor an. Enrique Palacios, sagte er und streckte mir die Hand entgegen. Ich ergriff sie nicht. Wenn sie mich auf den Paseo de Cologne absetzen, ist mir schon gedient. Mit einem Ruck fuhr der Wagen an. Wir legten ein gutes Stück zurück, ohne ein Wort zu sagen. Ich möchte, dass du weißt, dass mir das mit der Senora Montfort sehr leid tut. Aus seinem Mund kamen mir diese Worte wie eine Obszünität, als Beleidigung vor. Ich danke ihnen, dass sie mir neulich das Leben gerettet haben, aber ich muss ihnen sagen, dass es mich einen Dreck interessiert, was sie empfinden, Senor Enrique Palacios. Ich bin nicht das, was du denkst, Daniel. Ich möchte dir helfen. Wenn sie erwarten, dass ich ihnen sage, wo Fermin ist, können sie mich gleich hier absetzen. Es interessiert mich einen feuchten Staub, wo dein Freund ist. Ich bin jetzt nicht im Dienst. Ich sagte nichts. Du hast kein Vertrauen zu mir und ich kann es dir nicht verdenken, aber hör mir wenigstens zu. Das alles ist schon zu weit gediehen. Diese Frau hätte nicht zu sterben brauchen. Ich bitte dich, die ganze Geschichte fahren zu lassen und diesen Mann Karaks für immer zu vergessen. Sie reden, als wäre das, was da geschieht, mein Wille. Ich bin nur Zuschauer. Die Vorstellung bestreitet ihr Chef mit ihnen und ihren Kollegen. Ich habe die Beerdigungen satt, Daniel. Ich möchte nicht auch noch deiner beiwohnen müssen. Umso besser. Sie sind nämlich nicht eingeladen. Ich meine es ernst. Ich auch. Würden Sie bitte hier anhalten und mich aussteigen lassen? In zwei Minuten sind wir auf dem Paseo de Colon. Ist mir egal. Dieses Auto riecht nach Toten wie Sie. Lassen Sie mich aussteigen. Palacios verlangsamte und hielt am Randstein an. Ich stieg aus, schlug die Tür zu, ohne den Polizisten anzusehen und wartete, dass er davonführe. Doch er blieb stehen. Ich wandte mich um und sah, dass er das Fenster herunter kurbelte. Ich hatte das Gefühl, Aufrichtigkeit, ja, Schmerz auf seinem Gesicht zu lesen, aber ich mochte nicht daran glauben. Nuria Montfort ist in meinen Arm gestorben, Daniel, sagte Hat sie meinen Namen genannt? Sie hat deliriert, aber ich glaube, sie hat dich gemeint. In einem bestimmten Moment sagte sie, es gäbe schlimmere Gefängnisse als Worte. Dann hat sie mich, bevor sie gestorben ist, gebeten, dir zu sagen, du sollst sie gehen lassen. Ich schaute ihn an, ohne zu verstehen. Ich solle wen gehen lassen? Eine gewisse Penelope. Ich habe mir gedacht, es sei deine Freundin. Er senkte die Augen und fuhr in der Dämmerung davon. Ich ging langsam zum Paseo de Colón. Auf der Plaza del Portal de La Paz blieb ich stehen und betrachtete die Molen neben der Landungsbrücke der Ausflugsboote. Ich setzte mich auf die Stufen, die sich im trüben Wasser verloren, am selben Ort, wo ich vor vielen Jahren einmal nachts zum ersten Mal Lein Gibt schlimmere Gefängnisse als Worte, murmelte ich. Erst jetzt begriff ich, dass Nuria Montforts Botschaft nicht an mich gerichtet war. Nicht ich sollte Penelope freigeben. Ihre letzten Worte hatten nicht einem Fremden gegolten, sondern dem Mann, den sie insgeheim 15 Jahre lang geliebt hatte, Julian Carax. Als ich auf der Plaza di San Felipe Neri ankam, war es völlig dunkel geworden. Ich schaute zu den Fenstern von Nuria Montforts Wohnung im dritten Stock hinauf und sah einen flackernden Schein, eine Kerze. Ich trat ins grottenartige Erdgeschoss und stieg im Dunkeln die Treppen hinauf. Unter der angelehnten Tür drang ein rötlicher Schimmer hervor. Sachte, wie, um sie nicht zu stören, öffnete ich die Tür. Die Gestalt saß am Fenster, reglos, mit einer Ich habe sie heute Nachmittag bei der Beerdigung nicht gesehen, sagte ich. Nuria war nicht dort, murmelte er nach einer Weile. Tote gehen nie auf ihre eigene Beerdigung. Er warf einen Blick in den Raum, als wollte er mir damit zu verstehen geben, dass seine Tochter hier bei uns im Halbdunkeln säße und uns zuhörte. Wissen Sie, dass ich noch nie in dieser Wohnung war? fragte er. In über 15 Jahren habe ich sie nicht ein einziges Mal besucht. Immer habe ich zu ihr gesagt, dass sie ein schlechtes Leben ausgewählt hat. Wenig Zukunft, einen Mann ohne feste Arbeit. Merkwürdig, wie wir die anderen beurteilen und nicht merken, wie elend unsere Geringschätzung ist. Bis sie uns fehlen, bis man sie uns wegnimmt. Dann nimmt sie uns weg, weil sie uns nie gehört haben. Isaaks einst so bärbeißige Stimme klang brüchig. Nuria hat sie sehr geliebt, Isaak, daran dürfen sie keinen Augenblick zweifeln. Und glauben sie mir, sie wusste sich auch von ihnen geliebt, stotterte ich. Die Polizei sagt, der Mann, der sie umgebracht hat, sei ein Freund von ihnen, sagte Isaak. Die Polizei lügt. Er nickte. Ich weiß. Ich versichere ihnen, nicht nötig, Daniel. Ich weiß, dass sie die Wahrheit sagen. Er zog einen dicken Umschlag aus der Manteltasche. Am Abend vor ihrem Tod hat Nuria mich besucht. Ich erinnere mich, dass wir dann in ein Café in der Calle Guardia essen gegangen sind, wo ich sie als Kind hingeführt hatte. Immer sprachen wir über Bücher, alte Bücher. Manchmal hat sie mir Dinge von der Arbeit erzählt, aber kein einziges Mal habe ich mich wirklich nach ihrem Leben erkundigt. Am letzten Abend, als sie uns sahen, hat sie mir diesen Umschlag gebracht. Sie war sehr unruhig, voller Sorge über etwas, was sie mir nicht erzählen wollte und hat mich gebeten, diesen Umschlag für sie zu verwahren und ihnen zu geben, sollte etwas geschehen. Ich musste ihr versprechen, ihnen diesen Umschlag zu geben, wenn sie ihn in zwei Tagen nicht wieder abhole. Sie bat mich, ihn nicht zu öffnen. Er gab mir den Umschlag. Er war geöffnet. Ich habe sie belogen, wie immer, sagte er. Ich schaute hinein. Er enthielt ein Bündel handgeschriebener Blätter. Haben sie gelesen? fragte ich. Der Alte nickte langsam. Was steht denn drin? Er schaute auf. Seine Lippen zitterten. Ich hatte den Eindruck, er sei um Jahre gealtert seit dem letzten Mal, wo ich ihn gesehen hatte. Es ist die Geschichte, die sie gesucht haben, Daniel. Die Geschichte einer Frau, die ich nie kennengelernt habe, obwohl sie meinen Namen trug und mein Blut hatte. Jetzt gehört sie ihnen. Ich steckte den Umschlag in die Manteltasche. So sehr ich mich auch bemühe, ich kann mich an sie nur erinnern, als sie noch ein Mädchen war. Als Kind war sie sehr schweigsam, wissen sie. Am meisten haben ihr Märchen gefallen. Immer hat sie mich gebeten, ihr Märchen vorzulesen und ich glaub nicht, dass je ein Kind früher lesen gelernt hat. Sie wollte auch Geschichten erfinden und Schriftstellerin werden. Ihre Mutter sagte, es ist alles deine Schuld, Nuria betet dich an und da sie denkt, du liebst nur Bücher, will sie eben Bücher schreiben, damit du sie auch liebst. Der Alte wandte sich ab und ich ging zur Tür. Ich stand bereits auf der Schwelle, als seine Stimme mich rief, beinahe flüsternd. Daniel, seien Sie sehr vorsichtig. Auf der Straße war es, als schleppe sich die Schwärze übers Pflaster, dicht auf meinen Fersen. Ich ging schneller und behielt dieses Tempo bei, bis ich zu unserer Wohnung kam. Beim Eintreten sah ich meinen Vater mit einem Buch auf seinem Sessel sitzen. Es war ein Fotoalbum. Da trat ich, ohne recht zu wissen, warum, zu ihm und umarmte mich ebenfalls. Daniel, ist dir nicht gut? Ich drückte ihn kräftig. Ich hab dich lieb, sagte ich leise. Die Glocken der Kathedrale schlugen Mitternacht, als ich Nuria Monforts Manuskript zu lesen begann. Ihre kleine, ordentliche Schrift erinnerte mich an die Reinlichkeit ihres Schreibtisches, als Monfort Bericht 1933 bis 1955 Julian Carrax und ich lernten uns im Herbst 1933 kennen. Julian verdiente sich seinen Lebensunterhalt mit abendlichem Klavierspielen in einem Animierlokal und es nachts schrieb er. Die Inhaberin des Lokals, eine gewisse Irene Marceau, verkehrte mit den meisten Pariser Verlegern und dank ihrer Bitten, Gefälligkeiten und Indiskretionsdrohungen hatte Julian in verschiedenen Verlagen mehrere Romane veröffentlichen können, mit katastrophalem kommerziellen Ergebnis. Für einen Sportpreis, der die Übersetzung der französisch geschriebenen Originale ins Spanische durch den Autor einschloss, hatte Capistani die Exklusivrechte erworben, um Carrax Werke in Spanien und Südamerika herauszugeben. Trotz aller Misserfolge bekamen wir alle zwei Jahre von Julian ein neues Manuskript, das Capistani immer bedenkenlos akzeptierte, da er mit dem Autor eine Verpflichtung eingegangen sei, schließlich bedeute Gewinn nicht alles und gute Literatur müsse man fördern. Neugierig fragte ich ihn eines Tages, warum er weiterhin Romane von Julian Carrax veröffentliche und dabei regelmäßig Geld verliere. Wortlos ging er zu seinem Regal, zog eines von Julians Büchern heraus und forderte mich auf, es zu lesen. Das tat ich. Zwei Wochen später hatte ich sie alle gelesen. Diesmal lautete meine Frage, wie es möglich war, dass wir von diesen Romanen so wenig Exemplare verkauften. Ich weiß es nicht, sagte Capistani, aber wir werden es weiterhin versuchen. Die Person von Julian Carrax interessierte mich immer mehr. Alles mit ihm Zusammenhängende war von Geheimnis umgeben. Zumindest ein oder zweimal monatlich rief jemand an und fragte nach Julian Carrax Adresse in Paris. Bald merkte ich, dass es immer dieselbe Stimme war, die sich jedes Mal als jemand anders ausgab. Ich sagte jeweils bloß das, was schon auf der letzten Seite der Bücher stand, dass Julian in Paris wohnte. Mit der Zeit meldete sich der Mann nicht mehr. Für alle Fälle hatte ich Julians Adresse aus den Verlagsarchiven gestrichen. Monate später fiel mir zufällig ein Ordner mit Rechnungen in die Hand. Einerseits waren es die, welche die Druckerei für die Herstellungskosten von Julian Carrax Büchern an Senior Capistani schickte. Andererseits waren es Kopien der Rechnungen, die Capistani seinerseits an jemanden schickte, der diese Kosten in voller Höhe übernahm. Es war ein Mann, der mit dem Verlag nichts zu tun und von dem ich noch nie gehört hatte. Michel Moliner. Aber die Druck- und Auslieferungskosten waren wesentlich niedriger als die Senor Moliner fakturierte Summe, was bedeutete, dass der Verlag Geld verdiente, indem er Monatelang trug ich sie mit mir herum, ehe ich es wagte, ihn aufzusuchen. Schließlich siegte mein Gewissen und ich ging zu ihm, um ihm zu sagen, dass Capistani ihn übers Ohr haue. Er lächelte und sagte, er wisse es. Ich fragte ihn, ob er derjenige sei, der so oft angerufen habe, um Karaks Adresse herauszufinden. Er verneinte und schärfte mir mit ernster Miene ein, diese Adresse niemandem zu geben, niemals. Miquel Molinère war ein rätselhafter Mann. Er lebte allein in einem höhlenartigen, halb zerfallenen Palast, der zur Erbschaft seines Vaters gehörte, eines Industriellen, der mit der Fabrikation von Waffen und, wie es hieß, als Kriegsgewinnler reich geworden war. Miquel führte ein fast mönchisches Leben und ließ es sich angelegen sein, dass in seinen Augen blutbesudelte Geld für die Restaurierung von Museen, Kathedralen, Schulen, Bibliotheken und Krankenhäusern durchzubringen und sicherzustellen, dass die Werke seines Jugendfreundes Julian Carax in seiner Geburtsstadt veröffentlicht wurden. Geld habe ich mehr als genug, Freunde wie Julian aber fehlen mir, sagte er als einzige Erklärung. Er verließ selten das Grundstück seines kleinen Palastes, in dem er nur den oberen Stock bewohnte. Dort hatte er sein Büro eingerichtet, wo er fieberhaft Artikel und Kolumnen für mehrere Madrider und Bartheloneser Zeitungen und Zeitschriften verfasste, technische Texte aus dem Französischen und Deutschen übersetzte, sowie Lexika und Schulbücher stilistisch überarbeitete. Michel Moliner war besessen von der Krankheit des Büßerfleißes. Aber er prallte nicht mit seinem Arbeitsethos, sondern machte sich über seinen Produktionszwang lustig und nannte ihn eine harmlosere Art der Feigheit. Beim Arbeiten braucht man dem Leben nicht in die Augen zu schauen. Fast ohne es zu merken, wurden wir gute Freunde. Michel erzählte mir von Büchern, von seinem angebeteten Dr. Freud, von Musik, vor allem aber von seinem alten Freund Julian. Er bewunderte Julian und durch seine Worte und Erinnerungen entdeckte ich ihn allmählich, machte mir in seiner Abwesenheit ein Bild von ihm. Ein Jahr nachdem wir uns kennengelernt hatten, gestand mir Michel Moliner, er habe sich in mich verliebt. Ich sagte ihm, ich schätze ihn über alles, er sei mein bester Freund geworden, aber verliebt sei ich nicht in ihn. Er sagte, das wisse er bereits, du bist in Julian verliebt, weiß es aber noch nicht. Im August 1933 kündigte mir Julian brieflich an, er habe das Manuskript eines neuen Romans mit dem Titel Der Kathedralen Dieb beinahe beendet. Im September schickte mich Capistani nach Paris, um Julian zu besuchen und seinen jüngsten Roman mitzunehmen. Ich kündigte Julian meinen Besuch für Mitte September an und bat ihn, mir ein einfaches, erschwingliches Hotel zu empfehlen. Er antwortete, ich könne bei ihm wohnen, in einer bescheidenen Wohnung in Saint-Germain und mir das Geld fürs Hotel für andere Ausgaben sparen. Am Tag vor meiner Abreise besuchte ich Mikel, um ihn zu fragen, ob ich Julian etwas von ihm bestellen könne. Er zögerte lange und verneinte dann. Das erste Mal, dass ich Julian persönlich sah, war auf der Gardeau d'Esterlitz. Ich sah einen Mann in schwarzen Mantel am Ende des Bahnsteiges stehen, der mich durch den Rauch seiner Zigarette beobachtete. Das konnte nicht er sein. Nach meinen Informationen war Julian inzwischen 32 und dieser Mann sah bejaht aus. Er hatte weiße Haare und einen traurigen oder abgespannten Ausdruck. Zu blass und zu dünn. Ich hatte mir einen jungenhaften Julian vorgestellt. Vorsichtig ging ich auf den Unbekannten zu und schaute ihm in die Augen. Julian? Der Fremde lächelte und nickte. Julian Carax hatte das schönste Lächeln der Welt. Er wohnte in einer Mansarden Wohnung in Saint-Germain, die nur zwei Räume hatte. Ein Wohnzimmer mit Küchennische und ein fensterloses Schlafzimmer mit einem Einzelbett. Das Bad am Ende des Ganges im unteren Stock teilte er mit seinen Mitbewohnern. Im Wohnzimmer stand ein alter Holzschreibtisch mit Sicht auf die Türme der Kathedrale. Darauf die mit Capistanis Vorschuss gekaufte Underwood Schreibmaschine und zwei Stapel Blätter. Einer weiß und der andere auf beiden Seiten beschrieben. Julian teilte die Wohnung mit einem riesigen weißen Kater namens Kurz. Ich zählte zwei Stühle, einen Garderobenhalter und wenig mehr. Alles andere waren Bücher. Mauern von Büchern bedeckten in einer Doppelreihe die Wände vom Boden bis zur Decke. Julian wollte mir unbedingt sein Schlafzimmer abtreten. Er schlafe kaum und werde sich im Wohnzimmer auf einem Klappbett einrichten, das ihm sein Nachbar geborgt habe. Als ich am frühen Morgen erwachte, sah ich, dass Julian ausgegangen war. Ich trat an den Schreibtisch und sah das Manuskript des neuen Romans, das ich holen gekommen war. Der Kathedralendieb. Auf der ersten Seite stand, wie in allen Romanen Julians von Hand geschrieben, für P. Ich war versucht, auf der Stelle mit dem Lesen zu beginnen. Als ich eben die zweite Seite nehmen wollte, sah ich, Kurtz mich drohend anschaute und ich legte die Seiten zurück. Unmittelbar darauf erschien Julian. Wir frühstückten. Er sprach unablässig. Ich hörte ihm zu, wie er mir von den Geheimnissen von Notre-Dame erzählte und einer angeblichen Barkasse, die nachts auf der Seine kreuze und die Seelen verzweifelter Liebender auflese, welche sich im eisigen Wasser das Leben genommen hatten, von tausend Zaubern, die er fortlaufend erfand, damit ich ihm keine Fragen stellen konnte. Ich betrachtete ihn schweigend, nickte, suchte in ihm den Mann, der die Bücher geschrieben hatte, die ich vor lauter Wiederlesen fast auswendig kannte, den Jungen, den mir Michel Moliner so oft geschildert hatte. Wie viele Tage wirst du in Paris sein? fragte er. Vermutlich zwei oder drei Tage. Paris erfordert mehr als zwei Tage, sagte er. Mehr Zeit habe ich nicht, Julian. Senior Capistani ist ein großzügiger Patron, aber alles hat seine Grenzen. Capistani ist ein Pirat, aber sogar er weiß, Paris bleiben, Julian. Er schaute mich lange schweigend an und lächelte. Warum eigentlich nicht? Wartet jemand auf dich? Julian verbrachte fast alle Nächte schlaflos, saß mit kurz auf dem Schoß an seinem Schreibtisch, überlas einzelne Seiten oder betrachtete einfach die Kathedralentürme in der Ferne. Eines Nachts, als auch ich wegen des aufs Dach prasselnden Regens nicht schlafen konnte, ging ich ins Wohnzimmer hinüber. Wir sahen uns wortlos an und Julian gab mir eine Zigarette. Lange schauten wir schweigend in den Regen. Dann fragte ich, wer P sei. Penelope, antwortete er. Ich bat ihn, mir von ihr, von seinen 13 Jahren Paris zu erzählen. Mit gedämpfter Stimme sagte er mir im Halbdunkeln, Penelope sei die einzige Frau, die er je geliebt habe. In einer Winternacht des Jahres 1921 fand Irène Marceau Julian Kadax, der bluterbrechend durch die Straßen irrte und sich nicht an seinen Namen erinnern konnte. Er hatte ein paar wenige Münzen und einige zusammengefaltete Manuskriptseiten bei sich. Irène las sie und dachte, sie sei auf einen berühmten Autor gestoßen, einen unverbesserlichen Säufer und vielleicht würde ein großzügiger Verleger es ihr lohnen, wenn der Mann das Bewusstsein wiedererlangte. Wenigstens war das ihre Version. Julian hingegen wusste, dass sie ihm aus Mitleid das Leben gerettet hatte. Er verbrachte sechs Monate in einem Zimmer im Dachgeschoss ihres Bordells und erholte sich. Die Ärzte machten Irène darauf aufmerksam, dass sie für diesen Mann nicht bürgen könnten, falls er sich noch einmal vergifte. Er hatte sich Magen und Leber zerstört und würde sich für den Rest seiner brenn, wer er sei. Niemand, antwortete Julian. Aber niemand lebt auf meine Kosten. Was kannst du? Julian sagte, er könne Klavier spielen. Zeig es. Er setzte sich im Salon ans Klavier und spielte vor 15 gespannt zuhörenden halbwüchsigen Hürchen in Unterwäsche. Alle applaudierten. Seine neue Stelle bescherte ihm einen Lohn, ein Dach über dem Kopf und zwei Mahlzeiten täglich. Fürsorge Irene Marceau die ihn als einzige zum Weiterschreiben ermunterte. Julian hatte es ihr zu verdanken, dass er für seine ersten Romane an den Verleger gefunden hatte und sie war es auch, die ihm zu dieser Mansare verholfen hatte. Irene Marceau erhielt ihn am Leben, ohne dafür mehr von ihm zu verlangen als seine Freundschaft und das Versprechen weiter zu schreiben. Ich fragte ihn, warum er nie nach Barcelona und als ich in der Dunkelheit sein Gesicht suchte, war es Tränen überströmt. Ohne zu wissen, was ich tat, kniete ich neben ihm nieder und umarmte ihn. So verharrten wir eng umschlungen, bis uns der Morgen überraschte. Ich weiß nicht mehr, wer wen zuerst küsste, noch, ob das von Bedeutung ist. An diesem frühen Morgen und an allen weiteren in den beiden Wochen, die ich bei Julian blieb, liebten wir uns auf dem Boden, immer schweigend. Danach, wenn wir in einem Café saßen oder durch die Straßen spazierten, schaute ich ihm in die Augen und wusste, dass er immer noch Penelope liebte. Ich weiß aber auch, dass diese beiden Wochen, die ich mit Julian verbrachte, die einzige Zeit meines Lebens waren, in der ich spürte, dass ich ich selbst war und in der ich mit der absurden Deutlichkeit der unerklärlichen Dinge begriff, dass ich nie einen anderen Mann so würde lieben können, wie Julian liebte und wenn ich es mein ganzes restliches Leben lang versuchte. Eines Tages schlief er erschöpft in meinen Armen ein. Als wir am Abend zuvor am Schaufenster eines Pfandhauses vorbeigekommen waren, war er gehört hatte. Julian hatte nie einen Centime übrig gehabt, um ihn zu kaufen, ging ihn aber jeden Tag anschauen. Ganz leise schlüpfte ich in die Kleider und ging zum Pfandhaus. Der Füllfederhalter kostete ein Vermögen, das ich nicht besaß, doch der Pfandleier sagte, er würde einen Scheck in Peseten akzeptieren, der auf eine beliebige spanische Bank mit Filiale in Paris ausgestellt sei. Meine Mutter hatte mir schon vor zu können. Victor Rugo's Füllfederhalter gab meinem Schleier den Gnadenstoß und obwohl ich wusste, dass es verrückt war, habe ich nie lieber für etwas Geld ausgegeben. Das Etui mit dem Füllfederhalter in der Tasche verborgen, ging ich in die Mansarde zurück. Julian war aufgewacht und wartete auf mich. Wortlos zog er mich aus und wir liebten uns zum letzten Mal. Als er mich fragte, warum ich weine, sagte ich es seinen Tränen des Glücks. Später, als er hinunterging, um etwas zu essen zu holen, packte ich meinen Koffer und legte das Etui mit der Feder auf seine Schreibmaschine. Ich steckte das Manuskript seines Romans in den Koffer und ging, ehe Julian zurückkam. An diesem Tag wurde ich 24 und wusste, dass das Beste meines Lebens bereits Vergangenheit war. Wieder in Barthelona ließ ich einige Zeit verstreichen, bevor ich Mikel Moliner aufsuchte. Ich musste Julian vergessen und mir wurde klar, dass ich keine Antwort wüsste, wenn mich Mikel nach ihm fragen würde. Als wir uns wieder sahen, brauchte ich ihm gar nichts zu sagen. Er schaute mir bloß in die Augen und nickte. Er gestand mir, er befinde sich in wirtschaftlicher Bedrängnis, denn er hatte fast das ganze geerbte Geld für seine philanthropischen Schenkungen ausgegeben und jetzt versuchten ihn die Anwälte seiner Geschwister aus seinem kleinen Palast zu werfen. Seine Einkünfte als Kolumnist und Übersetzer erlaubten es ihm bei Weitem nicht, so einen Wohnsitz zu unterhalten. Das Schwierige ist nicht, einfach so Geld zu verdienen, klagte er. Das Schwierige ist, es mit etwas zu verdienen, was es wert ist, dass man ihm sein Leben widmet. In diesen Monaten, die ich fern von Julian verbrachte, war Penelope Aldaia zu einem Geist geworden, der mir den Schlaf und den klaren Verstand raubte. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass ich so ganz gegen meinen Willen jemanden derart hassen konnte, den ich nicht einmal kannte, den ich kein erneut seine Liebe. Ich schaute ihn an und sah einen einsamen Menschen ohne Hoffnung. Ich wusste, was ich tat, als ich ihn mit nach Hause nahm und mich von ihm verführen ließ. Ich wusste, dass ich ihn betrog und dass er es ebenfalls wusste. Aber ich hatte sonst nichts auf der Welt. So wurden wir Geliebte aus Verzweiflung. In seinen Augen sah ich, was ich in den Julians hätte sehen wollen. Ich spürte, dass ich mich, wenn ich mich ihm hingab, an Julian und an Penelope und an allem rächte, was mir verwehrt war. Mikel, krank vor Verlangen und Einsamkeit, wusste, dass unsere Liebe eine Farce war und trotzdem konnte er nicht von mir lassen. Eines Abends, fast ein Jahr nach meiner Rückkehr aus Paris, bat ich ihn, mir die Wahrheit über Penelope zu erzählen. Er hatte getrunken und wurde aufbrausend, wie ich ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Voller Wut beschimpfte er mich und beschuldigte mich, ihn nie geliebt zu haben, eine ganz gewöhnliche Nutte zu sein. Er riss mir die Kleider in Fetzen vom Leib und als er mich vergewaltigen wollte, legte ich mich hin und bot mich ihm widerstandslos an und weinte leise. Michele brach zusammen und flehte um Verzeihung. Wir umarmten uns im Dunkeln und ich bat ihn um Vergebung für all die Schmerzen, die ich ihm zugefügt hatte. Da sagte er mir, wenn ich es wirklich wolle, würde er mir die Wahrheit über Penelope Aldaia erzählen. An jenem Sonntag des Jahres 1919, an dem Michele Moliner zur Estación de Francia gegangen war, um seinem Freund Julian die Fahrkarte nach Paris zu geben und sich von ihm zu verabschieden, wusste er bereits, dass Penelope nicht zu dem Stelldiche einkäme. Als Don Ricardo Aldaia nämlich zwei Tage zuvor aus Madrid zurückgekehrt war, hatte ihm seine Frau gestanden, sie habe Julian und ihre Tochter Penelope zusammen im Zimmer der Kinderfrau Jacinta ertappt. Jorge Aldaia wiederum hatte Mikel verraten, was am Vortag geschehen war und nahm ihm den Schwur ab, es nie jemandem zu erzählen. Er berichtete, auf diese Enthüllung hin, sei Don Ricardo vor Wut explodiert und brüllend zum Zimmer Penelopes gelaufen, die sich beim Geschrei ihres Vaters eingeschlossen habe und vor Schreck in Tränen ausgebrochen sei. Don Ricardo trat die Tür ein und fand Penelope auf den Knien, zitternd und um Vergebung bittend. Da gab er eine Ohrfeige, die sie zu Boden warf. Nicht einmal Jorge war fähig, die Worte zu wiederholen, die Don Ricardo ausstieß, glühend vor Zorn. Mitten in der Nacht kam der Arzt. Senora Aldaia führte ihn in das Zimmer, in dem Penelope eingeschlossen war und wartete in der Tür, während er sie untersuchte. Als er wieder herauskam, nickte der Arzt nur und nahm seine Bezahlung entgegen. Jorge hörte, wie Don Ricardo zu ihm sagte, wenn er jemandem erzähle, was er gesehen habe, werde er persönlich seinen Ruf ruinieren und zu verhindern wissen, dass er je wieder praktiziere. Sogar Jorge war klar, was das bedeutete. Jorge erzählte Miquel, dass Johannes nicht. Da muss sonst noch etwas sein, sagte er. Don Ricardo hatte bereits angeordnet, Julian aus der San Gabriel Schule hinaus zu werfen und sich mit seinem Vater, dem Hutmacher in Verbindung gesetzt, um ihn unverzüglich in die Armee zu schicken. Als Miquel das hörte, war ihm klar, dass er Julian nicht die Wahrheit sagen konnte. Wenn er ihm erzählte, dass Don Ricardo Penelope eingeschlossen hatte und dass sie vermutlich schwanger war, würde er niemals den Zug nach Paris besteigen. Aber wenn er in Barcelona bliebe, wäre das sein Ende. So beschloss er, ihn anzuschwindeln und nach Paris fahren zu lassen, ohne dass er wusste, was geschehen war, und im Glauben, über kurz oder lang würde Penelope ihm nachfolgen. Einige Wochen später erhielt Miquel und sagte, es gehe ihm gut und er vermisse ihn und sich nach seiner Mutter und Penelope erkundigte. Eingeschlossen war ein Brief an Letztere, den Miquel von Barcelona aus weiterschicken sollte, der erste von vielen, welche Penelope nie zu Gesicht bekommen sollte. Miquel schrieb Julian wöchentlich und erzählte ihm nur das, was er für angebracht hielt, also sozusagen nichts. Julian seinerseits berichtete von Paris, allein und verzweifelt er sich fühle. Miquel schickte ihm Geld, Bücher und seine Freundschaft. Mit jedem Brief sandte Julian auch einen für Penelope. Miquel schickte sie von verschiedenen Postämtern aus weiter, obwohl er wusste, dass es sinnlos war. In seinen Briefen fragte Julian unermüdlich nach ihr. Miquel konnte ihm nichts sagen. Von Jacinta wusste er, dass sie das Haus in der Avenida del Tibidabo nicht mehr verlassen hatte, seit ihr Vater sie im Zimmer im dritten Stock eingeschlossen hatte. Eines Abends trat ihm Jorge Aldaya zwei Blocks von seinem Haus entfernt aus dem Schatten entgegen. Jorge sagte, er komme, um ihm und seinen Freund Julian einen Gefallen zu tun, gab ihm einen Brief und legte ihm nahe, ihn an Julian weiterzuleiten, wo immer er sich auch verstecken möge. Zum Besten von allen. Der Umschlag enthielt ein von Penelope beschriebenes Blatt. Lieber Julian, ich schreibe dir, um dir zu sagen, dass ich demnächst heiraten werde und dich zu bitten, mir nicht mehr zu schreiben, sondern mich zu vergessen und noch einmal neu anzufangen. Ich krolle dir nicht, aber ich wäre unaufrichtig, wenn ich dir nicht gestände, dass ich dich nie geliebt habe und nie werde lieben können. Ich mich las den Brief wieder und wieder. Die Schrift war unverkennbar, doch er glaubte keinen Moment daran, dass ihn Penelope aus eigenem Antrieb geschrieben hatte. Wo immer du sein magst. Sie wusste ganz genau, dass Julian in Paris war und auf sie wartete. Wenn sie vorgab, seinen Verbleib nicht zu kennen, überlegte mich dann, um ihn zu schützen. Wovor aber wollte sie ihn schützen, wenn sie in der Gestalt von sich wies. Nach langem Überlegen beschloss er, den Brief nicht weiter zu schicken, nicht bevor er den Grund dafür erfuhr. Ohne triftigen Grund sollte nicht seine Hand es sein, die dem Freund diesen Dolch ins Herz stieße. Ein paar Tage später hörte er, dass Don Ricardo Aldaya, der es leid war, Jacinta Coronado, wie einen Wachposten vor der Tür seines Hauses auf Nachrichten von Penelope Lauern zu sehen, seine Beziehungen hatte spielen lassen und die Kinderfrau seiner Tochter ins Irren Aus von Horta einsperren lassen. Als Miquel Moliner sie besuchen wollte, wurde ihm die Erlaubnis verweigert. Einer plötzlichen Eingebung folgend suchte Miquel die Pension auf, in der Jacinta in den Monaten nach ihrem Hinauswurf Nachricht auf seinen Namen hinterlassen habe. Er bekam die Nachricht ausgehändigt, in der die Kinderfrau ihm mitteilte, sie wisse, dass eines der Dienstmädchen im Hause Aldaya, Laura, entlassen worden sei, nachdem man erfahren habe, dass sie Julian insgeheim einen von Penelope verfassten Brief habe zukommen lassen. Miquel sagte sich, die einzige Adresse, wohin Penelope aus ihrer Gefangenschaft den Brief habe schicken können, sei die Wohnung von Julians Eltern in der Ronda de San Antonio, weil sie darauf vertraute, dass sie ihn dann an ihren Sohn nach Paris weiterleiten würden. Also beschloss er, Sophie Carax zu besuchen, um diesen Brief zu holen und Julian zu schicken. Aber Sophie Carax wohnte nicht mehr dort. Sie hatte ihren Mann einige Tage zuvor verlassen. Nun versuchte er, mit dem Hutmacher zu sprechen, der seine Tage zurückgezogen im Laden verbrachte, von Wut und Demütigung zerfressen. Ich habe keinen Sohn, bekam als einzige Antwort zu hören. Miquel Moliner ging wieder, ohne zu wissen, dass dieser Brief bei der Pförtnerin des Hauses gelandet war und dass viele Jahre später du, Daniel, ihn finden und die Worte lesen würdest, die Penelope diesmal von Herzen an Julian geschrieben hatte und die er nie zu Gesicht bekommen sollte. Als er den Hutladen Fortuny verließ, trat eine Nachbarin zu ihm und teilte ihm mit, Sophie vegetiere in einer Pension hinter dem Hauptpostamt dahin und warte auf die Abfahrt des Schiffs, das sie nach Südamerika bringen sollte. Miquel wandte sich dorthin und traf in einem düsteren feuchten Zimmer auf Sophie Karrax. Als sie den von Penelope unterschriebenen Brief las, den Jorge Aldaia Miquel gebracht hatte, vergoss sie tränender Wut. Sie weiß es, murmelte sie, das arme Ding, sie weiß es. Sie weiß was? fragte Miquel. Es ist meine Schuld, es ist meine Schuld. Verständnislos nahm Miquel ihre Hände. Sophie getraute sich nicht, ihn anzuschauen. Penelope und Julian sind Geschwister, flüsterte sie. Sophie Karrax war knapp neunzehn, als sie mittellos nach Barcelona kam. Eine Musikschule erklärte sich bereit, sie als Privatlehrerin für Klavier und Gesang anzustellen. In dieser Zeit lernte sie einen jungen Hutmacher, wie er sich mit zünftigem Stolz nannte, namens Antoni Fortuni kennen, der offensichtlich fest entschlossen war, ihr um jeden Preis den Hof zu machen. Fortuni, für den Sophie eine herzliche Freundschaft und sonst nichts empfand, schlug ihr schon bald die Ehe vor, ein Antrag, den sie von Mal zu Mal ausschlug. Aber sie tändelte aus Einsamkeit oder Schwäche weiter mit dem Werben des Hutmachers und dachte, irgendwann würde er schon ein anderes Mädchen kennenlernen, dass er geneigt wäre, ihn zu erhören. Sie sah Antoni jeweils sonntags nach der Messe. Den Rest der Woche widmete sie sich ihrem Musikunterricht. Ihre Lieblingsschülerin war ein Mädchen mit beachtlichem Talent namens Anna Weiß, Tochter eines reichen Textilmaschinen Fabrikanten. Im Hause Weiß lernte Sophie Don Ricardo Aldaia kennen, den Erben des Aldaia Imperiums und schon damals die große aufstrebende Hoffnung der katalanischen Plutokratie des ausgehenden Jahrhunderts. Sophie brauchte mit Don Ricardo nur einen Blick zu wechseln, um zu wissen, dass sie für immer verloren war. Aldaia hatte Wolfsaugen, gefräßig und scharf. Er küsste ihr langsam die Hand und lieb Was der Hutmacher an Freundlichkeit und Aufmerksamkeit verströmte, war bei Don Ricardo Grausamkeit und Kraft. Nie hatte etwas in ihrem Leben sie so erschreckt, wie unter Anzug und Haut das Raubtier zu erkennen. Eine Woche später sah sich Sophie am Eingang der Musikschule Don Ricardo Aldaia gegenüber, der rauchend und in der Zeitung blätternd auf sie wartete. Sie wechselten einen Blick und ohne dass Es war ein neues Gebäude noch ohne Mieter. Sie fuhren mit dem Aufzug hinauf. Don Ricardo öffnete eine Tür und ließ ihr den Vortritt. Außer einem mit dem nötigsten ausgestatteten Schlafzimmer gab es weder Möbel noch Bilder noch Lampen. Don Ricardo Aldaia schloss die Tür und die beiden schauten sich an. Ich habe die ganze Woche nicht aufgehört an dich zu denken. Du brauchst mir nur zu sagen, dass es dir nicht eben so ergangen ist und ich lasse dich gehen und du wirst mich nie wiedersehen, sagte Ricardo. Sophie schüttelte den Kopf. Die Geschichte ihrer heimlichen Begegnungen dauerte 96 Tage. Sie sahen sich immer in dieser leeren Wohnung, dienstags und donnerstags, nachmittags um drei. Ihre Rendezvous dauerte nie länger als eine Stunde. Manchmal blieb Sophie allein zurück, nachdem Aldaya gegangen war und weinte oder zitterte in einer Ecke des Schlafzimmers. Später, wenn der Sonntag kam, sah der Hutmacher nicht die Verzweiflung in ihrem Lächeln, in ihrer Fügsamkeit. Er sah nichts. Vielleicht deshalb nahm sie sein Eheversprechen an. Schon damals spürte sie, dass sie Aldayas Kind im Leib trug, aber sie fürchtete sich es ihm zu sagen, fast so sehr, wie sie fürchtete, ihn zu verlieren. Einmal mehr sah Aldaya ihr an, was sie zu gestehen außer Stande war. Er gab ihr 500 Peseten, eine Adresse und den Befehl, sich das Kind wegmachen zu lassen. Als Sophie sich weigerte, ohrfeigte er sie, bis sie aus den Ohren blutete und drohte ihr damit, sie umbringen zu lassen, sollte sie es wagen, ihre Begegnungen zu sagte, auf der Plaza del Pino hätten ein paar Halunken versucht, ihr die Handtasche zu entreißen, glaubte er ihr. Als sie ihm sagte, sie wolle seine Frau werden, glaubte er ihr. Sophie Carax hatte nie gedacht, dass sie Don Ricardo nach Jahren wiedersehen würde und dass er zurückkäme, um den Sohn kennenzulernen, den er für 500 Peseten hatte verschwinden lassen wollen. In Jorge, seinem Erstgeborenen, vermochte er nicht, sich selbst zu sehen. Der Junge war schwach, zurückhaltend und entbehrte der geistigen Präsenz des Vaters. Seit Jahren wusste er um den Sohn des Hutmachers und beschloss, den Jungen kennenzulernen. Zum ersten Mal in 15 Jahren traf er auf jemanden, der ihn nicht fürchtete, sondern ihn herauszufordern, ja, sich über ihn lustig zu machen wagte. Er erkannte in ihm die Männlichkeit, den um ihm die Tore zu seinem Finanzparadies zu öffnen. Don Ricardo wollte einen würdigen Nachfolger. Er rechnete sich aus, dass er sich innerhalb von zehn Jahren in dem Jungen selbst herausgemeißelt hätte. Niemals in der ganzen Zeit, Julian bei den Aldaias verbrachte, und zwar als einer ihresgleichen, ja, als der Auserwählte, fiel ihm ein, der Junge könnte gar nichts von ihm wollen, außer Penelope. Nicht einen Augenblick kam er auf den Gedanken, dass ihn Julian insgeheim verachtete, und dass diese ganze Farce für ihn nichts weiter als ein Vorwand war, um in Penelopes Nähe zu sein, um sie mit Haut und Haaren zu besitzen. Als ihm seine Frau berichtete, sie habe Julian und Penelope in einer eindeutigen Situation gesehen, ging für ihn die Welt in Flammen auf. Der Schrecken und der Verrat, die unsägliche Wut in seinem eigenen Spiel an der Nase herumgeführt und von dem betrogen worden zu sein, den er aufs Podest zu heben gelernt hatte, wie sich selbst, das alles stürmte so mächtig auf ihn ein, dass niemand seine Reaktion verstehen konnte. Als der Arzt, der Penelope untersuchen kam, bestätigte, dass sie entjungfert worden war, spürte Don Ricardo Aldaia nur noch blinden Hass. Der Tag, an dem er Penelope im Zimmer des dritten Stocks einzuschließen noch Familienmitglieder außer ihm und seiner Frau durfte Penelope besuchen, in all den Monaten, in denen sie in diesem Zimmer eingesperrt war. Am 26. September 1919 gebar Penelope Aldaia einen Jungen, der tot zur Welt kam. Hätte ein Arzt sie untersuchen dürfen, so hätte er diagnostiziert, dass das Baby schon seit Tagen in Gefahr war und dass man hätte einschreiten und einen Kaiserschnitt machen müssen. Wäre vielleicht die Blutung stillen können, die Penelopes Leben ein Ende setzte. Wäre ein Arzt zugegen gewesen, hätte er Don Ricardo Aldaia des Mordes bezichtigt. Doch da war niemand. Und als man schließlich die Tür öffnete und Penelope fand, tot, in einer Lache ihres Blutes liegend und ein purpurnes glänzendes Baby in den Armen, brachte keiner einen Laut heraus. Ohne Zeugen und Zeremonie wurden die beiden Leichen in der Krypta im Keller begraben, Laken und sonstige Überbleibsel in den Heizkessel geworfen und das Zimmer mit Pflastersteinen zugemauert. Als Jorge Aldaia, der sich aus Schuldgefühl und Scham betrunken hatte, Miquel Molinar erzählte, was geschehen war, entschloss sich dieser Julian Penelopes Brief zu schicken, in dem sie erklärte, ihn nicht zu lieben und ihn mit dem Hinweis auf ihre Heirat bat, sie zu vergessen. Er hielt es für besser, dass Julian diese Lüge glaubte und im Schatten eines Verrats ein neues Leben begann, als ihm die Wahrheit preiszugeben. Zwei Jahre später, als Senora Aldaia starb, wollten einige Leute einer Verhexung des Hauses die Schuld daran geben. Aber ihr Sohn Jorge wusste, dass die Ursache für die unablässig in ihr weiter hämmerten. Mittlerweile hatte die Familie alles ansehen verloren und das Aldaia Vermögen zerrieselte wie eine Sandburg. An einem Morgen des Jahres 1926 verließen sie Barcelona unter falschem Namen, an Bord des Schiffes, das sie über den Atlantik zum Hafen von La Plata bringen sollte. Jorge und sein Vater teilten die Kabine. Der alte Aldaia, todkrank, konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Die Ärzte, die er nicht zu Penelope gelassen hatte, hatten ihn zu sehr gefürchtet, um ihm die Wahrheit zu sagen. Doch er wusste, dass der Tod mit ihnen an Bord gegangen war und dass sein Körper immer mehr verfiel. Als er auf dieser langen Reise auf dem Deck saß, eingemummt und dennoch zitternd und die unendliche Leere des Ozeans vor Augen, wurde ihm klar, dass er das Festland nicht mehr erblicken würde. Manchmal saß er auf dem Hinterdeck und beobachtete den Haifisch-Schwarm, der dem Schiff seit Teneriff erfolgte. Er hörte einen der Offiziere sagen, dieses Gefolge sei normal bei Überseekreuzern, die Tiere ernährten sich von den Abfällen, die das Schiff zurücklasse. Doch Don Riccardo Aldaia glaubte es nicht. Er war überzeugt, diese Teufel verfolgten ihn. Ihr wartet auf mich, dachte er, der in ihnen das wahre Antlitz Gottes sah. Da ließ er seinen Sohn Jorge, den er so oft mit Verachtung gestraft hatte und der jetzt seine einzige Zuflucht geblieben war, schwören, seinen letzten Willen zu erfüllen. Du wirst Julian Karax finden und ihn töten, schwöre es mir. Als Jorge eines Morgens, zwei Tage vor der Ankunft im Buenos Aires erwachte, stellte er fest, dass die Koje seines Vaters leer war. Er ging ihn auf dem nebligen, verlassenen Deck suchen. Auf dem Achterdeck fand er den noch warmen Morgenmantel seines Vaters. Die Kielspur des Schiffs verlor sich im Nebel und das ruheglänzende Meer blutete. Da sah er, dass ihn in der Haifisch Schwarm nicht mehr folgte und in der Ferne Rückenflossen im Kreis tanzten. Zehn Jahre nachdem er in Buenos Aires an Land gegangen war, kehrte Jorge Aldaya oder das Überbleibsel von einem Menschen, das er geworden war, nach Barfelona zurück. Die Missgeschicke, die die Familie Aldaya schon in der alten Welt aufzureiten begonnen hatten, hatten sich in Argentinien nur noch vermehrt. Im Laufe weniger Jahre verlor er alles, vom Ruf bis zur goldenen Uhr, die ihm sein Vater zur Erstkommunion geschenkt hatte. Damit konnte er die Fahrkarte für die Rückreise kaufen. Der Mann, der nach Spanien heimkehrte, war ein Bettler, ein Ausbund an Bitterkeit und Misserfolg, dem nur noch die Erinnerung an das geblieben war, was ihm nach seinem Empfinden weggenommen worden war, und der Hass auf denjenigen, dem er die Schuld an seinem Untergang gab, Julian Carax. Da brachte ihn der Zufall wieder mit einer Figur aus seiner Jugend zusammen. Nach einer Karriere in Besserungsanstalten und Staatsgefängnissen war Francisco Javier Fumero in die Armee eingetreten, wo er es zum Oberleutnant gebracht hatte. Viele prophezeiten ihm eine Zukunft als General, aber ein undurchsichtiger Skandal, in den nie Licht gebracht werden sollte, führte zu seinem Ausschluss aus dem Militär. Trotzdem übertraf sein Ruhm seinen Rang und seine Kompetenzen. Vieles wurde über ihn gesagt, doch mehr noch wurde er gefürchtet. Francisco Javier Fumero, jener schüchterne, verwirrte Junge, der den Hof der San Gabriel Schule gehakt hatte, war nun ein Mörder. Im Dunst des Café Novedades erkannten sich Aldaya und er sogleich. Aldaya war krank. Er war beträchtlich gealtert und sah verwahrlost aus, ohne Muskeltonus. Fumero hasste Leute ohne Muskeltonus. Javier, mir geht es elend. Kannst du mir ein paar Tage helfen? flehte Jorge. Fumero nahm ihn mit nach Hause. Er lebte in einer düsteren Wohnung, zusammen mit einem halben Dutzend Büchern. Bücher verabscheute er ebenso, doch Designen waren keine beliebigen Bände, sondern Julian Carax vom Verlag Capestani publizierte Romane. Fumero gab den beiden Weibsbildern in der Wohnung gegenüber etwas Geld, damit sie Aldaya pflegten, während er zur Arbeit ging. Er hatte nicht das geringste Interesse, ihn sterben zu sehen. Noch nicht. Einige Wochen nach ihrer Begegnung im Café Novedades fühlte sich Jorge Aldaya allmählich besser und sprach sich Fumero gegenüber aus. Er bat ihn um Verzeihung, dass er ihn als Halbwüchsiger so schlecht behandelt hatte und erzählte ihm seine ganze Geschichte, ohne etwas auszulassen. Fumero hörte ihm schweigend zu, nickend und aufnehmend. Dabei fragte er sich, ob er Aldaya gleich umbringen oder noch etwas zuwarten sollte. Aber tatsächlich machte ihn die Geschichte neugierig, insbesondere was Julian Karax betraf. Aus den Informationen, die er vom Verlag Kapistani bekommen hatte, wusste er, dass Karax in Paris lebte, aber Paris war eine riesige Stadt und im Verlag schien niemand seine genaue Adresse zu kennen. Niemand außer einer Frau namens Montfort, die sich weigerte, sie preiszugeben. Zwei, dreimal war ihr Fumero unbemerkt gefolgt, wenn sie den Verlag verlassen hatte. Er hatte sogar in der Straßenbahn einen halben Meter neben ihr gestanden. Frauen nahmen ihn nie wahr und wenn sie es doch taten, schauten sie gleich wieder weg. Julian Karax war die einzige Person, die Fumero zu töten und mit der Zeit lernt man schließlich alles. Als er diesen Namen nun wieder hörte, lächelte er auf die Art, die die Frauen der Nachbarwohnung so erschreckte, sich langsam die Oberlippe leckend. Noch erinnerte er sich, wie Karax im Aldaia-Haus in der Avenida del Tibidabo Penelope küste. Seine Liebe zu Penelope war eine Keusche, wahrhaftige Liebe gewesen, dachte er, wie man sie im worden, dass Penelope die Liebe seines Lebens gewesen war. Als er die letzten Teile von Aldaias Bericht hörte, beschloss er, ihn doch nicht umzubringen. Er freute sich sogar, dass das Schicksal sie wieder zusammengeführt hatte. Er hatte eine filmreife Vision. Aldaia würde ihm alle anderen auf einem Silbertablett servieren. Im Winter 1934 schafften es die Geschwister Moliner endlich, Miquel aus dem Palast in der Puerta Feriza auszuweisen, der vom Zerfall bedroht, bis auf den heutigen Tag leer steht. Schon seit mehreren Tagen übernachtete Miquel in einer Pension, in der Calle Canuda, einem düsteren, feuchten Loch. Als ich das Zimmer sah, in das er verbannt war, eine Art fensterloser Sarg mit Gefängnispritsche, nahm ich ihn mit zu mir nach Hause. Er hustete pausenlos und sah abgemagert aus. Da er immer schwarz gekleidet war, begriff ich erst nach längerer Zeit, dass die Flecken an seinem Ärmel Blut waren. Ich rief einen Arzt, der mich, so wie er ihn untersucht hatte, fragte, warum ich ihn erst jetzt geholt habe. Miquel hatte Tuberkulose. Er war der gütigste, anfälligste Mensch, den ich je kennengelernt habe, mein einziger Freund. Wir heirateten an einem Februarmorgen auf einem Amtsgericht. Wir sagten niemandem, dass wir geheiratet hatten. Wir führten eine Geheimehe. Mehrere Monate nach unserer Hochzeit klingelte jemand an der Tür, der sich als Jorge Aldaya ausgab. Es war ein kaputter Mann mit schweiß überströmtem Gesicht. Der Grund für seinen Besuch sei der Anfang einer Versöhnung mit einem alten Freund. In der Zuversicht, dieser werde ihm nun verraten, wie er sich mit Julian Carax in Verbindung setzen könne. Wir haben uns seit Jahren aus den Augen verloren, log er. Als letztes habe ich von ihm gehört, dass er in Italien lebt. Aldaya hatte diese Antwort erwartet. Du enttäuscht mich, Mikel. Ich habe damit gerechnet, dass dich Zeit und Unglück weiser gemacht hätten. Es gibt Enttäuschungen, die den ehren, der sie bereitet. Aldaya lachte, kurz davor, sich in Bitterkeit aufzulösen. Fumero schickt euch seine aufrichtigsten Glückwünsche zu eurer Heirat, sagte er auf dem Weg zur Tür. Mehrere Monate hörten wir nichts mehr von Aldaya und auch nicht von Julian. Mikel war weiterhin fester, freier Mitarbeiter bei einigen Bartheloneser Leitungen. Unermüdlich arbeitend saß er an der Schreibmaschine. Ich hatte meine Stelle in Kapistanis Verlag beibehalten, vielleicht, weil das die einzige Art war, wie ich mich Julian näher fühlen konnte. In einer kurzen Notiz hatte er mir angekündigt, er arbeite an einem neuen Roman mit dem Titel Der Schatten des Windes, den er in einigen Monaten fertigzustellen hoffe. Der Brief, frostiger und distanzierter im Ton den je, erwähnte mit keinem Wort, was in Paris geschehen war. Umsonst versuchte ich ihn zu hassen. Allmählich kam ich zu der Überzeugung, dass Julian weniger ein Mensch als ein Verhängnis war. Mikel gab sich hinsichtlich meiner Gefühle keiner Täuschung hin. Er schenkte mir seine Liebe und Verehrung, ohne dafür mehr zu verlangen als meine Gesellschaft. Er hatte ein Sparkonto auf meinen Namen eröffnet, auf das er nahezu all seine Einkünfte aus den Zeitungsartikeln einzahlte. Nie lehnte er einen Auftrag ab, weder eine Kritik noch einen Kurzbericht. Er schrieb unter drei Pseudonymen, 14 oder 16 Stunden täglich. Mikel wusste, dass er bald sterben würde, dass ihm die Krankheit gierig die Monate weg fraß. Du musst mir versprechen, dass du, wenn mir etwas zustößt, dieses Geld nimmst und wieder heiratest, dass du Kinder haben und uns alle vergessen wirst, mich zuallererst. Jede Nacht schlief er an mich geklammert ein und ich musste die Tränen der Wut verstecken, weil ich unfähig war, diesen Mann so zu lieben, wie er mich, unfähig ihm das zu geben, was ich Julian umsonst zu Füßen gelegt hatte. Nächtelang schwor ich mir Julian zu vergessen, nur noch diesen armen Menschen glücklich zu machen und ihm wenigstens einige Krumen dessen zurückzugeben, was er mir geschenkt hatte. Zwei Wochen lang war ich Julians Geliebte gewesen, aber für den Rest meines Lebens wollte ich Michels Frau sein. Wenn diese Seiten einmal den Weg zu dir finden und du über mich urteilst, dann behalte mich so in Erinnerung, Daniel. Das Manuskript von Julians letztem Roman traf Ende 1935 ein. Ich weiß nicht, ob aus Erbitterung oder Angst, jedenfalls gab ich es ungelesen in die Druckerei. Michels letzte Ersparnisse hatten die Herausgabe schon vor Monaten sichergestellt, Capistani war alles andere egal. Bevor ich an diesem Mittag die Wohnungstür öffnete, hörte ich Stimmen im Innern. Michels stritt sich mit Anfänglich dachte ich, es sei jemand von der Zeitung, aber dann glaubte ich im Gespräch, Julians Namen aufzuschnappen. Ich hörte Schritte auf die Tür zukommen und versteckte mich eilig auf dem Treppenabsatz des Dachgeschosses. Von dort aus konnte ich den Besucher erspähen. Ein Mann in Schwarz mit grob gemeißelten Zügen und schmalen Lippen wie eine offene Narbe. Seine Augen waren ohne verließ und die Wohnung betrat. Mikel saß am Fenster. Die Arme hingen ihm zu beiden Seiten des Stuhls hinunter. Seine Lippen zitterten. Ich fragte ihn, wer dieser Mann sei und was er gewollt habe. Das war Fumero. Er hat Nachrichten von Julian gebracht. Was weiß denn der von Julian? Er schaute mich an, niedergeschlagener denn je. Julian heiratet. Das verschlug mir die Sprache. Ich ließ mich in einen Stuhl fallen und Mikel nahm meine Hände. Er fasste zusammen, was ihm Fumero erzählt hatte. Fumero hatte sich an seine Verbindungsleute bei der Pariser Polizei gewandt, um Julian Carrags Aufenthaltsort herauszufinden und ihn zu observieren. Die Hochzeit sollte, soweit man wusste, Anfang Sommer 1936 stattfinden. Von der Verlobten war nur der Irène Marceau, die Inhaberin des Etablissements, in dem Julian jahrelang als Pianist arbeitete. Das verstehe ich nicht, murmelte ich. Julian heiratet seine Mäzenin? Genau, das ist keine Hochzeit, das ist ein Vertrag. Irène Marceau war 25 oder 30 Jahre älter als Julian. Mikel vermutete, Irène habe diese Ehe mit Julian schließen wollen, um ihr Vermögen auf ihn zu übertragen und so Julian liebt diese Frau nicht, Nuria. Mikel dachte, das sei der Grund für meinen Kummer. Julian liebt niemanden außer sich selbst und seine verdammten Bücher und was beabsichtigt Fumero damit, dass er diese ganze Sache gerade jetzt ans Licht bringt? Es sollte nicht lange dauern, bis wir es erfuhren. Nach einigen Tagen erschien zornentbrannt ein geisterhafter, ausgehungerter Jorge bei uns. Fumero hatte ihm erzählt, Julian Karrax werde in einer Zeremonie von romanhaftem Prunk eine reiche Frau heiraten. Seit Tagen zerfraß sich Aldaya bei der Vorstellung, wie sich der Urheber seines Elends in Flitter und Tant kleidete und in den Genuss eines Vermögens kam, das er hatte davonschwimmen sehen. Fumero hat dich belogen, Jorge, sagte Mikel. Gerade du wagst es von Lügen zu sprechen, fauchte Jorge. Aldaya brauchte seine Gedanken nicht offen zu legen, sie waren von seinem leichenhaften Gesicht abzulesen. Mikel schickte Julian eine Notiz, um ihn zu warnen. So wie Fumero es für angezeigt hielt, nahm er Aldaya beim Schlafittchen und sagte ihm, Julian heirate in drei Tagen. Aldaya könne nach Paris fahren und dafür sorgen, dass diese Hochzeit nie stattfinde. Wie? fragte ein fiebriger, vor Hass ausgebrannter Fumero verschaffte ihm sogar die Pistole, mit der Jorge, so dessen Überzeugung, dieses gallige Herz durchlöchern würde, das die Aldaya Dynastie in den Ruin getrieben hatte. Später würde es im Bericht der Pariser Polizei heißen, die bei Aldaya gefundene Waffe sei schadhaft und hätte niemals mehr ausrichten können, als sie ausgerichtet hatte, nämlich sein eigenes Gesicht zu zerschmettern. Das wusste Fumero natürlich, als er sie ihm auf dem Bahnsteig der Estación de Francia aushändigte. Er wusste ganz genau, dass Fieber, Dummheit und blinde Wut ihn daran hindern würden, Julian Carax frühmorgens auf dem Friedhof Pere Lachaise in einem verkaterten Ehrenduell zu töten. Nicht Carax sollte in diesem Duell sterben, sondern Aldaya. Sein sinnloses Leben, sein Körper und seine unentschlossene Seele, die Fumero geduldig hatte dahin vegetieren lassen, hätten ihre Schuldigkeit getan. Fumero sagte Aldaya ganz genau, welche Schritte er zu unternehmen habe. Er sollte Julian gestehen, der Brief, in dem ihm Penelope vor Jahren ihre Hochzeit angekündigt und ihn gebeten habe, sie zu vergessen, sei ein Schwindel gewesen. Er, Jorge Aldaya, habe seine Schwester persönlich gezwungen, dieses ganze Lügengewebe zu verfassen, während sie Tränen der Verzweiflung weinte. Er sollte ihm sagen, seither habe sie in tödlicher Verlassenheit mit gebrochener Seele und blutendem Herzen auf ihn gewartet. Das würde genügen. Es würde genügen, dass Carrax abdrückte. Es würde genügen, dass er seine Hochzeitspläne fallen ließe und keinen anderen Gedanken zu fassen mehr im Stande wäre, als nach Barcelona zu Penelope zurückzukehren. Und die Barcelona würde ihn Fumero erwarten. Julian Carrax wenige Tage vor Ausbruch des Bürgerkriegs. Die erste und einzige Auflage von Der Schatten des Windes hatte zwei Wochen zuvor die Druckerei verlassen und befand sich auf dem Weg in die graue Anonymität und Unsichtbarkeit der Vorgänger Romane. In dieser Zeit konnte Mikel kaum noch arbeiten und obwohl er sich täglich zwei oder drei Stunden an die Schreibmaschine setzte, verwehrten es ihm Schwäche und Fieber mehr als ein paar Worte zu Papier zu bringen. Ohne Beschäftigung und sogar zum Jammern zu schwach pflegte Mikel auf den Platz hinunter zu gehen oder wagte sich bis zur Avenida de la Catedral vor. Immer hatte er wie ein Amulett ein Buch von Julián bei sich. Das letzte Mal, als der Arzt ihn wog, brachte er keine 60 Kilo mehr auf die Waage. Dass Julián in Barcelona war, erfuhren wir durch einen Brief von Irene Marceau, in dem sie uns mitteilte, Julián habe bei einem Duell auf dem Friedhof Pere Lachez Jorge Aldaya getötet. Noch bevor Aldaya die Seele aushauchte, habe ein anonymer Anruf die Polizei von dem Vorfall unterrichtet. Da ihn diese wegen Mordes suchte, musste Julián auf der Stelle aus Paris verschwinden. Wir hatten keinen um ihn vor der Gefahr, die auf ihn lauerte, zu warnen und vor einer noch schlimmeren, vor der Entdeckung der Wahrheit. Nach drei Tagen hatte er noch immer kein Lebenszeichen gegeben. Mikel mochte seine Ängste nicht mit mir teilen, aber ich wusste ganz genau, was er dachte. Julián war wegen Penelope zurückgekommen, nicht unsritwegen. Was geschieht, wenn er die Wahrheit herauskriegt? fragte ich. Das werden wir zu verhindern wissen, antwortete Mikel. Zunächst einmal würde Julián feststellen, dass die Familie Aldaya spurlos verschwunden war. Viele Orte, um mit der Suche nach Penelope zu beginnen, gab es nicht. Wir stellten eine Liste dieser Orte zusammen und fingen mit unserer Suche an. Das Haus in der Avenida del Tibidabo war verlassen, unzugänglich hinter Ketten und Efeuteppichen. Ein Straßenhändler, der an der gegenüberliegenden Ecke Rosen- und Nelkensträußchen verkaufte, sagte uns, er erinnere sich nur an eine einzige Person, die sich in letzter Zeit dem Haus genähert habe, aber das sei ein älterer Mann, ja fast ein Greis gewesen, der leicht gehinkt habe. Eine Saulaune hatte der ehrlich. Ich wollte ihm eine Nelke fürs Knopfloch verkaufen, da hat er mich zum Teufel geschickt und gesagt, es sei Krieg und ich soll ihm nicht auf den Wecker fallen. Sonst hatte er niemanden gesehen. Mikel gab ihm für alle Fälle die Telefonnummer der Redaktion des Diario de Barcelona, damit er dort eine Nachricht für ihn hinterlasse, wenn zufällig jemand auftauche, der Julian Carac sein könne. Als nächstes gingen wir zu San Gabriel Schule, wo Mikel seinen ehemaligen Schulkameraden Fernando Ramos wieder traf. Als er Mikel in so prekärem Gesundheitszustand erblickte, versprach uns aber, sich mit uns in Verbindung zu setzen, falls er es tue. Fumero sei schon vor uns da gewesen, sagte er. Er habe drohend zu ihm gesagt, er sehe sich besser vor, es sei Kriegszeit und viele Leute würden bald sterben. Ich kann dir diese ersten Tage des Krieges in Barcelona unmöglich beschreiben, Daniel. Die Luft war wie vergiftet vor Angst und Hass. Ein Hausbewohner sagte uns, der Hutmacher habe sich in seinem Laden eingeschlossen. Wir konnten klopfen, so viel wir wollten, er mochte uns nicht öffnen. Alles, was wir zu sehen bekamen, war Fortunis entsetztes Gesicht durch einen Türspalt. Wir sagten, wir suchten seinen Sohn Julian. Er antwortete, sein Sohn sei tot und wir sollten verschwinden oder er hole die Polizei. Entmutigt gingen wir wieder. Mikel schlief kaum noch, sondern wartete nur auf Nachrichten von seinem Freund. Eines Morgens sah ich, dass ich allein in der Wohnung war. Ich trat an den Schreibtisch und fand auf der Maschine eine Notiz, in der er mich bat, mich nicht zu beunruhigen und zu Hause auf ihn zu warten. Er sei Julian holen gegangen und werde bald mit ihm zurückkommen. Am Schluss schrieb er, er liebe mich. Der Zettel fiel mir aus den Händen. Da bemerkte ich, dass Mikel, bevor er gegangen war, den Schreibtisch abgeräumt hatte, als hätte er nicht vor, ihn noch einmal zu benutzen. Und ich wusste, dass ich ihn nie wieder sehen würde. An diesem Nachmittag hatte der Blumenverkäufer die Redaktion des Diario de Barcelona angerufen und für Mikel die Nachricht hinterlassen, er habe den beschriebenen Mann wie ein Gespenst um die alte Villa herum schleichen sehen. Mitternacht war vorüber, als Mikel beim Haus Nummer 32 der Avenida del Tibidabo ankam. Obwohl er ihn seit siebzehn Jahren nicht mehr gesehen hatte, erkannte er Julian an dem leichten, fast katzenhaften Gang wieder. Seine Silhouette glitt in der Nähe des Brunnens durch den Dämmer des Gartens. Julian war über die Mauer geklettert und belauerte das Haus wie ein unruhiges Tier. Im Stein der Mauer konnte er die Löcher erkennen, die Julian als Stufen benutzt hatte. Fast ohne Atem stemmte er sich hinauf und spürte dabei tiefe Stiche in der Brust und in den Augen. Auf der Mauer legte er sich mit zitternden Händen hin und zischte Julian zu. Die Gestalt neben dem Brunnen blieb reglos stehen, als wäre sie eine der Statuen. Mikel konnte den Glanz zweier auf ihn geheftete Augen sehen. Er fragte sich, ob Julian ihn wohl erkennen würde, nach siebzehn Jahren und einer Krankheit, die ihm sogar den Atem geraubt hatte. Langsam kam die Gestalt näher, in der rechten Hand einen glänzenden langen Gegenstand, eine Glasscherbe. Julian flüsterte Miquel abruppt blieb die Gestalt stehen. Miquel hörte die Scherbe auf den Kies fallen. Aus dem Dunkel tauchte Julians Gesicht auf. Ein Zwei-Wochen-Bart bedeckte seine spitzer gewordenen Züge. Miquel Unfähig auf die andere Seite oder auf die Straße zurück zu springen, reichte ihm Miquel die Hand. Julian richtete sich auf die Höhe der Mauer auf und ergriff die Faust seines Freundes. Wir müssen hier weg, Julian. Funero sucht dich. Das mit Aldaya war eine Falle. Ich weiß, murmelte Karaks tonlos. Das Haus ist geschlossen. Seit Jahren wohnt hier keiner mehr. Komm, hilf mir runter und wir gehen. Als sie beide auf der Straße standen, fasste Karaks Miquel unter den Schultern und übernahm fast sein ganzes Gewicht und so gingen sie in der Dunkelheit durch die Kaya Roman Makaya davon. Was hast du? fragte Karaks leise. Ja, nichts weiter, irgendein Fieber, es geht mir schon wieder besser. Miquel verströmte bereits den Geruch der Krankheit und Julian drang nicht weiter in ihn. Sie gingen die Kaie Leon der Dreizehnte hinunter, bis sie die Lichter eines Cafés erblickten. Sie setzten sich an einen Tisch im Hintergrund, fern von Eingang und Fenstern. Der Kellner nahm ihre Bestellung auf, lauwarmer Brandy, Kaffee und was es noch zu essen gab. Miquel nahm keinen Bissen zu sich, dafür aß Karaks offensichtlich gierig und für zwei. Im schmierigen Licht des Cafés schauten sich beide Freunde an wie in Trance. Das letzte Mal, als sie sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber gestanden hatten, waren sie halb so alt gewesen. Sie hatten sich als Jünglinge getrennt und jetzt gab das Leben dem einen einen Flüchtigen, dem anderen einen Todgeweihten zurück. Beide fragten sich, ob es die Karten gewesen waren, die ihnen das Leben ausgeteilt oder die Art und Weise, wie sie sie ausgespielt hatten. Ich habe mich nie bei dir bedankt für alles, was du in diesen Jahren für mich getan hast, Mikel. Das brauchst du nicht jetzt zu tun. Ich habe getan, was ich musste und wollte. Da gibt es nichts zu danken. Wie geht es Nuria? So, wie du sie verlassen hast? Kardax senkte die Augen. Wir haben vor Monaten geheiratet. Ich weiß nicht, ob sie dir geschrieben und das erzählt hat. Kardax Lippen gefroren und er schüttelte langsam den Kopf. Du hast kein Recht, dir etwas vorzuwerfen, Julian. Ich weiß. Ich habe auf nichts ein Recht. Warum bist du nicht zu uns gekommen? Ich wollte euch nicht in Gefahr bringen. Das liegt nicht mehr in deiner Hand. Wo bist du diese ganzen Tage gewesen? Du warst ja wie vom Erdboden verspunden. Beinahe. Ich war zu Hause. Zu Hause bei meinem Vater. Mikel schaute ihn erstaunt an. Julian begann zu erzählen, wie er nach seiner Ankunft in Barcelona, da er nicht wusste, wohin, zu dem Haus seiner Kindheit gegangen war, in der Befürchtung, es sei niemand mehr dort. Doch den Hutladen gab es noch. Er war sogar geöffnet und ein alter Mann wälkte hinter dem Ladentisch dahin. Julian hatte nicht hineingehen wollen, doch Antoni Fortuni hatte bereits zu dem Fremden vor dem Schaufenster aufgeschaut und ihre Augen hatten sich getroffen. Julian blieb wie angewurzelt stehen. Er sah Tränen auf dem Gesicht des Hutmachers, als er stumm auf die Straße hinaustrat. Fortuni führte seinen Sohn in den Laden, ließ die Gitter hinunter und als die Außenwelt ausgesperrt war, umarmte er ihn zitternd. Was dich auch immer nach Barcelona geführt haben mag, mein Sohn, lass es mich an deiner Stelle tun, während du dich zu Hause versteckst. Dein Zimmer ist noch genau so, wie du es verlassen hast und es gehört dir, solange du es brauchst. Julian sagte, er sei zurückgekommen, um Penelope Aldaia zu suchen. Tagelang hielt sich Julian in der Wohnung in der Ronda de San Antonio verborgen, während der Hutmacher die Stadt nach Penelopes Spur abklopfte. Er verbrachte die ganze Zeit in seinem ehemaligen Zimmer. Der Hutmacher erzählte ihm, Sophie habe ihn kurz nach seiner Flucht verlassen und nachdem er jahrelang nichts von ihr gehört habe, habe sie ihm schließlich aus Bogotá geschrieben, wo sie seit geraumer Zeit mit einem Mann zusammen lebte. Sie schrieben sich regelmäßig immer über dich, wie er gestand, denn das ist das Einzige, was uns verbindet. Julian war es, als habe der Hutmacher den Verlust seiner Frau abgewartet, um sich in sie zu verlieben. Man liebt nur einmal im Leben wirklich, Julian, obwohl man es nicht merkt. Der Hutmacher schien am Ende seines Lebens Jahrzehnte des Unglücks tilgen zu wollen. Er hatte keinen Zweifel, dass im Leben seines Sohnes Penelope die große Liebe war und dachte, wenn er sie ihm zurückgewinne, könnte er vielleicht auch seine eigene Lehre ausfüllen. Trotz all seiner Bemühungen und zu seiner Verzweiflung fand er bald heraus, dass es in ganz Barcelona keine Spur von Penelope Aldaia und ihrer Familie gab. An dem Tag, an dem Miquel Moliner und ich zum Hutladen gingen, um uns nach Julian zu erkundigen, war der Hutmacher überzeugt, es handelte sich bloß um Schergen Fumeros. Niemand sollte ihm noch einmal seinen Sohn nehmen. Diesmal mochte selbst der Allmächtige vom Himmel herunter kommen, derselbe Gott, der ein Leben lang seine Gebete überhört hatte, und er würde ihm persönlich und mit Vergnügen die Augen auskratzen, sollte er es wagen, Julian noch einmal aus seinem gescheiterten Leben zu nehmen. Der Hutmacher war der Mann, den der Blumenverkäufer vor Tagen um das Haus in der Avenida de Tibidabo hatte schleichen sehen. Doch Fortuny war außerstande in der Spur eines jungen Mädchens, an das sich niemand erinnerte, die Rettung seines Sohnes, seiner selbst zu finden. Ich finde sie nicht, Julian. Ich schwöre dir, ich habe... Machen sie sich keine Sorgen, Vater. Das ist etwas, was ich selbst tun muss. Sie haben mir geholfen, soweit sie konnten. An diesem Abend war Julian endlich aus dem Haus gegangen, um Penelopes Spur zu finden. Während ihm Julian die Ereignisse nach seiner Ankunft in Barcelona schilderte, kam Mikel nicht auf die Idee, auf den Kellner zu achten, der zum Telefon ging und mit dem Rücken zu ihnen hineinflüsterte und danach immer wieder zur Tür schielte, während er allzu eifrig die Gläser reinigte, in einem Lokal, in dem sich überall Schmutzschichten breitmachten. Er kam nicht auf den Gedanken, dass Fumero auch in diesem Café gewesen war, in Dutzenden von Cafés wie diesem einen Steinwurf vom Aldaierhaus entfernt, und dass, sobald Kadax seinen Fuß in eines von ihnen setzen würde, der Anruf in Sekundenschnelle erfolgen würde. Als das Polizeiauto vor dem Café hielt und der Kellner sich in die Küche zurückzog, spürte Mikel die gelassene Ruhe des Verhängnisses. Kadax las seinen Blick. Beide wandten sich gleichzeitig um und sahen die geisterhafte Erscheinung von drei grauen Mänteln hinter den Fenstern flattern, drei Gesichter an die Scheibe hauchen. Keiner von ihnen war Fumero. Er hatte die Aasgeier vorgeschickt. Lass uns verschwinden, Julian. Wir können nirgends hin, sagte Kadax so ruhig, dass ihn sein Freund alarmiert anschaute. Da sah er den Revolver in Julians Hand und die Entschlossenheit in seinem Blick. Die Klingel der Eingangstür schnitt ins Gemurmel des Radios. Miquel riss Kadax die Pistole aus der Hand und blickte ihn fest an. Gib mir deine Papiere, Julian. Die drei Polizisten setzten sich scheinbar gleichgültig an die Theke. Einer von ihnen behielt sie im Augenwinkel. Die anderen beiden tasteten das Innere ihrer Mäntel ab. Die Papiere, Julian, jetzt gleich. Kadax schüttelte schweigend den Kopf. Mir bleibt noch ein, mit Glück zwei Monate. Einer von uns beiden muss hier raus, Julian. Du hast mehr Chancen als ich. Ich weiß nicht, ob du Penelo befinden wirst, aber Nuria wartet auf dich. Nuria ist deine Frau. Erinnere dich an unser Abkommen. Wenn ich sterbe, wird alles, was mein ist, dir gehören. Außer den Träumen. Zum letzten Mal lächelten sie sich an. Julian schob ihm rasch seinen Pass zu. Mikel steckte ihn zu dem Exemplar von der Schatten des Windes, das er im Mantel mittrug, seit dem Tag, an dem er es erhalten hatte. Auf bald, murmelte Julian. Es eilt nicht. Ich werde warten. Mikel stand vom Tisch auf und ging auf die Polizisten zu, die noch miteinander flüsterten. Als sie den Revolver in seiner rechten Hand erblickten, entfernt. Einer von den dreien wollte noch aufschreien, aber der erste Schuss zerschmetterte ihm den Unterkiefer. Sein Körper sackte träge zusammen. Die beiden anderen Polizisten zogen ihre Waffen. Der zweite Schuss ging in den Bauch dessen, der älter aussah. Für den dritten Schuss blieb Mikel keine Zeit mehr. Der letzte Polizist hatte ihm die Pistole an die Rippen gesetzt, über dem Herzen. Mikel sah den panikerfüllten Blick des Anderen. Ganz ruhig, du Schweinehund, oder ich blass dich um. Mikel lächelte und hob langsam den Revolver zum Gesicht des Polizisten. Der war höchstens 25 und seine Lippen bebten. Richte Fumero einen schönen Gruß von Karax aus, dass ich mich noch immer an sein Matrosengewändchen erinnere. Er spürte keinen Schmerz. Der Schuss warf ihn gegen die Glastür. Als er sie durchschlug, sah er eben noch Julian die Straße hinunter laufen. Er war 36 Jahre alt. Älter, als er zu werden gehofft hatte. Nachdem Julian in dieser Nacht in der Dunkelheit verschwunden war, fuhr auf einen Anruf des Mannes hin, der Mikel erschossen hatte, ein Lieferwagen ohne Kennzeichen vor. Nie bekam ich den Namen dieses Polizisten heraus und ich glaube, auch er wusste nicht, wen er da umgebracht hatte. Zwei Männer luden die beiden toten Polizisten ein und legten dem Kellner des Cafés nahe, zu vergessen, was geschehen war, wenn er nicht ernsthafte Probleme wolle. Zwölf Stunden später, damit sein Tod nicht mit dem der beiden Polizisten in Zusammenhang gebracht werden konnte, wurde Mikels Leiche in eine Gasse des Raval geworfen. Zuhause gelassen. Alles, was die Beamten des Leichenhauses fanden, waren ein von Blut verschmierter Pass auf den Namen von Julian Carax und ein wunderbarerweise heilgebliebenes Exemplar von Der Schatten des Windes. Daraus schloss die Polizei, der Tote sei Carax. Als Adresse nannte der Pass noch die Wohnung der Fortunis in der Ronda de San Antonio. Mittlerweile war die Nachricht zu Fomero auf den Hutmacher, den die Polizei geholt hatte, um die Leiche identifizieren zu lassen. Señor Fortuni, der Julian seit zwei Tagen nicht mehr gesehen hatte, befürchtete das Schlimmste. Als er die Leiche des Mannes sah, der eine knappe Woche zuvor bei ihm angeklopft und sich nach Julian erkundigt hatte und den er für einen Schergen Fumeros gehalten hatte, schrie er auf und ging. In dieser Reaktion sah die Polizei ein Eingeständnis, dass er den Toten erkannt hatte. Fumero, der der Szene beigewohnt hatte, trat zur Leiche und studierte sie schweigend. Seit 17 Jahren hatte er Julian Karaks nicht mehr gesehen. Als er Miquel Moliner erkannte, lächelte er bloß, unterschrieb das gerichtsmedizinische Formular zur Bestätigung, dass es sich um Julian Karaks Leiche handele und ordnete ihre unverzügliche Überführung in ein Massengrab auf dem Montjuic an. Lange Zeit fragte ich mich, warum Fumero so etwas tun sollte. Aber das entsprach genau seiner Logik. Dadurch, dass Miquel als Julian gestorben war, hatte er Fumero unfreiwillig ein perfektes Alibi geliefert. Von diesem Moment an existierte Julian Karaks nicht mehr. Jetzt existierte keine Verbindung mehr zwischen Fumero und diesem Mann, den er früher oder später zu finden und umzubringen hoffte. Zwei Tage lang wartete ich zu Hause auf Miquel oder Julian und dachte, ich würde wahnsinnig. Am dritten Tag, einem Montag, ging ich wieder in den Verlag zur Arbeit. Senor Capistanis ältester Sohn Alvaro hatte die Geschäfte übernommen. Am selben Vormittag rief mich im Verlag ein Beamter des Leichenhauses an, Manuel Gutierrez Fonseca. Dieser Herr erklärte mir, zu ihnen ins Totenhaus sei die Leiche eines gewissen Julian Carrax gekommen und als er den Pass des Verstorbenen mit dem Namen des Autors des Buches verglichen habe, welches er bei seinem Eintritt ins Leichenhaus bei sich gehabt habe, habe er die moralische Pflicht verspürt, den Verlag anzurufen, um über das Vorkommnis Bericht zu erstatten. Während ich ihm zuhörte, meinte ich sterben zu müssen. Kaum hatte ich aufgehängt, wusch ich mir das Gesicht und ging so gleich nach Hause. Als ich den Schlüssel ins Schloss der Wohnung steckte, sah ich, dass es aufgebrochen worden war. Ich war wie gelähmt. Von innen drehte sich langsam der Knauf. Die Tür ging auf und ich sah mich Julian Carrax dunklen Blick gegenüber. Gott möge mir verzeihen, aber in diesem Augenblick dankte ich dem Himmel, dass er mir Julian statt Mikel zurückgegeben hatte. Wir verschmolzen in einer unendlichen Umarmung, aber als ich seine Lippen suchte, wich Julian zurück und senkte die Augen. Ich schloss die Tür, nahm ihn bei der Hand und führte ihn ins Schlafzimmer. Wir legten uns aufs Bett und umarmten uns schweigend. Am war leer, das Zimmer lag in grauem Dunkel. Ich sah Julian an Mikels ehemaligem Schreibtisch sitzen, wo er mit den Fingern über die Tasten seiner Maschine strich. Er schaute auf und schenkte mir das laue, ferne Lächeln, das besagte, dass er nie mir gehören würde. Ich verspürte den Wunsch, ihm die Wahrheit ins Gesicht zu schleudern, ihn zu verletzen. Es wäre so leicht gewesen, ihn wissen zu lassen, dass Penelope tot war, dass er von Täuschungen lebte, dass ich alles war, was er jetzt noch auf der Welt hatte. Ich hätte nie nach Barcelona zurückkommen dürfen, murmelte er kopfschüttelnd. Ich kniete neben ihm nieder. Was du suchst, ist nicht hier, Julian. Lass uns fortgehen, wir beide, weit weg von hier, solange noch Zeit weißt etwas, was du mir nicht gesagt hast, stimmt's? fragte er. Ich schüttelte den Kopf und biss mir auf die Lippen. Julian nickte nur. Heute Abend werde ich wieder hingehen. Julian, bitte, ich muss Gewissheit haben. Dann gehe ich mit. Nein. Das letzte Mal, dass ich hier geblieben bin und gewartet habe, habe ich Mikel verloren. Wenn du gehst, komme ich mit. Es war schon auf das Aldaya-Haus in der Avenida del Tibidabo zugingen. Feiner Regen tünchte die Hauswände silbern. Im hinteren Teil des Grundstücks kletterten wir über die Mauer. Ich erkannte das im Regen aufragende Haus sogleich, dessen Erscheinung ich auf Julians Seiten in tausend Verkörperungen und aus tausend Blickwinkeln gelesen hatte. In das rote Haus erschien der kleine Palast als düsterer Kasten, innen größer als außen, der langsam seine Gestalt änderte, sich in unmögliche Gänge, Galerien und Dachgeschosse, in unendliche Treppen auswuchs, die nirgends hinführten und dunkle Räume aufblitzen ließ, welche auftauchten und über Nacht wieder verschwanden und mit ihnen die Leichtsinnigen, die sich hineinwagten, um nie wiedergesehen zu werden. Wir blieben vor der mit Ketten und einem faustgroßen Vorhängeschloss gesicherten Eingangstür stehen. Die hohen Fenster im ersten Stock waren mit starken efeu überwucherten Brettern verrammelt. Die Luft roch nach vermodertem Unkraut und feuchter Erde. Der Stein, dunkel und schleimig im Regen, glänzte wie die Haut eines Reptils. Ich wollte ihn schon fragen, wie er durch diese Eichentür einzudringen Gedenke, die an eine Basilika oder ein Gefängnis erinnerte, als er ein Fläschchen aus dem Mantel zog und den Deckel abschraubte. Ein übel riechender Dampf stieg in einer langsamen bläulichen Spirale auf. Er hielt das Schloss am einen Ende fest und goss die Säure ins Schlüsselloch. In eine gelbliche Rauchwolke gehüllt zischte das Metall wie glühendes Eisen. Nach stieß er die Tür mit einem Fußtritt auf. Sie öffnete sich langsam und feuchte Luft strömte heraus. Julian zog ein Benzinfeuerzeug aus der Tasche und knipste es an, nachdem er einige Schritte in die Vorhalle hineingetan hatte. Ich folgte ihm und lehnte die Tür hinter uns an. Die Flamme über seinen Kopf haltend ging Julian ein paar Meter weiter. Am Fuß der breiten folgte ich ihm die Treppe hinauf über die Stufen, auf denen er Penelope zum ersten Mal gesehen hatte. Wir stiegen in den dritten Stock hinauf, wo ein schmaler Gang zum Südflügel des Hauses führte. Hier war die Decke sehr viel niedriger und die Türen kleiner. Es war die Etage der ehemaligen Dienstbotenzimmer. Das letzte, das wusste ich, ohne dass Julian etwas zu Das war der letzte Ort gewesen, wo er Penelope gesehen hatte, wo er mit einem kaum 17 Jahre alten Mädchen geschlafen hatte, das Monate später in derselben Zelle verbluten sollte. Ich wollte ihn zurückhalten, doch er stand schon auf der Schwelle und schaute gedankenverloren hinein. Ich trat zu ihm. Das Zimmer war nur ein gänzlich schmuckloses Gemach. Unter dem Staubteppich auf den Bohlen erkannte man noch die Spuren eines Betts. Verwirrt betrachtete Julian diese Leere, fast eine Minute lang. Ich nahm ihn am Arm und führte ihn zur Treppe zurück. Da gibt es nichts, Julian, flüsterte ich. Die Familie hat alles verkauft, bevor sie nach Argentinien aufgebrochen ist. Ich bin umsonst gekommen, murmelte Julian. Du hast zurückkommen und es noch einmal sehen müssen, sagte ich. Jetzt siehst du, dass hier nichts ist. Es ist nur ein alter leer stehender Kasten. Geh' mir nach Hause. Er schaute mich an, bleich und nickte. Ich nahm ihn an der Hand und wir gingen durch den Gang auf die Eingangstür zu. Da spürte ich, wie mir Julians Hand entglitt. Ich blieb stehen, wandte mich um und sah ihn reglos in die Dunkelheit starren. Was ist der zu den Küchen führte? Ich ging zu ihm und spähte in das vom Feuerzeug schwach erhellte Dunkel. Die Tür am Ende des Ganges war zugemauert, eine Mauer aus roten, unbeholfen gemörtelten Backsteinen. Langsam ging Julian näher und legte die Hände darauf. Julian, bitte, lass uns endlich gehen. Der Schlag seiner Faust an die Backsteinwand erzeugte auf der anderen Seite ein hohles Echo. Ich hatte den Eindruck, seine Hände zitterten, als er das Feuerzeug auf den Boden stellte und mich einige Schritte zurücktreten hieß. Julian! Der erste Fußtritt löste einen rötlichen Staubregen. Julian trat erneut zu. Ich dachte, ich hätte seine Knochen krachen hören. Er ließ sich nicht beirren und hämmerte nun auch mit den Fäusten immer wieder auf die Mauer ein, rasend wie ein Gefangener, der sich einen Weg in die Freiheit bahnt. Seine Knöchel bluteten, als der erste Backstein brach und auf die andere Seite fiel. Mit bloßen Fingern vergrößerte er den Durchlass, er keuchte, erschöpft und von einer Wut besessen, die ich ihm nie zugetraut hätte. Einer nach dem anderen gaben die Backsteine nach und die Mauer fiel. Schweißbedeckt, mit wunden Händen hielt Julian inne. Er nahm das Feuerzeug vom Boden auf und stellte es auf einen der Backsteine. Auf der anderen Seite erhob sich eine Holztür mit Engelsmotiven. Er strich über die Reliefs als entzifferte Er Hieroglyphen. Unter dem Druck seiner Hände gab die Tür nach. Auf der anderen Seite war eine Treppe zu erahnen. Schwarze Steinstufen führten in die Dunkelheit hinab. Julian tauchte ins Dunkel. Am Ende der Treppe konnte ich seine reglose Silhouette sehen. Ich trat über die Ziegelsteinschwelle und stieg ebenfalls hinunter. Der Raum war rechteckig und mit marmornen Wänden ausgekleidet. Im Innern herrschte eine schneidende Kälte. Die beiden Grabsteine waren von dicken Spinnweben überwuchert, die in der Flamme des Feuerzeugs wie faulige Seide zerfielen. Aus den vom Graveur gemeißelten Kerben rannen schwarze Feuchtigkeitstränen über den weißen Marmor. Da lagen sie. Dicht nebeneinander. Penelope Aldaia 1902 bis 1919 David Aldaia 1910 Oft habe ich an diesen Moment der Stille zurückgedacht und mir dabei vorzustellen versucht, was Julian empfinden musste, als er feststellte, dass die Frau, auf die er 17 Jahre gewartet hatte, tot war. Dass ihr beider Kind mit ihr gegangen war, dass das, was ihn am Leben erhalten hatte, sein einziger Antrieb eine Illusion gewesen war. Ich erinnere mich, dass ich in ihm dunkeln suchte und spürte, er zitterte, stumm. Er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten und schleppte sich in eine Ecke. Ich umarmte ihn und küsste ihn auf die Stirn. Er regte sich nicht. Ich tastete sein Gesicht ab, doch da waren keine Tränen. Ich suchte das Feuerzeug am Boden und knipste es wieder an. Julian starrte ins Leere, fern dem blauen Flämmchen. Ich nahm sein Gesicht zwischen die Hände, um ihn zu zwingen, mich anzuschauen und traf auf Leere, von Wut und Verlust gequälte Augen. Ich spürte, wie sich in seinen Adern langsam das Gift des Hasses ausbreitete und konnte seine Gedanken lesen. Er hasste mich und Mikel, weil wir ihn getäuscht hatten. Vor allem aber hasste er den Mann, der an dem ganzen Unglück die Schuld trug, sich selbst. Er hasste die Bücher, denen er sein Leben gewidmet hatte und die keinen Menschen interessierten. Er hasste ein der Täuschung und Lüge verpflichtetes Leben. Er hasste jede verlorene Sekunde, jeden Atemzug. Er wandte sich brüsk ab und stand auf. Ich sah ihn wortlos die Treppe hinaufsteigen. Ein Mann, den ich Eilig riss ich die Fenster auf. Auf meinem Schreibtisch fand ich ein Etui mit dem Füllfederhalter, den ich ihm vor Jahren in Paris gekauft, dem Füllfederhalter, für den ich ein Vermögen bezahlt hatte, weil er mutmaßlich Alexandre Dumas oder Victor Hugo gehört hatte. Der Rauch kam aus dem Ofen. Ich öffnete das Türchen und stellte fest, dass Julian sämtliche Exemplare seiner Romane hineingeworfen hatte, die auf dem Regal gestanden hatten und dort jetzt fehlten. Auf den Lederrücken waren kaum noch die Titel zu lesen, der Rest war Asche. Stunden später, als ich im Lauf des Vormittags im Verlag eintraf, rief mich Alvaro Capistani in sein Büro. Capistanis Sohn eröffnete mir, früher an diesem Morgen habe sich ein Herr namens Lein Coubert dort eingefunden die wir am Lager hätten. Er habe ihm geantwortet, in Pueblo Nuevo habe eine ganze Lagerhalle voll, doch die Nachfrage sei sehr groß, aus diesem Grund habe er einen höheren Preis verlangt, als Coubert geboten habe. Coubert habe nicht angebissen, sondern sich davon gemacht. Jetzt sollte ich also diesen Lein Coubert finden und sein Angebot annehmen. Ich sagte diesem Schwachkopf Lein Coubert gäbe es nicht, er sei eine Romanfigur von Carax. Der Mann habe nicht das geringste Interesse, die Bücher zu kaufen, sondern wolle bloß wissen, wo sie sich befänden. Senior Capistani hatte die Angewohnheit gehabt, von jedem der bei uns publizierten Titel ein Exemplar in seinem Büro zu behalten, auch von Julian Carax Werken. Ich schlich mich in sein Büro und nahm sie mit. Am selben Abend besuchte ich meinen Vater im Friedhof der vergessenen Bücher und versteckte die Bände, wo niemand sie finden konnte, vor allem nicht Julian. Es war Nacht geworden, als ich wieder ging. In der Ferne loderte das Lager von Puebu Nuevo wie ein Scheiterhaufen und Feuer und Rauchspiralen züngelten zum Himmel empor. Als die Feuerwehrmänner kurz vor Tagesanbruch die Flammen endlich löschen konnten, blieb nichts mehr übrig außer einem Skelett aus Ziegelsteinen und Metall, das das Gewölbe gestützt hatte. Die Feuerwehrleute hatten in den Trümmern einen verbrannten Körper gefunden. Zuerst hatten sie ihn für tot gehalten, aber einer hatte festgestellt, dass er noch atmete und so hatten sie ihn ins Hospital Del Mar gebracht. Ich erkannte ihn an den Augen. Wie mit Peitschenheben hatten ihm die Flammen die Kleider weggerissen und sein Körper war eine einzige offene Wunde, die unter dem Verband eiterte. Man hatte ihn am Ende eines Korridors in ein abgelegenes Zimmer mit Sicht auf den Strand verband und ihn mit Morphium vollgepumpt in der Erwartung er werde sterben. Ich wollte seine Hand halten, aber eine der Krankenschwestern machte mich darauf aufmerksam, dass unter dem Verband kaum noch Fleisch sei. Das Feuer hatte ihm die Lider weggemäht, sodass sein Blick ununterbrochen ins Leere gerichtet war. Die Schwester, die mich weinend auf dem Boden kauern sah, fragte mich, ob ich wisse, wer er sei. Ich bejahte, es sei mein Mann. Nach drei Tagen atmete Julian immer noch. Die Ärzte sagten, es sei ein Wunder. Die Lust zu leben halte ihn mit Kräften, mit denen die Medizin nicht wetteifern könne am Leben. Sie täuschten sich. Es war nicht die Lust zu leben, es war der Hass. Eine Woche später, als man sah, dass sich dieser vom Tod überzogene Körper zu sterben weigerte, wurde er offiziell unter dem Namen Michel Moliner aufgenommen. Er sollte zwölf Monate dableiben, immer ins Krankenhaus. Bald begannen mich die Schwestern zu duzen. Sie brachten mir bei, Julians Wunden zu reinigen, ihm die Verbände zu wechseln, ein Bett mit einem bewegungsunfähigen Körper darin frisch zu beziehen. Nach dem dritten Monat nahmen wir ihm den Gesichtsverband ab. Hervor kam ein Totenschädel. Er hatte keine Lippen, keine Wangen. Es war ein Gesicht ohne Züge, wie Ausdruck. Vor mir gaben es die Krankenschwestern nicht zu, aber sie empfanden Ekel, fast Angst. Die Ärzte hatten gesagt, wenn die Wunden verheilten, werde sich allmählich eine Art violette Haut wie bei einem Reptil bilden. Niemand wagte etwas über seinen Geisteszustand zu sagen. Alle nahmen als sicher an, dass Julian bei dem Brand den Verstand verloren hatte, dass er nur dank der besessenen wo jeder andere entsetzt das Weite gesucht hätte. Ich schaute ihm in die Augen und wusste, dass Julian noch da drin war, lebend, langsam verfallend, wartend. Er hatte die Lippen verloren, aber die Ärzte vermuteten, die Stimmbänder hätten keinen irreparablen Schaden erlitten und die Verbrennungen an Zunge und Kehlkopf seien schon vor Monaten geheilt. Ihrer Meinung nach sagte Julian nur deshalb nichts, weil sein Geist erloschen war. Als wir beide eines Abends sechs Monate nach dem Brand allein im Zimmer waren, beugte ich mich über ihn und küsste ihn auf die Stirn. Ich liebe dich, sagte ich. Ein bitteres, heiseres Geräusch quoll aus der Hundekremasse, zu der der Mund geworden war. Seine Augen waren gerötet. Ich wollte sie ihm mit einem Taschentuch trocknen, aber er wiederholte dieses Geräusch. Lass mich, hatte er gesagt. Lass mich. Zwei Monate nach dem Brand des Lagers in Pueblo Nuevo hatte der Verlag Capistani Konkurs gemacht. Ich versuchte in einem anderen Verlag Arbeit zu finden, doch der Krieg verschlang alles. Elf Monate nach dem Brand sagten die Ärzte, was ich in einem Krankenhaus tun lasse, sei getan worden, die Zeiten seien schwierig und man brauche das doch in ein Sanatorium wie das Heim Santa Lucia einweisen. Doch ich weigerte mich. Im Oktober 1937 nahm ich ihn mit nach Hause. Seit jenem Lass mich, hatte er kein Wort mehr gesagt. Ich sagte ihm jeden Tag, ich Allmählich nahm er wieder zu. Kurz nach unserer Rückkehr nach Hause begann er die Hände und Arme zu bewegen und neigte den Kopf zur Seite. Eines Tages robbte er über den Boden. Anderthalb Jahre nach dem Brand erwachte ich einmal mitten in einer Gewitternacht. Jemand hatte sich auf mein Bett gesetzt und strich mir übers Haar. Die Tränen verbergend lächelte ich ihm zu. Er hatte einen meiner Spiegel ausfindig gemacht, obwohl ich sie alle versteckt hatte. Mit krechzender Stimme sagte er, er sei zu einem seiner Roman Ungeheuer geworden, zu Laien Coubert. Ich wollte ihn küssen, ihm zeigen, dass mich sein Aussehen nicht schreckte, aber er ließ mich nicht. Bald würde er nicht einmal mehr zulassen, dass ich ihn berührte. Täglich gewann er neue Kraft, er strich in der Wohnung umher, während ich etwas zu essen auftrieb. Mit den Ersparnissen, die Mikel hinterlassen hatte, hielten wir uns zwar zunächst über Wasser, aber nach kurzer Zeit musste ich anfangen, Schmuck und alten Krempel zu verkaufen. Als es nicht mehr anders ging, versilberte ich die in Paris erstandene Füllfeder Victor Ruegos an den Meistbietenden. Hinter dem Gebäude der Militärregierung fand ich einen Laden, der diese Art Waren annahm. Den Geschäftsführer schien mein feierlicher Schwur nicht sehr zu beeindrucken, der Füller habe Victor Ruegos gehört, aber er anerkannte, dass es ein meisterhaftes Stück war und bezahlte mir, so viel er konnte, schließlich waren es Zeiten der Not und des Elends. Als ich Julian sagte, ich hätte sie verkauft, fürchtete ich, er werde zornig werden, doch er sagte bloß, ich hätte gut daran getan, er habe sie nie wirklich verdient. Eines Tages war ich wie so oft auf Arbeitssuche gegangen und bei meiner Rückkehr war Julian nicht da. Er kam erst am frühen Morgen wieder. Auf meine Frage, wo er gewesen sei, leerte er die Manteltaschen und legte eine Handvoll Münzen auf den Tisch. Von da an ging er fast jede Nacht aus. In der Dunkelheit einen Hut auf dem Kopf und in einen Schal gehüllt mit Handschuhen und Mantel war er ein Schatten unter Schatten. Nie sagte er mir wohin er ging. Fast immer brachte er Geld oder Schmuckstücke nach Hause. Er schlief vormittags aufrecht in seinem Sessel sitzend und mit offenen Augen. Einmal fand ich in einer seiner Taschen ein Messer, eine zweischneidige Waffe mit automatischer Springfeder. Die Klinge war mit dunklen Flecken gesprenkelt. In dieser Zeit hörte ich auf der Straße immer wieder Geschichten über einen Menschen, der nachts die Schaufensterscheiben der Buchhandlungen einschlug und Bücher verbrannte. Andere Male schlich sich der merkwürdige Vandale in eine Bibliothek oder in die Schatzkammer eines Sammlers. Immer nahm er zwei, drei Bücher mit und verbrannte sie. Einmal suchte ich ein Antiquariat auf und erkundigte mich, ob auf dem Markt irgendein Buch von Julian Kadax zu finden sei. Der Verkäufer sagte, das sei unmöglich, jemand habe sie alle verschwinden lassen. Er habe selbst zwei besessen und sie einem seltsamen Mann mit vermummtem Gesicht verkauft, dessen Stimme kaum zu verstehen gewesen sei. Bis vor kurzem gab es noch einige Exemplare in Privatsammlungen bei uns und auch in Frankreich sagte er aber viele Sammler stoßen sie inzwischen ab, sie haben Angst und ich kann es ihnen nicht verdenken. Manchmal verschwand Julian tagelang und dann bald für Wochen. Er ging und kam immer nachts und immer brachte er Geld mit. Nie gab er eine Erklärung ab und wenn er es einmal tat erzählte er unsinnige Details. Er sagte, er sei in Frankreich gewesen, in Paris, Lyon, Nizza. Gelegentlich kamen Briefe aus Frankreich auf den Namen Lein Coubert, stets von Antiquaren, Sammlern. Jemand hatte ein verloren geglaubtes Exemplar eines von Julian Caracks Werken ausfindig gemacht. Dann verschwand Julian mehrere Tage und kam zurück wie ein Wolf, stark nach Rauch und Rache. Während einer seiner Abwesenheiten traf ich im Kreuzgang der Kathedrale auf den Hutmacher Fortuny. Er erinnerte sich noch an mich von dem Besuch her, den ich ihm vor zwei Jahren mit Mikel abgestattet hatte, um ihn nach Julian zu fragen. Er führte mich in einen Winkel und sagte mir vertraulich, er wisse, dass Julian am Leben sei, irgendwo, aber vermutlich sei es ihm aus einem bestimmten Grund, den er nicht erahnen könne, unmöglich, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Das muss irgendwas mit diesem Schuft von Fumero zu tun haben. Ich sagte ihm, ich dächte genauso. Signor Fortuny fragte mich, ob ich eine alte Freundin seines Sohnes sei, was ich bejahte. Er bat mich, von Julian zu erzählen, von dem Mann, zu dem er geworden war. Er selbst kenne ihn nicht, wie er mir traurig gestand. Das Leben hat uns auseinander gerissen, müssen sie wissen. Er hatte in sämtlichen Buchhandlungen Barcelonas nach Julians Romanen gesucht, hatte sie aber nicht finden können. Jemand hatte ihm erzählt, ein verrückter klappere die Landkarte nach ihnen ab, um sie zu verbrennen. Fortuny war überzeugt, der Schuldige könne niemand anderes als Fumero sein. Ich widersprach ihm nicht und log das Blaue vom Himmel nach Paris zurück gegangen. Es gehe ihm gut und ich sei überzeugt, er achte den Hutmacher sehr und werde zu ihm zurückkommen, sobald die Umstände es erlaubten. Es ist dieser Krieg, klagte er, der alles kaputt macht. Bevor wir uns auf Wiedersehen sagten, wollte er mir unbedingt noch einmal seine Adresse und auch die seiner ehemaligen Frau Sophie geben, mit der er nach langen Jahren der Missverständnisse den Kontakt wieder aufgenommen hatte. Sie lebe jetzt in Bogotá mit einem angesehenen Arzt zusammen, leite ihre eigene Musikschule und erkundige sich in ihren Briefen immer nach Julian. Das ist noch das Einzige, was uns verbindet, wissen sie? Die Erinnerung. Man macht in seinem Leben viele Fehler, Senorita, und merkt es erst, wenn man alt ist. Obwohl ich Ohne dass Julian etwas davon wusste, besuchte ich ihn oft in seiner Wohnung. Er erwartete mich meistens am Donnerstag und servierte mir Kaffee, Kekse und Süßigkeiten, die er kaum anrührte. Stundenlang erzählte er mir von Julians Kindheit, wie sie zusammen in der Hutmacherei gearbeitet hatten, und zeigte mir Fotos. Er führte mich in Julians Zimmer, das er in makellosem Zustand bewahrte, wie eines Lebens waren, das es nie gegeben hatte. An einem solchen Donnerstag begegnete ich auf der Treppe einem Arzt, der eben bei Senior Fortuny gewesen war. Ich fragte ihn nach dem Gesundheitszustand des Hutmachers und er schaute mich argwöhnisch an. Sind Sie eine Angehörige von ihm? Ich sagte, von allem, was der arme Mann habe, komme ich dem wohl am nächsten. Da eröffnete Ich könnte Ihnen sagen, es ist das Herz, aber was ihn umbringt, ist die Einsamkeit. Erinnerungen sind schlimmer als die Wunden des Krieges. Einmal sagte ich zu Julian, falls er seinen Vater lebend wiedersehen wolle, müsse er sich beeilen. Da stellte sich heraus, dass auch er seinen Vater besucht hatte, ohne dass der es wusste. Aus der Ferne, in der Dämmerung, am anderen Ende des Platzes sitzend, wo er zuschaute, wie der Hutmacher alt wurde. Julian war es lieber, dass der Alte die Erinnerung an seinen Sohn mitnahm, die er damals in seinem Kopf geschmiedet hatte, und nicht die Wirklichkeit, zu der er geworden war. Die Prophezeiungen des Arztes verwirklichten sich rasch. Signor Fortuny erlebte das Kriegsende nicht mehr. Man fand ihn, in seinem Julian fast keine Bücher mehr zum Verbrennen. Der Tod seines Vaters hatte ihn zu einem Schatten seiner selbst gemacht, in dem weder die Wut noch der Hass loderte, die ihn anfänglich aufgezehrt hatten. Wir lebten von der Welt zurückgezogen und von Gerüchten. Wir erfuhren, dass Fumero alle verraten hatte, die ihn im Krieg hatten aufsteigen lassen, und dass er jetzt im Dienst der Sieger stand. Es hieß, er richte seine Hauptverbündeten und Gönner in den Kerkern des Kastells des Mont Juig persönlich hin, indem er sie mit einem Schuss in den Mund erledige. Die Maschinerie des Vergessens begann am selben Tag zu hämmern, an dem die Waffen verstummten. Als endlich der Friede kam, roch er nach Gefängnissen und Friedhöfen, ein Leichentuch des Schweigens und der Scham. Es gab weder unschuldige Hände noch harmlose Blicke. Wir, die wir da waren, werden alle ohne Ausnahme schreckliche Geheimnisse mit in den Tod nehmen. Trotz der Ruhe, die wieder einkehrte, lebten Julian und ich im Elend. Wir hatten sämtliche Ersparnisse und die magere Ausbeute aus Laien Coubert's nächtlichen Streifzügen ausgegeben und zu verkaufen gab es nichts mehr im Mahnen entnahm. Im Namen eines angeblichen frischgebackenen Anwalts, den der verstorbene Signor Fortuni in seinen letzten Tagen zu Rate gezogen habe, um seine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, schrieb ich Julians Mutter nach Bogotá und teilte er mit, nachdem der Hutmacher gestorben sei, ohne ein Testament zu hinterlassen, gehöre seine Hinterlassenschaft, die auch die Wohnung in der Ronda de San Antonio und den Laden Da gewisse Fragen der Erbschaftssteuer noch nicht geregelt seien und sie sich im Ausland befinde, bitte sie der Anwalt, dem ich in Erinnerung an den ersten Jungen, der mich auf den Mund geküsst hatte, um Erlaubnis, die entsprechenden Schritte zu unternehmen, um die Übertragung der Besitztümer auf den Namen ihres Sohnes Julián in die Wege zu leiten, mit dem ich durch die spanische Botschaft in Paris in Kontakt treten wolle, wobei ich in der Zwischenzeit vorübergehend deren Rechtsinhaberschaft übernehmen werde. Desgleichen bat ich sie, Verbindung mit dem Hausverwalter aufzunehmen, damit er das Urkundenmaterial und die Rechnungen für die Auslagen der Wohnung Fortuny an das Anwaltsbüro Requecho überweise, auf dessen Namen ich ein Postfach mit fiktiver Adresse eröffnete, eine alte, leerstehende Garage, zwei Straßen vom Aldaia-Haus entfernt. Meine Hoffnung bestand darin, dass Sophie blind angesichts der Möglichkeit Julian zu helfen und den Kontakt zu ihm wiederher zu stellen, diesen ganzen Unsinn nicht in Frage stellen und sich bereit erklären würde, uns aufgrund ihres Wohlstandes im fernen Kolumbien zu helfen. Zwei Monate später begannen dem Hausverwalter monatliche Überweisungen zuzufließen, die die Auslagen für die Wohnung in der Ronda de San Antonio und die Bezüge des Anwaltsbüros von José María Requejo deckten, welche er in Form eines Inhaberschecks ans Postfach 2321 in Barcelona überwies, wie Sophie Carax in ihren Briefen verfügt hatte. Ich stellte fest, dass der Verwalter monatlich ohne Ermächtigung einen bestimmten Prozentsatz für sich behielt, sagte aber nichts. So war er zufrieden und stellte keine Fragen zu diesem mühelosen Geschäft. Vom Rest konnten Julian und ich überleben. Auf diese Weise vergingen schreckliche, hoffnungslose Jahre. In zwei Verlagen fand ich Arbeit. Den größten Teil des Tages verbrachte ich außer Haus. Als ich schon beinahe glaubte, die Welt habe uns vergessen, erschien eines Tages ein junger Mensch bei uns, noch fast bartlos, ein Lehrling, der bei jedem Blick in meine Augen errötete. Er fragte nach Senor Miquel Moliner, um angeblich ein Archiv des Journalisten Verbandes routinemäßig zu aktualisieren. Er sagte, vielleicht könnte Senor Moliner eine monatliche Pension empfangen, aber um das in die Wege zu leiten, müsse eine Reihe von Daten auf den neuesten Stand gebracht werden. Ich sagte ihm, Senor Moliner wohne seit Kriegsbeginn nicht mehr hier, er seins Ausland gezogen. Er antwortete, das tue ihm sehr leid, und machte sich mit seinem öligen Denunzianten Lächeln davon. Mir war klar, dass sich Julian unbedingt noch am selben Abend verschwinden lassen musste. Zu dieser Zeit war fast nichts mehr von ihm übrig geblieben. Er war gefügig wie ein kleines Kind und sein ganzes Leben schien von den paar Abenden abzuhängen, wo wir zusammen eine Weile Rundfunkmusik hörten, während er meine Hand ergriff und wortlos streichelte. Am selben Abend nahm ich die Schlüssel zur Wohnung in der Ronda de San Antonio, die der Hausverwalter dem nicht existierenden Anwalt Requejo geschickt hatte, und begleitete Julian zum Ort seiner Kindheit zurück. Ich brachte ihn in seinem Zimmer unter und versprach, am nächsten Tag zurückzukommen. Wir müssten sehr vorsichtig sein. Fumero ist wieder auf der Suche nach dir, sagte ich. Er nickte unbestimmt, als erinnerte er sich nicht mehr, oder als wäre ihm egal, wer Fumero war. So vergingen mehrere Wochen. Jeden Tag suchte ich nach Mitternacht die Wohnung auf. Ich fragte Julian, was er tagsüber getan habe, und er schaute mich verständnislos an. Wir verbrachten die Nacht gemeinsam, eng umschlungen, und am frühen Morgen ging ich wieder, mit dem Versprechen, sobald wie möglich zurückzukommen. Immer schloss ich dabei die Wohnung ab. Julian hatte keinen Zweitschlüssel, ich hatte ihn lieber als Gefangenen, denn als Toten. Nie wieder kam jemand vorbei, um sich nach meinem Mann zu erkundigen, aber ich streute im Viertel aus, er befinde sich in Frankreich. Die Wohnung in der Ronda de San Antonio war eine Dachgeschosswohnung. Ich entdeckte, dass man vom Treppenhaus durch eine Tür auf die Dachterrasse gelangen konnte. Die Dächer des ganzen Häusergefährts bildeten ein Netz von zusammengebauten, durch knapp meterhohe Mauern voneinander getrennten Terrassen, auf denen die Bewohner ihre Wäsche aufhängten. Bald machte ich ein Haus auf der anderen Seite des Blocks ausfindig, das auf die Calle Joaquín Costa hinausging und auf dessen Dach ich Zugang hatte, sodass ich über die Mauer zum Haus in der Ronda de San Antonio gelangen konnte, ohne dass mich dort jemand hineingehen oder herauskommen sah. Einmal teilte mir der Verwalter brieflich mit, einige Nachbarn hätten in der Fortuni Wohnung Geräusche gehört. Im Namen von Anwalt Requejo antwortete ich, gelegentlich habe ein Mitarbeiter des Büros dort Papiere oder Dokumente holen müssen und es gebe keinen Grund zur Beunruhigung, auch wenn die Geräusche nachts zu hören seien. Ich deutete an, unter Gentleman, Buchhaltern und Anwälten sei eine geheime Absteige heiliger als der Palmsonntag. Der Verwalter zeigte Chorgeist und antwortete, ich brauche mich nicht im geringsten zu sorgen, er verstehe die Situation voll auf. 1945 Erst sechs Jahre waren seit dem Ende des Bürgerkriegs vergangen. Es waren Jahre der Not und des Elends. Ich fand schließlich eine Stelle als Mitarbeiterin eines Verlegers namens Pedro San Martí. Dieser, der gern jungen Mädchen den Hof machte, die halb so alt waren wie er, hatte sich mit der damals modischen Bezeichnung Self-Made Man selig gesprochen. Überzeugt, es sei die Sprache der Zukunft, schloss er alle Sätze mit einem lässigen Okay. In San Martís Sekretärin hatte ich eine gute Freundin gewonnen, eine Kriegswitwe namens Mercedes Pietro, zu der ich bald eine vollkommene Affinität empfand, so dass ich mich mit ihr durch einen Blick oder ein Lächeln verständigen konnte. Sie sagte mir, San Martí sei ein Busenfreund des täglich mit neuen Orden ausgezeichneten Chefinspektors Francisco Javier Fumero. Beide gehörten einer sich wie ein Spinnennetz über die Gesellschaft. Eines schönen Tages erschien Fumero im Verlag, um seinen Freund abzuholen, mit dem er zum Mittagessen verabredet war. Unter irgendeinem Vorwand versteckte ich mich im Archivraum, bis die beiden verschwunden waren. Als ich an meinen Arbeitsplatz zurückkehrte, warf mir Mercedes einen vielsagenden Blick zu. Von da an warnte sie mich jedes Mal, wenn Fumero im Büro erschien, so dass ich mich verstecken konnte. Es verging kein Tag, ohne dass mich San Martí zum Abendessen ins Theater oder Kino einlud. Ich antwortete immer, zu Hause erwarte mich mein Mann. Wie ich höre, ist dein Mann dieser Moliner Schriftsteller. Vielleicht interessiert es ihn ein Buch über meinen Freund Fumero zu schreiben, für das ich auch schon einen Titel habe. Fumero Geißel des Verbrechens oder Das Gesetz der Straße, okay? tief in einem Roman und ich glaube in diesem Moment kann er nicht. San Martí brach in schallendes Gelächter aus. Ein Roman? Mein Gott, Norieta. Der Roman ist doch tot und begraben, okay? Das hat mir neulich ein Freund erzählt, der eben aus New York zurück war. Die Amerikaner sind dabei, etwas zu erfinden, was Fernsehen heißt und wie Kino ist, aber zu Hause. Da wird es keine Bücher und keine Messer mehr brauchen, okay? Rein gar nichts. Sag deinem Mann, er soll die Romane lassen. Na, was hältst du davon, wenn wir im Bugatti nach Castel del Fels fahren, um eine Paella zu essen und über all das zu diskutieren? Du musst natürlich schon auch etwas dazu beitragen. Du weißt ja, dass ich dir gern helfen möchte und auch deiner Seele von Mann. Wie du weißt, ist in diesem Land ohne Beschützer nichts zu wollen. Ich führte zwei, drei Einstellungsgespräche für einen anderen Job, aber bald sah ich mich jeweils einer neuen Spielart San Martis gegenüber. Einer von ihnen machte sich die Mühe, San Marti anzurufen und ihm zu sagen, ich suche hinter seinem Rücken eine Stelle. Von meiner Undankbarkeit verletzt zitierte er mich ins Büro, griff mir an die Backe und machte Anstalten mich zu streicheln. Seine Finger stanken nach Tabak und Schweiß. Mir wurde übel. Hör zu, wenn du nicht zufrieden bist, brauchst es mir nur zu sagen, okay? Was kann ich tun, um deine Arbeitsbedingungen zu verbessern? Du weißt doch, dass ich dich schätze und es schmerzt mich, von Dritten zu erfahren, dass du uns verlassen willst. Was meinst du, wenn wir zusammen irgendwo zu Abendessen gehen und Frieden schließen? Ich schob seine Hand aus meinem Gesicht, da ich den Ekel nicht weiter unterdrücken konnte. Du enttäuschst mich, Nuria. Ich muss dir gestehen, dass ich in dir weder Teamgeist noch Glauben an das Projekt dieses Unternehmens sehe. An manchen Abenden harrte er, zurückgezogen in seinem Büro bis spät aus. Mercedes war nach Möglichkeit ebenfalls anwesend, aber mehr als einmal schickte San Martisi nach Hause. Dann, sobald wir allein im Verlag waren, kam er aus seinem Büro und trat an meinen Schreibtisch. Du arbeitest viel, Nuria. Arbeit ist nicht alles, okay? Man muss sich auch amüsieren und du bist noch jung. Aber die Jugend geht vorbei und wir verstehen es nicht immer, sie zu nutzen. Er setzte sich auf die Schreibtisch kannte und starrte mich an. Manchmal stellte er sich hinter mich und blieb zwei Minuten dort stehen, sodass ich seinen stinkenden Atem in den Haaren spüren konnte. Andere Male legte er mir die Hand auf die Schultern. Bist angespannt? Entspanne dich. Ich zitterte, wollte schreien oder davonlaufen und nicht mehr in dieses Büro kommen, aber ich brauchte die Stelle und den Hungerlohn, den ich verdiente. Eines Abends begann San Marti mit seiner routinehaften Massage und befummelte mich dann gierig. Irgendwann verliere ich deinetwegen noch den Kopf, stöhnte er. Mit einem Satz entwandte ich mich seinen Pranken, riss Mantel und Handtasche an mich und rannte zum Ausgang. San Marti lachte Sehr erfreut Sie zu sehen, Signora Moliner. Inspektor Fumero offerierte mir sein Reptilien Lächeln. Sie wollen mir doch nicht sagen, dass Sie für meinen guten Freund San Marti arbeiten. Er ist auf seinem Gebiet genauso der Beste wie ich auf meinem. Und sagen Sie, wie geht es Ihrem Mann? Ich wusste, dass meine Tage im Verlag gezählt waren. Am nächsten Morgen wurde im Büro gemunkelt, Nur Don Pedro San Martis Charme und Knoblauch Atem und verstehe sich dafür umso besser mit Mercedes Pietro. Manches junge Bürschchen mit Zukunft im Betrieb versicherte, er habe gesehen, wie sich diese beiden Schlampen im Archiv abgeküsst hätten. An diesem Abend bat mich Mercedes bei Büroschluss um ein Gespräch. Sie konnte mir kaum in die Augen schauen. Wortlos gingen wir ins Café an der Ecke. Dort sagte sie mir, San Marti habe ihr zu verstehen gegeben, er sehe unsere Freundschaft nicht gern. Die Polizei habe ihm Informationen über mich und meine angebliche Vergangenheit als kommunistische Aktivistin gegeben. Nur ich darf diese Stelle nicht verlieren, ich brauche sie, sagte sie unter Tränen. Mach dir keine Sorgen Mercedes, ich verstehe es, sagte ich. Als ich am folgenden Montag ins Büro kam, saß an meinem Schreibtisch ein hagerer Mann mit angepapptem Haar. Er stellte sich als Salvador Bernades vor, die neue rechte Hand San Martis. Und wer sind sie? Kein einziger Mensch im ganzen Büro wagte einen Blick oder ein Wort mit mir zu wechseln, während ich meine sieben Sachen zusammenpackte. Als ich an diesem Abend in die Wohnung in der Ronda de San Antonio ging, erwartete mich Julian wie immer im Dunkeln sitzend. Er habe ein Gedicht für mich geschrieben, sagte er. Das erste, was er seit neun Jahren geschrieben hatte. Ich wollte es lesen, doch ich zerbrach in seinen Armen. Ich erzählte ihm alles, ich konnte einfach nicht mehr. Ich fürchtete, Fumero würde ihn über kurz oder lang finden. Julian hörte mir schweigend zu, während er mich in den Armen hielt und mir übers Haar strich. Zum ersten Mal seit Jahren spürte ich, dass ich mich bei ihm anlehnen konnte. Krank vor Einsamkeit wollte ich ihn küssen, aber Julian hatte mir weder Lippen noch Haut zu geben. Zusammengekauert auf dem Bett in seinem Zimmer einer jungen Pritsche schlief ich in seinen Armen ein. Als ich erwachte, war er nicht da. Im Morgengrauen vernahm ich seine Schritte auf dem Dach und stellte mich schlafend. Später an diesem Vormittag hörte ich im Radio die Nachricht, ohne mir etwas dabei zu denken. Auf einer Bank auf dem Paseo del Borne war eine Leiche gefunden worden, die Hände im Schoß gefaltet und den Blick auf die Basilica Santa Maria del Mar gerichtet. Einem Nachbarn fiel ein Schwarm Tauben auf, die ihr die Augen auspickten und er benachrichtigte die Polizei. Die Leiche hatte einen gebrochenen Hals. Senora San Marti identifizierte sie als ihren Mann, Pedro San Marti Monegal. Jahrelang hatte ich mir eingeredet, Julian sei noch immer der Mann, in den ich mich verliebt hatte, oder seine Asche. Ich hatte geglaubt, Lain Coubert sei gestorben und in die Seiten eines Buches zurückgekehrt. Der Mord an San Marti öffnete mir die Augen. Mir wurde klar, dass Lain Coubert noch immer lebte, verbissener denn je. Er wohnte im von den Flammen entstellten Körper des Mannes, von dem nicht einmal mehr die Stimme geblieben war, und ernährte sich von der Erinnerung. Ich entdeckte, dass er herausgefunden hatte, wie er durch ein Fenster, das auf den zentralen Lichtschacht hinausführte, in der Wohnung in der Ronda de San Antonio ein- und ausgehen konnte, ohne die Tür aufbrechen zu müssen, die ich beim Gehen jedes Mal abschloss. Ich entdeckte, Lain Coubert alias Julian Carax die ganze Stadt durchquert hatte, um das Aldaia-Haus aufzusuchen. Ich entdeckte, dass er in seinem Wahn irgendwann zu der Krypta zurückgekehrt war und die Gräber geöffnet hatte, dass er Penelope's Sarg und den ihres Kindes herausgenommen hatte. Kurz nachdem ich den Verlag verlassen hatte, wartete eines Tages, als ich vom Einkaufen zurückkehrte, zu Hause die Polizei auf mich, um mich zum Tod von San Martí zu verhören. Ich wurde aufs Präsidium gebracht, wo sich nach fünf Stunden warten in einem dunklen Büro Fumero in Schwarz einstellte und mir eine Zigarette anbot. Sie und ich, dir könnten meine Leute sagen mir, ihr Mann ist nicht zu Hause? Mein Mann hat mich verlassen. Ich weiß nicht, wo er ist. Mit einer brutalen Ohrfeige warf er mich vom Stuhl. Pass gut auf, du Scheißnutte, ich werde ihn finden und dann bring ich euch beide um. Dich zuerst, damit er dich mit heraushängenden Därmen sieht, und dann ihn, nachdem ich ihm erzählt habe, dass die andere Hure, die er ins Grab gebracht hat, seine Schwester war. Zuerst wird er dich umbringen, du Schweinehund. Fumero spuckte mir ins Gesicht und ließ mich los. Ich dachte, jetzt werde er mich zu Tode prügeln, aber ich hörte, wie sich seine Schritte auf dem Gang entfernten. Zittern stand ich fand ich mich in einem Trümmer Meer. Fumeros Leute waren da gewesen. Zwischen umgestürzten Möbeln und zu Boden geworfenen Schubladen und Regalen sah ich meine in Stücke gerissenen Kleider und Julians zerfetzte Bücher. Auf meinem Bett lag ein Haufen Kot und an die Wand war mit Exkrementen das Wort Hure geschmiert. Über tausend Umwege eilte ich in die Wohnung in der Ronda de San Antonio und versicherte mich, dass mir keiner von Fumeros Schergen gefolgt war. Leise trat ich ein, aber Julian war nicht da. Ich wusste, dass er nicht mehr hierher zurückkommen würde. Jetzt hatte ich ihn für immer verloren. Zwei Monate später sah ich ihn wieder. Ich war in einem Abend allein ins Kino gegangen, unfähig in die leere, kalte Wohnung zurück wollte ich aufstehen und den Platzanweiser rufen, als ich Julian's verunstaltetes Profil erkannte. Er umklammerte meine Hand und so verharrten wir und schauten auf die Leinwand, ohne sie zu sehen. Hast du San Marti umgebracht? fragte ich. Vermisst ihn denn jemand? Wir unterhielten uns flüsternd, aufmerksam beobachtet von den einsamen Männern im Parkett. Ich fragte ihn, wo er sich die ganze Zeit versteckt habe, bekam aber keine Antwort. Es gibt noch ein Exemplar von der Schatten des Windes, murmelte er, hier in Barcelona. Du irrst dich, Julian, du hast alle vernichtet. Alle außer einem. Anscheinend hat es jemand, der schlauer ist als ich, an einem Ort versteckt, wo ich es nie finden könnte. So hörte ich ihn erstmals von dir reden. Ein großmäuliger Buchhändler namens Gustavo Barceló hatte sich vor einigen Sammlern gebrüstet, ein Exemplar von Der Schatten des Windes ausfindig gemacht zu haben. Die Welt der antiquarischen Bücher ist ein Echoraum. In knapp zwei Monaten bekam Barceló Angebote von Sammlern aus Berlin, Paris und Rom für das Buch. Julians rätselhafte Flucht aus Paris nach einem blutigen Duell und das Gemunkel über seinen Tod im spanischen Bürgerkrieg hatten seinen Werken einen Wert verliehen, den sich niemand je hätte träumen lassen. Die schwarze Legende eines Mannes ohne Gesicht, der Buchhandlungen, Bibliotheken und Privatsammlungen heimsuchte, um sie abzufackeln, trug dazu bei, Interesse und Schätzwert zu vervielfachen. Bald kam das Gerücht Julián zu Ohren, der weiterhin den Schatten seiner eigenen Worte verfolgte. So erfuhr dass Gustavo Barceló das Buch gar nicht besaß, dass es anscheinend einem Jungen gehörte, der es zufälligerweise entdeckt hatte und sich, fasziniert von dem Roman und seinem rätselhaften Autor, weigerte es zu verkaufen und es wie seinen Augapfel hütete. Um Gottes Willen, Julián, du wirst doch einem Kind nicht wehtun wollen, flüsterte ich, nicht sehr sicher. Da sagte Julián, sämtliche Bücher, die er gestohlen und vernichtet habe, habe er Leuten weggenommen, die nichts für sie empfunden, sondern nur mit ihnen gehandelt oder sie als Kuriositäten für wurmstichige Sammler behalten hätten. Du, der du das Buch zu keinem Preis verkaufen wolltest und Karaks aus den Winkeln der Vergangenheit zu retten versuchtest, flößtest ihm eine seltsame Sympathie, ja Respekt ein. Ohne dass du es wusstest, beobachtete und studierte er dich. Wer ist denn dieser Junge? Er heißt Daniel. Er ist der Sohn eines Buchhändlers in der Calle Santa Anna, den Mikel oft aufgesucht hat. Er wohnt bei seinem Vater in einer Wohnung über dem Laden und hat als kleiner Junge seine Mutter verloren. Es ist, als sprichst du von dir. Vielleicht. Dieser Bursche erinnert mich an mich selbst. Lass ihn in Ruhe, Julian. Er ist nur ein Junge. Sein einziges Verbrechen ist, dass er dich bewundert. Das ist kein Verbrechen. Das ist vorbeigehen. Vielleicht gibt er mir dann auch das Buch zurück, wenn er mich einmal nicht mehr bewundert und mich zu verstehen beginnt. Eine Minute vor Filmende stand Julian auf und schlich sich im Schutz der Dunkelheit davon. Monatelang sahen wir uns immer so, im Dunkeln, in Kinos oder in einer Gasse um Mitternacht. Er fand mich immer. Immer auf der Hut spürte ich seine stille Anwesenheit, ohne ihn zu sehen. Manchmal sprache über dich und dann meinte ich aus seiner Stimme eine Art Zärtlichkeit herauszuhören, die ihn verwirrte und die ich seit vielen Jahren verloren geglaubt hatte. Ich erfuhr, dass er zum Altair-Haus zurückgegangen war und jetzt halb Gespenst, halb Bettler dort lebte, die Ruinen seines Lebens Abschritt und die Gräber von Penelope und ihrer Beider Kind bewachte. Das war der einzige Ort auf der Welt, den er noch als ihm gehörend empfand. Es gibt schlimmere Gefängnisse als die Worte. Einmal im Monat ging ich ebenfalls dorthin, um mich zu vergewissern, dass er wohl auf war oder wenigstens noch lebte. Manchmal traf ich ihn an, manchmal war er verschwunden. Ich ließ ihm Lebensmittel, Geld und Bücher zurück. Stundenlang wartete ich auf ihn, bis es dunkel wurde. Bis Weilen getraute ich mich sogar, das Haus auszukundschaften. So fand ich heraus, dass er die Gräber in der Krypta geöffnet und die Särge herausgenommen hatte. Ich dachte nicht mehr, Julian sei verrückt und sah in dieser Schändung auch keine Ungeheuerlichkeit mehr, nur noch ein tragisches Verhängnis. Wenn er dort war, redeten wir stundenlang vor dem Kaminfeuer. Julian gestand mir, er habe wieder zu schreiben versucht, aber nicht gekonnt. Ich entdeckte, dass er die in meiner Abwesenheit fieberhaft geschriebenen Seiten ins Feuer geworfen hatte. Als er einmal nicht da war, nutzte ich die Gelegenheit und rettete ein Bündel Seiten aus der Asche. Sie handelten von dir. Julian hatte einmal gesagt, ein Roman, eine Erzählung seien Briefe, die sich der Autor selbst schreibe, um sich Dinge zu erzählen, welche er anders nicht herausfinden könnte. Schon seit einiger Zeit fragte er sich, ob er den Verstand verloren hatte. Weiß der Verrückte, dass er verrückt ist? Oder sind die anderen die Verrückten, diejenigen, die ihn von seiner Unvernunft zu überzeugen versuchen, um ihre schimerische Existenz zu bewahren? Julian beobachtete dich, sah dich groß werden und fragte sich, wer du seist. Er fragte sich, ob dein Dasein vielleicht einfach ein Wunder sei, eine Vergebung, die er sich verdienen musste, indem er dich lehrte, nicht die gleichen Fehler zu begehen wie er. Mehr als einmal fragte ich mich, ob er in der verqueren Logik seines Universums nicht schließlich zu der Überzeugung gekommen war, du seist zu dem Sohn geworden, den er verloren hatte, zu einem neuen unbeschriebenen Blatt, um diese Geschichte, die er nicht erfinden konnte, noch einmal von vorn zu beginnen. So vergingen die Jahre im Aldaia-Haus und Julian lebte immer stärker durch dich, deine Fortschritte. Er erzählte mir von deinen Freunden, von einer Frau namens Clara, in die du dich verliebt hattest, von deinem Vater, einem Mann, den er bewunderte und schätzte, von deinem Freund Fermin wie von einem Sohn. Ihr habt einander gesucht, Daniel. Er glaubte, deine Unschuld würde ihn vor sich selbst retten. Er hatte aufgehört, seine Bücher zu verfolgen, hatte den Wunsch aufgegeben, seine Spur im Leben zu verbrennen und zunichte zu machen. Er lernte, die Welt durch deine Augen neu zu buchstabieren, in dir den Jungen wiederzufinden, der er gewesen war. Als du zum ersten Mal zu mir kamst, spürte ich, dass ich dich schon kannte. Ich hatte Angst vor dir, vor dem, was du herausfinden könntest. Ich hatte Angst, Julian zuzuhören und allmählich wie er zu glauben, dass wir tatsächlich alle durch eine seltsame Kette von Schicksalen und Zufällen miteinander verbunden seien. Ich hatte Angst, in dir den verlorenen Julian zu erkennen. Ich wusste, dass du und dein Freund in unserer Vergangenheit forschete. Ich wusste, dass du früher oder später die Wahrheit herausfinden würdest. Ich wusste, dass du und Julian euch irgendwann begegnen würdet. Aber es gab noch einen, der es wusste. Einen, der spürte, dass du ihn mit der Zeit zu Julian führen würdest. Fumero. Fumero ist mir schon seit langem auf den Fersen. Er weiß, dass er mich früher oder später kriegen wird. Er weiß, dass du ihn zu Julian führen wirst. Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich von seiner Hand sterben werde. Jetzt weiß ich, dass der Moment nahe ist. Ich werde diese Seiten meinem Vater anvertrauen, damit er sie dir weitergibt, wenn mir etwas zustößt. Wenn du diese Worte liest, dieses Gefängnis der Erinnerungen, heißt das, dass ich mich nicht mehr von dir werde verabschieden können, wie ich es gewollt hätte, dass ich dich nicht mehr bitten kann, uns zu verzeihen, vor allem Julian und für ihn zu sorgen, wenn ich nicht mehr da bin, um es zu tun. Vielleicht haben mich all diese Seiten zur Überzeugung gebracht, dass ich, was auch geschehen möge, in dir immer einen Freund haben werde, dass unser erinnert am Leben bleiben. So wie es mir oft mit Julian ergangen ist, Jahre bevor ich ihm begegnete, so spüre ich, dass ich dich kenne und dass, wenn ich überhaupt jemandem vertrauen kann, du es bist. Denk an mich, Daniel, und sei es bloß im Verborgenen. Lass mich nicht gehen. Nuria Monfort Der Schatten des Windes 1955 Es wurde schon hell, als ich Nuria Monforts Manuskript zu Ende gelesen hatte. Ich schlüpfte in den Mantel und steckte das zusammengefaltete Manuskript in die Innentasche und rannte die Treppe hinunter. Ich betete, es möchte noch nicht zu spät sein und Bea noch immer auf mich warten. Mit vor Kälte brennender Kehle und keuchend vom Laufen kam ich zu dem Haus der Aguilas. Der Schnee blieb schon Klopfer auf die Tür fallen. Nach 15 Sekunden wiederholte ich das Ganze und dann noch einmal, ohne mich um den kalten Schweiß auf der Stirn und mein laut pochendes Herz zu kümmern. Als die Tür aufging, hielt ich noch immer den Klopfer in der Hand. Was willst du? Die Augen meines alten Freundes Thomas durchbohrten mich Ich fragte mich, ob er mich wohl gleich an Ort und Stelle halbieren werde und schluckte. Meine Schwester ist nicht da. Thomas, Bär ist weggegangen. In seiner Stimme lagen Mutlosigkeit und Schmerz, die er mit der Wut nur schlecht übertönen konnte. Sie ist weggegangen? Wohin denn? Ich hoffte, du wüsstest es. Ich? Ich ignorierte seine geballten Fäuste und das drohende Gesicht und drückte mich in die Wohnung hinein. Bär rief ich. Bär ich bin's Daniel. Mitten auf dem Flur blieb ich stehen. Die Wohnung verschluckte das Echo meiner Stimme. Auf mein Geschrei eilten weder Senior Aguilar noch seine Frau noch die Bediensteten herbei. Es ist keiner da, ich habe es dir schon gesagt, hörte ich Thomas hinter mir sagen, und jetzt hau ab und komm nicht wieder. Mein Vater hat geschworen dich umzubringen und ich werde ihn ganz sicher nicht daran hindern. Um Himmels Willen Thomas, sag mir wo deine Schwester ist. Er schaute mich an, als wüsste er nicht recht, ob er ausspucken oder mich einfach rauswerfen sollte. Bär ist von zu Hause weg gegangen. Seit zwei Tagen suchen meine Eltern sie überall wie wahnsinnig und die Polizei ebenfalls aber neulich abends als sie nach dem Treffen mit dir zurück kam hat mein Vater auf sie gewartet er hat sie geschlagen bis ihr die Lippen platzten aber du brauchst keine Angst zu haben deinen Namen hat er nicht aus ihr heraus gebracht du hast sie nicht verdient Thomas halt den Mund am nächsten Tag sind meine Eltern mit ihr zum Arzt gegangen meine Schwester ist keine Jungfrau Der erste Hieb verschlug mir den Atem mit dem Rücken an die Wand sackte ich in die Knie ein eiserner Griff packte mich um den Hals und zog mich hoch an die Wand genagelt mit einem Faustschlag ins Gesicht schleuderte mich Thomas zu Boden dann packte er mich am Mantelkragen schleifte mich zur Tür hinaus und warf mich wie ein Stück Dreck die Treppe hinunter wenn Bea etwas zugestoßen ist dann schwöre ich dir dass ich dich umbringe sagte er auf der Schwelle es gelang mir den Ausgang zu erreichen jetzt schneite es kräftig die Gehwege waren weiß verschleiert der eisige Wind drang durch meine Kleider und leckte mir die blutende Wunde im Gesicht ich weiß nicht ob ich vor Schmerz Wut oder Angst weinte gleichgültig verwischte der Schnee meine feigen Tränen und ich ging langsam im pulvrigen Morgen davon kurz vor der Kreuzung mit der Karie Balmes bemerkte ich dass mir dicht am Gehweg ein Auto folgte der Wagen hielt und zwei Männer stiegen aus die mich von beiden Seiten fassten und eilig zum Auto schleppten völlig benommen vor Übelkeit fiel ich auf den Rücksitz das Licht ging mir Gesicht Kopf und Rippen ab eine der Gestalten entdeckte Nuria Montforts in meinem Mantel verstecktes Manuskript und nahm es an sich mit Gelatine Armen wollte ich sie daran hindern die andere Gestalt beugte sich über mich offensichtlich sprach sie mit mir denn ich fühlte ihren Atem im Gesicht ich erwartete Fumeros fahle Züge aufleuchten zu sehen und die Schneide seines Messers am Hals zu spüren ein Blick verfing sich in meinem und während ich das Bewusstsein verlor erkannte ich Fermin Romero de Torres zahnloses zugetanes lächeln ich erwachte so schweißgebadet dass es mich auf der Haut brannte zwei Hände stützten mich kräftig an den Schultern und betteten mich dann auf eine Pritsche rechts war Fermins Gesicht zu sehen er lächelte aber selbst in meinem Zustand bemerkte ich seine Unruhe neben ihm erkannte ich stehend Don Federico Flavia den Uhrmacher sieht aus als kommt er wieder zu sich Fermin sagte Don Federico was halten sie davon wenn ich ihm etwas Fleischbrühe koche um ihn ins Leben zurück zu holen schaden kann es nicht vornehm zog sich Don Federico zurück und ließ uns allein wo sind wir Fermin an einem sicheren Ort technisch ausgedrückt befinden wir uns in einer kleinen Wohnung im linken Teil des Ensanche die Freunden von Don Federico gehört dem wir unser Leben und mehr zu verdanken haben böse Zungen würden es als Absteige bezeichnen aber für uns ist es ein Heiligtum ich versuchte mich aufzurichten Bea ausnahmsweise war sein Ausdruck undurchdringlich und ernst ich muss sie finden Fermin stillgelegen sie sind nicht in der Lage irgendwo hinzugehen sagen sie mir wo das Mädchen ist und ich werde sie holen ich weiß nicht wo sie ist ich muss sie bitten sich etwas spezifischer auszudrücken in der Tür erschien Don Federico mit einer Tasse dampfender Fleischbrühe und lächelte mir herzlich zu wie fühlst du dich Daniel viel besser danke Don Federico nimm zwei von diesen Tabletten mit der Brühe er wechselte einen raschen Blick mit Fermin der nickte sie sind gegen die schmerzen ich schluckte die Tabletten und schlurfte die Brühe die nach Sherry schmeckte Don Federico ein Ausbund an Diskretion verließ das Zimmer und schloss die Tür hinter sich da bemerkte ich dass auf Fermins Schoß Nuria der auf dem Nachttisch tickende Wecker zeigte ein Uhr nachmittags wie ich annahm schneit es noch schneien ist reichlich untertrieben das ist eine Sintflut in Pulverform haben sie es schon gelesen fragte ich er nickte nur ich muss Bär finden bevor es zu spät ist ich glaube ich weiß wo sie ist ich schob Fermins Arme weg setzte mich auf dem Bett auf und sah mich um die Wände wogten wie Algen unter der Wasseroberfläche eines Teichs die Decke entfernte sich in einem Hauch ich vermochte mich kaum aufrecht zu halten mühelos drückte mich Fermin wieder aufs Bett nieder sie gehen gar nirgends hin Daniel was waren das für Pillen sie werden schlafen wie Granit die Dämmerung lauerte schon und ich öffnete die Augen in ein dunkles von zwei bewachtes Zimmer hinein erschöpft schnarchte Fermin im Sessel in der Ecke leise schlich ich mich zur Tür beim Erwachen hatte mich Gewissheit befallen als hätte mir ein Unbekannter im Traum die Wahrheit zugeflüstert ich trat auf den Treppenabsatz hinaus und stürzte zur Haustür hinunter es war schon fast dunkel als ich von den Treppen der U-Bahn Station ins Freie trat die menschenleere Avenida del Tibidabo zeichnete eine endlose Flucht von Zypressen und unter einer weißen Decke begrabenen Palästen an ihrer Haltestelle erspähte ich die blaue Straßenbahn die Glocke des Schaffners durchschnitt den Wind ich beeilte mich und erreichte sie als sie sich eben in Bewegung setzte Nummer 32 junger Mann ich wandte mich um und sah die gespenstischen Umrisse des Aldaia Hauses wie den Bug eines dunklen Schiffes im Nebel auf uns zukommen und stieg aus eilig folgte ich der Mauer bis zur Bresche im hinteren Teil beim Erklettern glaubte ich auf dem gegenüberliegenden Gehsteig Schritte im Schnee zu hören die sich näherten oben auf der Mauer verharrte ich einen Moment reglos die Nacht war hereingebrochen das Knirschen der Schritte verlor sich im Wind ich sprang auf die andere Seite in den Garten hinunter das Unkraut war zu Eisstängeln gefroren die gefallenen Engel Statuen lagen unter Eismänteln das Wasser des Brunnens war zu einem schneeüber hauchten Spiegel erstarrt aus dem nur die steinerne Klaue des untergetauchten Engels wie ein Säbel aus Obsidian herausragte am Zeigefinger hingen Eiszapfen die anklagende Hand zeigte direkt auf die angelehnte Eingangstür in der Hoffnung es möge nicht zu spät sein stieg ich die Stufen hinan ohne mir die Mühe zu machen meine Schritte zu dämpfen ich stieß die Tür auf und trat in die Halle eine Prozession von Wachskerzen führte ins Innere es waren Beas fast herunter gebrannte Kerzen ich folgte ihnen bis zum Fuß der Treppe der Kerzen weg wies in den ersten Stock hinauf meinem an den Wänden verzerrten Schatten folgend wagte ich mich die Treppe hinauf im ersten Stock angekommen sah ich dass zwei weitere Kerzen in den Korridor hinein führten eine dritte flackerte vor Penelopes ehemaligem Zimmer ich trat hinzu und klopfte leise an Julian fragte eine zitternde Stimme ich griff nach der Klinke und während ich langsam die Tür öffnete wusste ich nicht mehr wer mich auf der anderen Seite erwartete Bea sah mich aus einer Ecke heraus an in eine Decke gehüllt ich stürzte zu ihr und umarmte sie wortlos an meinen Wangen spürte ich mit den Fäusten trocknete sie sich die Tränen und schaute mich an ich nickte und brauchte nichts weiter zu sagen warum hast du mich Julian genannt sie warf einen Blick auf die halboffene Tür er ist hier in diesem Haus er kommt und geht er hat mich ertappt als ich ins Haus hinein wollte ohne dass ich ihm etwas sagte wusste er wer ich war er wusste was geschehen war und hat mich in diesem zimmer untergebracht und mir eine decke wasser und zu essen gebracht er hat gesagt ich soll warten alles wird gut du würdest mich holen kommen in der Nacht haben wir uns stundenlang unterhalten er hat mir von Penelope von Nuria erzählt vor allem hat er von dir erzählt von uns beiden er hat gesagt er muss dich lehren ihn zu vergessen wo ist er jetzt unten in der bibliothek er sagte er erwartet jemanden ich soll mich nicht von der Stelle rühren wen erwartet er ich weiß es nicht er sagt es ist jemand der mit dir kommt du würdest ihn her bringen als ich in den korridor hinausschaute waren unten an der treppe schon die Schritte zu hören ich erkannte den fahlen schatten auf den mauern den schwarzen mantel den kapuzen gleich aufgestülpten Hut den Revolver in der Hand blitzend wie eine sense fumero ich machte mit den fingern die kerzen aus und gab er ein zeichen ganz still zu sein geh auf keinen fall hier raus was auch geschehen mag flüsterte ich verlass mich jetzt nicht daniel bitte ich muss karaks warnen sie schaute mich flehend an aber ich ging wieder in den korridor hinaus ich glitt zur schwelle der haupttreppe oder seinen schritten er stand irgendwo reglos im dunkeln geduldig ich zog mich wieder in den korridor zurück und schritt die ganze galerie der zimmer ab bis zur vorderfassade des hauses durch ein vereistes fenster drangen ein paar bläuliche lichtstrahlen herein trüb wie gestautes wasser ich trat an die scheibe und sah einen schwarzen wagen vor dem gittertor stehen es war das langsam ging ich zur treppe zurück und stieg die füße unendlich behutsam aufsetzend stufe um stufe hinunter auf halbem weg blieb ich stehen und spähte in die dunkelheit in die das erdgeschoss gehüllt war fumero hatte nach dem eintreten die tür offengelassen der wind hatte die kerzen ausgeblasen und trug schneegestöber herein ich schlich mich an den fuß der treppe und warf einen blick in den korridor der zum eingang führte der eisige wind peitschte mir ins gesicht im dunkeln erkannte man schwach die klaue des engels im brunnen ich schaute in die andere richtung holte tief luft und tastete mich mit angehaltenen atem bis zur bibliothek vor der große ovale raum lag in schwachem dunstigem licht das der vor den fenstern fallende ein messer das ein rechteck aus karton oder papier aufspießte ich trat hinzu und erkannte das an die wand gedolchte bild ein zweiter abzug des halb verbrannten fotos das ein fremder auf dem ladentisch der buchhandlung liegen gelassen hatte darauf lächelten julian und penelope als teenager einem leben zu das schon verwirkt war ohne dass sie es wussten die klinge steckte in julians brust da ging mir auf dass damals nicht lein kubair oder julian karrax das foto als einladung zurückgelassen hatte es war fumero gewesen und das bild ein vergifteter köder ich griff danach um es vom messer zu reißen als mich die eiskalte berührung von fumeros revolver im nacken erstarren ließ ein bild taugt mehr als tausend worte daniel wäre dein vater nicht so ein scheiß buch händler hätte er dir das längst beigebracht langsam drehte ich mich um und sah mich dem revolver lauf gegenüber er stank nach frischem pulver dampf fumeros leichenblasses gesicht grinste in einer verkrampften grimasse wo ist karrax mach den mund auf oder ich schieße in dir auf ich öffnete die lippen und er schob mir den revolver hinein ich spürte wie mir übelkeit den hals herauf kroch fumeros daumen spannte den schlag bolzen und jetzt denk drüber nach du stück scheiße ob du einen grund zum weiterleben hast ich nickte langsam dann sag mir wo karrax ist ich versuchte zu stottern gemächlich zog er den revolver zurück wo ist er unten in der krypter du führst mich du sollst dabei sein wenn ich diesem dreckskerl erzähle wie nur die amon fort geschrien hat als ich ihr das messer in die die gestalt erschien aus dem nichts über fumeros schulter spähend glaubte ich eine silhouette ohne gesicht aber mit glühendem blick in absoluter stille auf uns zugleiten zu sehen als berührte sie kaum den Boden fumero las in meinen tränennassen augen den reflex und wie in zeitlupe geriet sein gesicht aus den fugen als er herum schnellte und in die ihn umhüllende dunkelheit schoss hatten zwei lederne pranken bereits seinen hals umklammert fugen versuchte ihn car und das kind zu setzen bevor er abdrücken konnte packte ihn car am handgelenk und hämmerte es mit aller kraft ein ums andere mal an die wand doch fumero ließ die waffe nicht los ein zweiter schuss explodierte in der dunkelheit zerschellte an der wand und riss ein Loch in die Holztel füllen funken und glühende splitter besprengten fumeros gesicht der gestank nach verbranntem fleisch erfüllte den raum fumero brüllte vor wut und drehte den kopf bis er carax in die faust beißen konnte eine tierische wut hatte ihn erfasst ich hörte wie seine fletschenden zähne die tote haut zerrissen und sah blut aus seinen lippen rinnen da griff carax die schmerzen ignorierend oder vielleicht gar nicht imstande welche zu empfinden nach dem dolch riss ihn aus der wand und spießte mit einem einzigen stoß das rechte handgelenk fumeros an die wand der gab einen schmerzensschrei von sich seine hand öffnete sich spastisch der revolver fiel ihm zu füßen mit einem tritt schleuderte ihn carax in die dunkelheit der schrecken dieser Szene war in wenigen Sekunden an meinen Augen vorbeigezogen ich war wie gelähmt unfähig zu handeln oder auch nur einen gedanken zu fassen carax wandte sich mir zu und heftete seinen blick auf mich als ich ihn anschaute konnte ich seine von den flammen ausgelöschten gesichtszüge rekonstruieren die ich mir so oft vorgestellt hatte wenn ich bilder sah oder alte geschichten hörte bring beatrice hier weg daniel sie weiß was ihr zu tun von nichts und niemand behüte sie mehr als dein leben ich wollte nicken aber meine Augen wurden von fumero angezogen der mit dem messer kämpfte das in seinem handgelenk steckte mit einem ruck riss er es los sackte in die knie und hielt sich den verwundeten arm von dem das blut herab brann geh raumte carax geblendet vor Hass schaute uns fumero vom Boden herauf an das blutige messer in der linken hand carax wandte sich ihm zu ich hörte einige schritte näher kommen von den schüssen alarmiert war palacios seinem chef zu hilfe geeilt noch bevor carax fumero das messer entreißen konnte stürmte palacios mit erhobenem revolver in die bibliothek zurück rief er er warf einen raschen blick auf fumero der sich mit carax ich bemerkte den schrecken und den zweifel in seinem blick ich hab gesagt zurück carax wich zurück palacios beobachtete uns kalt während er zu entscheiden versuchte wie die situation in den griff zu bekommen war seine augen richteten sich auf mich du da hau ab es hat mit dir nichts zu tun los ich zögerte einen moment carax nickte hier geht gar keiner weg sagte fumero schneidend palacios geben sie mir einen revolver palacios regte sich nicht palacios wiederholte fumero und streckte die blutende hand fordernd nach der waffe aus nein murmelte palacios zwischen den zähnen und blieb wie gelähmt stehen fumeros augen füllten sich mit verachtung und zorn mit einem jähen sprung packte er palacios waffe und stieß ihn mit der hand weg langsam hob er den revolver seine hand zitterte der revolver glänzte vor blut caracios wich schritt um schritt zurück suchte die dunkelheit doch es gab keinen ausweg der revolver lauf folgte ihm meine sämtlichen muskeln spannten sich vor wut wie angezogen von fumeros bleicher fratze palacios schaute mich an und schüttelte den kopf ich beachtete ihn nicht caracios hatte sich schon aufgegeben stand reglos mitten im raum und wartete auf die kugel fumero kam gar nicht dazu mich zu sehen für ihn gab es nur caracios und diese blutende hand um den revolver mit einem sprung stürzte ich auf ihn meine füße hoben vom boden ab und gewannen keinen Kontakt mehr mit ihm die Welt war in der Luft erstarrt der Knall erreichte mich wie aus der ferne echo eines abziehenden gewitters es gab keinen schmerz nur ein dumpfes lohn als hätte mich mit ungeheurer wucht eine metallstange getroffen und zwei meter ins leere geschleudert um mich dann zu boden zu werfen ich spürte den fall nicht hatte aber das gefühl die wände strebten zusammen und die decke stürzte herab um mich zu erdrücken eine hand hielt ich sah wie er mir die hand auf die brust legte und fragte mich was das für eine warme flüssigkeit sein mochte die ihm zwischen den fingern hervor quoll neben mir erkannte ich palacios von gewissensbissen zerquältes gesicht ich schaute auf und da sah ich sie mit entsetztem ausdruck die zitternden hände vor dem mund kam Bea langsam von der bibliothekstür her näher arme und beine und bahnte sich einen weg durch meinen körper fumero lauerte hinter der tür verborgen Bea bemerkte ihn nicht als karaks aufschnellte und Bea sich alarmiert umdrehte berührte der revolver des inspektors bereits ihre stirn palacios stürzte sich auf ihn um ihn zurück zu halten er kam zu spät schon war karaks über ihm ich hörte wie aus weiter ferne seinen durchdrang karaks rechte hand einen wimpernschlag später fiel der man ohne gesicht über fumero her ich neigte mich zur seite um zu sehen wie Bea unverletzt auf mich zustürzte ich suchte karaks mit den augen fand ihn aber nicht eine andere figur hatte seinen platz eingenommen es war allein coubert wie ich ihn vor vielen Jahren bei der lektüre eines Buches zu fürchten gelernt hatte diesmal gruben sich Coubert Klauen in Fumeros Augen und schleiften ihn wie ein Haken mit ich glaubte zu sehen wie die Beine des Inspektors durch die Bibliothekstür schleiften wie sein Körper zappelte während Coubert ihn zur Tür zerrte wie seine Knie auf der Marmortreppe aufschlugen und der Schnee ihm ins Gesicht stöberte wie ihn der Mann ohne Gesicht am Hals packte in die Luft hob und dem gefrorenen Brunnen entgegenschleuderte wie die Dolchhand des Engels seine Brust aufspießte ich glaubte zu sehen wie er seine verdammte Seele in Dampf und schwarzem Atem aushauchte während die Augen wie reif zersplitterten jetzt sank ich in mich zusammen die Dunkelheit färbte sich mit weißem Licht und Beers Gesicht zog sich in einen Tunnel aus Nebel zurück ich erinnere mich nur noch dass ich mich in einer Wolke von Licht und Kälte auflöste dass mich ein seltsamer Frieden einlullte und den Schmerz und das eisige Feuer aus meinem Innern nahm ich sah mich selbst an Beers Hand durch die Straßen dieses verzauberten Barthelonas spazieren beide schon fast Kreise ich sah wie mir mein Vater und Nuria Montfort weiße Rosen aufs Grab legten ich sah Fermin in den Armen der Bernada weinen und sah meinen alten für immer verstummten Freund Thomas ich sah sie wie man aus einem zu schnell abfahrenden Zug Fremde sieht als hätte sich ein verlegter Zeitungsausschnitt in die Seiten eines Buches verirrt erinnerte ich mich an das Gesicht meiner Mutter das ich vor vielen Jahren verloren hatte ihr Licht war alles was mich auf meinem Absinken begleitete Post Mortem 27. November 1955 Das Zimmer war weiß und mit Dunstschleiern und leuchtender Sonne ausgekleidet Von meinem Fenster aus sah man ein unendliches blaues Meer Später würde man mich davon überzeugen wollen dass von der Klinik aus das Meer nicht zu sehen ist dass ihre Zimmer weder weiß noch ätherisch sind und dass das Meer in jenem November überhaupt kalt und Bleiern abweisend war dass es an sämtlichen Tagen dieser Woche weiterschneide bis ganz Barcelona unter einem Meter Schnee begraben war und selbst Fermin der ewige Optimist dachte ich würde noch einmal sterben ich war schon vorher gestorben im Krankenwagen in Beas Armen und denen des Polizisten Palacios laut den Ärzten die über mich sprachen als könnte ich sie nicht hören hatte das Projektil zwei Rippen zerstört das Herz gestreift eine Arterie getroffen und war dann an der Seite wieder ausgetreten 64 Sekunden lang hatte mein Herz ausgesetzt man erzählte mir bei der Rückkehr von meinem Ausflug ins Unendliche hätte ich die Augen geöffnet und gelächelt bevor ich das Bewusstsein verloren hätte erst nach einer Woche kam ich wieder zu mir inzwischen hatten die Zeitungen die Nachricht vom Tod des verdienten Chef Inspektors Francisco Javier Fumero in einem Streit mit einer bewaffneten Bande gebracht und die Hörden waren zu sehr damit beschäftigt eine Straße oder Passage zu suchen die man zu seinem Gedenken umtaufen konnte Im alten Aldaia Haus wurde als einzige seine Leiche gefunden die von Penelope und ihrem Kind tauchten nie auf Ich erwachte am frühen Morgen und erinnere mich dass ich das Licht wie flüssiges Gold über die Betttücher ergoss Es schneite nicht mehr und jemand hatte das Meer vor meinem Fenster mit einem weißen Platz vertauscht auf dem sich einige schaukeln und wenig mehr abhoben Mein Vater neben meinem Bett auf einem Stuhl zusammengesunken schaute auf und sah mich schweigend an Ich lächelte ihm zu und er brach in Tränen aus Fermin der auf dem Korridor den Schlaf des Gerechten schlief und Bea seinen Kopf auf dem Schoß hörten ihn ein Schluchzen das in Rufe mündete und kam ins Zimmer Ich erinnere mich dass Fermin weiß und dünn war wie eine Fisch Gräte man erzählte mir das Blut in meinen Adern stamm von ihm da ich so zu bilden falls ich noch mehr davon benötigte Vielleicht war das die Erklärung dafür dass ich mich weiser und weniger Danielig fühlte Ich erinnere mich dass mich ein Wald aus Blumen umgab und dass an diesem Nachmittag Gustavo Barceló und seine Nichte Clara die Bernada und mein Freund Tomas durchs Zimmer defilierten Letzterer getraute sich nicht mehr in die Augen zu sehen und als ich ihn Federico der in Begleitung der Merceditas kam und an den Lehrer Don Anacleto Vor allem aber erinnere ich mich an Bea die mich schweigend anschaute während alle übrigen dem Himmel dankten und an meinen Vater der sieben Nächte auf diesem Stuhl geschlafen und zu einem Gott gebetet hatte an den er nicht glaubte Als die Ärzte das ganze Gefolge aus dem Zimmer wiesen damit sagte er habe mir meinen Füllfederhalter mitgebracht Victor Hugo's Füllfederhalter und ein Heft falls ich schreiben wolle In der Tür sagte Fermin er habe mit den Klinikärzten gesprochen und sie hätten ihm versichert ich müsse keinen Militärdienst leisten Bea küsste mich auf die Stirn und nahm meinen Vater mit hinaus an die Luft Er hatte dieses Zimmer seit über einer Woche nicht meinem Füllfederhalter auf dem Nachttisch betrachtete Schritte in der Tür weckten mich und ich hatte das Gefühl meinen Vater zu Füßen des Bettes zu sehen Der Besucher ging um das Bett herum und setzte sich auf den Stuhl meines Vaters Mein Mund war ausgetrocknet und ich dass er die Wahrheit über Penelope nie herausgefunden hatte ich erinnere mich nicht mehr genau an seine Worte noch an den Klang seiner Stimme aber ich weiß dass er meine Hand nahm und mich bat an seiner Stelle zu leben und dass ich ihn nie wieder sehen würde was ich jedoch nicht vergessen habe ist was ich ihm sagte ich bat ihn diese Feder zu nehmen die schon immer ihm gehört habe und wieder zu schreiben als ich erwachte erfrischte mir Bär die Stirn mit Kölnisch Wasser erschrocken fragte ich sie wo Karak sei sie schaute mich verwirrt an und sagte der sei vor einer Woche im Schneesturm verschwunden eine Blutspur hinterlassen und alle hielten ihn für tot ich verneinte er sei hier bei mir gewesen vor wenigen Sekunden Bär lächelte ohne etwas zu sagen die und erklärte ich hätte sechs Stunden geschlafen und sie habe die ganze Zeit an ihrem Schreibtisch gegenüber meinem Zimmer gesessen und währenddessen habe niemand mein Zimmer betreten als ich an diesem Abend einzuschlafen versuchte drehte ich den Kopf auf dem Kissen und stellte fest dass das Etui offen und der Füller verschwunden war Märzwasser 1956 Bär und ich heirateten vier Monate später in der Kirche Santa Anna Senor Aguilar der immer noch höchst einsilbig zu mir war und es wohl bis ans Ende der Zeiten bleiben würde hatte mir angesichts der Unmöglichkeit meinen Kopf auf dem Tablett serviert zu bekommen die Hand seiner Tochter gewährt Beas Verschwinden hatte ihm schlagartig die Wut genommen und jetzt schien er in einem Zustand dauernden Schreckens zu leben und sich damit abgefunden zu haben dass sein Enkel mich bald Papa nennen und das Leben ihm durch einen von einer Schusswunde genesenen schamlosen Kerl das Mädchen wegnehmen würde das er noch immer wie am Tag der Erstkommunion sah und keinen Tag älter eine Woche vor der Feier fand er sich in der Buchhandlung ein um mir eine goldene Krawatten Nadel zu schenken die seinem Vater gehört hatte und um mir die Hand zu geben Bea ist das einzige Gute was ich in meinem Leben zustande gebracht habe sagte er pass mir gut auf sie auf mein Vater begleitete ihn zur Tür und schaute ihm mit der Melancholie die gleichzeitig und unverhofft altgewordene Männer weichmacht nach wie er durch die Calle Santa Anna davonging er ist kein schlechter Mensch Daniel sagte er jeder liebt auf seine Weise Fermin Romero de Torres hatte sich zum absoluten Diktator und Faktotum von Zeremonie Bankett und drumherum aufgeschwungen als der Pfarrer bemerkte dass die Braut schwanger an den Altar trat weigerte er sich rundweg die Eheschließung vorzunehmen und drohte damit die göttliche Vorsehung anzurufen damit sie dem ganzen einen Riegel vorschöbe Fermin wurde Fuchsteufels wild zerrte ihn vor den Augen der spärlichen Hochzeitsgesellschaft aus der Kirche und schrie in alle Himmelsrichtungen er sei des Ordensgewandes und der Gemeinde unwürdig und wenn er sich seiner Pflicht widersetze werde er im Bistum einen Skandal vom Zaun brechen der ihm eine Verbannung auf den Felsen von Gibraltar eintrüge wo er in all seiner Schäbigkeit die ältesten Effinnen zum Christentum begehren könne mehrere Passanten klatschten Beifall und der Blumenhändler auf dem Platz schenkte ihm eine weiße Nelke die er sich sogleich ins Revier steckte und so lange trug bis die Blütenblätter die Farbe des Hemdkragens angenommen hatten da standen wir nun ohne Pfarrer und Fermin ging in die San Gabriel Schule um Pater Fernando Ramos anzuheuern der Zeit lebens noch keine Hochzeit zelebriert hatte und dessen Fachgebiet neben den klassischen Sprachen schwedische Gymnastik war Eminenz der Bräutigam ist sehr schwach und ich darf ihm jetzt keinen weiteren Verdruss bereiten er sieht in ihnen eine Reinkarnation der großen Kirchenväter dort oben mit dem heiligen Thomas dem heiligen Augustin und der Jungfrau von Fatima auch wenn sie es nicht glauben der Junge ist wie ich überaus fromm ein Mystiker wenn ich ihm jetzt sage dass sie womöglich eine Beerdigung abhalten wenn es so ist wie sie sagen einige Tage vor der Hochzeit hatte Fermin Architekt des Ereignisses und Zeremonienmeister angekündigt er habe für mich einen Polterabend organisiert zu dem nur er und ich eingeladen seien ich weiß nicht Fermin solche Dinge sagen mir vertrauen sie mir am angezeigten Abend folgte ich zu einem schmutzigen Lokal in der Calle Escudillers eine Gruppe von Damen von weitem Erfahrungshorizont empfing uns mit strahlendstem Lächeln wir holen die Rosiito verkündete Fermin Fermin flüsterte ich erschrocken um Himmels Willen haben sie nur Vertrauen flink erschien die Rosiito in einem roten Kunstseidenkleid und all ihrer Pracht die ich nahe bei 90 Kilo ansiedelte und nahm eine gewissenhafte Bestandsaufnahme von mir vor hallo mein Herzchen ich hab dich mir älter vorgestellt denk dir nur das ist nicht der in rede stehende stellte Fermin richtig da begriff ich die Art der Verwirrung und meine Ängste schwanden Fermin vergaß nie ein Versprechen besonders wenn es von mir stammte zu dritt suchten wir ein Taxi das uns zum alten Heim Santa Lucia bringen sollte wir kamen zum Heim als Mitternacht schon vorüber war und schleusten die Rosito durch die Hintertür hinein die benutzt wurde um die Verstorbenen durch ein Gässchen weg zu schaffen wo es aussah und roch wie in der Speiseröhre der Hölle hier gab Fermin der Rosito die restlichen Anweisungen während ich das Altchen suchte dem ich einen letzten Tanz mit Eros versprochen hatte ehe Thanatos ihm die Schlussrechnung präsentierte denk dran Rosito der Opa ist ein wenig schwerhörig also sprich laut deutlich und schweinisch mit ihm und schämisch wie du es so gut verstehst aber übertreib nicht er soll ja nicht vorzeitig mit einem Herz stellstand im Himmelreich überantwortet werden nur ruhig mein Schatz man ist schließlich Profi ich fand den Begünstigten dieser Leihliebe in einem Winkel im ersten Stock und führte ihn zu einer düsteren Zelle die Fermin und die Rosito mit ein paar Kerzen und einigen Parfumspritzern hergerichtet hatten als unser Eremit den Blick auf Rositos überbordende Schönheit richtete erleuchteten Traumparadiese sein Gesicht Gott segne sie und ihnen viel Spaß sagte Fermin ich sah wie die Rosito den Alten mit unendlicher Zärtlichkeit in die Arme nahm und ihm die Tränen von den Backen küsste Fermin und ich zogen uns von der Bildfläche zurück auf unserem Gang durch diese Galerie der Hoffnungslosigkeit begegneten wir Schwester Emilia einer der Nonnen die das Heim führten sie warf uns einen aufgebrachten Blick zu einige Insassen sagen mir sie haben eine nutter eingeschmuggelt und jetzt wollen sie auch eine ehrwürdigste Schwester wofür halten sie uns wir sind gekommen um nach der Insassen Jacinta Coronado zu fragen Schwester Emilia zog eine Braue in die Höhe ach gehören sie zur Familie geistig Jacinta ist vor 14 Tagen gestorben am Abend zuvor hat ein Herr sie besucht ein Verwandter von ihnen sie meinen Pater Fernando es war kein Priester er sagte er heiße Julian an den Nachnamen erinnere ich mich nicht Fermin schaute mich stumm an Julian ist ein Freund von mir sagte ich Schwester Emilia nickte er war mehrere Stunden bei ihr ich hatte sie seit Jahren nicht mehr lachen hören nachdem er gegangen war hat sie zu mir gesagt sie hätten von früheren Zeiten gesprochen als sie noch jung waren sie sagte dieser Herr habe Nachrichten von ihrer Tochter Penelope Ich erinnere mich weil mich Jacinta am nächsten Morgen angelächelt hat und als ich sie fragte warum sie sich so freue sagte sie sie gehe nach Hause zu Penelope Wenig später ist sie im Schlaf gestorben Kurz danach beschloss Diorocito ihr Liebesritual und ließ den Opa erschöpft zurück Als wir gingen zahlte ihr Fermin das Doppelte aber angesichts all dieser von Gott und dem Teufel hoffnungslos Vergessenen wollte ihr Honorar unbedingt Schwester Emilia stiften damit diese allen einen Imbiss mit Ölkringeln und Schokolade auftische Man ist eben sentimental Schauen Sie Signor Fermin dieses arme Kerlchen wollte nichts weiter als dass ich ihn festhalte und streichle das bricht einem das Herz Wir steckten sie mit einem guten Trinkgeld in ein Taxi und peilten die menschenleere Calle Prinzessse an Wir werden schlafen gehen müssen wegen morgen sagte Fermin Ich glaube nicht dass ich kann Wir marschierten Richtung Barcelonetta und gelangten ohne es recht zu merken auf dem Wellenbrecher immer weiter hinaus bis zu unseren Füßen die ganze still leuchtende Stadt wie eine riesige Luftspiegelung aus dem Hafenwasser aufstieg Wir setzten uns auf die Mole und gaben uns dieser Erscheinung hin Diese Stadt ist eine Hexe wissen sie Daniel sie setzt sich einem auf der Haut fest und nimmt einem die Seele ohne dass man es überhaupt merkt Sie reden wie die Rosseito Fermin Lachen Sie nicht Leute wie Sie machen aus dieser beschissenen Welt einen besuchenswerten Ort Die Nutten Nein Nutten sind wir früher oder später alle Ich meine die Menschen mit gutem Herzen Und schauen Sie mich nicht so Ahnenhochzeiten machen mich fertig Sie war Elfenbeinfarben gekleidet und trug die Welt in den Augen Ich erinnere mich kaum an die Worte des Geistlichen noch an die hoffnungsfrohen Gesichter der Gäste die an diesem Märzvormittag die Kirche füllten Es bleibt mir allein die Berührung ihrer Lippen und als ich die Augen öffnete der geheime Schwur den ich auf der Haut mitnahm und an den ich mich alle Tage meines Lebens erinnern werde Nachspiel 1966 Julian Kadax beendet der Schatten des Windes mit einem kurzen Überblick in dem er die Schicksale seiner Figuren Jahre später skizziert Während ich auf dem Ladentisch der Buchhandlung diese Zeilen schreibe beobachtet mich lächelnd mein Sohn Julian der morgen zehn wird und staunt ungläubig über diesen Stapel Blätter der höher und höher wird Wahrscheinlich ist er überzeugt dass auch sein Vater von dieser Bücher und Wörter Krankheit angesteckt ist Julian hat die Augen und die Intelligenz seiner Mutter und ich gefalle mir im Glauben er besitze vielleicht meine Naivität mein Vater der die Buchrücken nur noch schwer entziffern kann obwohl es nicht zugibt ist oben in der Wohnung oft frage ich mich ob er ein glücklicher Mann ist ob er seinen Frieden hat ob ihm unsere Gesellschaft hilft oder ob er in seinen Erinnerungen und in dieser Traurigkeit lebt die ihn stets verfolgt hat jetzt führen Bea und ich die Buchhandlung ich bin für die Buchhaltung zuständig und Bea macht den Einkauf und bedient die Kunden die sie mir vorziehen was ich ihnen nicht übel nehmen kann die Zeit hat sie stark und weise gemacht sie spricht fast nie über die Vergangenheit aber oft überrasche ich sie wie sie in einem Schweigen versinkt allein mit sich selbst Julian betet seine Mutter an wenn ich sie so zusammen anschaue weiß ich dass ein unsichtbares Band sie eint das ich kaum ansatzweise begreife aber ich bin es zufrieden ein Teil ihrer Insel zu sein und mich glücklich zu wissen die Buchhandlung wirft gerade eben genug ab um bescheiden leben zu können und etwas anderes zu machen kann ich mir nicht vorstellen Fermin und die Bernada heirateten 1958 und sie haben bereits vier Kinder alle jungen und mit der Nase und den Ohren des Vaters Fermin hat die Stelle in der Buchhandlung schon vor Jahren aufgegeben und nach Isaak Monforts Tod dessen Ablösung im Friedhof der Vergessenen Bücher übernommen Isaak liegt auf dem Montjuik neben Nuria ich besuche sie oft wir unterhalten uns immer duften auf Nurias Grab frische Blumen Mein alter Freund Thomas Aguilar ist nach Deutschland gezogen wo er als Ingenieur in einer Maschinenbaufirma arbeitet und Wunderdinger erfindet die ich noch nie habe begreifen können manchmal schreibt er einen Brief immer an seine Schwester Bea adressiert Don Anacleto hat seine Stelle als Gymnasiallehrer aufgegeben und widmet sich jetzt ausschließlich der erotischen Dichtung und seinen Zeitungskolumnen die monumentaler sind denn je Don Federico Flavia und die Merceditas sind nach dem Tod der Mutter des Uhrmachers zusammengezogen und bilden ein wunderbares Paar obwohl es nicht an Neidern fehlt die sagen die Katze lasse das Mausen nicht und ab und zu gehe Don Federico als Pharaon ihn herausstaffiert ein wenig fremd Don Gustavo Barceló hat seine Buchhandlung geschlossen und das Kapital an uns transferiert er sagte er habe die Nase voll von der Zunft und wolle sich endlich neuen Herausforderungen stellen die erste und letzte war die Gründung eines Verlages zur Neuauflage von Julian Carrax gesammelten Werken vom Eröffnungsband mit seinen ersten drei Romanen die in einem Bündel Fahnenabzüge in einem Möbellager der Familie Capestani gefunden wurden wurden 342 Exemplare verkauft mittlerweile reist Don Gustavo in Gesellschaft distinguierter Damen durch Europa und verschickt Postkarten von Kathedralen Seine Nichte Clara heiratete den Bankier aber die Verbindung dauerte nur ein knappes Jahr Die Liste ihrer Liebhaber ist noch immer lang nimmt aber Jahr für Jahr ab Jetzt lebt sie allein in der Wohnung auf der Plaza Real und geht immer seltener aus Manchmal soll sie noch ihren alten Musiklehrer sehen Adrian Neri dessen Sinfonie weiterhin unvollendet bleibt und der anscheinend bei den Damen dass ihm seine Schlafzimmerkunststücke den Spitznamen die Zauberflöte eingetragen haben Dem Andenken an Inspektor Fumero waren die Jahre weniger gewogen Nicht einmal die die ihn gehasst und gefürchtet hatten scheinen sich noch an ihn zu erinnern Vor langer Zeit begegnete ich auf dem Paseo de Gracia dem Polizisten Palacios der aus dem Chor ausgeschieden war und jetzt in einer Schule der Bonanova Sportunterricht erteilt Er erzählte mir im Keller des Hauptreviers in der Via Laetana gebe es weiterhin eine Gedenktafel zu Ehren Fumeros aber der neue Getränkeautomat decke sie vollständig zu Entgegen jeder Vorhersage steht das Altairhaus noch immer Heute beherbergt es eine Werbeagentur Ich gestehe dass ich eines Tages unter Anführung unwahrscheinlicher Gründe dort vorgesprochen und darum gebeten habe das Haus zu besichtigen Die alte Bibliothek in der ich um ein Haar mein Leben gelassen hätte ist jetzt ein mit Werbeplakaten für Deodorants und Waschmittel mit Wunderkräften ausgekleideter Sitzungsraum Das Zimmer in dem Bär und ich Juliane zeugten ist das Bad des Generaldirektors Als ich an diesem Tag nach dem Besuch des ehemaligen Aldaia Hauses in die Buchhandlung zurückging fand ich in der Post ein Paket mit einem Pariser Poststempel Es enthielt ein Buch mit dem Titel Die Nebelburg Roman eines gewissen Boris Laurent Ich blätterte es rasch durch und spürte dabei diesen verheißungsvollen Zauberduft neuer Bücher Ganz zufällig blieb ich bei einem Satzanfang hängen Sogleich war mir klar wer ihn geschrieben hatte Und als ich zur ersten Seite zurückging überraschte es mich nicht in der blauen Schrift dieses Füllfederhalters den ich für meinen Freund Daniel der mir Stimme und Feder zurückgegeben hat und für Bea die uns beiden das Leben zurückgegeben hat Ein junger Mann schon mit einigen weißen Haaren spaziert durch die Straßen eines Barcelonas auf dem ein Aschender Himmel lastet An seiner Hand geht ein etwa zehnjähriger Junge ganz aufgeregt angesichts des Geheimnisses das ihm sein Vater am Morgen verheißen hat das Versprechen des Friedhofs der vergessenen Bücher Huan was du heute sehen wirst darfst du niemandem erzählen niemandem auch nicht Mama fragt der Junge mit gedämpfter Stimme sein Vater seufzt hinter seinem traurigen Lächeln das ihn durchs Leben verfolgt aber natürlich antwortet er vor ihr haben wir keine Geheimnisse ihr darfst du alles erzählen kurz darauf verlieren sich Vater und Sohn Dunstgestalten im Gedränge ihre Schritte gehen für immer unter im Schatten des Windes